Blade Runner. Träumen Androiden von elektrischen Schafen? Von Philip K. Dick. Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Allier. Gelesen von Tauben Kessler. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Für Maren Augusta Burkwood, geboren am 10. August 1923, gestorben am 14. Juni 1967. Und immer noch sehe ich im Traum ihn geisterhaft durchs Taugras springen, erfüllt von meinem heiteren Singen. Yates. Auckland. Eine Schildkröte, die der Entdecker Captain Cook im Jahr 1777 dem König von Tonga zum Geschenk machte, ist gestern gestorben. Sie war fast 200 Jahre alt. Das Tier, das den Namen Tui Malila trug, starb auf dem Gelände des königlichen Palasts der tongaischen Hauptstadt Nuku'alofa. Die Tonga sahen das Tier als Ältesten an, und eigene Wärter wurden berufen, um es zu versorgen. Vor ein paar Jahren verlor es bei einem Buschfeuer sein Augenlicht. In einer Meldung von Radio Tonga heißt es, die sterblichen Überreste von Tui Malila sollen dem Auckland-Museum in Neuseeland übergeben werden. Reuters, 1966. Ein muntrer kleiner Stromstoß, der automatische Weckruf, den die Stimmungsorgel an seinem Bett ihm schickte, ließ Rick Deckert erwachen. Überrascht? Es überraschte ihn jedes Mal neu, wenn er plötzlich ohne Vorwarnung merkte, dass er wach war. Er hob er sich vom Bett, stand da in seinem bunten Schlafanzug und streckte sich. Nun schlug in ihrem eigenen Bett auch seine Frau Iran die grauen, unmunteren Augen auf. Sie blinzelte, seufzte, dann schloss sie die Lieder wieder. »Du hast deine Pen viel zu niedrig eingestellt«, sagte er zu ihr. »Ich stelle sie dir neu ein, dann bist du gleich wach und lass deine Finger von meinen Einstellungen.« Ihre Stimme klang bitter, schneidend. »Ich will nicht wach sein.« Er setzte sich zu ihr, beugte sich über sie und sprach mit sanfter Stimme. »Wenn du den Stoß hoch genug einstellst, dann bist du froh, dass du wach wirst. Darum geht es doch. Auf Stufe C überwindet er die Bewusstseinsschwelle, so wie gerade bei mir. Freundlich, denn er war der Welt gegenüber wohlwollend eingestellt. Seine Einstellung war Stufe D, strich er ihr über die bleiche, nackte Schulter. »Nimm deine brutale Bullenhand da weg«, sagte Iran. »Ich bin kein Bulle.« Jetzt war er ärgerlich, obwohl er das überhaupt nicht gewählt hatte. »Du bist schlimmer als ein Bulle«, sagte seine Frau, die Augen immer noch geschlossen. »Du bist ein Mörder, ein Auftragskiller für die Bullen.« »In meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Menschen umgebracht.« Sein Reizpegel stieg. Jetzt war es schon geradezu Feindseligkeit. »Iran«, sagte »Nur diese armen Andys.« »Soweit ich weiß, hattest du nie Hemmungen, die Fangprämien, die ich nach Hause bringe, für alles auszugeben, was dir zufällig in dem Augenblick in den Sinn kommt.« Er stand auf und ging zum Bedienpult seiner Stimmungsorgel. »Statt dass du sparst«, sagte er, »damit wir uns irgendwann ein echtes Schaf leisten können und nicht nur das falsche Elektrische da oben.« Er war immer noch nur ein elektrisches Tier bei all dem Einkommen, zu dem ich mich über die Jahre hochgearbeitet habe.« Er stand an seinem Bedienpult und zögerte, ob er einen Triebunterdrücker einstellen sollte, der seine Wut verfliegen ließe, oder einen Triebverstärker, der ihn so wütend machen würde, dass er aus diesem Streit als Sieger hervorginge. »Wenn du da mehr Wut einstellst«, sagte Iran, die ihn jetzt mit offenen Augen beobachtete, »dann mache ich das auch. Ich drehe bis zum Anschlag auf. Und dann erlebst du einen Streit. Im Vergleich dazu war alles, was wir bisher gehabt haben, Kinderkram. Dreh nur auf, fordere mich heraus.« Sie sprang aus dem Bett, war mit einem Satz am Pult ihrer eigenen Stimmungsorgel, stand wartend da und sah ihn finster an. Er seufzte, gab der Drohung nach. »Ich stelle ein, was auf meinem Plan für heute steht.« Er blickte in den Plan für den 3. Januar 1992 und sah, dass eine nüchtern professionelle Einstellung vorgesehen war. »Wenn ich es bei mir planmäßig einstelle«, sagte er misstrauisch, »machst du das dann bei dir auch?« Er wartete, gut genug auf der Hut, sich nicht festzulegen, solange seine Frau nicht zugestimmt hatte, ebenso vorzugehen. »Mein Plan sieht für heute sechs Stunden selbstquälerische Depression vor«, sagte Iran. »Was? Wieso hast du das denn auf den Plan gesetzt?« Das unterlief doch den ganzen Sinn und Zweck der Stimmungsorgel. »Ich wusste nicht mal, dass man sowas überhaupt wählen kann«, sagte er finster. »Eines Nachmittags saß ich hier«, erklärte Iran, »und natürlich hatte ich Buster freundlich und seine freundlichen Freunde eingeschaltet. Und er redete davon, dass er demnächst irgendeine großartige Enthüllung verkünden will. Und dann kam wieder dieser grässliche Werbespot, der, den ich nicht ausstehen kann. Du weißt schon, Charlatans bleierne Schamkapseln. Deshalb habe ich mal einen Moment lang den Ton ausgeschaltet. Und da habe ich das Haus gehört. Dieses Gebäude hier. Ich habe die«, sie breitete die Arme aus, »die leeren Wohnungen gehört«, sagte Rick. Manchmal hörte er sie nachts, wenn er eigentlich schlafen sollte. Und doch konnte dieser Tage ein zur Hälfte bewohntes Apartmenthaus als schon geradezu dicht bevölkert gelten. Draußen, dort, wo vor dem Krieg die Vorstädte gewesen waren, fand man Gebäude, die ganz leer standen. Das hatte er jedenfalls gehört. Er hätte es gern bei dieser Information aus zweiter Hand belassen. Wie die meisten legte er keinen Wert darauf, sich persönlich zu vergewissern. Als ich den Fernsehton aushatte, sagte Iran, war ich in einer 382er-Stimmung, hatte ich gerade erst eingestellt. Ich konnte diese Leere also mit dem Verstand wahrnehmen. Aber ich spürte nichts dabei. Mein erster Gedanke war Dankbarkeit dafür, dass wir uns eine Penfield-Stimmungsorgel leisten können. Aber dann ging mir auf, wie krank sowas war, zu spüren, dass kein Leben existierte. Nicht nur hier in diesem Haus, sondern überall. Und nicht darauf zu reagieren. Verstehst du? Wahrscheinlich nicht. Aber früher galt so etwas als Zeichen einer psychischen Erkrankung. Affektstörung nannte man es. Also ließ ich den Fernsehton ausgeschaltet, setzte mich an meine Stimmungsorgel und experimentierte. Und so fand ich die Einstellung für Verzweiflung. Ihr dunkles, forsches Gesicht zeigte Zufriedenheit, als hätte sie etwas von Wert entdeckt. Und habe sie zweimal monatlich auf meinen Plan gesetzt. Ich finde, das ist eine angemessene Menge Zeit, die man sich einmal ganz ohne Hoffnung fühlen sollte. Ohne Glauben daran, dass es einen Sinn hat, hier auf der Erde zu bleiben, wo alle, die halbwegs bei Verstand sind, längst ausgewandert sind. Findest du nicht auch? Aber in so einer Stimmung bleibst du, sagte Rick, da stellst du nicht mehr den Weg nach draußen ein. So eine Verzweiflung an der schieren Realität, die ist von Dauer. Ich programmiere eine automatische Rückstellung vier Stunden später, antwortete seine Frau ungerührt. Eine 481. Bewusstsein der vielfältigen Möglichkeiten, die die Zukunft für mich bereithält. Neue Hoffnung, dass ich weiß, was 481 ist, unterbrach er sie. Er hatte diese Kombination schon oft genug eingestellt. Sie war geradezu lebenswichtig für ihn. Hör mal, sagte er, setzte sich auf sein Bett, fasste sie bei den Händen und zog sie zu sich herab. Auch mit automatischer Rückschaltung ist es gefährlich, wenn man sich auf eine Depression einlässt. Gleich welcher Art. Vergiss, was du da programmiert hast. Dann stelle ich es bei mir auch um. Wir wählen beide 104 und genießen es ein Weilchen. Und dann bleibst du dabei und ich kehre zu meiner üblichen Arbeitseinstellung zurück. Ich mache mich automatisch auf den Weg, sehe oben noch nach dem Schaf und fliege von da ins Büro. Aber ich weiß dann, dass du nicht hier sitzt und ohne Fernsehen Trübsal bläst. Er ließ ihre schlanken, langen Finger los und ging durch die weitläufige Wohnung zum Wohnzimmer, das noch ein wenig nach dem Zigarettenqualm vom Vorabend roch. Er beugte sich zum Fernseher hinunter und schaltete ihn ein. Aus dem Schlafzimmer kam Irans Stimme. Fernsehen vor dem Frühstück ertrage ich nicht. Stell 888 ein, sagte Rick, während er wartete, dass die Röhren warm wurden. Den Wunsch fernzusehen, egal was gesendet wird. Mir ist gerade überhaupt nicht danach, etwas einzustellen, sagte Iran. Dann nimm die drei, sagte er. Ich will nicht etwas einstellen, das meine Hirnrinde dazu anregt, mich dazu zu bringen, etwas einzustellen. Wenn ich nichts einstellen will, dann will ich das am allerwenigsten. Denn danach will ich ja etwas einstellen. Und etwas einstellen zu wollen, ist derzeit der abwegigste Gedanke, den ich mir überhaupt ausmalen kann. Ich möchte einfach hier auf dem Bett sitzen und den Fußboden anstarren. Ihre Stimme klang nun angespannt mit einer leblosen Vererbung, während ihre Seele bereits gefror und ihr Körper sich nicht mehr rührte. Während die instinktive, alles erdrückende Schwere, die fast vollkommene Teilnahmslosigkeit sich wie ein Film über sie breitete. Er stellte den Fernsehton lauter und die dröhnende Stimme von Buster freundlich erfüllte den Raum. Ho, ho, Freunde! Zeit für einen kurzen Blick auf das heutige Wetter. Der Satellit Mungo meldet, dass der Fallout gegen Mittag besonders stark sein wird, aber dann nachlässt. Und diejenigen unter euch, die es wagen, einen Fuß nach draußen zu setzen sollten, also? Iran tauchte neben Rick auf, ihr langes Nachthemd fließend wie ein Schleier, und schaltete den Fernseher ab. Okay, ich geb's auf. Ich stelle etwas ein. Alles, was du von mir willst. Sogar sexuelle Ekstase. Mir ist so elend, dass ich selbst das über mich ergehen ließe. Es ist doch egal. Was spielt es schon für eine Rolle? Ich stelle die Geräte für uns beide ein, sagte Rick und führte sie zurück ins Schlafzimmer. Dort, an ihrem Bedienpult, drehte er die Rädchen auf 594. Freudige Anerkennung der höheren Einsicht des Ehegatten in allen Bereichen. An seiner eigenen Konsole wählte er eine kreative, aufgeschlossene Einstellung zu seiner Arbeit. Obwohl er so etwas kaum brauchte. Dies war seine übliche, natürliche Verfassung, auch ohne Penfields künstliche Hirnstimulation. Nach einem hastigen Frühstück, er hatte durch die Diskussion mit seiner Frau Zeit verloren, fuhr er zum Ausgehen ausgerüstet mit einem bleiernden Charlatan-Unterleibsprotektor, Modell Arjax, hinauf zur überdachten Dachwiese, auf der sein elektrisches Schaf weidete. Dort mampfte es, ausgeklügeltes Stück Technik, das es war, in simulierter Zufriedenheit vor sich hin und machte damit allen anderen Hausbewohnern etwas vor. Natürlich waren zweifellos auch manche Tiere der anderen in Wirklichkeit Fälschungen mit elektronischen Schaltkreisen. Natürlich hatte Rick nie seine Nase in diese Angelegenheiten gesteckt, genauso wenig wie die anderen, seine Nachbarn, sein Schaf genauer unter die Lupe genommen hatten. Nichts hätte unhöflicher sein können. Zu fragen, ist ihr Schaf echt? Wäre eine gröbere Taktlosigkeit gewesen, als wenn man jemanden gefragt hätte, ob seine Zähne, Haare oder inneren Organe einer Echtheitsprüfung standgehalten hätten. Die Morgenluft, gesättigt mit radioaktiven Staubkörnchen, so grau, dass sie die Sonne trübte, waberte um ihn her und brannte ihm in der Nase. Unwillkürlich atmete er den Hauch des Todes ein. »Na, das war übertrieben«, sagte er sich auf dem Weg zu dem Stück Grasnarbe, das ihm zusammen mit der unverhältnismäßig großen Wohnung unten gehörte. Die Hinterlassenschaft des letzten Weltkriegs war nicht mehr so gefährlich, wie es einmal der Fall gewesen war. Diejenigen, die dem Staub nicht gewachsen gewesen waren, waren schon vor Jahren ausgelöst worden. Und der Staub, schwächer geworden und mit den resistenteren Überlebenden konfrontiert, schädigte nun nur noch Verstand und Erbgut. Selbst mit seinem Bleischutz für die Genitalien drang der Staub zweifellos in ihn ein, fraß, solange er es nicht fertig brachte, auszuwandern, gewiss jeden Tag ein kleines Stück weiter an ihm. Bisher hatten die monatlichen Medizintests ihm jedes Mal bestätigt, dass er ein Normaler war, ein Mann, der innerhalb der gesetzlich festgesetzten Grenzen Nachwuchs zeugen konnte. Aber jeden Monat könnte diese Untersuchung durch die Ärzte der San Franciscoer Polizeibehörden auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Ständig kamen neue Speziale hinzu, Abweichler, umgewandelt aus Normalen durch den allgegenwärtigen Staub. Die Parole, die einem von Plakaten in Fernsehspots und amtlichen Postwurfsendungen um die Ohren geschlagen wurde, lautete »Emigrieren oder degenerieren. Sie haben die Wahl!« »Nur zu wahr«, dachte Rick, als er das Tor zu seiner kleinen Weide öffnete und zu seinem elektrischen Schaf ging. »Aber ich kann nicht auswandern. Meine Arbeit ist hier.« Der Besitzer des Weidestücks nebenan, sein Nachbar Bill Barber, grüßte ihn. Genau wie Rick hatte er sich für die Arbeit angezogen und auch er sah auf dem Weg noch einmal bei seinem Tier vorbei. »Meine Stute«, verkündete Barber strahlend, »ist trächtig.« Er wies auf das große Percheron-Pferd, das dort stand und teilnahmslos ins Leere starrte. »Was sagen Sie dazu?« »Da sage ich, bald haben Sie zwei Pferde«, antwortete Rick. Er war jetzt bei seinem Schaf angekommen. Es lag und keute wieder, seine aufmerksamen Augen auf ihn fixiert, für den Fall, dass er Haferkekse mitgebracht hatte. Das Pseudoschaf besaß einen Schaltkreis, der auf Hafer ansprach. Wenn ein solches Getreide in Sicht kam, stand es überzeugend auf und kam zu ihm herübergetrottet. »Wer hat sie denn geschwängert?«, fragte er Barber. »Der Wind?« »Ich habe Samen für die künstliche Befruchtung gekauft, den besten, den Sie in Kalifornien bekommen,« erklärte sein Nachbar. »Ich habe Beziehungen zur Kommission für Tierzucht und Pflege. Wissen Sie noch, letzte Woche war der Inspektor hier und hat Judy untersucht. Sie sind ganz versessen auf das Fohlen. Prachtexemplare wie die Mutter gibt es nicht oft.« Barber tätschelte seine Stute zärtlich am Hals und sie neigte den Kopf zu ihm. »Haben Sie je daran gedacht, Ihr Pferd zu verkaufen?«, fragte Rick. »Er hätte furchtbar gern ein Pferd gehabt oder überhaupt ein Tier. Besitz und Pflege seiner Fälschung zermürbten ihn allmählich. Aber gesellschaftlich gesehen musste es sein, wenn man kein Echtes hatte. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Selbst wenn es ihm nichts bedeutet hätte, wäre da immer noch seine Frau. Und Iran bedeutete es etwas. Viel sogar. Barber sagte, es wäre unmoralisch, mein Pferd zu verkaufen. Dann verkaufen Sie das Fohlen. Zwei Tiere zu haben, ist noch unmoralischer, als wenn man gar keins hat. »Wie meinen Sie das?«, fragte Barber verblüfft. »Viele Leute haben zwei Tiere, sogar drei oder vier, fünf sogar, im Falle von Fred Washburn, dem die Algenfarm gehört, in der mein Bruder arbeitet. Haben Sie nicht den Artikel über seine Ente gesehen, gestern im Chronicle? Es soll die größte und schwerste Moschusente an der ganzen Westküste sein.« Der Mann bekam glasige Augen beim Gedanken an einen solchen Besitz. Es fehlte nicht viel und er würde in Trance verfallen. Rick befühlte seine Jackentasche und zog das eselsohrige, schon ganz zerlesene Januar-Supplement zu Sidneys Tier- und Geflügelkatalog hervor, fand im Register den Eintrag für Fohlen, siehe Pferd, Jungtier, und hatte sogleich den landesweiten Durchschnittsverkaufspreis. »Bei Sidney kann ich ein Percheron-Fohlen für 5000 Dollar kaufen,« sagte er laut. »Nein, können Sie nicht,« antwortete Barber. »Schauen Sie genau hin. Der Preis ist kursiv gedruckt, das heißt, es sind keine verfügbar. So viel würde es kosten, wenn Sie eines hätten.« »Wie wäre es,« schlug Rick vor, »wenn ich Ihnen zehn Monate lang 500 Dollar pro Monat zahlte, den vollen Katalogpreis.« »Decard, Sie haben keinen Pferdeverstand,« meinte Barber mitleidig. »Es gibt einen Grund dafür, dass Sidney keine Percheron-Fohlen im Angebot hat. Percheron-Fohlen verkauft man nicht, nicht mal zum Katalogpreis. Sie sind zu selten, selbst die eher Minderwertigen.« Er beugte sich über den Zaun zwischen ihnen und fuchtelte mit den Händen. »Ich habe Judy jetzt seit drei Jahren, und in all der Zeit habe ich keine Percheron-Stute von vergleichbarer Qualität gesehen. Um sie zu bekommen, musste ich nach Kanada fliegen, und dann habe ich sie persönlich hergefahren, damit sie mir nicht gestohlen wird. Kommen Sie mit so einem Tier nach Colorado oder Wyoming, die bringen Sie um, damit Sie das kriegen. Wissen Sie warum?« »Vor dem letzten Krieg? Da gab es wortwörtlich Hunderte. Aber«, unterbrach ihn Rick, »dass Sie zwei Pferde haben und ich keins. Das verstößt gegen die grundlegendsten theologischen und moralischen Lehren des Mörsertums. Sie haben Ihr Schaf. Verdammt, Sie können doch in Ihrem eigenen Leben den Aufstieg machen. Und wenn Sie die Empathie mit den beiden Griffen packen, ist das der richtige Weg? Wenn Sie das alte Schaf da nicht hätten, dann könnte ich Ihre Haltung verstehen. »Sicher, wenn ich zwei Tiere hätte und Sie hätten keines, dann wäre ich mit Schuld daran, dass Ihnen die wahre Verschmelzung mit Mörser vorenthalten bleibt. Aber jede Familie in diesem Haus, lassen Sie mich überlegen, an die fünfzig, wenn ich richtig rechne, ungefähr ein Drittel bewohnt, jede von uns hat irgendein Tier. »Graveson, gehört das Huhn da drüben?« Er wies Richtung Norden. »Oaks und seine Frau haben den großen roten Hund, der nachts immer bellt.« Er dachte nach. »Ich glaube, Ed Smith hat eine Katze unten in seiner Wohnung. Jedenfalls behauptet er das. Obwohl sie nie eine gesehen hat. Vielleicht tut er nur so.« Rick ging zu seinem Schaf, beugte sich darüber und tastete in der dicken weißen Wolle herum. Das Fell war immerhin echt. Bis er fand, wonach er suchte. Das verborgene Steuerkästchen für den Mechanismus. Er klappte den Deckel auf, zeigte ihn Barber. »Sehen Sie«, sagte er zu ihm, »verstehen Sie nun, warum ich so gern Ihr Fohlen hätte?« Barber brauchte eine Weile. »Das tut mir leid«, sagte er dann. »Ist es schon immer so gewesen?« »Nein«, antwortete Rick und schloss den Deckel seines elektrischen Schafes wieder. Er richtete sich auf, drehte sich um und sah seinen Nachbarn an. Ursprünglich hatte ich ein echtes Schaf. Der Vater meiner Frau hat es uns geschenkt, als er auswanderte. Dann, vor ungefähr einem Jahr, wissen Sie noch, wie ich es zum Tierarzt brachte? Sie waren hier oben an dem Morgen, an dem ich heraufkam und es auf der Seite liegend fand. Und es kam nicht mehr hoch. »Sie haben es auf die Beine gestellt«, Barber nickte. Er konnte sich erinnern. »Sie haben es auf die Beine gestellt. Ein oder zwei Minuten lang ist es herumgelaufen, dann fiel es wieder um. »Schafe bekommen seltsame Krankheiten«, sagte Rick. »Oder anders ausgedrückt, Schafe bekommen viele verschiedene Krankheiten, aber die Symptome sind immer dieselben. Das Schaf kann nicht mehr aufstehen und man weiß nicht, wie schlecht es ihm geht. Ob es sich nur das Bein verstaucht hat oder ob das Tier an Tetanus stirbt. Daran ist meines gestorben, an Tetanus. »Hier oben?«, fragte Barber. »Auf dem Dach?« »Das Heu«, erklärte Rick. »Einmal hatte ich den Draht von einem Ball nicht gut genug entfernt. Ein Stückchen blieb dran. Groucho«, so hieß er, »holte sich einen Kratzer«, und so hat er sich mit Tetanus infiziert. Ich habe ihn zum Tierarzt gebracht, aber er ist gestorben. Ich habe überlegt, was ich machen soll, und schließlich habe ich bei einem dieser Läden angerufen, die künstliche Tiere herstellen, und habe ihnen ein Foto von Groucho gezeigt. Die haben dann dieses hier gebaut. Er wies auf das falsche Schaf, das noch immer dort lag und aufmerksam kaute und weiterhin Ausschau hielt für den Fall, dass irgendwo Hafer auftauchte. Erstklassige Arbeit, und ich wende ebenso viel Zeit und Aufmerksamkeit für seine Pflege auf wie früher, als es noch echt war. Aber er zuckte mit den Schultern. »Es ist nicht dasselbe«, sprach Barber den Satz für ihn zu Ende. »Und doch beinahe. Wenn man es versorgt, spürt man das Gleiche. Man muss es genauso im Auge behalten wie früher, als es noch lebendig war. Es kann einen Aussetzer haben, und dann wissen es alle im Haus. Sechsmal habe ich es in der Werkstatt gehabt, meist kleine Funktionsstörungen, aber wenn das jemand mitbekommen hätte? Einmal war etwas mit dem Tonbandgerät für seine Stimme, und es hörte nicht mehr auf zu blöken. Das hätten die Leute als mechanischen Fehler erkannt. Auf dem Lastwagen vom Reparaturbetrieb steht natürlich etwas wie Tierklinik so und so«, fügte er hinzu. »Der Fahrer ist wie ein Tierarzt angezogen, ganz in Weiß.« Sein Blick fiel auf seine Uhr. »Ich muss zur Arbeit«, sagte er zu Barber. »Wir sehen uns heute Abend.« Als Rick schon zu seinem Wagen ging, rief Barber ihm noch hastig nach. »Ich, äh, ich sage zu keinem hier im Haus etwas davon.« Rick blieb noch einmal stehen und wollte etwas zum Dank sagen. Aber dann ergriff ihn ein klein wenig von der Verzweiflung, von der Iran gesprochen hatte. Und er sagte, »Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch alles egal.« »Die Leute verachten sie deswegen. Nicht alle, aber manche. Sie wissen doch, was für ein Geschrei es gibt, wenn jemand nicht für ein Tier sorgt. Das gilt als amoralisch und anti-empathisch. Ich meine, juristisch gesprochen ist es heute kein Verbrechen mehr, so wie kurz nach dem Krieg. Aber die Leute empfinden es noch so.« »Himmel«, rief Rick verzweifelt, breitete die leeren Hände aus. »Ich will doch ein Tier. Immer wieder versuche ich eins zu kaufen. Aber mit meinem Einkommen, mit dem, was ein Angestellter bei der Stadt verdient. »Wenn ich doch nur bei der Arbeit wieder mal Glück hätte«, dachte er. »Wie vor zwei Jahren, als ich vier Andys in einem einzigen Monat erwischt habe. Wenn ich damals gewusst hätte, ging ihm durch den Kopf, dass Groucho bald stirbt. Aber das war vor dem Tetanus gewesen, vor dem zwei Zoll abgebrochenem Heubeilendraht, spitz wie eine Nadel. »Sie könnten eine Katze kaufen«, schlug Barber vor. »Katzen kosten nicht viel. Schauen Sie in der Preisliste von Sidney nach.« Rick antwortete nüchtern, »Ich will kein Haustier. Ich will das wiederhaben, was ich vorher hatte. Ein großes Tier. Ein Schaf. Oder, wenn ich das Geld zusammenbekomme, eine Kuh oder einen Stier. Oder das, was Sie hier haben, ein Pferd.« Wenn er fünf Andys erledigte, überlegte er, »Die Prämie würde reichen. Tausend Dollar pro Stück. Über den Monatslohn hinaus. Irgendwo, von irgendwem würde ich dann bekommen, was ich will. Selbst wenn der Preis in Sidneys Tier- und Geflügelkatalog kursiv ist. Fünftausend Dollar.« Aber, überlegte er weiter, »Die fünf Andys müssten es erst einmal schaffen, von einer der Planetenkolonien auf die Erde zu kommen.« »Darauf habe ich keinen Einfluss.« »Ich kann nicht fünf von ihnen herlocken.« Und selbst wenn ich es könnte, gibt es andere Kopfgeldjäger bei anderen Polizeibehörden, überall auf der Welt. Die Andys müssten sich schon hier in Nordkalifornien niederlassen. Und dann müsste noch Dave Holden, der dienstälteste Kopfgeldjäger in diesem Bezirk, sterben oder sich zur Ruhe setzen. »Kaufen Sie ein Heimchen,« meinte Barber witzelnd, »oder eine Maus. Hey, für 25 Dollar bekommen Sie eine ausgewachsene Maus. Ihre Stute könnte genauso sterben, wie Groucho gestorben ist, ohne Vorwarnung,« sagte Rick. »Sie kommen heute Abend von der Arbeit zurück, und da liegt sie, auf dem Rücken, Füße in die Luft gestreckt, wie ein Käfer. Sie sagen es selbst, wie ein Heimchen.« Er ging weiter, Autoschlüsselgezückt. »Entschuldigen Sie,« rief Barber ihm erschrocken nach. »Ich wollte Sie nicht kränken.« Schweigend schloss Rick Deckert die Tür seines Schwebewagens auf. Er achtete nicht mehr auf seine Nachbarn. In Gedanken war er schon bei seiner Arbeit, bei dem Tag, der vor ihm lag. In einem riesigen, leeren, verfallenen Gebäude, das einmal Tausende beherbergt hatte, bot ein Fernsehgerät einem leeren Zimmer noch immer Warenfeil. Diese aufgelassene Ruine war vor dem letzten Weltkrieg ein gepflegtes, gut in Schuss gehaltenes Haus gewesen. Es hatte in der Vorstadt von San Francisco gelegen, nur eine kurze Einschienenbahnfahrt von der Innenstadt entfernt. Die gesamte Halbinsel hatte wie ein Baum voller Vögel gezwitschert, vor Leben, Ansichten, Klagen. Doch nun waren die, denen diese Gegend einmal teuer gewesen war, entweder tot oder ausgewandert zu einer Kolonie auf einem anderen Planeten. Für die meisten traf Ersteres zu. Der Krieg hatte viele Leben gefordert, trotz der so zuversichtlichen Prognosen des Pentagons samt seines großspurigen akademischen Ablegers, der Rand Corporation, deren Sitz sich übrigens gar nicht weit von diesem Ort befunden hatte. Genau wie die Besitzer der Wohnungen war auch die Firma fort, offenbar für immer. Sie fehlte niemandem. Und ebenso wenig erinnerte sich heute noch jemand daran, wie es zu dem Krieg gekommen war und wer, wenn überhaupt, jemand ihn gewonnen hatte. Der Staub, der fast die gesamte Oberfläche des Planeten verseucht hatte, war nicht aus einem bestimmten Land gekommen. Und keiner, auch nicht der damalige Feind, hatte damit gerechnet. Seltsamerweise waren als Erste die Eulen gestorben. Damals hatte es fast lustig ausgesehen, wie die dicken, aufgeplusterten weißen Vögel überall in den Gärten und auf den Straßen lagen. Doch da sie wie zu Lebzeiten erst im Dämmerlicht aktiv wurden, hatten sie nicht großes Aufsehen erregt. Die Epidemien des Mittelalters hatten sich auf ähnliche Weise angekündigt, mit einer großen Zahl toter Ratten. Diese Pest allerdings war vom Himmel gefallen. Den Eulen waren natürlich die anderen Vögel gefolgt. Aber bis dahin hatte die Menschheit begriffen, was vorging. Schon vor dem Krieg hatte es ein kleineres Kolonisierungsprogramm gegeben. Aber jetzt, wo die Sonne die Erde nicht mehr anstrahlte, nahm die Auswanderungsrate vollkommen andere Dimensionen an. Im Zuge dieser hatte man eine Kriegswaffe, den synthetischen Freiheitskämpfer, modifiziert. Dieser humanoide Roboter, genau genommen ein organischer Androide, funktionierte auch in fremden Welten und war zum wichtigsten Helfer des ganzen Kolonisierungsprogramms geworden. Nach einem Gesetz der Vereinten Nationen erhielt jeder Auswanderer automatisch einen Androiden, wobei er den Typ frei auswählen konnte. Und als das Jahr 1990 kam, gab es bereits dermaßen viele verschiedene Modelle, dass keiner mehr den Überblick hatte. Ganz in der Art amerikanischer Automobile der 1960er Jahre. Das war das wichtigste Lockmittel der Immigration gewesen. Der künstliche Hausdiener als Moorüber, der radioaktive Fallout als Stock. Die UNO hatte das Auswandern leicht gemacht, das Bleiben schwierig, ja beinahe unmöglich. Wer auf der Erde blieb, konnte sich plötzlich als biologisch inakzeptabel eingestuft finden, als Bedrohung für das intakte Erbgut des Menschengeschlechts. War ein Bürger erst einmal zum Spezialen erklärt worden, hörte er, selbst wenn er sich sterilisieren ließ, praktisch aufzuexistieren. Man nahm ihn nicht mehr als Menschen wahr. Und doch gab es hier und da einige, die nicht auswandern wollten. Das war eine Unvernunft, über die man nur staunen konnte. Und selbst die Betroffenen staunten. Logisch gesehen hätte jeder Normale bereits ausgewandert sein sollen. Vielleicht erschien ihnen die Erde, so entstellt sie auch war, doch als das Vertraute, und sie klammerten sich daran. Oder vielleicht waren die Nicht-Auswanderer zuversichtlich, dass eines Tages das Zelt aus Staub verflogen sein würde. Jedenfalls waren Tausende geblieben, die meisten davon konzentriert in den Städten, wo sie einander begegnen konnten und die Gegenwart eines anderen ihnen Mut machte. Dies waren die vergleichsweise Vernünftigen. Aber als dubiose Zugabe dazu fand man dann und wann auch die verschrobenen Typen, die in den fast ganz verlassenen Vorstädten blieben. John Isidor, den sein Fernseher anbrüllte, während er im Bad war und sich rasierte, war einer davon. Er war in den ersten Nachkriegstagen unversehens hier gelandet. In den grässlichen Zeiten damals hatte im Grunde niemand gewusst, was er gerade tat. Gruppen von Menschen, die der Krieg isoliert hatte, waren durchs Land gezogen, hatten sich vorübergehend an einer Ecke, dann an einer anderen niedergelassen. Damals kam der Fallout sporadisch und war vollkommen unberechenbar. Manche Bundesstaaten waren fast frei davon gewesen, andere komplett davon gesättigt. Die heimatlosen Horden zogen, wie der Staub zog. Die Halbinsel südlich von San Francisco war anfangs staubfrei gewesen und eine große Anzahl von Menschen hatte sich dort niedergelassen. Als der Staub kam, waren ein paar gestorben, die anderen waren fortgezogen. J.R. Isidore war geblieben. Der Fernseher brüllte, ganz wie in den guten alten Zeiten, wie in den Südstaaten vor dem Bürgerkrieg. Ob als Leibdiener oder als unermüdlicher Feldarbeiter, sie bekommen ihren maßgeschneiderten humanoiden Roboter speziell für sie gebaut. Nach ihren Bedürfnissen. Für sie und nur für sie allein. Bei ihrer Ankunft wartet er schon auf sie, ihr Begrüßungsgeschenk, absolut ohne alle Unkosten und mit allem ausgestattet, was sie vor ihrem Aufbruch von der Erde bestellt haben. Dieser treue und verlässliche Gefährte wird an ihrer Seite sein, in diesem größten, unglaublichsten Abenteuer, das die Menschheit in unseren modernen Zeiten unternommen. Und immer so weiter. Ob ich zu spät zur Arbeit komme? überlegte Isidor, während er schabte. Er besaß keine funktionsfähige Uhr mehr. Normalerweise verließ er sich bei Zeitangaben auf das Fernsehen, aber heute war anscheinend der Tag der neuen Horizonte. Jedenfalls behauptete das Fernsehen, dass es der fünfte oder sechste Jahrestag der Gründung von Neu-Amerika sei, der größten amerikanischen Siedlung auf dem Mars. Das Gerät hatte einen Defekt und empfing nur den einen Sender, der im Krieg verstaatlicht worden und staatlich geblieben war. Die Regierung in Washington mit ihrem Kolonisierungsprogramm war der einzige Geldgeber und Isidor war gezwungen, sich deren Verlautbarungen anzuhören. Hören wir mal, was Mrs. Maggie Clugman dazu sagt, meinte der Moderator zu John Isidor, der doch nur die Uhrzeit wissen wollte. Mrs. Clugman ist erst kürzlich auf dem Mars eingetroffen und das folgende Interview wurde live in New New York aufgenommen. Mrs. Clugman, wie würden Sie den Unterschied zwischen Ihrem früheren Leben auf der verseuchten Erde und Ihrem Leben hier, einer Welt, die überquillt von allen nur erdenklichen Möglichkeiten beschreiben? Eine Pause, dann sagte eine müde, trockene, schon ältere Frauenstimme, Ich glaube, was mir und meiner dreiköpfigen Familie am meisten aufgefallen ist, ist die Würde. Die Würde, Mrs. Clugman? fragte der Ansager. Ja, bestätigte Mrs. Clugman, jetzt Bürgerin von New New York, Mars. Ich weiß nicht, wie ich es am besten in Worte fasse. In diesen unruhigen Zeiten einen Hausdiener zu haben, auf den man sich verlassen kann, das macht mir Mut. Als Sie noch auf der Erde waren, Mrs. Clugman, in den alten Zeiten, haben Sie sich da Sorgen gemacht, dass man Sie als, ähm, als Speziale einstufen könnte? Oh, mein Mann und ich sind beide vor Angst deswegen gestorben. Als wir erst einmal ausgewandert waren, war diese Angst natürlich fort, und das zum Glück für immer. Und meine ist auch fort, dachte John Isidor ärgerlich, auch ohne, dass ich auswandern musste. Schon über ein Jahr lebte er nun als Spezialer, und das galt nicht nur für die verdrehten Gene, die er in sich trug. Noch schlimmer war, dass er beim Intelligenz-Minimum-Test durchgefallen war, wodurch er nun als, wie die Leute zu sagen pflegten, Spatzenhirn galt. Drei Planeten verachteten ihn dafür. Und doch war er immer noch am Leben. Er hatte seine Arbeit. Er fuhr einen Lieferwagen für eine Firma, die künstliche Tiere reparierte. Die Van Ness Tierklinik und der düstere, kauzige Chef Hannibal Sloat akzeptierten ihn als Menschen, und das rechnete er ihnen hoch an. Mors certa, vita incerta, verkündete Mr. Sloat immer wieder gern. Isidor hatte diese Formel schon viele Male gehört, aber er hatte nur eine vage Vorstellung davon, was sie bedeutete. Schließlich wäre ein Spatzenhirn, das Latein versteht, kein Spatzenhirn mehr. Das konnte auch Mr. Sloat nur bestätigen, als man ihn darauf hinwies. Und es gab Spatzenhirne, die unendlich viel dümmer als Isidor waren, die überhaupt keine Arbeit verrichten konnten und die in Institutionen verwahrt wurden, die auf den seltsamen Namen Amerikanisches Institut für Spezialbegabungen hörten. Das Spezial durfte in so etwas ja nie fehlen. Ihr Mann fühlte sich nicht sicher, Mrs. Klugman, sagte der Ansager gerade, obwohl er einen kostspieligen und unbequemen, strahlensicheren Protektor aus Bleibe saß und ihn ständig trug. Mein Mann, hob Mrs. Klugman an, doch Isidor mit dem Rasieren fertig, kam ins Zimmer und schaltete das Fernsehgerät ab. Stille. Sie sprang ihn von Möbeln und Wänden an. Sie packte ihn mit ihrer ganzen grässlichen Macht, als sende ein gewaltiger Generator sie aus. Sie stieg vom Fußboden auf, von dem fadenscheinigen grauen Teppich. Die zerbrochenen oder halb zerbrochenen Gerätschaften in der Küche setzten sie frei, die toten Maschinen, die schon bei seinem Einzug nicht mehr funktioniert hatten. Aus der Stehlampe im Wohnzimmer, die nicht mehr leuchtete, quoll sie hervor, verband sich mit dem, was leer und lautlos von der fleckigen Decke herabsank. Ja, diese Stille schien tatsächlich von jedem Objekt, das er vor Augen hatte, auszugehen, als wolle sie jedes greifbare Ding verdrängen. Sie drang also nicht nur in seine Ohren, sondern auch in seine Augen. So wie er jetzt neben dem leblosen Fernsehgerät stand, empfand er diese Stille als sichtbar, als etwas auf ihre Weise Lebendiges. Lebendig! Schon oft hatte er gespürt, wie kompromisslos die Stille kam. Ohne jede Zurückhaltung machte sie sich breit, anscheinend außerstande zu warten. Die Stille der Welt konnte ihre Gier nicht im Griff halten. Jetzt nicht mehr, nicht jetzt, wo sie praktisch schon Siegerin war. In solchen Fällen fragte er sich, ob die anderen, die auf der Erde geblieben waren, die Stille wohl genauso empfanden, oder war das eine Eigenheit, die nur ihn allein betraf, eine Schrulligkeit, verursacht durch sein ungenügendes Wahrnehmungsvermögen? Interessante Frage, dachte Isidor. Aber mit wem hätte er sie besprechen können? Er lebte allein in diesem blinden, zerfallenden Haus mit den tausend verlassenen Wohnungen, das wie alle anderen seiner Art in tagtäglicher Entropie seinem Ende entgegenging. Alles in diesem Gebäude würde nach und nach miteinander verschmelzen, würde gesichtslos und gleich werden, eine Art Pudding aus Kippel, der sich in jeder dieser Wohnungen bis an die Decke türmte. Und danach würde auch das vernachlässigte Gebäude selbst seine Form verlieren, begraben unter dem allgegenwärtigen Staub. Bis dahin wäre er selbst natürlich ebenfalls tot, auch ein interessantes Ereignis, dem er mit Spannung entgegensehen konnte, so wie er nun allein in seiner Wohnzimmerruine stand, mit der atemlosen, allesdurchdringenden, gebieterischen Stille der Welt. Vielleicht besser, wenn er den Fernseher wieder einschaltete. Doch die Werbung, die sich an die verbliebenen Normalen richtete, machte ihm Angst. Sie gab ihm auf immer wieder neue Weise zu verstehen, dass er, der Speziale, nicht erwünscht war, dass man keine Verwendung für ihn hatte. Er nicht auswandern konnte, selbst wenn er es gewollt hätte. Warum sollte er sich so etwas anhören, sagte er sich ärgerlich. Scheiß auf die und ihre Kolonisierung. Ich hoffe, die zetteln selber einen Krieg an, wäre doch immerhin denkbar. Und dann stehen sie genauso da wie die Erde. Und jeder, der ausgewandert ist, ist ein Spezialer. Also, sagte er sich, ich fahre dann mal zur Arbeit. Er wollte die Tür zum düsteren Gang öffnen, blieb aber doch, wo er war, als er die Leere in dem ganzen Gebäude spürte. Sie wartete dort draußen. Die Kraft, deren Versuch, sich auch in dieser Wohnung breitzumachen, er schon lange fühlte. Meine Güte, dachte er und machte die Tür wieder zu. Er war nicht bereit für die Schritte über diese hallenden Treppenstufen hinauf auf das leere Dach, wo er kein Tier hatte. Das Echo seiner eigenen Schritte, das Echo von Nichts. Zeit, die Griffe zu packen, sagte er sich und durchquerte das Zimmer zu dem schwarzen Empathor. Als er das Gerät einschaltete, stieg infolge des fließenden Stroms der übliche schwache Geruch nach negativen Ionen auf. Er atmete ihn gierig ein, und schon das beflügelte ihn. Dann glomm die Bildröhre auf, wie ein kleines, schwaches Fernsehbild. Eine Collage setzte sich zusammen aus anscheinend zufällig erscheinenden Farben, Schlieren und Formen, aus denen sich, solange man die Griffe nicht berührte, nichts Erkennbares ergab. Er atmete tief durch, um sich zu sammeln, dann packte er die beiden Griffe. Das Bild nahm Gestalt an. Sofort sah er die allseits bekannte Landschaft, den alten braunen, wüsten Hang, die Büschel vertrockneten Unkrauts, die wie Gebeine kreuz und quer in den düsteren, sonnenlosen Himmel ragten. Eine einzelne Gestalt, vage als Mensch zu erkennen, mühte sich den Hügel hinauf, ein älterer Mann in einem langen, sackartigen Gewand von unbestimmbarer Farbe, ein Kleidungsstück so dürftig, als habe er es geradewegs der feindseligen Leere des Himmels entrissen. Der Mann, Wilbur Mercer, stapfte voran, und John Isidore, die Griffe umklammert, spürte, wie das Wohnzimmer allmählich um ihn her verschwand. Die heruntergekommenen Möbel und Wände lösten sich auf, und bald nahm er sie überhaupt nicht mehr wahr. Stattdessen merkte er, wie jedes Mal, dass er in eine Landschaft aus tristem Hügel, trübem Himmel kam, und zugleich verfolgte er den Aufstieg des alten Manns nicht mehr als Zuschauer, er selbst schlurfte voran. Seine eigenen Füße suchten Halt zwischen den vertrauten, lockeren Steinen. Er spürte den alten, ewig gleichen, schmerzlich unwegsamen Boden unter den Füßen, roch von Neuem den beißenden Dunst des Himmels, nicht der Erdenhimmel, sondern der eines fremden Ortes, fern und doch durch den Empathor direkt erlebbar. Er war in diese andere Welt gewechselt, und es war unbegreiflich wie eh und je. Wieder einmal war er eins geworden, identifizierte sich in Verstand und Seele mit Wilbur Mercer. Genau so war es bei jedem, der in diesem Augenblick die Griffe packte, ob hier auf der Erde oder auf einem der Kolonialplaneten. Er spürte diese anderen, hatte Teil am Gemurmel ihrer Gedanken, vernahm in seinem eigenen Hirn den Lärm all ihrer einzelnen Existenzen. Ihnen und ihm ging es nur um ein einziges. Diese Verschmelzung ihrer Persönlichkeiten ließ all ihre Aufmerksamkeit auf den Hügel den Weg, die Notwendigkeit des Aufstiegs richten. Schritt für Schritt ging es voran, so langsam, dass der Fortschritt kaum wahrzunehmen war, aber den Fortschritt gab es. Es geht nach oben, dachte er, auch wenn unter seinen Füßen die Steine bergab rollten. Heute sind wir weiter oben als gestern, und morgen. Er, die gemeinschaftliche Gestalt von Wilbur Mercer, schaute hinauf, betrachtete den Weg, der noch vor ihnen lag. Unmöglich, das Ziel zu erkennen, zu weit entfernt. Aber es würde kommen. Ein Stein wurde geworfen, streifte ihn am Arm. Er spürte den Schmerz. Er drehte sich halb um, und ein weiterer Stein kam geflogen, doch diesmal verfehlte er ihn. Er hörte, wie er auf dem Boden aufschlug, und das Krachen erschreckte ihn. Wer, überlegte er und schaute sich nach dem Angreifer um. Die alten Widersacher. An den äußersten Rändern seines Blickfelds zeigten sie sich. Sie waren ihm während des Aufstiegs gefolgt, und sie würden bei ihm bleiben, bis er oben... Er rief sich das Ziel vor Augen, und wie es oben auf dem Hügel plötzlich flach wurde, wie der Aufstieg zu Ende war und der andere Teil begann. Wie oft hatte er das schon gemacht? Mehrere Male. Aber die Erinnerungen verschwommen ineinander, Zukunft und Vergangenheit verschwommen. Was er bereits erfahren hatte und was er noch erfahren würde, vermischte sich in einem solchen Maße, dass nichts blieb als der Augenblick, das Stillstehen, die Pause, in der er sich den Arm rieb, da, wo der Stein ihn verletzt hatte. Gott, dachte er in seiner Erschöpfung, und das soll fair sein? Warum bin ich allein hier oben, gepeinigt von etwas, das ich nicht einmal sehen kann? Und dann hörte er in seinem Inneren wieder das Gemurmel all der anderen, die gerade eins waren, und das fälschlich eingebildete Gefühl der Einsamkeit verflog. Ihr habt es auch gespürt, dachte er. Ja, antworteten die Stimmen. Wir wurden getroffen, am linken Arm. Es tut verflucht weh. Na gut, sagte er, dann wollen wir sehen, dass wir weiterkommen. Er schritt wieder voran, und alle anderen kamen sofort mit. Früher, daran erinnerte er sich, war es anders gewesen, bevor der Fluch über ihn gekommen war, in einem früheren, glücklicheren Abschnitt seines Lebens. Sie, seine Pflegeeltern, Frank und Cora Mercer, hatten ihn gefunden, wie er im Rettungsfloß eines Flugzeugs vor der Küste von Neuengland trieb. Oder war es Mexiko gewesen, nicht weit vom Hafen von Tampico? Die Einzelheiten wusste er jetzt nicht mehr. Es war eine schöne Kindheit gewesen. Er hatte alles Lebendige geliebt, ganz besonders die Tiere, hatte sogar eine Zeit lang tote Tiere wieder zurückholen können, wie sie gewesen waren. Er hatte mit Kaninchen und Käfern gelebt, wo immer sie waren, auf der Erde oder in einer der Kolonialwelten. Auch das wusste er jetzt nicht mehr. Aber er erinnerte sich an die Mörder. Denn sie hatten ihn als Abweichler gefangen genommen, spezieller als jeder andere Speziale. Und dadurch war alles anders geworden. Nach lokalem Recht war es verboten, die Zeitumkehr zu praktizieren, mit der er die Toten wieder zum Leben erweckt hatte. Das hatten sie ihm in seinem 16. Lebensjahr ausdrücklich gesagt. Ein weiteres Jahr lang hatte er heimlich weitergemacht, in den Wäldern, die es damals noch gab. Aber eine alte Frau, die er nie zuvor gesehen hatte, hatte ihn verraten. Ohne das Einverständnis seiner Eltern einzuholen, hatten sie, die Mörder, das einzigartige Knötchen, das sich in seinem Hirn gebildet hatte, mit radioaktivem Kobalt beschossen. Und das hatte ihn in eine andere Welt katapultiert. Eine, deren Existenz er nicht einmal erahnt hatte. Sie bestand aus einer Grube voller Leichen und Gebeine. Und jahrelang hatte er sich mühen müssen, wieder herauszukommen. Der Esel und besonders die Kröte, die beiden Geschöpfe, die ihm am wertvollsten waren, waren verschwunden, ausgelöscht, nur noch verfaulende Fetzen, ein Kopf ohne Augen hier, ein Stück einer Kralle dort waren geblieben. Schließlich hatte ein Vogel, der zum Sterben dort hingekommen war, ihm gesagt, wo er war. Er war abgestiegen in die Welt des Grabes. Er würde erst wieder herauskommen, wenn die Gebeine ringsum zu neuen, lebendigen Wesen zusammenwuchsen. Er war in den Lebenskreis der anderen eingegangen. Und solange sie nicht wiedererstanden, konnte auch er nicht wiedererstehen. Wie lange dieser Teil des Zyklus gedauert hatte, wusste er jetzt nicht mehr. Nichts, alles in allem, war geschehen. Und so hatte er auch kein Mittel, die Zeit zu messen. Aber schließlich war um die Knochen neues Fleisch entstanden. Neue Augen füllten die leeren Höhlen, und diese Augen sahen. Und die neuen Schnäbel und Mäuler hatten gegackert, gebellt und gemaunzt. Möglich, dass er das bewirkt hatte? Vielleicht hatte der übersinnliche Knoten in seinem Gehirn sich wieder neu gebildet, oder vielleicht war es auch nicht sein Werk. Viel wahrscheinlicher, dass es ein natürlicher Vorgang war. Jedenfalls sank er nun nicht mehr tiefer. Er hatte den Aufstieg begonnen, zusammen mit den anderen. Schon vor Langem hatte er sie aus den Augen verloren. Jetzt kletterte er anscheinend allein. Aber sie waren da. Sie begleiteten ihn noch immer. Er spürte sie, ein eigenartiges Gefühl in seinem Innern. Isidor stand da, die Hände an den beiden Griffen. Er lebte, wie er eins war mit allem anderen Lebendigen. Und dann, widerstrebend, ließ er los. Es musste ein Ende haben. So war es jedes Mal. Und außerdem tat ihm der Arm, da, wo der Stein ihn verletzt hatte, weh und blutete. Er ließ die Griffe los und untersuchte seinen Arm. Dann ging er mit unsicheren Schritten in sein Badezimmer, um die Wunde auszuwaschen. Es war nicht die erste Verletzung, die er während der Verschmelzung mit Mörser erlitten hatte. Und es würde wahrscheinlich nicht die letzte bleiben. Es waren schon Menschen, gerade Ältere, dabei umgekommen. Besonders oben, wenn sie sich dem Gipfel näherten und es mit den Qualen erst richtig losging. Ich frage mich, ob ich das noch einmal durchstehe, überlegte er, als er die Wunde versorgte. Man kann einen Herzstillstand erleiden. Besser, sagte er sich, man wohnte in der Stadt, wo es in den großen Häusern immer einen Arzt mit so einer Elektro-Schockmaschine gab. Hier, ganz allein, ist es zu gefährlich. Aber er wusste, dass er es wieder riskieren würde. Er hatte es immer wieder riskiert, wie fast alle anderen, sogar gebrechliche Alte. Mit einem Papiertaschentuch tupfte er den verletzten Arm ab. Und dann hörte er, dumpf und aus weiter Ferne, den Ton eines Fernsehers. Da ist noch jemand in diesem Gebäude, dachte er aufgeregt, konnte es gar nicht glauben, nicht mein Fernseher, der ist aus und ich spüre die Resonanz im Fußboden. Das ist unter mir, in einem ganz anderen Stockwerk. Ich bin nicht mehr allein in diesem Haus, ging ihm auf. Jemand anderes ist eingezogen, hat sich eins von den verlassenen Apartments genommen und das so in meiner Nähe, dass ich ihn hören kann. Zweite oder dritte Etage, nicht weiter unten. Wie war das? Überlegte er eilig. Was machte man, wenn ein neuer Bewohner einzog? Man ging hin und fragte, ob man etwas borgen kann. War es das? Er wusste es nicht mehr. Nie war ihm so etwas passiert, weder hier noch anderswo. Leute zogen aus, Leute emigrierten, aber nie kam jemand neu hinzu. Man bringt ihnen etwas, beschloss er. Ein Glas mit Wasser oder besser Milch. Ja, das ist es. Milch oder Mehl. Oder vielleicht ein Ei. Die Ersatzprodukte dafür, genauer gesagt. Er schaute in seinen Kühlschrank. Der Kompressor lief schon lange nicht mehr und fand eine Packung Margarine, die vielleicht noch gut war. Damit machte er sich aufgeregt, mit pochendem Herzen auf den Weg zum Stockwerk unter ihm. Ruhig bleiben, schärfte er sich ein. Er soll nicht merken, dass ich ein Spatzenhirn bin. Wenn er dahinter kommt, dass ich ein Spatzenhirn bin, redet er nicht mehr mit mir. Das ist jedes Mal so. Keine Ahnung, warum. Wie das wohl kommt? Er eilte den Flur entlang. Auf seinem Weg zur Arbeit hielt Rick Deckert, wie so viele andere auch, kurz in der Straße der Tierhandlungen. und drückte sich ein Weilchen vor einem der Läden herum, einem der größten in San Francisco. Etwa in der Mitte der langen Fensterfront erwiderte in einem beheizten Käfig aus durchsichtigem Kunststoff ein Vogel Strauß seinen Blick. Der Vogel war, entnahm er der Beschreibung am Käfig, eben erst aus einem Zoo in Cleveland angekommen. Es war der einzige Strauß an der gesamten Westküste. Rick starrte ihn an und dann starrte er noch mehrere Minuten lang das Preisschild an. Dann fuhr er weiter zum Polizeipräsidium an der Lombard Street, wo er eine Viertelstunde zu spät eintraf. An der Tür zu seinem Büro hielt sein vorgesetzter, Polizeiinspektor Harry Bryant, ein Mann mit roten Haaren und Segelohren, stets schlecht gekleidet, aber mit klugen Augen, denen so gut wie nie etwas von Bedeutung entging, ging ihn an. Wir sehen uns um 9.30 Uhr in Dave Holdens Büro. Inspektor Bryant blätterte, während er dies sagte, einige Briefdurchschläge auf hauchdünnem Papier durch, die er auf einem Klemmbrett in der Hand hielt. Holden, sagte er schon im Weitergehen, ist im Mount Zion Krankenhaus mit einer Laserspur im Rückgrat. Er bleibt für mindestens einen Monat da. So lange dauert es, bis einer von diesen neuen, organisch-plastischen Wirbeln eingewachsen ist. Was ist passiert? fragte Rick erschrocken. Gestern war mit dem ersten Kopfgeldjäger der Abteilung noch alles in Ordnung gewesen. Am Ende des Tages war er wie immer in seinem Schwebewagen davongezischt zu seiner Wohnung im angesehenen, dicht besiedelten Knob Hill-Viertel. Bryant murmelte noch einmal etwas von 9.30 Uhr in Daves Büro, dann war er fort und Rick stand allein da. Als er das Büro betrat, ertönte hinter ihm die Stimme seiner Sekretärin, Anne Morstan. »Mr. Deckard, haben Sie gehört, was mit Mr. Holden passiert ist? Er wurde getroffen.« Sie folgte ihm in das enge, stickige Büro und setzte die Luftfiltermaschine in Gang. »Ja«, antwortete er geistesabwesend, »das muss einer von diesen neuen, supercleveren Andys gewesen sein, die die Rosenwerke jetzt auf den Markt bringen,« sagte Miss Morstan, »haben Sie sich den Prospekt dazu und die Datenblätter mal angesehen? Die Nexus-6-Hirneinheit, die Sie da verbauen, verfügt über zwei Trillionen Schaltelemente bei zehn Millionen einzeln ansprechbaren Nervensträngen.« Sie senkte die Stimme, »Sie haben den Videoanruf heute Morgen verpasst. Miss Wilde hat mir davon erzählt. Der Anruf war um Punkt 9 in der Zentrale.« »Eingehender Anruf?«, fragte Rick. »Nach draußen,« antwortete Miss Morstan. Mr. Bryant an die WPO in Russland. Er fragt an, ob sie bereit wären, in aller Form schriftlich Beschwerde beim Repräsentanten der Rosenwerke für den östlichen Sektor einzulegen. Harry will immer noch, dass die Nexus-6-Einheit vom Markt genommen wird?« Das wunderte ihn nicht. Schon seit August 1991, seit die Grunddaten und Leistungswerte für dieses Modell publik gemacht worden waren, protestierten die meisten Behörden, die mit entflohenen Andis zu tun hatten dagegen. »Die sowjetische Polizei kann da auch nicht mehr ausrichten als wir,« sagte er. Die Hersteller der Nexus-6-Hirneinheit fielen unter die Jurisdiktion der Kolonialverwaltung, denn die automatisierten Stammwerke befanden sich auf dem Mars. »Es ist vernünftiger, wenn wir die neue Einheit einfach als Tatsache hinnehmen,« sagte er. »Das ist schon immer so gewesen, mit jeder neuen Hirneinheit, die auf den Markt kommt. Ich weiß noch, was für ein Aufschrei das war, als Sudermann den alten T-14 vorstellte, 1989. Jede Polizeidienststelle der westlichen Hemisphäre hat Alarm geschlagen, dass man sie mit keinem Test erkennen könne, falls sie illegal hier eindringen. Und eine Zeit lang hatten sie ja auch recht. Über 50 T-14-Androiden hatten es, erinnerte er sich, auf die eine oder andere Weise auf die Erde geschafft, und in manchen Fällen hatte es ein ganzes Jahr gedauert, bis man sie aufspürte. Doch dann hatte in der Sowjetunion das Pavlov-Institut den Void-Empathietest entwickelt, und diesen Test hatte, jedenfalls nach allem, was man wusste, noch kein T-14-Androide überstanden. »Interessiert es Sie, was die russische Polizei geantwortet hat?« fragte Miss Marston. »Das weiß ich nämlich auch.« Ihr sommersprossiges Gesicht glühte. Rick sagte, »Ich lass es mir von Harry Bryant erklären.« Er war gereizt. Über Büroklatsch ärgerte er sich, weil der sich stets als besser informiert erwies, als er selbst es war. Er setzte sich an den Schreibtisch und wühlte demonstrativ in einer Schublade, bis Miss Marston den Wink verstand und hinausging. Aus der Schublade zog er eine alte, verknickte Aktenmappe hervor. Er lehnte sich zurück. Mit seinem Schreibtischstuhl, mit Kippmechanismus kam er sich immer sehr wichtig vor und blätterte in den Akten, bis er die gefunden hatte, um die es ihm ging. Eine Zusammenfassung aller bekannten Daten über die Nexus 6. Schon ein kurzer Blick auf das Blatt bestätigte ihm, was Miss Marston gesagt hatte. Die Nexus 6 hatte zwei Trillionen Schaltelemente und bot dazu die Wahlmöglichkeit zwischen zehn Millionen kombinierbaren Hirnaktivitäten. In 0,45 Sekunden war ein mit so einer Hirnstruktur ausgestatteter Androide zu jeder der 14 Grundreaktionen fähig. Tja, mit einem Intelligenztest würde man einem solchen Andi nicht beikommen. Aber mit einem Intelligenztest war auch schon lange kein Andi mehr geschnappt worden, nicht mehr seit den ersten mangelhaften Modellen der 70er. Die Nexus 6-Androiden, überlegte Rick, übertrafen in ihrer Intelligenz eine ganze Reihe von Spezialklassen unter den Menschen. Anders ausgedrückt, Androiden, ausgestattet mit der neuen Nexus 6-Hirneinheit, waren jetzt, von einem unsentimentalen, sachlichen Standpunkt aus betrachtet, höher entwickelt als ein großer, wenn auch minderwertiger Teil der Menschheit. Ob das nun gut war oder nicht, der Diener war inzwischen in manchen Fällen cleverer als sein Herr. Doch neue Mittel der Beurteilung waren entwickelt worden, wie zum Beispiel der Void-Kampf-Empathietest. Ein Androide, wie leistungsstark sein Verstand auch sein mochte, hatte keinen Sinn für die Verschmelzung, die tagtäglich von den Anhängern des Mörsertums praktiziert wurde. Eine Erfahrung, die er selbst und praktisch jeder andere Mensch, selbst armselige Spatzenhirne, ohne weiteres verarbeiten konnten. Wie die meisten hatte auch er sich immer wieder einmal gefragt, wieso ein Androide vollkommen hilflos herumzappelte, sobald man ihn einem Test aussetzte, der sein Einfühlungsvermögen maß. Empathie war offenbar etwas rein Menschliches, wohingegen man Intelligenz in mehr oder weniger großem Maße bei allen Ordnungen und Gattungen der Tiere fand, bis hinunter zu den Spinnen. Zunächst einmal setzte Einfühlungsvermögen wahrscheinlich einen intakten Gruppeninstinkt voraus. Ein allein lebender Organismus, wie etwa eine Spinne, hätte keine Verbindung dafür. Ja, er würde die Spinne sogar um ihre Überlebenschancen bringen, ihr wäre dann bewusst, dass auch ihr Opfer überleben wollte. Und so würden alle Raubtiere, selbst so hochentwickelte Säuger wie eine Katze, verhungern. Empathie, zu dem Schluss war er einmal gekommen, konnte es nur bei Pflanzenfressern geben oder wenigstens alles Fressern, die auch ohne fleischliche Nahrung auskommen konnten. Denn letzten Endes verwischte die Gabe zur Einfühlung die Grenzen zwischen Jäger und Opfer, zwischen Sieger und Besiegtem. Wie in der Verschmelzung mit Mörser stiegen alle gemeinsam auf oder stürzten, wenn ein Zyklus zu Ende war, alle zusammen in die Grube der Welt des Grabes. Sie war also eine Art biologischer Rückversicherung. Aber eine zweischneidige. Solange auch nur ein Geschöpf Glück verspürte, hatten alle anderen in ihrem Leben einen kleinen Anteil an diesem Glück. Wenn aber auch nur ein lebendiges Wesen litt, dann waren alle anderen nie ganz frei von diesem Schatten. Ein Herdentier wie der Mensch verbesserte damit seine Überlebenschancen. Eine Eule oder eine Kobra brächte es um. Offenbar war also der humanoide Roboter ein einzelgängerisches Raubtier. So stellte Rixi sich gern vor. Das machte ihm die Arbeit erträglicher. Wenn er einen Andi, wie man zu sagen pflegte, erledigte, das heißt ermordete, verletzte er nicht die von Mörser gegebene Lebensregel. Nur die Mörder sollst du morden, hatte Mörser ihnen verkündet, in dem Jahr, in dem Empatoren auf der Erde aufgekommen waren. Und als das Mörsertum sich zur vollwertigen Religion entwickelt hatte, hatte der Begriff des Mörders immer heimtückischere Dimensionen angenommen. Im Mörsertum zerrte ein absolutes Böses an dem abgewetzten Umhang des alten Mannes bei seinem Aufstieg. Aber es wurde niemals klar, wer oder was diese böse Präsenz war. Ein Mörsianer spürte das Böse, ohne dass er es verstand. Oder anders ausgedrückt, ein Mörsianer konnte die nebulöse Gegenwart der Mörder überall da vermuten, wo es ihm passte. Für Rick Deckard war ein entflohener, humanoider Roboter, der seinen Herrn umgebracht hatte, der ausgestattet war mit einer Intelligenz größer als die vieler Menschen, der die Tiere nicht achtete, der nicht in der Lage war, Freude über den Erfolg anderer Lebensformen oder Kummer über ihren Misserfolg mitzuempfinden. Das war für ihn der Inbegriff der Mörder. Der Gedanke an Tiere brachte ihm den Vogel Strauß wieder in den Sinn, den er vorhin im Schaufenster gesehen hatte. Er schob die Datenblätter über die Nexus Sechshirneinheit vorübergehend zur Seite, nahm eine Prise Mrs. Siddons Nummer drei und vier und dachte nach. Dann warf er einen Blick auf die Uhr, sah, dass ihm noch Zeit blieb, griff zum Videophon auf seinem Schreibtisch und sagte zu Miss Marston, verbinden Sie mich mit dem glücklichen Hund in der Sutter Street. Sehr wohl, Sir, sagte Miss Marston und nahm sich das Telefonbuch. Sie können doch nicht wirklich so viel für den Strauß wollen, sagte Rick sich. Sie erwarten, dass man feilscht, so wie früher im Autohandel. Tierhandlung, glücklicher Hund, meldete sich eine Männerstimme und auf Ricks Videoschirm erschien ein winziges, glückliches Gesicht. Im Hintergrund hörte man den Lärm der Tiere. Dieser Vogelstrauß, den Sie im Schaufenster haben, sagte Rick. Er spielte mit dem Keramikaschenbecher vor sich auf dem Schreibtisch. Was würden Sie dafür als Anzahlung wollen? Lassen Sie mich überlegen, sagte der Tierhändler und griff nach Stift und Papier. Ein Drittel, errechnete. Darf ich fragen, Sir, ob Sie etwas in Zahlung geben? Vorsichtig, antwortete Rick. Das habe ich noch nicht entschieden. Sagen wir 30 Monatsraten für den Strauß, sagte der Verkäufer. Zu einem wirklich niedrigen Zinssatz, 6% im Monat. Da kämen Sie auf monatlich bei einer angemessenen Anz. Sie müssen mir einen besseren Preis anbieten, sagte Rick. Lassen Sie mir 2000 nach. Dann gebe ich nichts in Zahlung. Sie bekommen es in bar. Dave Holden, sagte er sich, ist fürs Erste aus dem Rennen. Da ist einiges drin, je nachdem, wie viele Aufträge in diesen vier Wochen anfallen. Sir, entgegnete der Verkäufer, wir bieten den Strauß schon 1000 Dollar Unterlistenpreis an. Sehen Sie in Ihrem Sydney nach. Ich bleibe so lange dran. Vergewissern Sie sich selbst, Sir, unser Preis ist fair. Himmel, dachte Rick, die lassen nicht mit sich handeln. Aber aus Prinzip zog er seine zerfledderten Sydney aus der Jackentasche, blätterte zu Strauß, Komma, männlich-weiblich, alt-jung, krank-gesund, neuwertig gebraucht und sah sich die Preise an. Neuwertig, männlich, jung, gesund, ließ der Verkäufer ihn wissen, 30.000 Dollar. Auch er hatte seinen Sydney vor sich. Wir liegen genau 1000 Dollar unter Katalogpreis. Also, Ihre Anzahlung, das wären, ich denke darüber nach, sagte Rick und rufe dann wieder an. Er wollte auflegen. Ihr Name, Sir? fragte der Verkäufer flott. Frank Merriwell, antwortete Rick. Und Ihre Adresse, Mr. Merriwell, für den Fall, dass ich nicht hier bin, wenn Sie wieder anrufen. Er gab eine Fantasieadresse an, dann hängte er den Hörer des Videophons wieder auf die Gabel. So viel Geld, dachte er. Und doch gibt es Leute, die sowas kaufen. Es gibt Leute, die haben das Geld. Wieder griff er zum Hörer und sagte ruppig, geben Sie mir eine Amtsleitung, Miss Marston, und hören Sie beim Gespräch nicht zu, es ist vertraulich. Er sah sie finster an. Ja, Sir, sagte Miss Marston, Sie können jetzt wählen. Dann ging sie aus der Leitung und er musste selbst sehen, wie er mit der Außenwelt zurechtkam. Er wählte die Nummer, erkannte sie auswendig, der Handlung für künstliche Tiere, von der er sein falsches Schaf bezogen hatte. Auf dem kleinen Videoschirm erschien ein Mann, der wie ein Tierarzt angezogen war. Dr. McRae, meldete er sich. Deckert hier. Wie viel kostet ein elektrischer Vogelstrauß? Oh, ich denke, sowas können wir Ihnen für unter 800 Dollar machen. Wie schnell bräuchten Sie ihn? Wir würden ihn speziell für Sie bauen. So groß ist die Nachfrage nach. Ich melde mich später wieder, brach Rick den Anruf ab. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es 9.30 Uhr war. Auf Wiedersehen. Eilig legte er auf, erhob sich von seinem Platz und gleich darauf stand er vor der Bürotür von Inspektor Bryant. Er kam an Bryants Empfangsdame vorbei, attraktiv, geflochtenes Silberhaar bis zur Taille. Dann an dessen Sekretärin, einem alten Drachen aus den Sümpfen der Urzeit, eiskalt und gerissen, eine finstere Erscheinung aus der Welt des Grabes. Keine der beiden sprach ihn an und er sagte auch nichts zu ihnen. Er trat in das angrenzende Büro und nickte seinem Vorgesetzten, der eben am Videofon war, zu. Er setzte sich und holte wieder das Blatt über die Nexus 6 hervor, überflog es noch einmal, während Inspektor Bryant weiter telefonierte. Er fühlte sich niedergeschlagen, obwohl er doch vernünftig betrachtet über Daves plötzliche Abwesenheit von der Arbeitsfront eine gewisse, wenn auch misstrauische, Freude hätte empfinden sollen. Vielleicht, überlegte Rick Deckert, mache ich mir Sorgen, dass das, was Dave zugestoßen ist, auch mir zustoßen wird. Ein Andi, der gerissen genug ist, ihn mit der Laserpistole zu erwischen, wird mich vermutlich auch erwischen. Aber offenbar war nicht das der Grund. Ich sehe, Sie haben den Spickzettel über die neue Hirneinheit mitgebracht, sagte Inspektor Bryant und legte den Hörer seines Videophons auf. Rick sagte, ja, Flurfunk. Wie viele Andis sind es und wie weit ist Dave gekommen? Ursprünglich waren es acht, sagte Bryant mit Blick auf sein Klemmbrett. Die ersten zwei hat Dave erledigt. Und die übrigen sechs sind hier in Nordkalifornien? Soweit wir wissen, ja. Dave vermutet es. Das war er, mit dem ich gerade gesprochen habe. Ich habe seine Notizen, waren in seinem Schreibtisch. Er sagt, alles, was er weiß, steht da drin. Bryant tippte auf das Bündel Notizblätter. Bisher machte er keine Anstalten, diese Notizen an Rick weiterzugeben. Er blätterte, aus welchen Gründen auch immer, selbst weiter darin herum, runzelte die Stirn, leckte sich mit der Zunge die Mundwinkel. Ich habe nichts anderes zu tun, bot Rick sich an. Ich kann an Daves Stelle weitermachen. Dave hat, sagte Bryant nachdenklich mit der jüngsten Version des Void-Kampf-Tests gearbeitet, als er die verdächtigen Individuen befragte. Ihnen ist klar, jedenfalls sollte es ihnen klar sein, dass dies kein spezifischer Test für die neuen Hirneinheiten ist. Es gibt keinen Test dafür. Die Void-Skala, in der neuen Form die Kampf vor drei Jahren entwickelt hat, ist alles, was wir haben. Er hielt inne, dachte nach. Dave hielt den Test für verlässlich. Vielleicht ist er das auch. Aber ich würde Folgendes vorschlagen, bevor Sie sich die sechs hier vornehmen. Wieder tippte er auf die Notizen. Fliegen Sie nach Seattle und reden Sie mit den Leuten von Rosen. Lassen Sie sich einen repräsentativen Satz Muster aller Typen zeigen, die mit der neuen Nexus-6-Einheit arbeiten. Und die soll ich dem Void-Kampftest unterziehen, sagte Rick. Es klingt so einfach, sagte Bryant halb zu sich selbst. Wie bitte? Ich denke, ich werde auch noch selbst mit den Leuten von Rosen reden, aber sie können schon losfliegen. Danach sah er Rick schweigend an. Schließlich brummte er etwas, kaute an einem Fingernagel. Dann hatte er entschieden, was er sagen wollte. Ich werde fragen, ob es möglich ist, ein paar Menschen unterzumischen, unter die neuen Androiden. Aber Sie erfahren im Vorfeld nicht, ob es so ist. Das entscheide ich, nachdem ich mich mit dem Hersteller besprochen habe. Bis Sie dort ankommen, sollte alles geregelt sein. Abrupt zeigte er mit dem Finger auf Rick seine Mine ernst. Das wird Ihr erster Einsatz als Senior-Kopfgeldjäger. Dave kennt sich aus. Er hat jahrelange Erfahrung. Die habe ich auch, antwortete Rick angespannt. Sie haben Aufträge erledigt, die Ihnen aus Daves Aufgabenbereich zugefallen sind. Er hat immer genau überlegt, welche er an Sie abgibt und welche nicht. Aber jetzt haben Sie hier sechs, die er persönlich erledigen wollte und einer davon war schneller als er. Dieser hier. Bryant drehte den Stoß Papiere so, dass Rick mitlesen konnte. Max Polokoff, sagte Bryant. So nennt er sich jedenfalls. Oder es, wenn wir annehmen, dass Dave recht hatte. Alles geht von dieser Annahme aus, die ganze Liste. Aber der neue Void-Kampftest ist nur bei den ersten Dreien angewandt worden, den Zweien, die Dave erledigt hat und dann Polokoff. Es geschah, während Dave ihn diesem Test unterzog. Da hat Polokoff ihn mit dem Laserstrahl erwischt. Was beweist, dass Dave recht hatte, sagte Rick. Sonst hätte Polokoff nicht auf ihn geschossen. Er hätte kein Motiv gehabt. Sie machen sich auf den Weg nach Seattle, sagte Bryant noch einmal. Kündigen Sie sich nicht an, das mache ich. Hören Sie, er stand auf und blickte Rick ernst ins Gesicht, wenn Sie da oben den Void-Kampftest machen und einer von den Menschen besteht ihn nicht. Das kann nicht passieren, sagte Rick. Genau darüber habe ich mich mit Dave unterhalten vor ein paar Wochen. Er hatte sich auch schon selbst seine Gedanken gemacht. Ich hatte eine Mitteilung von der sowjetischen Polizei bekommen, direkt von der WPU, ein Rundschreiben, das an alle von uns auf der Erde und in den Kolonien gerichtet war. Eine Gruppe von Leningrader Psychiatern hatte sich an die WPU mit dem folgenden Vorschlag gewandt. Sie möchten, dass die neuesten und zuverlässigsten Analysemethoden zum Persönlichkeitsprofil, mit denen wir bestimmen, ob wir einen Androiden vor uns haben, mit anderen Worten, der Void-Kampftest, bei einer sorgfältig ausgesuchten Gruppe von Schizoiden und Schizophrenen menschlichen Patienten angewandt werden. Denjenigen also, deren Erkrankung mit einer Affektverflachung einhergeht. Davon haben sie gehört. Genau das wird in dem Test gemessen, sagte Rick. Dann können sie sich ja auch vorstellen, welche Bedenken man dort hat. Das Problem hat es schon immer gegeben, seit uns zum ersten Mal Androiden begegnet sind, die sich als Menschen ausgegeben haben. Sie wissen, wie man im gesamten Polizeiwesen darüber denkt. Lurie Kampff hat es vor acht Jahren in einem Artikel zusammengefasst, das Problem verminderter Identifikationsfähigkeit beim nicht degenerierten Schizophrenen. Kampff kontrastiert darin die verminderten empathischen Fähigkeiten bei menschlichen Psychiatriepatienten mit den oberflächlich ähnlichen, doch wesensmäßig die Leningrader Psychiater, unterbrach Bryant ihn schroff, sind der Ansicht, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die den Void-Kampftest nicht bestehen können. Wenn man sie nach gängiger Polizeipraxis testete, würde man sie als humanoide Roboter einstufen. Das Ergebnis würde sich erst als falsch erweisen, wenn sie schon tot sind. Danach schwieg er, wartete auf Ricks Antwort. Aber diese Menschen, sagte Rick, wären doch alle, sie wären in Anstalten untergebracht, stimmte Bryant ihm zu. Im normalen Leben kämen sie niemals zurecht. Sie würden in jedem Falle als schwer psychisch gestörte auffällig. Es sei denn, die Krankheit hätte sich erst vor kurzem und schlagartig eingestellt und es hätte noch keiner Gelegenheit gehabt, sie wahrzunehmen. Aber so etwas könnte geschehen. Die Chancen stünden eins zu einer Million, sagte Rick. Aber möglich war es. Dieser neue Nexus-6-Typ, fuhr Bryant fort, hat Dave Sorgen gemacht. Die Rosenwerke, das wissen Sie, haben uns versichert, dass ein Nexus-6 sich durch die standardmäßigen Profiltests erkennen lässt. Wir haben uns auf Ihr Wort verlassen. Jetzt sind wir gezwungen, wir wussten von Anfang an, dass es so kommen würde, uns selbst unser Urteil zu bilden. Das übernehmen Sie in Seattle. Ihnen ist klar, dass es in beide Richtungen schief gehen könnte. Wenn es Ihnen nicht gelingt, sämtliche humanoiden Roboter zu erkennen, dann haben wir kein verlässliches Analysewerkzeug mehr und diejenigen, die schon jetzt entfliehen, werden wir nie entdecken. Wenn Sie hingegen mit Ihrem Test einen Menschen als Androiden einstufen, Ryan strahlte ihn eisig an, das wäre peinlich. Obwohl niemand und schon gar nicht die Rosenleute das an die große Glocke hängen würden, wir könnten es sogar unbegrenzt lange für uns behalten. Obwohl wir natürlich die WPO verständigen müssten und die würde es wiederum an Leningrad weitergeben. Irgendwann lesen wir es in der Zeitung, aber bis dahin haben wir vielleicht einen besseren Test. Er griff zum Videofon. Dann wären Sie jetzt soweit. Nehmen Sie einen Dienstschwebewagen und tanken Sie an unserer Tankstelle voll. Rick stand auf. Kann ich Dave Holdens Notizen mitnehmen? Ich möchte sie unterwegs lesen. Damit warten wir, bis Sie Ihren Test in Seattle ausprobiert haben. Die Gnadenlosigkeit seines Tonfalls war beachtlich und Rick Deckard vermerkte sie sehr wohl. Als er mit dem Polizeischwebewagen auf dem Dach der Niederlassung der Rosenwerke in Seattle landete, wartete dort eine junge Frau auf ihn. Schwarzhaarig und schlank, auf der Nase eine jener neuen Staubfilterbrillen mit den großen Gläsern, näherte sie sich dem Wagen, die Hände tief in den Taschen ihrer bunt gestreiften langen Jacke. Auf dem schmalen, scharf gezeichneten Gesicht stand ein so mürrischer wie ablehnender Ausdruck. Alles in Ordnung? fragte Rick, als er ausstieg. Ach, ich weiß nicht, antwortete das Mädchen ausweichend. Wahrscheinlich die Art, wie man uns am Telefon behandelt hat. Ist er egal. Abrupt streckte sie ihm die Hand hin. Rick nahm sie, ein Reflex. Ich bin Rachel Rosen, Sie müssen Mr. Deckard sein. Dieser Besuch hier war nicht meine Idee, sagte er. Ja, das hat Inspektor Bryant uns gesagt, aber sie sind im Namen der Polizei von San Francisco hier, und die sind der Ansicht, dass unsere Produkte eine Gefahr für die Öffentlichkeit sind. Sie betrachtete ihn unter langen, schwarzen Wimpern, künstlich wahrscheinlich. Ein humanoider Roboter ist wie jede andere Maschine, entgegnete Rick. Er kann in einem Augenblick ein Segen und im Nächsten eine Gefahr sein. Solange er ein Segen ist, geht er uns nichts an. Aber wenn er zur Gefahr wird, sagte Rachel Rosen, dann kommen sie ins Spiel. Stimmt es, Mr. Deckard, dass sie Kopfgeldjäger sind? Er hob die Schultern, nickte widerstrebend. Sie haben keine Schwierigkeiten damit, einen Androiden als lebloses Ding anzusehen, hakte das Mädchen nach, die Testgruppe für mich beisammen, ich möchte gleich. Er sprach nicht weiter. In dem Augenblick hatte er die Tiere gesehen. Natürlich ging ihm durch den Kopf, ein mächtiger Industriebetrieb, der konnte sich so etwas leisten. Offenbar hatte er unbewusst sogar mit einer solchen Sammlung gerechnet, denn was er spürte, war keine Überraschung, sondern eher eine Art Sehnsucht. Ohne ein Wort ließ er das gelegenen Gehege. Er konnte die Tiere schon riechen, jedes mit seinem unverwechselbaren Geruch, so wie sie dort standen oder saßen oder im Falle des einen, der ganz nach einem Waschbären aussah, lagen und schliefen. In seinem ganzen Leben hatte er noch keinen Waschbären leibhaftig gesehen, er kannte das Tier nur aus den 3D-Filmen im Fernsehen. Aus irgendwelchen Gründen hatte der Staub diese Gattung fast ebenso schwer verwüstet wie die Vögel, von denen es jetzt so gut wie überhaupt keine mehr gab. In einer unwillkürlichen Bewegung zog Rick seinen zerfledderten Sydney-Katalog aus der Tasche und schlug den Eintrag zum Waschbären mit den verschiedenen Unterkategorien auf. Wie nicht anders zu erwarten, waren die Listenpreise kursiv gedruckt. Genau wie bei den Pocheron-Pferden gab es keine auf dem Markt, zu keinem Preis. Sydney füllte einfach nur die Summe an, für die letztmalig ein Waschbär den Besitzer gewechselt hatte. Sie war astronomisch. Er heißt Bill, sagte das Mädchen hinter ihm. Waschbär Bill? Wir haben ihn erst letztes Jahr von einer Tochterfirma erworben. Sie wies an ihm vorbei, und erst da bemerkte er die bewaffneten Wachposten. Maschinengewehr im Anschlag, kleine, leichtes, Skoda-Schnellfeuergewehre. Diese Wächter hatten ihn nicht aus den Augen gelassen, seit er mit seinem Wagen gelandet war. Und mein Wagen, dachte er bei sich, ist schließlich klar als Polizeifahrzeug gekennzeichnet. Ein großer Hersteller von Androiden, sagte er nachdenklich, investiert sein überschüssiges Kapital in lebende Tiere. Sehen Sie sich die Eule an, ermunterte Rachel Rosen ihn. Warten Sie, ich wecke sie für sie. Sie ging zu einem weit entfernten Käfig, in dessen Zentrum ein ausladender, toter Baum stand. Es gibt keine Eulen mehr, wollte er einwenden. Jedenfalls hat man uns das weiß gemacht. Sydney, dachte er, im Katalog sind Eulen als ausgestorben markiert, das kleine, gestochen, scharfe A, das man immer und immer wieder dort fand. Das Mädchen ging voraus und er schlug zur Sicherheit noch einmal nach. Er hatte richtig gelegen. Sydney macht keine Fehler, sagte er sich, auch das wissen wir. Woraus sollten wir uns denn sonst verlassen? Sie ist künstlich, sagte er laut, als es ihm schlagartig aufging. Tiefe Enttäuschung stieg in seinem Inneren auf. Nein, sie lächelte und er sah, dass sie kleine, gleichmäßige Zähne hatte, so weiß, wie ihre Augen und ihr Haar schwarz waren. Aber der Eintrag im Sydney entgegnete er und wollte ihr den Katalog zeigen, als Beweis. Wir kaufen nicht von Sydney, überhaupt nicht von den Tierhandlungen, sagte das Mädchen. Wir erwerben all unsere Exemplare von Privatpersonen und der Kaufpreis wird nicht gemeldet. Wir haben, fügte sie hinzu, auch unsere eigenen Naturforscher. Derzeit arbeiten sie oben in Kanada. Da gibt es immer noch eine Menge Wald, vergleichsweise genug für kleine Tiere, manchmal sogar einen Vogel. Lange Zeit stand er da und betrachtete die Eule, die auf einem Ast saß und döste. Tausend Gedanken kamen ihm in den Kopf. Gedanken über den Krieg, über den Tag, an dem die Eulen vom Himmel gefallen waren. Er erinnerte sich, wie in seiner Kindheit die Zeitungen Art um Art als ausgestorben meldeten. Füchse am einen Morgen, Dachse auf Tierarten gar nicht mehr zur Kenntnis nahmen. Er dachte auch wieder daran, wie sehr er sich nach einem echten Tier sehnte. Noch einmal spürte er in seinem Inneren einen regelrechten Hass auf sein elektrisches Schaf, das er pflegen und versorgen musste, als sei es lebendig. Die Tyrannei eines Dinges, dachte er, es weiß nicht einmal, dass es mich gibt. Genau wie den Androiden fehlte ihm die Begabung, die Existenz eines Anderen zu schätzen. Das war ihm noch nie in den Sinn gekommen, wie ähnlich ein elektrisches Tier und ein Andi sich waren. Das elektrische Tier, überlegte er, konnte man als Unterform des Anderen auffassen, als einen, wenn auch längst nicht so hochentwickelten Roboter, oder man konnte umgekehrt einen Androiden als hochentwickeltes falsches Tier Ansehen. Beide Vorstellungen fand er abstoßend. Wenn sie ihre Eule verkaufen würden, sagte er zu Rachel Rosen, wie viel würden sie dafür haben wollen und wie viel als Anzahlung? Wir würden unsere Eule niemals verkaufen. Sie beobachtete ihn genau, mit einer Mischung aus Vergnügen und Mitleid, so jedenfalls deutete er ihren Gesichtsausdruck, und selbst wenn sie zum Verkauf stünde, könnten sie für ein Tier haben sie zu Hause? Ein Schaf, sagte er, ein schwarzköpfiges Suffolk-Mutterschaf. Da sollten sie doch froh sein. Ich bin froh, antwortete er, ich wollte nur immer gern eine Eule haben, bevor sie alle tot vom Himmel gefallen sind. Er korrigierte sich, alle, bis auf ihre. Rachel sagte, derzeit setzen wir alles daran, eine zweite Eule zu finden, damit sie sich mit Scrappy paaren kann. Sie wies auf die Eule, die immer noch auf ihrem Ast döste. Kurz hatte sie beide Augen geöffnet, gelbe Schlitze, die gleich wieder verschwanden, als sie sich erneut ihrem Schlummer widmete. Die Brust hob und senkte sich auffällig, als hätte das Tier in seinem schläfrigen Zustand gesäufzt. Er riss sich von dem Anblick los. Abgrundtiefe Bitterkeit hatte sich in seine spontanen Gefühle, Staunen und Sehnsucht gemischt und sagte, ich möchte jetzt den Test vornehmen, können wir nach unten gehen? Mein Onkel hatte den Anruf von ihrem Vorgesetzten entgegengenommen und inzwischen hat er wahrscheinlich, das hier ist ein Familienbetrieb, fiel Rick ihr ins Wort, ein Konzern von solchem Ausmaß und trotzdem ein Familienunternehmen? Rachel sprach unbeirrt ihren Satz zu Ende, Onkel Elden sollte inzwischen eine Gruppe Androiden und eine Kontrollgruppe beisammen haben. Gehen wir. Sie ging mit großen Schritten zum Fahrstuhl, die Hände nun wieder entschlossen in die Jackentaschen gesteckt, sie blickte nicht zurück und er zögerte einen Moment lang, spürte ihre Gereiztheit. Aber dann folgte er ihr doch. Was haben sie gegen mich? fragte er, während sie gemeinsam nach unten fuhren. Sie machte ein nachdenkliches Gesicht, als müsste sie erst überlegen. Nun, sagte sie, Sie, ein kleiner Polizeimitarbeiter, haben hier eine einmalige Gelegenheit. Verstehen Sie, was ich meine? Sie sah ihn von der Seite her an und es war ein sehr böser Blick. Wie viele von ihrer laufenden Produktion, erkundigte er sich, sind mit der Nexus 6 ausgestattet? Alle, antwortete Rachel. Ich bin sicher, der Void-Kampftest funktioniert auch bei Ihnen. Und wenn nicht, dann müssen wir alle Nexus 6 Modelle vom Markt nehmen. Ihre schwarzen Augen schossen Blitze. Sie sah ihn finster an, bis der Fahrstuhl unten angekommen war und die Tür sich öffnete. Nur weil sie bei der Polizei ihre Arbeit nicht erledigt kriegen, den winzigen Bruchteil von Nexus 6 Einheiten zu entdecken, die gegen ihre Bestimmung. Ein Mann, gut gekleidet, hager, schon älter, kam mit ausgestreckter Hand auf sie zu. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas Gehetztes, so als habe er Mühe, mit den jüngsten Entwicklungen Schritt zu halten. Ich bin Eldon Rosen, stellte er sich Rick vor, als sie sich die Hände reichten. Hören Sie, Deckert, Sie wissen, dass wir hier auf der Erde keine Produktionsstätte haben, nicht wahr? Wir können Rick anrufen und einen Satz Muster kommen lassen. Aber Sie sollen nicht denken, dass wir nicht mit Ihnen kooperieren wollen. Ich habe getan, was ich konnte. Zittrig fuhr er sich mit der linken Hand durch das schüttere Haar. Rick wies auf seinen Koffer mit der Ausrüstung und sagte, ich bin bereit. Die sichtliche Nervosität des älteren Rosen gab ihm Selbstvertrauen. Die haben Angst vor mir, ging ihm schlagartig auf, auch Rachel Rosen. Wahrscheinlich kann ich sie tatsächlich zwingen, die Produktion ihrer Nexus-6-Modelle einzustellen. Was ich innerhalb der nächsten Stunde mache, hat wesentlichen Einfluss auf ihr Geschäft. Womöglich entscheide ich über die Zukunft der Rosen-Werke, hier in den Vereinigten Staaten, in Russland und auf dem Mars. Die beiden Vertreter der Familie Rosen musterten ihn beklommen und er spürte, wie angespannt sie waren. Mit seinem Besuch hatte er ihnen den Abgrund gezeigt, hatte ihnen die leere und stille drohenden finanziellen Ruins ins Haus gebracht. Die Macht, die sie in Händen haben, ist unglaublich, ging ihm durch den Kopf. Diese Firma ist eine der industriellen Stützpfeiler des Systems. Die Herstellung von verbunden, dass wenn einer von ihnen unterginge, er den anderen mitreißen würde. Das wussten die Leute von Rosen natürlich ganz genau. Es beschäftigte, das sah man Elden Rosen seit Bryans Anruf. Ich an ihrer Stelle würde mir keine Sorgen machen, sagte Rick, während die beiden ihn einen hell erleuchteten Gang entlang führten. Er selbst steckte voller Zuversicht. Er genoss diesen Augenblick mehr als jeden anderen, an den er sich erinnerte. Sie würden alle drei bald wissen, was sein Testverfahren konnte und was nicht. Wenn sie kein Vertrauen in die Voidkamp-Skala haben, sagte er, dann hätten sie vielleicht selbst einen alternativen Test entwickeln sollen. Man könnte sagen, dass die Verantwortung auch bei ihnen liegt. Oh, danke. Die Rosens hatten ihn vom Korridor in einen schicken Raum im Stil eines Wohnzimmers gesteuert, mit Teppichboden, Lampen, Couch und modernen kleinen Beistelltischchen, auf denen die neuesten Zeitschriften lagen. Darunter entdeckte er auch das Februar-Supplement von Sidneys Katalog, das er persönlich noch nicht gesehen hatte. Genau genommen erschien das Februar-Supplement erst in drei Tagen. Offenbar hatten die Rosenwerke gute Kontakte zu Sidney. Ärgerlich griff er nach dem Katalog. Das ist unfair gegenüber der Allgemeinheit. Niemand sollte über Preistendenzen vorab Bescheid wissen. Er vermutete sogar, dass es gegen das Bundesgesetz verstieß. Er versuchte sich auf den Wortlaut zu besinnen, aber es gelang ihm nicht. Das nehme ich mit, sagte er, öffnete seinen Aktenkoffer und steckte das Supplement hinein. Schweigen stellte sich ein. Dann sagte Alden Rosen gequält, hören Sie Officer, es ist nicht unsere Art vorab. Für den Zivilkram bin ich nicht zuständig, sagte Rick. Ich bin Kopfgeldjäger. Aus dem geöffneten Koffer hatte er die Void Kampf Apparatur herausgenommen, setzte sich an einen Palisandertisch und machte sich daran, den recht simplen Lügendetektor zusammenzubauen. Sie können den ersten Kandidaten hereinschicken, sagte er zu Alden Rosen, der Gehetzter wirkte denn je. Ich möchte zusehen, sagte Rachel und setzte sich ebenfalls. Ich war noch nie bei einem Empathietest dabei. Was messen die Vorrichtungen, die sie da haben? Dies hier, sagte Rick und hielt eine dünne, selbst klebende Scheibe in die Höhe, von der einige Drähte herunterbaumelten, registriert Veränderungen der Kapillargefäße im Gesichtsbereich. Das zählt zu den wichtigsten unwillkürlichen Reaktionen auf einen im moralischen Sinne schockierenden Stimulus. Das, was wir als Empörungs- oder Schamesröte kennen. Sie lässt sich nicht mit Willenskraft steuern, anders als das Leitvermögen der Haut, die Atmung oder der Herzschlag. Er zeigte ihr das zweite Instrument, eine Leuchte, die einen gebündelten Lichtstrahl aussandte. Dies hier registriert Spannungsveränderungen in den Augenmuskeln. Zeitgleich mit der Errötungsreaktion stellt man in der Regel ein kleines, aber messbares Zucken und das haben Androiden nicht, sagte Rachel. Sie reagieren auf die Fragen, die ich als Auslöser stelle, nicht damit, nein. Von ihrer Physiologie her könnten sie reagieren, theoretisch. Rachel sagte, testen sie mich? Warum? fragte Rick verblüfft. Darauf antwortete der ältere Rosen. Heiser erklärte er, wir haben sie als ihre erste Testkandidatin ausgewählt. Sie könnte eine Androiden sein. Wir hoffen, dass sie das feststellen können. Er setzte sich umständlich, holte eine Zigarette hervor, zündete sie an und dann saß er starr da, beobachtete. Der schmale weiße Lichtstrahl leuchtete Rachel Rosen unverwandt ins linke Auge und an ihrer Wange klebte die Scheibe mit dem feinen Drahtgewebe. Sie wirkte ruhig. Rick Deckard saß so, dass er die beiden Anzeigen des Void Kampf Apparates im Auge behalten konnte. Ich werde Ihnen jetzt eine Reihe von Lebenssituationen schildern, sagte er. Sie sollen mir jeweils umgehend sagen, was sie davon halten, so schnell wie möglich. Die Reaktionszeit wird natürlich auch gemessen. Und ebenso natürlich, sagte Rachel Rosen kühl, spielt der Inhalt meiner Antwort keine Rolle. Sie nehmen nur die Augenmuskel- und Kapillarreaktionen als Sie sprach nicht weiter. Fangen Sie an, Mr. Deckard. Rick fing bei Frage drei an und sagte, Sie bekommen zu Ihrem Geburtstag eine kalbslederne Brieftasche geschenkt. Auf beiden Anzeigen schoss die Nadel sofort vom grünen in den roten Bereich. Beide Nadeln vibrierten einen Moment lang, dann bewegten sie sich wieder zurück. Ich würde sie nicht annehmen, sagte Rachel, und ich würde denjenigen, sich eine kurze Notiz, dann ging er weiter zur achten Frage der Woidkampffschen Skala. Sie haben einen kleinen Sohn und er zeigt ihnen seine Schmetterlingssammlung, einschließlich Tötungsglas. Ich würde mit ihm zum Arzt gehen. Rachel sagte das leise, doch mit fester Stimme. Wieder reagierten beide Nadeln, doch diesmal nicht so stark. Auch das notierte er sich. Sie sitzen vor dem Fernseher fuhr er fort und plötzlich merken sie, wie ihnen eine Wespe übers Handgelenk krabbelt. Rachel sagte, ich würde sie totschlagen. Diesmal schlugen die Nadeln fast überhaupt nicht aus, nur ein schwaches, kurzes Zittern. Er schrieb sich das Ergebnis auf und überlegte dann sorgfältig, welche Frage er als nächstes wählte. In einer Zeitschrift stoßen sie auf das ganzseitige, farbige Er wartete. Testen sie, ob ich eine Androiden bin, fragte Rachel säuerlich, oder wollen sie wissen, ob ich lesbisch bin? Die Nadeln regten sich nicht. Ihrem Mann gefällt das Bild, fuhr er fort. Noch immer zeigten die beiden Instrumente keine Reaktion. Das Mädchen, fügte er hinzu, liegt auf dem Bauch, auf einem großen, wunderschönen Bärenfell. Die Nadeln rührten sich Androiden. Sie hat das entscheidende Element, das Fell eines toten Tieres nicht bemerkt. Sie, es, ist mit ihrem Verstand mit anderem beschäftigt. Ihr Mann hängt das Bild an die Wand seines Arbeitszimmers, sagte er zum Abschluss, und diesmal schlugen die Nadeln aus. Das würde ich auf keinen Fall zulassen, sagte Rachel. Okay, bestätigte er, nickte. Jetzt Folgendes. Sie lesen einen Roman, noch aus den alten Zeiten vor dem Krieg. Die Figuren machen einen Ausflug zum Fisherman's Wharf in San Francisco. Sie bekommen Hunger und gehen in ein Fischrestaurant. Einer bestellt Hummer, und der Koch wirft den Hummer in einen Topf mit kochendem Wasser. Die anderen sehen zu. Liebe Güte, sagte Rachel, das ist ja grässlich. Hat es das früher wirklich gegeben? Krank sowas. Sie meinen einen lebendigen Hummer? Doch die Messinstrumente regten sich nicht. Formell eine korrekte Antwort, aber simuliert. Sie mieten eine Blockhütte, fuhr er fort, in einer Gegend, in der es noch Vegetation gibt, im ländlichen Stil, rustikale Fichte, großer Kamin. Ja, doch, sagte Rachel, nickte ungeduldig. An den Wänden hängen alte Landkarten, Stiche von Currier und Ives und über dem Kamin ein Hirschkopf, ein kapitaler Zwölfänder. Ihre Freunde bewundern die Einrichtung und gemeinsam beschließen sie nicht mit dem Hirschkopf, sagte Rachel. Der Ausschlag der Nadeln blieb jedoch im grünen Bereich. Sie sind schwanger, fuhr Rick fort, von einem Mann, der versprochen hat, sie zu heiraten. Der Mann brennt mit einer anderen Frau durch, ihrer besten Freundin. Sie lassen das Kind abtreiben und ich würde nie abtreiben lassen, sagte Rachel. Außerdem geht das gar nicht. Darauf steht lebenslang und die Polizei passt ständig auf. Diesmal gingen beide Nadeln bis weit ins rote Feld. Woher wissen sie das, fragte Rick gespannt, wie schwierig es ist, eine Abtreibung zu bekommen? Das weiß doch jeder. Es klang als sprechen sie aus Erfahrung. Er beobachtete die Anzeigen genau. Wieder schlugen die Nadeln über das ganze Feld aus. Noch eine. Sie gehen mit einem Mann aus und er nimmt sie mit in seine Wohnung. Dort bietet er ihnen etwas zu trinken an. Sie stehen da, das Glas in der Hand und können ins Schlafzimmer sehen. Es ist hübsch gestaltet, mit Stierkampf, Plakaten und sie gehen hinein, um sie sich näher anzusehen. Er kommt ihnen nach und schließt die Tür. Er legt den Arm um sie und sagt – Rachel unterbrach ihn – was ist ein Stierkampf Plakat? Eine Zeichnung, meist bunt und sehr groß, ein Bild von einem Matador mit seinem Umhang und einem Stier, der versucht, ihn auf die Hörner zu nehmen. Er war verblüfft. Wie alt sind sie? fragte er. Rick fragte – wissen sie, wie Stierkämpfe ausgingen? Blutig, nehme ich an. Am Ende wurde der Stier immer getötet. Er wartete, beide Nadeln im Blick. Sie zitterten unruhig, aber nicht mehr als das. Kein nennenswerter Ausschlag. Eine letzte Frage, sagte er, in zwei Teilen. Sie sehen sich einen alten Film im Fernsehen an, einen Film aus der Vorkriegszeit. Ein Festessen ist im Gange, die Gäste schlürfen rohe Austern. I get, sagte Rachel, die Nadeln schlugen heftig aus. Das Hauptgericht, fuhr er fort, besteht aus gekochtem Hund, gefüllt mit Reis. Diesmal regten die Nadeln sich weniger, nicht so stark wie bei den rohen Austern. Finden sie rohe Austern nicht akzeptabler als ein Gericht aus gekochtem Hund? Offenbar nicht. Er legte seinen Stift aus der Hand, schaltete den Lichtstrahl aus und zog ihr die Klebescheibe von der Wange. Sie sind eine Androidin, sagte er. Das ist das Testergebnis, informierte er sie, oder besser es, und auch Elden Rosen, der ihn gequält und voller Kummer ansah. Zorn und Sorge standen gleichzeitig auf dem Gesicht des alten Mannes. Ich habe recht, nicht wahr? sagte Rick. Er bekam keine Antwort, von keinem von beiden. Hören Sie, sagte er besonnen, wir wollen doch beide das Gleiche. Es ist wichtig für mich, dass der Void Kampftest funktioniert, beinahe ebenso wichtig wie für Sie. Sie ist keine Androidin, sagte der ältere Rosen. Das glaube ich Ihnen nicht. Warum sollte er lügen, zischte Rachel Rick an. Wenn, dann würden wir doch wohl eher das Gegenteil sagen. Ich möchte eine Knochenmarkanalyse von Ihnen machen lassen, sagte Rick zu ihr. Mit genügend Aufwand lässt sich feststellen, ob Sie eine Androidin sind oder nicht. Zugegeben, es ist langwierig und schmerzhaft, aber juristisch gesehen, sagte Rachel, können Sie und bei einem lebendigen Menschen, anders als bei der Leiche eines Androiden, dauert sowas lange. Dass Sie Ihren armseligen Void Kampf Test überhaupt durchführen dürfen, liegt ja nur an der Jagd auf Abweichler. Deswegen werden doch überall und dauernd Leute getestet und Sie von der Polizei haben Ihren Void Kampf unter diese amtlichen Untersuchungen gemogelt. Aber was Sie ging ein paar Schritte, blieb mit dem Rücken zu ihm stehen, Hände in die Hüften gestemmt. Es geht nicht um die Frage, ob eine Knochenmarkanalyse legal ist oder nicht, sagte Eldon Rosen heiser. Es geht darum, dass Ihr Empathietest bei meiner Nichte versagt hat. Ich kann Ihnen erklären, warum Sie Ergebnisse wie von einer Androiden bekommen haben. Rachel ist an Bord der Selander kannte sie das Leben nur aus den Bändern der Bordbibliothek und von dem, was die anderen neuen Besatzungsmitglieder alles Erwachsene über die Erde wussten. Nach einem Sechstel der Strecke nach Proxima ist das Schiff, wie Sie wissen, umgekehrt. Andernfalls hätte Rachel die Erde nie gesehen oder zumindest erst später in ihrem Leben. Sie hätten mich ausgeschaltet, sagte Rachel über die Schulter. Bei einer Rasterfahndung hätte die Polizei mich umgebracht. Das weiß ich, seit ich vor vier Jahren hier angekommen bin. Es war auch nicht wirklich das erste Mal, dass ich den Void-Kampftest gemacht habe. Ich verlasse kaum je dieses Gebäude. Das Risiko ist zu groß, wegen der Straßensperren, die sie von der Polizei und Androiden, fügte Eldon Rosen hinzu, obwohl das natürlich der Öffentlichkeit verheimlicht wird. Die Leute sollen nicht wissen, dass es Androiden hier auf der Erde gibt, mitten unter uns. Ich glaube nicht, dass sie unter uns sind, sagte Rick. Ich bin überzeugt, die Polizei hier und in der Sowjetunion hat alle erwischt. Die Erdbevölkerung ist mittlerweile klein genug. Früher oder später gerät jeder einmal in eine zufällige Straßensperre. Zumindest war das die Theorie. Wie lauteten ihre Anweisungen, fragte Eldon Rosen, für den Fall, dass ein Mensch bei ihrem Test als Androide eingestuft wird? Das ist Sache meiner Dienststelle. Er begann seine Apparatur wieder im Koffer zu verstauen. Beide Rosens verfolgten es schweigend. Natürlich hat man mir gesagt, fügte er hinzu, dass und das tue ich hiermit. Wenn das Verfahren einmal versagt hat, ist es sinnlos weiter zu machen. Er ließ die Schlösser einschnappen. Wir hätten sie täuschen können, sagte Rachel. Wir hätten ja nicht zugeben müssen, dass ihr Ergebnis bei mir falsch war. Und das gilt auch für die anderen neun Kandidaten, die wir ausgesucht haben. Sie machte eine heftige Handbewegung. Wir hätten ich hätte darauf bestanden, dass sie mir eine Liste vorab geben, eine genaue Übersicht im verschlossenen Umschlag. Und dann hätte ich meine Testergebnisse damit verglichen und gesehen, ob sie übereinstimmen. Alles wäre auf die Übereinstimmung angekommen. Und es hätte keine gegeben, ging ihm nun auf. Bryant hatte Recht. Dem Himmel sei Dank, dass ich nicht auf der Grundlage dieses Tests auf Kopfgeldjagd gegangen bin. Ja, ein solches Vorgehen lag nahe, bestätigte Eldon Rosen. Er blickte Rachel an und die nickte. Wir hatten überlegt, ob sie das tun, fügte Eldon widerstrebend hinzu. Die Schwierigkeit, vor der wir nun stehen, ergibt sich allein aus ihrem Verhalten, Mr. Rosen, sagte Rick. Es hat ja niemand ihre Firma gezwungen, humanoide Roboter in ein dermaßen hohes Entwicklungsstadium zu bringen, dass man wir haben entwickelt, was die Kolonisten wollten, sagte Eldon Rosen. Wir haben uns an die altehrwürdigen Prinzipien gehalten, die Grundlage jeder kommerziellen Unternehmung sind. Wenn unsere Firma diese immer menschlicheren Modelle nicht entwickelt hätte, dann hätten andere sie gebaut. Wir wussten, welches Risiko wir eingingen, als wir die Nexus 6 Einheit hergestellt haben. Aber ihr Void Kampftest war auch schon nichts wert, bevor wir diesen Typ von Androiden auf den Markt brachten. Ja, wenn sie einen Nexus 6 Androiden als Menschen klassifiziert hätten, wenn sie nicht gemerkt hätten, dass er ein Androide ist. Aber so ist es ja nicht gekommen. Seine Stimme wurde hart und durchdringend, ihre Polizeidienststelle und andere ebenso. Sie alle haben womöglich, sehr wahrscheinlich sogar, echte Menschen umgebracht, nur weil deren empathischen schuldigen Nichte hier. Sie, Mr. Deckard, sind in einer moralisch betrachtet ausgesprochen unerfreulichen Situation. Wir sind das nicht. Mit anderen Worten, entgegnete Rick scharf, ich bekomme nicht einen einzigen Nexus 6 zu sehen, bei dem ich mich vergewissern kann. Sie haben mir als erste dieses schizoide Mädchen untergeschoben. Und damit, sagte er sich, ist mein Test erledigt. Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen, ging ihm auf, aber jetzt ist es zu spät. Angeschmiert, Mr. Deckard, sagte Rachel Rosen mit ruhiger, vernünftiger Stimme. Dann drehte sie sich zu ihm um und lächelte. Selbst jetzt war ihm noch nicht klar, wie es den Leuten von Rosen gelungen war, ihn hereinzulegen. Und das so ganz einfach. Profis, sagte er sich. Eine Riesenorganisation wie diese, da steckt einfach zu viel Expertenwissen drin. Man kann sagen, so eine Art kollektiver Verstand. Und Elden und Rachel Rosen waren nur die Sprecher für diesen gesamten Betrieb. Sein offensichtlicher Fehler war gewesen, die beiden als Individuen wahrzunehmen, ein Fehler, den er nicht noch einmal machen würde. Es wird wird leicht sein, meinte Elden Rosen, ihrem vorgesetzten Mr. Bryant zu erklären, wie die Wertlosigkeit ihrer Testapparaturen bewiesen wurde, bevor der Test überhaupt wirklich begonnen hatte. Er zeigte zur Decke und Rick sah das Kameraauge dort. Sein schwerer Fehler bei diesem Treffen mit den Rosens war dokumentiert. Ich denke, für uns alle wäre sinnvoll, sagte Elden, wenn wir uns jetzt hinsetzten und er machte eine einladende Handbewegung. Wir können uns einigen, Mr. Deckard, kein Grund zur Sorge. Die Nexus 6 Androiden sind eine Tatsache. Wir bei den Rosenwerken haben das akzeptiert und ich glaube, jetzt akzeptieren sie es auch. Rachel beugte sich zu Rick vor und fragte, hätten sie gerne eine eigene Eule? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier eine Eule besitzen werde. Aber er wusste, worauf sie hinaus wollte. Er hatte verstanden, welche Art Einigung den Rosenwerken vorschwebte. Eine Anspannung, wie er sie nie zuvor gekannt hatte, zürrte sein Innerstes zusammen. Er spürte, wie sie sich lautlos ihren Weg bahnte, wie sie jeden Teil seines Körpers packte. Er konnte verfolgen, wie diese Anspannung das Bewusstsein dessen, was vorging, vollkommen die Kontrolle über ihn übernahm. Aber sie hätten schon gern eine Eule, sagte Eldon Rosen. Er blickte seine Nichte fragend an. Ich glaube, er hat überhaupt keine Vorstellung. Oh, doch, die hat er, widersprach Rachel ihm. Er weiß genau, was hier gespielt wird, nicht wahr, Mr. Deckert? Wieder beugte sie sich zu ihm vor, diesmal näher. Er roch einen leichten Duft, spürte beinahe ihre Wärme. Sie haben es fast geschafft, Mr. Deckert. Die Eule gehört schon so gut wie Ihnen. Zu Eldon Rosen sagte sie, vergiss nicht, er ist Kopfgeldjäger, er lebt also von seinen Prämien, nicht vom Gehalt. Habe ich nicht recht, Mr. Deckert? Er nickte. Wie viele Androiden sind diesmal entflohen? erkundigte sich Rachel. Acht, antwortete er, ohne zu zögern. Ursprünglich. Zwei sind bereits erledigt, von jemand anderem, nicht von mir. Wie viel bekommen sie pro Androide? fragte Rachel. Er zuckte mit den Schultern. Unterschiedlich. Rachel sagte, wenn sie kein Testverfahren haben, können sie nicht sagen, wer Androide ist und wer nicht. Und wenn sie nicht sagen können, wer Androide ist, dann bekommen sie auch kein Kopf Geld. Wenn also der Void Kampftest fallen gelassen werden muss, ein neuer Test wird an seiner Stelle treten, sagte Rick. Das ist nicht das erste Mal. Dreimal war es schon so gewesen. Aber in diesen Fällen hatte das neue, modernere Messverfahren schon existiert, als das vorherige versagt hatte. Es hatte keine Lücke gegeben, so wie jetzt. Natürlich wird der Tag kommen, an dem der Void Kampftest obsolet ist, stimmte Rachel ihm zu. Aber noch ist er nicht da. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Test die Nexus 6 Modelle erkennen kann und möchten, dass sie in ihrem eigenen und speziellen Arbeitsbereich weiterhin davon ausgehen. Sie schaukelte vor und zurück, die Arme fest vor der Brust verschränkt und blickte ihn intensiv Sag ihm, er kann seine Eule haben, krächzte Eldon Rosen. Sie können die Eule haben, sagte Rachel, den Blick immer noch fest auf Rick geheftet. Die auf dem Dach, Scrappy. Aber wir wollen sie paaren, wenn wir eine männliche Eule finden. Sämtliche Nachkommen gehören uns. Das muss von vornherein klar sein. Ich teile die Brut mit ihnen, schlug Rick vor. Nein, entgegnete Rachel sofort. Hinter ihr schüttelte Eldon Rosen den Kopf, bestätigte es. Damit hätten sie für alle Zeit Anspruch auf den einzigen Eulenstamm, den es gibt. Und noch eine Bedingung. Sie können ihre Eule niemandem vererben. Bei ihrem Tod fällt sie zurück an die Firma. Das hört sich wie eine Einladung an, entgegnete Rick, vorbeizukommen und mich umzulegen, damit sie ihre Eule gleich wieder zurück bekommen. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das ist zu gefährlich. Sie sind Kopfgeldjäger, sagte Rachel. Sie wissen, wie man mit einer Laserpistole umgeht. Sie haben ja sogar jetzt eine bei sich. Wenn sie nicht einmal sich selbst schützen können, wie wollen sie denn da die restlichen sechs Nexus 6 Andys erledigen? Die sind schließlich ein gutes Stück klepperer als eine Klausel gibt, dass sie an sie zurück fällt, bin ich der Gejagte. Und die Vorstellung, dass ihn jemand belauerte, gefiel ihm nicht. Er hatte gesehen, welche Auswirkungen so etwas für die Androiden hatte. Die Veränderungen waren auffällig, sogar bei ihnen. Gut, sagte Rachel, in dem Punkt geben wir nach. Sie dürfen die Eule weiter vererben. Aber wir bestehen darauf, dass wir die gesamte Nachkommenschaft bekommen. Wenn das für sie keine akzeptable Bedingung ist, dann fahren sie zurück nach San Francisco und gestehen sie ihren Vorgesetzten, dass der Voidkampftest zumindest, wenn er von ihnen durchgeführt wird, nicht dazu geeignet ist, einen Andi von einem Menschen zu unterscheiden. Und dann sehen sie sich nach einem neuen Job um. Geben sie mir ein wenig Zeit, sagte Rick. Einverstanden, sagte Rachel. Sie bleiben hier, da haben sie es bequem. Sie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Eine halbe Stunde, sagte Elden Rosen. Er und Rachel gingen schweigend zur Tür. Sie hatten, begriff er, gesagt, was sie hatten sagen wollen. Der Rest lag jetzt in seiner Verantwortung. Als Rachel die Tür hinter sich und ihrem Onkel schließen wollte, sagte Rick grimmig, da haben sie mich in eine schöne Falle gelockt. Sie haben es auf Band, wie ich bei ihnen versagt habe. Sie wissen, dass meine Arbeit von der Brauchbarkeit des Void Kampftests abhängt. Und sie haben die verfluchte Eule. Ihre Eule, mein Lieber, sagte Rachel, wissen sie nicht mehr? Wir binden der Kleinen ihre Adresse ums Bein und dann kann sie nach San Francisco fliegen. Wenn sie von der Arbeit kommen, ist sie schon da. Die Kleine, dachte er. Oder das Kleine? Einen Moment noch, sagte er. Von der Tür aus antwortete Rachel, Sie haben sich entschieden? Ich möchte Ihnen doch noch eine Frage aus der Void Kampfliste stellen. Setzen Sie sich noch einmal. Er klappte den Koffer wieder auf. Rachel sah ihren Onkel an. Der nickte und sie kam mürrisch zurück und setzte sich wieder genauso hin wie zuvor. Wozu soll das gut sein? fragte sie, die Augenbrauen vor Ärger gehoben und vor Misstrauen. Er spürte die Anspannung in ihrer Haltung, bemerkte sie genau. Bald darauf war der Lichtstrahl auf ihr rechtes Auge noch mit dem Ausdruck größter Ablehnung. Der Koffer hier, sagte Rick, als er den Bewertungsbogen herausnahm, der ist hübsch, oder? So einen haben wir alle. Naja, antwortete Rachel teilnahmslos. Babyhaut, sagte Rick. Er fuhr mit der Hand über das schwarze Leder, gegabt aus der Haut kleiner Kinder. Er sah, wie beide Nadeln heftig zuckten. Aber es hatte einen Moment gedauert. Die Reaktion war die richtige, aber sie kam zu spät. Er kannte die Reaktionsgeschwindigkeit auf den Sekundenbruchteil genau, die Reaktionsgeschwindigkeit bei einem Menschen. Es hätte keine Pause geben dürfen. Danke, Miss Rosen, sagte er und sammelte seine Ausrüstung wieder ein. Der zweite Test war zu Ende. Das wäre alles. Sie gehen? fragte Rachel. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Zögernd fragte Rachel, was ist mit den anderen neun Kandidaten? Der Test hat sich in ihrem Fall als eindeutig erwiesen, antwortete er, von da kann ich hoch rechnen. Ich habe bewiesen, dass er nach wie vor einsetzbar ist. Er wandte sich an Alden Rosen, der beklommen an der Tür stand. Weiß sie es? Manchmal wussten sie es wirklich nicht. Schon mehrfach hatte es die Reaktionen auf den Test könnten damit verändert werden. Nein, sagte Alden Rosen, wir haben sie vollständig programmiert. Aber ich glaube, gegen Ende ist ihr der Verdacht gekommen. Zu dem Mädchen sagte er, du hast es erraten, als er noch eine weitere Frage stellen wollte. Rachel bleich nickte mechanisch. Du musst keine Angst vor ihm haben, sagte Alden Rosen zu ihr. Du bist keine entflohene Androidin, die illegal auf der Erde ist. Du bist Eigentum der Rosen Werke, ein Vorführmodell für zukünftige Auswanderer. Er trat zu dem Mädchen, legte ihr tröstend die Hand auf die Schulter. Sie zuckte zusammen. Er hat recht, sagte Rick. Ich werde Ihnen nichts tun, Miss Rosen. Auf Wiedersehen. Er ging zur Tür, hielt dort noch einmal kurz. An beide gerichtet Rachel sah sofort zu dem älteren Rosen. Jetzt, wo er geht, sagte Elden, können wir es ihm auch sagen. Die Eule ist künstlich. Es gibt keine Eulen mehr. Mhm, murmelte Rick und stapfte benommen hinaus auf den Gang. Die beiden sahen ihm nach. Keiner sagte mir etwas. Nichts blieb mehr zu sagen. So geht es also beim weltgrößten Hersteller von Androiden zu. dachte Rick bei sich. Verschlagenheit auf eine Art, wie sie ihm noch nie begegnet war. Ein abstruser, undurchschaubarer neuer Persönlichkeitstyp. Kein Wunder, dass Gesetzeshüter Schwierigkeiten mit dem Nexus 6 hatten. Der Nexus 6. Jetzt hatte er ihn gesehen. Rachel ging ihm auf, sie musste ein Nexus 6 sein. Zum ersten Mal bin ich einem von ihnen begegnet und beinahe hätten sie es geschafft. Sie waren so verflucht kurz davor, den Void Kampftest wertlos zu machen, das Einzige, was wir haben, um sie zu identifizieren. Die Rosenwerke leisten schon gute Arbeit, um ihre Produkte zu schützen. Sie machen es uns nicht leicht, das steht fest. Und sechs weiteren muss ich mich stellen, sagte er sich, bis ich fertig mit ihnen bin. Er würde dieses Kopfgeld bekommen, jeden Cent. Vorausgesetzt, er kam lebend davon. Der Fernseher dröhnte. Jetzt, wo er die staubbedeckten Stufen des großen leeren Wohnhauses zum Stockwerk unter seinem hinabstieg, erkannte John Isidor die vertraute Stimme von Buster freundlich, wie er munter auf seine gewaltige Zuschauerschaft im Sternensystem einplapperte. Ho-ho Freunde, zack, bumm, Zeit für einen kurzen Blick auf das morgige Wetter. Zuerst die Ostküste der USA. Satellit Mungo meldet, dass der Fallout gegen Mittag besonders stark sein wird, aber dann nachlässt. Also, liebe Leute, wenn ihr nach draußen wollt, solltet ihr warten bis zum Nachmittag, was? Und wo wir schon vom Warten reden, jetzt sind es nur noch zehn Stunden bis zu der ganz besondere Neuigkeit, die ich für euch habe, meiner großen Enthüllung, sagt es euren Freunden, damit alle zuschauen. Ich verrate euch etwas, danach werdet ihr mit den Ohren schlackern. Ihr denkt vielleicht, das ist einfach nur das übliche. Als Isidor an die Wohnungstür klopfte, war der Fernseher schlagartig tot. Er war nicht einfach nur verstummt, er hörte auf zu existieren, zu Tode erschreckt auch über den Fernseher hinaus. Seine angespannten Sinne produzierten oder vernahmen einen entsetzten, atemlosen Schrecken von jemandem, der vor ihm zurückwich, jemandem, der in den hintersten Winkel der Wohnung zurückgetrieben wurde, von der Angst, ihm zu begegnen. Hey, rief er, ich wohne oben, ich habe ihren Fernseher gehört, sollen wir uns nicht bekannt machen? Er wartete und horchte, kein Laut, keine Bewegung, seine Worte hatten den anderen dort drinnen nicht aufgeschlossener werden lassen. Ich habe ihnen ein Päckchen Margarine mitgebracht, er hatte den Mund direkt an der massiven Tür, damit seine Stimme nach drinnen drang, ich heiße J.R. Isidore und arbeite für den bekannten Tierarzt Hannibal Slaughter, von dem haben sie bestimmt schon gehört, ich bin ein guter Mann, ich habe Arbeit, ich fahre für Mr. Slow den Lieferwagen. Die Tür öffnete sich einen Spalt breit, und er konnte in der Wohnung eine verschreckte, armselig zusammengesunkene Gestalt ausmachen, ein Mädchen, das sich darauf gefasst machte, zurückzuweichen, sich aber zugleich gegen die Tür drückte, als müsse sie sich daran festhalten. Sie schien krank vor Angst. Die Furcht verdrehte ihren ganzen Körper, sie wirkte, als hätte ihr jemand die Glieder gebrochen und sie dann aus Bosheit wieder schlecht zusammengesetzt. Ihre Augen, riesengroß, blickten starr, als sie versuchte zu lächeln. Er sagte, begriff es schlagartig, sie haben geglaubt, es wohne sonst niemand in diesem Haus, sie dachten, es stünde leer. Das Mädchen nickte. Ja, hauchte sie. Aber es ist doch schön, wenn man Nachbarn hat, sagte Isidor. Ja, verflucht, ich hatte keine, bevor sie hier auftauchten. Und das war, weiß Gott, kein Spaß. Sie sind der Einzige, fragte das Mädchen, in dem Haus hier, außer mir. Jetzt schien sie schon weniger ängstlich, sie stand aufrechter da, und sie strich sich ihr dunkles Haar glatt. Jetzt sah er, dass sie eine hübsche Figur hatte, wenn auch klein, und hübsche sie war so unvorbereitet gewesen, dass sie nur eine Schlafanzughose anhatte, sonst nichts. Und auch in dem Raum herrschte, wie er jetzt sah durcheinander. Koffer lagen hier und da geöffnet, ihr Inhalt auf dem Boden verstreut. Aber das war nur natürlich, sie war ja gerade erst angekommen. Ich bin der Einzige außer Ihnen, bestätigte Isidor, und ich Kriegsritual war abgelehnt worden. Ja, das Mädchen hatte es anscheinend überhaupt nicht wahrgenommen. Vielleicht wusste sie auch nicht, wozu ein Päckchen Margarine gut war. Den Eindruck hatte er. Das Mädchen schien eher ratlos als alles andere. Sie war der Situation nicht gewachsen, trieb hilflos in den nun abebenden ringförmigen Wellen der Furcht. Der gute alte Basta, sagte er in einem Versuch, sie ein wenig zu entspannen. Mögen sie ihn? Ich sehe ihn mir jeden Morgen an und dann wieder am Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Ich sehe ihn beim Abendessen und dann noch die Spätsendung vor dem Schlafen gehen. Jedenfalls habe ich das, als mein Fernseher sie noch empfing. Wer setzte das Mädchen an und brach dann ab? Sie biss sich auf die Lippe, sichtlich wütend, offenbar auf sich selbst. Warst da freundlich? erklärte er. Es kam ihm seltsam vor, dass dieses Mädchen noch nie vom beliebtesten Fernsehkomiker der Welt gehört hatte. Von wo kommen sie? fragte er neugierig. Was spielt das denn für eine Rolle? Sie blickte ihn misstrauisch von unten her an, aber was sie sah, schien sie zu beschwichtigen, man konnte sehen, wie ihr Körper sich entspannte. Ich freue mich über Besuch, sagte sie, später, wenn ich richtig eingezogen bin. Jetzt im Augenblick ist es natürlich nicht möglich. Wieso nicht möglich? Er wurde nicht schlau daraus, er wurde aus dem ganzen Mädchen nicht schlau. Vielleicht habe ich schon zu lange allein hier gelebt, sagte er sich, ich bin verschroben, es heißt ja, Spatzenhirne sind so. Der Gedanke könnte ihnen beim Auspacken helfen, versuchte er es. Inzwischen hatte sich die Tür fast schon vor seiner Nase geschlossen. Und bei ihren Möbeln. Ich habe keine Möbel, sagte das Mädchen. Die Sachen hier, sie wiesen das Zimmer hinter sich, die waren alle schon da. Die sind nicht mehr zu gebrauchen, sagte Isidor. Das erkannte er auf den ersten Blick. Sessel, Teppich, Tische, alles schon ganz zergangen. Eins hatte das andere mitgerissen, Opfer des gnadenlosen Wirkens der Zeit und der Einsamkeit. In dieser Wohnung hatte seit Jahren niemand mehr gelebt. Sie war fast vollständig verfallen. Er konnte gar nicht glauben, dass sie vorhatte, in solchen Räumen zu wohnen. Hören Sie, sagte er eindringlich, wenn wir zusammen einmal durchs Haus gehen, finden wir wahrscheinlich Sachen für sie, die besser im Schuss sind, in einer Wohnung eine Lampe, in einer anderen einen Tisch. Das mache ich, sagte das Mädchen, allein. Danke. Sie wollen allein in diese Wohnungen gehen? Er konnte es nicht glauben. Warum denn nicht? Wieder zuckte sie erschrocken zusammen, verzog das Gesicht, als sie merkte, dass sie etwas Falsches gesagt hatte. Isidor sagte, ich habe es versucht, einmal. Seither komme ich einfach nur nach Hause, gehe in meine Wohnung und denke nicht an die anderen. Die Wohnungen, in denen niemand mehr wohnt, Hunderte und alle noch voll mit den Sachen, die die Leute hatten, Familienfotos, Kleider. Diejenigen, die starben, konnten nichts mitnehmen und diejenigen, die auswanderten, wollten nichts mitnehmen. Dieses Haus ist, meine Wohnung ausgenommen, von oben bis unten voll Kippel. Kippel? Das verstand sie nicht. Kippel sind nutzlose Sachen, wie Werbepost oder Streichholzbriefchen, wenn das letzte Streichholz abgebrannt ist, oder Kaugummi-Papier oder die Zeitung von gestern. Wenn man nicht aufpasst, vermehrt Kippel sich von selbst. Wenn sie zum Beispiel schlafen gehen und Kippel in ihrer Wohnung liegen lassen, dann haben sie, wenn sie am nächsten Morgen aufwachen, doppelt so viel. Es wird immer mehr. Verstehe. Das Mädchen sah ihn unschlüssig an, wusste nicht, ob sie ihm glauben sollte, nicht sicher, ob er es ernst meinte. Das ist das erste Gesetz des Kippels, sagte er. Kippel verdrängt nicht Kippel. Wie das Greshamsche Gesetz über schlechtes Geld. Und in diesen Wohnungen gibt es schon lange niemanden mehr, der gegen den Kippel ankämpft. Und deswegen hat er sich überall durchgesetzt, führte das Mädchen den Gedanken zu Ende. Sie nickte. Jetzt verstehe ich. Ihre Wohnung hier, sagte er, die, die sie sich ausgesucht haben, die ist zu voll mit Kippel, um darin zu wohnen. Aber wir können was dagegen tun. Wir können, wie gesagt, die anderen Wohnungen plündern, aber er sprach nicht weiter. Aber was? Isidor sagte, wir können nicht gewinnen. Warum nicht? Das Mädchen kam auf den Flur, schloss die Tür hinter sich und stellte sich vor ihn hin, die Arme verlegen vor den kleinen spitzen Brüsten verschränkt. Sie wollte wissen, wie er das meinte. So kam es ihm zumindest vor. Auf alle Fälle hörte sie zu. Niemand kann gegen den Kippel gewinnen, erklärte er, höchstens vorübergehend, vielleicht auf einem kleinen Fleck. Ich in meiner Wohnung zum Beispiel, ich habe eine Art Ausgleich zwischen dem Druck von Kippel und Nicht Kippel gefunden, jetzt im Augenblick. Aber irgendwann sterbe ich oder ziehe fort und dann übernimmt der Kippel wieder. Es ist ein allgemeines Prinzip, das für das gesamte Universum gilt. Das gesamte Universum bewegt sich auf einen Endzustand der vollkommenen absoluten Verkippelung zu. Und dann fügte er noch hinzu, bis auf den Aufstieg von Wilbur Mercer natürlich. Das Mädchen sah ihn kritisch an. Da sehe ich keine Beziehung. Darum geht es doch im Mörsertum. Wieder wurde er nicht schlau aus ihr. Praktizieren sie denn nicht die Verschmelzung? Haben sie keinen Empator? Nach einer Pause sagte das Mädchen vorsichtig, ich habe meinen nicht mitgebracht. Ich dachte, ich finde hier einen. Aber der Empator, rief er und geriet vor Aufregung ins Stottern, ist doch das Persönlichste, was man an Besitz überhaupt hat. Er ist eine Erweiterung unseres Körpers. Er ist das Mittel, durch das wir mit anderen Menschen in Kontakt treten, das wodurch wir nicht mehr allein sind. Aber das wissen sie, jeder weiß das, Mercer lässt selbst Menschen wie mich. Er unterbrach sich, aber zu spät, er hatte sich bereits verraten, und an dem angewiderten Ausdruck, den ihr Gesicht plötzlich angenommen hatte, konnte er erkennen, dass sie verstanden hatte. Ich hätte den Intelligenztest beinahe bestanden, sagte er leise mit bebender Stimme. Ich bin nicht sehr speziell, nur ein klein wenig, nicht wie manche, Mercer nimmt uns alle wie wir sind. Das, sagte das Mädchen, ist, finde ich persönlich, ein starkes Argument gegen das Mercer-Tum. Ihre Stimme war klar und nüchtern. Sie brachte ging ihm auf lediglich eine Tatsache zum Ausdruck. Sie sagte ihm, was sie von Spatzenhirnen hielt. Da gehe ich wohl besser wieder nach oben, sagte er und wandte sich ab, sein Margarine-Päckchen noch immer in der Hand. Es war weich und schmierig geworden. Er hatte es ganz zerdrückt. Das Mädchen sah ihn an, wie er sich zum Gehen wandte, noch immer mit dem neutralen Ausdruck auf ihrem Gesicht, und dann rief sie, warten sie. Er drehte sich um und fragte, warum? Ich brauche sie, um mir bessere Möbel zu beschaffen, aus den anderen Wohnungen, genau wie sie gesagt haben. Mit lässigen Schritten kam sie auf ihn zu. Der nackte Oberkörper schlank und sportlich, kein Gramm Fett zu viel. Um welche Zeit kommen sie von der Arbeit? Können sie mir dann helfen? Vielleicht könnten sie uns ja etwas zu essen kochen, schlug Isidor vor. Ich würde die Zutaten mitbringen. Nein, dazu habe ich zu viel zu tun. Das Mädchen lehnte seinen Vorschlag mit einer Jetzt, wo ihre anfängliche Furcht verflogen war, strahlte sie mehr und mehr etwas anderes aus. Etwas Fremdartiges und Unsympathisches fand er. Eine Kälte, wie ein Hauch, überlegte er, aus dem luftleeren Raum zwischen den bewohnten Welten, ein Hauch aus dem Nichts. Es war nicht das, was sie tat und sagte, sondern das, was sie nicht tat und sagte. Ein andermal, sagte das Mädchen und ging wieder zur Wohnungstür. Haben sie sich meinen Namen gemerkt? fragte er eifrig. John Isidor und ich arbeite für, sie haben mir gesagt, für wen sie arbeiten. An ihrer Tür hatte sie kurz inne gehalten, jetzt stieß sie sie auf und sagte, eine unglaubliche Person namens Hannibal Slaughter, die ganz bestimmt außerhalb ihrer Fantasie nicht existiert. Ich heiße, sie war ihm noch einen letzten kalten Blick zu, als sie wieder ihre Wohnung betrat, zögerte, dann sagte sie, ich bin Rachel Rosen. Haben sie was mit den Rosen Werken zu tun? fragte er, dem Laden, der die ganzen Menschen Roboter für unser Kolonisierungsprogramm baut, der größte weltweit. Ein undefinierbarer Ausdruck huschte über ihr Gesicht und war gleich wieder fort. Nein, sagte sie, die kenne ich nicht, von denen habe ich noch nie gehört. Das ist doch auch wieder was, dass sie sich in ihrem Spatzenhirn einbilden, John Isidor und sein persönlicher privater Empator, der arme Mr. Isidor. Aber bei ihrem Namen dachte ich, mein Name, sagte das Mädchen, lautet Pris Stratton. Das ist mein Ehename, den habe ich bei meiner Heirat angenommen. Ich nenne mich nie anders als Pris. Sie können mich Pris nennen. Sie überlegte, dann sagte sie, nein, nennen sie mich doch lieber Miss Stratton. Eigentlich kennen wir uns ja gar nicht, jedenfalls kenne ich sie nicht. Die Tür schloss sich hinter ihr und er fand sich allein in dem düsteren, staubigen Flur. Tja, so ist sowas, dachte J.R. Isidor, als er dort stand, mit seinem matschigen Margarine-Päckchen in der Hand. Vielleicht überlegt sie es sicher noch anders und ich darf sie doch Pris nennen. Und die Sache mit dem Essen vielleicht auch, wenn ich irgendwo eine Dose Vorkriegsgemüse auftreibe. Vielleicht kann sie ja gar nicht kochen, schoss ihm plötzlich durch den Kopf. Na, dann mache ich das. Ich mache Abendessen für uns beide und ich zeige es ihr, erst mal gezeigt habe, wie es geht. Nach allem, was ich mitbekommen habe, kochen doch die meisten Frauen gern, sogar so Junge wie sie. Das ist ein Instinkt. Er stieg die dunkle Treppe zu seiner Wohnung hinauf. Die ist wirklich merkwürdig, dachte er, als er seine weiße Arbeitskluft anzog. Selbst wenn er sich jetzt beeilte, würde er zu spät zur Arbeit kommen und müsste Slaught sauer sein. Aber so war es eben. Zum Beispiel hat sie noch nie von Buster freundlich gehört. Aber das ist unmöglich. Buster ist der bedeutendste Mensch, den es heute gibt, außer natürlich Wilbur Mercer. Aber Mercer, überlegte er, ist eigentlich kein Mensch. Er ist ein Archetyp, ein Sternenwesen, das weiß man. Zu uns, unserer Kultur, gesandt, von einer kosmischen Kraft. Jedenfalls hab ich Leute das Sagen hören. Das sagt Mr. Sloat zum Beispiel. Und Hannibal Sloat kennt sich aus. Seltsam, dass sie sich nicht mal bei ihrem eigenen Namen sicher ist. Vielleicht braucht sie Hilfe. Könnte ich ihr eine Hilfe sein? fragte er sich. Ein Spezialer, ein Spatzenhirn, was weiß ich schon. Ich darf nicht heiraten, ich darf nicht auswandern. Am Ende wird der Staub mich umbringen. Ich habe ihr nichts zu bieten. Fertig angezogen, zum Aufbruch bereit, stieg er hinauf aufs Dach, wo sein klappriger, alter Schwebewagen stand. Eine Stunde später saß er im Lieferwagen der Firma und hatte bereits sein erstes defektes Tier des Tages abgeholt. Eine elektrische Katze. Sie lag in einer staubdichten Kunststoff Tragebox hinten im Wagen und atmete keuchend. Man könnte sie wirklich für echt halten, dachte Isidor auf dem Rückweg zur Vernass Tierklinik, einem sorgsam falsch etikettierten Unternehmen, so klein, dass es auf dem harten, heiß umkämpften Markt für die Instandhaltung falscher Tiere nur gerade eben überleben konnte. Die Katze hinter ihm röchelte erbärmlich. Donnerwetter, dachte Isidor, hört sich wirklich an, als ob sie stirbt. Vielleicht ein Kurzschluss in ihrer Zehn-Jahres-Batterie und jetzt brennen alle Schaltkreise nacheinander durch. Ein größerer Auftrag. Milt Borrowgrove, der Mechaniker der Vernass Tierklinik, würde alle Hände voll zu tun haben. Und ich habe dem Besitzer nicht mal einen Kosten Voranschlag gegeben, dachte Isidor finster. Der Kerl hat mir die Katze einfach in die Hand gedrückt, hat gesagt, die Fehlfunktionen hätten in der Nacht begonnen, und dann war er weg. Zur Arbeit nehme ich an. Jedenfalls hatten sie nur ein paar wenige Worte gewechselt. Dann war der Besitzer der Katze mit seinem glitzernden Schwebewagen, neuestes Modell, hinauf in den Himmel gezischt. Ein neuer Kunde noch dazu. Zur Katze sagte Isidor, schaffst du es, bis wir in der Werkstatt sind? Die Katze röchelte weiter. Ich lade dich doch lieber unterwegs nach, beschloss Isidor. Er ließ den Lieferwagen auf das erstbeste Dach sinken, hielt dort mit laufendem Motor, kletterte nach hinten in den Laderaum und klappte die staubdichte Kunststoff Tragebox auf, die zusammen mit seinem weißen Anzug und der Beschriftung des Wagens für die vollkommene Illusion eines echten Tierarztes sorgte, der sich um ein echtes Tier kümmerte. Der elektrische Mechanismus in ihrem täuschend echten grauen Fell gurgelte, Schaum trat aus, die Videolinsen waren glasig, die metallenen Kiefern fest verbissen. Das hatte ihn schon immer fasziniert, diese Krankheits Schaltkreise, die in die falschen Tiere eingebaut wurden. Das Ding, das er jetzt im Schoß hielt, war so konstruiert, dass das ganze Tier, sobald eine einzelne Komponente nicht mehr funktionierte, nicht defekt wirkte, sondern organisch krank. Ich wäre darauf reingefallen, dachte Isidor und tastete an dem falschen Bauchfell nach dem verdeckten Bedienmodul, das bei solchen Modellen winzig klein sein musste, und nach dem Anschluss für das Schnellladekabel. Er fand keins von beiden. Er hatte auch nicht viel Zeit zu suchen, der Mechanismus stand kurz vor dem Ende. Wenn es tatsächlich ein Kurzschluss ist, der nach und nach die Platinen durchbrennen lässt, überlegte er, dann sollte ich versuchen, eins von den Batteriekabeln abzunehmen, dann geht das Gerät zwar aus, aber es wird auch kein weiterer Schaden angerichtet. In der Werkstatt kann Miltes dann wieder in Gang bringen. Beherzt fuhr er mit dem Finger das bemerkenswert echt wirkende Rückgrat ab. Hier irgendwo musste der Anschluss sein. Verdammt gute Arbeit, absolut täuschend echt nachgeahmt. Selbst bei sorgfältigem Abtasten war nirgends ein Kabel zu spüren. Vermutlich von Wheelwright und Carpenter, die lassen sich das bezahlen, aber sie machen auch tolle Arbeit. Er gab auf, die falsche Katze funktionierte nicht mehr. Der Kurzschluss oder was sonst dem Ding fehlte, hatte offenbar den Stromvorrat erschöpft. Das wird einiges kosten, dachte er düster. Nun, der Bursche hatte offenbar die dreimal jährliche präventive Wartung nicht machen lassen, bei der der Mechanismus gereinigt und geölt wurde, und das hatte er nun davon. Das würde ihm eine Lektion sein, wenn auch Lektion schoss von neuem hinauf in den Himmel und setzte seine Fahrt zur Werkstatt fort. Jetzt musste er wenigstens nicht mehr das schreckliche Röcheln des künstlichen Tieres hören, er konnte sich entspannen. Seltsam, dachte er, mein Verstand weiß, dass diese Töne nicht echt sind, dass es ein unechtes Tier ist, das da tut, als hauche es sein Leben aus, und trotzdem zieht es mir den Magen zusammen. Wenn ich nur, klagte er in Gedanken, eine andere Arbeit bekommen könnte. Hätte ich diesen Intelligenztest bestanden, dann müsste ich jetzt keine so entwürdigende Arbeit tun, mit all den emotionalen Belastungen, die das mit sich bringt. Andererseits schienen die synthetischen Leiden künstlicher Tiere, Milt Borrowgrove oder ihrem Boss Hannibal Slaught überhaupt nichts auszumachen. Vielleicht liegt es also doch an mir, überlegte John Isidor. Vielleicht ist man, wenn man verfällt, wenn man die Leiter der Evolution hinabsteigt, so wie es mir geschehen ist, wenn man als Spezialer in die Grube, in die Welt des Grabes sinkt. Na, am besten er dachte an so etwas gar nicht erst. Nichts deprimierte ihn mehr als die Momente, in denen er seine heutigen geistigen Kräfte, mit denen ein Verglich, über die er früher einmal verfügt hatte. Tag für Tag ging es mit seiner Intelligenz und seiner Energie bergab. Er und tausende von weiteren Spezialen auf Terra, alle auf dem Weg zum Aschhaufen, verwandelten sich in lebenden Kippel. Damit er Gesellschaft hatte, schaltete er das Radio des Lieferwagens ein, suchte, bis er die Radio-Variante von Basta Freundlichs Show fand, die genau wie die Fernsehfassung 23 Stunden am Tag lief. Die eine andere Stunde bestand aus einer religiösen Sendung zum Tagesausklang, zehn Minuten Schweigen und einer religiösen Sendung zum Tagesanfang. »Öhn, dass Sie wieder bei uns sind«, sagte Basta freundlich gerade, »lassen Sie mich überlegen, Amanda, es ist schon ganze zwei Tage her, seit wir Sie zuletzt bei uns zu Gast hatten, irgendwelche neuen Filmpläne, meine Liebe? Ach, wissen, Sie sollten Sie gestern beginnen Dreharbeiten, aber die wollten nicht kommen, sieben Uhr. Um sieben Uhr morgens? Genau das, Basta, sieben Uhr morgens!« Amanda Werner lachte ihr berühmtes Lachen, das die Leute beinahe ebenso oft und gern nachmachten wie das von Basta. Amanda Werner und etliche weitere schöne, elegante, großbusige Damen aus fernen, nur vage bestimmten Ländern, dazu ein paar nicht ganz so mondäne sogenannte Humoristen, das war der Fundus, aus dem Bastas Show immer wieder neu schöpfte. Frauen wie Amanda Werner drehten nie einen Film, standen nie auf der Bühne, sie lebten ihr seltsam schönes Leben als Gäste in Bastas immerwährender Show, traten, hatte Isidore einmal ausgerechnet, bis zu siebzig Stunden die Woche darin auf. »Woher nahm Basta die Zeit, die Radio- und die Fernsehchance aufzunehmen?« fragte Isidore sich. »Und wie fand Amanda Werner die Zeit, jeden zweiten Tag als Gast aufzutreten, Monat um Monat, Jahr um Jahr? Wie wussten sie immer noch etwas zu sagen? Sie wiederholten sich nie, nicht so weit er feststellen konnte. Ihre Bemerkungen waren immer geistreich, immer neu, nie einstudiert. Amenders Haar schimmerte, ihre Augen leuchteten, ihre Zähne blitzten. Es wurde ihr nie zu viel, sie war nie müde, nie war sie um eine Antwort auf Bastas Maschinengewehr Salven an Sprüchen, Gags und scharfsinnigen Beobachtungen verlegen. Die Basta Freundlich Show wurde über Satelliten auf der ganzen Erde ausgestrahlt und auch die Immigranten auf den Kolonialplaneten empfingen sie. Versuchsweise war sogar bis nach Proxima gesendet worden, für den Fall, dass es gelang, auch dort eine Kolonie zu errichten. Hätte die Salander 3 ihr Ziel erreicht, dann hätte die Basta Freundlich Show dort schon auf die Besatzung gewartet, und das wäre eine Freude gewesen. Aber etwas an Basta Freundlich ärgerte John Isidor, etwas ganz Bestimmtes. Auf eine unterschwellige, kaum wahrnehmbare Weise machte Basta sich über das Mörsertum lustig. Nicht einmal, sondern dauernd. Ja, gerade jetzt, in diesem Augenblick tat er es wieder. Trifft mich kein Stein, scherzte Basta mit Amanda Werner. Wenn ich auf den Berg steige, dann nehme ich ein paar Flaschen Budweiser mit. Das Publikum im Studio lachte. Isidor hörte vereinzelt Applaus. Und mein genauestens dokumentiertes Geheimnis werde ich von dort oben enthüllen, genau zehn Stunden noch bis zur großen Enthüllung. Ich komme mit, Darling, plapperte Amanda. Ich werde schützen, wenn Sie schmeißen Stein. Wieder johlte das Publikum, und John Isidor spürte die Wut in seinem Nacken. Er war gekränkt, aber er konnte nichts tun. Warum machte Buster freundlich sich dauernd über Mörsers Lehre lustig? Anscheinend störte sich doch sonst niemand daran, selbst die Vereinten Nationen hießen sie gut. Die amerikanische wie die sowjetische Polizei hatten bestätigt, dass das Mörsertum Verbrechen verhinderte, weil die Menschen sich mehr um die Nöte ihrer Nachbarn sorgten. Die Menschheit braucht Mitgefühl. Das hatte Titus Corning, der UN-Generalsekretär, schon mehrfach verkündet. Vielleicht ist Buster neidisch, überlegte Isidor. Sicher, das würde es erklären. Er und Wilbur Mörser sind Rivalen, aber um was konkurrieren sie. Um unseren Verstand. Zu dem Schluss kam Isidor. Sie kämpfen um die Kontrolle über unsere Psyche. Auf der einen Seite der Empator, auf der anderen Busters schlagfertigen Lacher, die lässigen Sprüche. Das muss ich Hannibal Slaught erzählen, beschloss er. Ihn fragen, ob das stimmt. Der weiß sowas. Nachdem er seinen Wagen auf dem Dach der Van Ness Tierklinik geparkt hatte, brachte er in aller Eile den Plastikkäfig mit der reglosen falschen Katze nach unten in Hannibal Slaughts Büro. Als er eintrat, schaute Mr. Slaught von einer Ersatzteilliste auf und sein graues zerfurchtes Gesicht wogte wie trübes Wasser. Hannibal Slaught war zu alt zum Auswandern und damit, obwohl kein Spezialer dazu verdammt, hatte für das Grau in seinem Gesicht ebenso wie für das Grau in seinen Gedanken gesorgt, hatte ihn schrumpfen, seine Beine dünn und unsicher werden lassen. Er sah die Welt durch Brillengläser, die wortwörtlich trübe vom Staub waren. Aus irgendwelchen Gründen putzte Slaught seine Brille nie, als hätte er aufgegeben, als hätte er den radioaktiven Staub akzeptiert und dieser hätte schon lange mit seiner Arbeit begonnen, ihn unter sich zu begraben. Schon jetzt schwächte er sein Augenlicht. In den wenigen Jahren, Slaught noch blieben, würde der Staub auch seine anderen Sinne zerstören, bis schließlich nur noch seine Stimme krächzend wie die eines Vogels blieb, und dann würde auch die verstummen. Was haben wir denn da? fragte Mr. Slaught. Eine Katze mit einem Käfig auf den mit Zetteln übersäten Schreibtisch seines Chefs. Wieso kommst du damit zu mir? fragte Slaught. Bring sie nach unten zum Milt in die Werkstatt. Instinktiv öffnete er allerdings den Käfig und holte das künstliche Tier heraus. Früher war er selbst Mechaniker gewesen, ein sehr guter. Isidor sagte, ich glaube, Buster freundlich und das Mörsertum ringen miteinander um die Macht über unsere Seele. Wenn das so ist, sagte Slaught und untersuchte die Katze, dann wird Buster den Sieg davontragen. Vielleicht jetzt, kurzfristig, sagte Isidor, aber auf lange Sicht nicht. Slaught blickte auf, sah ihn forschend an. Weswegen? Weil Wilbur Mörser sich immer wieder erneuert. Er ist ewig. Wenn er oben auf dem Hügel ankommt, wird er hinabgestoßen. Er muss hinab in die Welt des Grabes. Aber er steigt immer wieder auf und wir mit ihm. Das heißt, wir sind ebenfalls ewig. Er war stolz, das so gut herausgebracht zu haben. Meistens, wenn er mit Mr. Slaught redete, stotterte er. Buster ist genauso unsterblich wie Mörser. In dem Punkt sind sie gleich. Wie kann das sein? Er ist ein Mensch. Ich zugegeben. Deshalb kann Buster freundlich 46 Stunden Show pro Tag senden? Genau deswegen. Was ist mit Amanda Werner und den anderen Frauen? Die sind auch unsterblich. Sind sie eine höher entwickelte Lebensform aus einem anderen System? Das habe ich nie so recht herausfinden können, sagte Mr. Slaught immer noch mit der Katze beschäftigt. Jetzt nahm er seine staubige Brille ab, musterte dann das halb geöffnete Anders als bei Wilbur Mercer sprach er den Satz kaum hörbar zu Ende. Da habe ich schlüssige Beweise. Dann stieß er eine lange Kette von Flüchen und Beschimpfungen aus. Eine ganze Minute lang schien es Isidor fluchte er. Das ist keine falsche Katze, sagte Slaught zum Schluss. Ich wusste doch, dass so was früher oder später passiert und jetzt ist sie tot. Er starrte den Katzenleichnam an und fluchte noch einmal. Seine übliche schmutzige blaue Arbeitsschürze umgebunden erschien Milt Borrogrove rundlich und pockennabig in der Tür. Was liegt an? fragte er. Als er die Katze sah, kam er herein und hob das Tier hoch. Das Spatzenhirn hat sie hergebracht, sagte Slaught. Nie zuvor hatte er Isidor in dessen Gegenwart so genannt. Wenn sie noch lebte, sagte Milt, könnten wir sie zu einem echten Tierarzt bringen. Was sie wohl wert ist? Hat jemand einen Sydney zur Hand? Aber die Versicherung deckt das doch ab? fragte Isidor Mr. Slaught. Seine Beine gaben unter ihm nach. Der Raum nahm eine dunkelbraune Färbung an mit grünlichen Flecken. Tut sie, sagte Slaught nach einer Pause, zischte ihn an. ein lebendiges Wesen weniger. Hast du das denn wirklich nicht gesehen, Isidor? Hast du den Unterschied nicht bemerkt? Ich dachte, es ist richtig gute Arbeit, brachte Isidor heraus. So gut, dass sie mich getäuscht hat. Ich meine, sie sah doch wirklich aus wie lebendig und wenn was so gut, ich glaube nicht, dass Isidor den Unterschied erkennen würde, meinte Milt nachsichtig. Für ihn sind sie ich wollte er sie retten. Zu Isidor sagte er, was hast du getan? Versucht die Batterie aufzuladen? Oder wolltest du die Stelle mit dem Kurzschluss finden? Ja, gab Isidor zu. Wahrscheinlich war sie schon so hinüber, dass sie es so oder so nicht geschafft hätte, sagte Milt. Sei mal nicht so zu dem Spatzenhirn, Han. Er hat ja recht. Die Fälschungen sind mittlerweile echte Tiere sterben. Das ist immer ein Risiko, wenn man eins hat. Wir sind das nur nicht mehr gewohnt, weil wir es immer mit Falschen zu tun haben. So eine verfluchte Verschwendung, sagte Slaut. Mörser sagt, erinnerte ihn Isidor, dass alles Leben wiederkehrt. Der Kreislauf gilt auch für Tiere. Ich meine, wir alle steigen mit ihm auf, wir alle sterben. Erzähl das mal dem Kerl, dem die Katze gehört hat, sagte Mr. Slaut. Isidor war sich nicht sicher, ob das als Aufforderung gemeint war. Sie meinen, ich muss das tun? Aber die Videoanrufe machen doch immer sie. Er hatte Angst vor dem Videophon und brachte einen Anruf gerade bei einem Fremden einfach nicht fertig. Natürlich wusste Mr. Slaut das. Zwing ihn nicht, sagte Mild. Ich mache das. Er griff zum Hörer. Hast du die Nummer? Ich habe sie eingesteckt. Isidor suchte in den Taschen seines Arbeitskittels. Slaut sagte, ich will, dass das Spatzenhirn das macht. Ich kann nicht mit dem Video telefonieren, protestierte Isidor und das Herz schlug ihm bis zum Halse. Ich bin haarig, hässlich, schmutzig, krumm, schiefzähnig und grau und ich bin krank von der Strahlung. Ich glaube, ich sterbe bald. Mild lächelte. Zu Slaut sagte er, ich glaube, wenn mir so zumute wäre, würde ich auch nicht ans Videophon wollen. Komm, Isidor, wenn du mir nicht die Nummer gibst, kann ich nicht anrufen und du musst es doch noch selbst machen. Gutmütig hielt er ihm die Hand hin. Das Spatzenhirn macht den Anruf, sagte Slaut, sonst fliegt er raus. Er sah weder Isidor noch Mild an. Er starrte finster gerade aus. Ach komm, wandte Mild ein, ich mag das nicht, wenn sie mich Spatzenhirn nennen. Der Staub hat sie ja auch ganz schön mitgenommen, körperlich, nur beim Verstand haben sie Glück gehabt, anders als ich. Ich bin meine Arbeit los, dachte er, ich kann diesen Anruf nicht machen. Und dann fiel ihm wieder ein, dass der Besitzer der Katze ja zur Arbeit geflogen war. Es war niemand zu Hause. Vielleicht kann ich ja doch anrufen, sagte er, als er endlich den Zettel mit der Nummer gefunden hatte. Siehst du, sagte Slaut zu es. Isidor setzte sich vor das Videophon, nahm den Hörer in die Hand und wählte. Ja, sagte Mild, aber es sollte nicht sein. Und er hat recht. Der Staub hat dir zugesetzt. Du bist schon halb blind und in ein paar Jahren wirst du auch nichts mehr hören. Tu nicht so, als hättest du nichts abgekriegt, Borrow Grove, sagte Slaut. Deine Haut sieht aus wie Hundekacke. Auf dem Schirm erschien das Gesicht einer Frau, mitteleuropäischer Typ, leicht besorgte Miene, das Haar zu einem festen Knoten zusammengesteckt. Ja, sagte sie. Mrs. Pilsen? fragte Isidor. Entsetzen hatte seinen ganzen Körper in den Klauen. Er war gar nicht auf den Gedanken gekommen, aber der Katzenhalter hatte eine Frau, die natürlich zu Hause war. Ich möchte mit Ihnen über Ihre Ka- 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 Er gab es auf, rieb sich das Kinn wie ein Tick. Ihre Katze sprechen. Oh ja, sie waren, dass der Horace geholt hat, sagte Mrs. Pilsen. Unseren Kater, ist es wirklich Pneumonitis? Das befürchtet nämlich mein Mann. Isidor sagte, Ihre Katze ist gestorben. Oh nein, Gott im Himmel. Wir ersetzen sie ihnen, sagte er, wir sind versichert. Er blickte hinüber zu Mr. Slaught, der schien einverstanden, der Eigentümer unserer Firma, Mr. Hannibal Slaught, er kam ins Schwimmen. Wird persönlich, nein, sagte Slaught, sie bekommen einen Check, Sydneys Listenpreis. Wird persönlich eine Ersatzkatze für sie auswählen, hörte Isidor sich sagen. Jetzt, wo er sich auf dieses entsetzliche Telefonat eingelassen hatte, stellte er fest, dass er nicht mehr aufhören konnte. Was er vorbrachte, hatte seine eigene Logik und er konnte nicht dagegen an. Er musste weitermachen, bis er zum Ende gekommen war. Mr. Slaught und Milt Borrogrove starrten ihn beide nur an, als er weiter schwadronierte. Sie sagen uns, wie die Katze aussehen soll, die sie sich wünschen, Farbe, Geschlecht, Gattung, zum Beispiel Manx, Perser, Abyssinia. Horace ist tot, sagte Mrs. Pilsen. Er hatte Pneumonitis, sagte Isidur. Er ist auf dem Weg in die Tierklinik gestorben. Unser Oberarzt, Dr. Hannibal Slaught, war der Ansicht, dass ihn zu diesem Zeitpunkt nichts mehr hätte retten können. Aber ist es da nicht ein Glück, Mrs. Pilsen, dass wir ihnen einen Ersatz verschaffen können? Habe ich nicht recht? Mrs. Pilsen, Tränen in den Augen, sagte, einen Kater wie Horace gibt es kein zweites ausmachen. Wie er immer dastand, schon als kleines Kätzchen und zu uns herauf schaute, als wolle er uns eine Frage stellen. Wir wussten nie, was er fragen wollte. Vielleicht weiß er jetzt die Antwort. Weitere Tränen. Das werden wir ja alle wohl irgendwann. Isidur hatte eine Idee. Wie wäre es mit einer exakten elektrischen Kopie ihrer Katze? Wir könnten eine erstklassige Handarbeit für sie anfertigen lassen, von Wheel Ride and Carpenter, in der auch die kleinste Eigenheit auf Dauer festgehalten ist. Das ist ja schrecklich, wehrte Mrs. Pilsen ab. Was für ein Gedanke! Sprechen Sie das bloß nicht meinem Mann gegenüber an. Wenn Sie das zu Ed sagen, der verliert den Verstand. Er hat Horace mehr geliebt als jede andere Katze, er je hatte, und schon seit Kindertagen hatte er Katzen. Mild nahm Isidor den Videophonhörer aus der Hand und sagte zu der Frau, wir können ihnen einen Check über Sidneys Listenpreis geben, oder wir können, wie Mr. Isidor vorschlug, eine neue Katze für sie besorgen. Es tut uns sehr leid, dass ihr Kater gestorben ist, aber wie Mr. Isidor schon sagte, der Kater hatte Pneumonitis, eine Krankheit, die fast immer tödlich verläuft. Er traf ganz den Profiton, von den drei Männern der Vernesse Tier Klinik gab Mild bei Geschäftsanrufen immer die beste Figur ab. Das kann ich meinem Mann nicht erzählen, antwortete Mrs. Pilsen. In Ordnung, Ma'am, sagte Mild und verzog leicht das Gesicht. Dann rufen wir ihn an. Würden Sie mir seine Arbeitsnummer sagen? Er suchte nach Stift und Papier. Mr. Slaught reichte sie ihm. Hören Sie, sagte Mrs. Pilsen, offenbar nun wieder gefasster. Vielleicht hatte der andere Herr doch recht. Vielleicht sollte ich eine elektrische Kopie von Horace nehmen. Und Ed sage ich gar nichts davon. Könnte so eine Reproduktion so getreu sein, dass mein Mann nichts davon merken würde? Wenn Ihnen das Liebe ist, sagte Mild zweifelnd. Aber nach unseren Erfahrungen lässt sich der Eigentümer des Tieres nie täuschen. Nur oberflächliche Betrachter, Nachbarn zum Beispiel. Wissen Sie, wenn man einem falschen Tier wirklich nahe kommt. Ed ist Horace nie persönlich nahe gekommen, so sehr er ihn auch liebte. Ich war diejenige, die für die körperlichen Bedürfnisse von Horace sorgte, seine Sandkiste zum Beispiel. Ich glaube, ich möchte es mit einem falschen Tier probieren. Und wenn es nicht funktioniert, könnten sie uns immer noch einen lebenden Ersatz für Horace besorgen. Ich möchte nur einfach, dass mein Mann es nicht erfährt. Ich glaube, das würde er nicht überleben. Deshalb ist der Horace ja nie nahe gekommen. Er hatte solche Angst. Und als Horace krank wurde, Pneumonitis, wie Sie sagen, war Ed so verzweifelt, er wollte es einfach nicht wahrhaben. Deswegen haben wir so lange gewartet, bis wir sie riefen. Zu lange. Das wusste ich schon, bevor sie anriefen. Ich wusste es. Sie Tränen hatte sie jetzt unter Kontrolle. Wie lange wird es dauern? Mild überlegte. In zehn Tagen können wir so weit sein. Wir liefern tagsüber, wenn ihr Mann auf der Arbeit ist. Er beendete das Telefonat, verabschiedete sich und legte dann auf. Wer merkt das, sagte er zu Mr. Sloat, binnen fünf Sekunden. Aber wenn sie es so will. Leute, die ihre Tiere geliebt haben, sagte Sloat finster, trifft sowas fürchterlich. Ich bin nur froh, dass wir es normalerweise nicht mit echten Tieren zu tun haben. Das ist euch klar, oder? Dass echte Tierärzte solche Anrufe am laufenden Band machen müssen. Er sah John Isidor nachdenklich an. In manchem bist du doch gar nicht so dumm, Isidor. Das hast du ziemlich gut gemacht, auch wenn Mild am Ende helfen musste. Er hat das sogar sehr gut gemacht, sagte Mild. Puh, das war schlimm. Er nahm den toten Horace auf den Arm. Den nehme ich mit nach unten in die Werkstatt. Han, du rufst bei Wheelwright and Carpenter an und sagst, sie sollen jemanden schicken, der Maß nimmt und Fotos macht. Ich lasse nicht zu, dass sie ihn mitnehmen. Ich behalte ihn hier, damit ich später vergleichen kann, ob die Kopie auch echt wirkt. Ich glaube, ich lasse Isidor den Anruf machen, beschloss Mr. Sloat. Der hat uns das eingebrockt und er sollte mit Wheelwright and Carpenter zurecht kommen, jetzt wo er Mrs. Pilsen überstanden hat. Mild sagte zu Isidor, aber lass nicht zu, dass sie das echte Tier mitnehmen. Er hielt Horace in die Höhe. Das werden sie wollen, weil es ihnen die Arbeit viel leichter macht. Sei standhaft. Sagte Isidor, rieb sich die Augen. Okay, am besten ich rufe jetzt gleich an, bevor er zergeht. Ein toter Körper zergeht doch, oder? Er war wie beschwipst. Nachdem er den höher gelegten Dienstwagen auf dem Dach des San Franciscoer Polizeipräsidiums abgestellt hatte, begab sich Rick Deckert, Kopfgeld Jäger, Koffer in der Hand, hinunter zu Harry Bryans Büro. Sie sind ja verdammt schnell wieder zurück, sagte sein Vorgesetzter, lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück und nahm eine Prise Specific Nummer Eins. Ich habe, wofür sie mich losgeschickt haben, Rick setzte sich ihm gegenüber. Er stellte den Koffer ab. Ich bin müde, dachte er. Jetzt, wo er wieder zurück war, spürte hatte für die Arbeit, die nun anstand. Wie geht es Dave? fragte er. Gut genug, dass ich mit ihm reden kann? Das würde ich gern, bevor ich mir den ersten von den Andys vornehme. Kümmern Sie sich lieber zuerst um Polokoff, sagte Bryant. Den, der Dave angeschossen hat. Den sollten wir beseitigen, so schnell es geht, denn er weiß jetzt Bescheid. Noch bevor ich mit Dave rede? Bryant griff nach einem Blatt hauchdünnem Papier, einem kaum noch zu entziffernden dritten oder vierten Durchschlag. Polokoff hat eine Stelle bei der Stadt als Müllmann angenommen. Ist das nicht ein Job für Speziale? Polokoff mimt einen Spezialen, ein Fliegenhirn. Schwer degeneriert. So tut er. Damit hat er Dave drangekriegt. Offenbar benimmt er sich so sehr wie ein Fliegenhirn und sieht auch so aus, dass Dave nicht aufgepasst hat. Sind Sie sich jetzt sicher beim Void Kampftest? Nach dem, was sie in Seattle? Das bin ich, antwortete Rick knapp. Er ging nicht ins Detail. Bryant sagte, ich nehme sie beim Wort, aber wir können uns keinen Fehler erlauben, keinen einzigen. Das können wir bei der Androidenjagd nie, das ist hier nicht anders. Der Nexus 6 ist anders. Meinen ersten habe ich schon gefunden, sagte Rick, und Dave hat zwei gefunden, drei, wenn wir Polokov mitzählen. Okay, ich werde Polokov heute noch erledigen, und dann kann ich vielleicht am Abend oder morgen mit Dave sprechen. Er griff nach dem undeutlichen Durchschlag den Informationen über den Androiden Polokov. Eins noch, sagte Bryant, ein sowjetischer Beamter von der WPU ist unterwegs hierher. Er rief an, während sie in Seattle waren. Er ist an Bord der Aeroflot Rakete, die in einer Stunde bei uns landet. Shandor Kadali heißt er. Was will er? So gut wie nie ließ sich jemand von der WPU in San Francisco blicken. Das Interesse der WPU an den neuen Nexus 6 Modellen ist groß genug, dass sie einen von ihren eigenen Leuten an ihrer Seite haben wollen, als Beobachter und auch, um sie nach Kräften zu unterstützen. Ob und wann er von Nutzen sein kann, entscheiden sie. Dass er mitkommen kann, habe ich ihm aber schon erlaubt. Was ist mit der Prämie? fragte Rick. Die müssen sie nicht teilen, antwortete Bryant und lächelte spröde dazu. Das fände ich finanziell gesehen auch nicht fair. Er hatte nicht vor, seine Beute mit einem Betonkopf von der WPO zu teilen. Er sah sich das Informationsblatt über Polokoff an. Es beschrieb den Mann, oder besser den Androiden, nannte seine derzeitige Adresse und seinen Arbeitgeber, die Bay Area, Abfallverwertungsgesellschaft mit Sitz in Geary. Wollen Sie mit dem Polokoff-Job warten, bis der sowjetische Bulle da ist und ihnen helfen kann? fragte Bryant. Rick sträubten sich die Haare. Ich habe immer allein gearbeitet. Natürlich ist es Ihre Entscheidung, ich tue, was Sie sagen, aber ich würde mich lieber jetzt gleich um Polokoff kümmern und Kadali können Sie dann bei der nächsten mitnehmen. Eine Miss Luber Luft, ich habe das Blatt über Sie auch hier. Rick steckte die Durchschläge in den Koffer, verließ das Büro seines Vorgesetzten und fuhr wieder zum Dach hinauf, wo sein Schwebewagen geparkt stand. Und jetzt besuchen wir Mr. Polokoff, sagte er zu sich. Er tätschelte seine Laserkanone. Als ersten Versuch, Maria Abfallverwertungsgesellschaft an. Ich bin auf der Suche nach einem Angestellten von ihnen, sagte er zu der unauffälligen grauhaarigen Rezeptionistin. Das Gebäude dieser Müllfirma beeindruckte ihn. Groß und modern umfasste es eine beachtliche Zahl hoch bezahlter Angestellter allein für die Verwaltung. Die dicken Teppiche, die teuren Massivholz Schreibtische riefen ihm ins Gedächtnis, dass das Einsammeln und Verwerten von Müll seit dem Krieg eine der wichtigsten Industrien der Erde geworden war. Der ganze Planet war im Zerfall begriffen und damit er für das, was an Bevölkerung noch übrig war, überhaupt bewohnbar blieb, musste von Zeit zu Zeit der Müll fortgeschafft werden. Sonst würde, wie Buster freundlich immer gern sagte, die Erde nicht unter einer Schicht radioaktiven Staubs zugrunde gehen, sondern unter einer Schicht aus Kippel. Mr. Eckers, antwortete die Empfangsdame nur, das ist unser Personalchef. Sie wies auf einen ausladenden Schreibtisch, dessen Eiche allerdings nicht echt war, und daran saß ein kleiner bebrillter Mann, der in den Bergen von Papier fast gänzlich verschwand. Rick zeigte seinen Polizeiausweis. Ihr Angestellter Polokoff, wo ist er gerade? Bei der Arbeit oder zu Hause? Missmutig sah Mr. Eckers in seinen Papieren nach, dann sagte er, eigentlich sollte Polokoff bei der Arbeit sein, auf unserem Gelände in Daily City. Er presst Schwebewagen zum Versenken in der Bucht. Allerdings, der Personalchef studierte ein weiteres Blatt, dann griff er zum Videophonhörer und machte einen internen Anruf. Also nicht da, sagte er abschließend. Polokoff ist heute nicht zur Arbeit erschienen, informierte er Rick, als er auflegte. Keine Krankmeldung. Was hat er angestellt, Officer? Falls er noch kommt, entgegnete Rick, sagen Sie ihm nicht, dass ich hier war und nach ihm gefragt habe. Verstanden? Ja, verstanden, antwortete Eckers beleidigt, als habe man seine Sachkenntnis in Polizeifragen in Zweifel gezogen. Im höher gelegten Dienstwagen flog Rick als nächstes zum Apartmenthaus im Tenderloin-Viertel, in dem Polokoff wohnte. Den kriegen wir nie, sagte Rick sich, die beiden, Bryant und Holden, haben zu lange gewartet. Statt mich nach Seattle zu schicken, hätte Bryant mich auf Polokoff ansetzen sollen, besser gleich, noch gestern Abend, als er Dave erwischt hatte. Was für ein schmutziger Ort, dachte er, als er über das Dach zum Fahrstuhl ging. Verlassene Tierverschläge mit einer monatedicken Staubschicht darauf und in einem Käfig ein falsches Tier, das sich längst nicht mehr bewegte. Ein Huhn? Er fuhr in Polokoffs Etage hinab und betrat einen unbeleuchteten Flur, düster wie eine Höhle. Mit seiner atombetriebenen Polizeitaschenlampe machte er Licht und schaute noch einmal auf das dünne Durchschlagpapier. Polokoff war bereits nach Voidkampf getestet worden. Den Teil konnte er auslassen und sich direkt an die Zerstörung des Androiden machen. Am besten ich erledige ihn von hier draußen, überlegte er. Er stellte den Koffer mit seiner Ausrüstung auf den Boden, holte einen ungerichteten Penfield- Wellentransmitter hervor und wählte die Zahlenkombination für Katalepsie. Er selbst wurde vor dieser Stimmungsmanipulation durch einen Gegenimpuls geschützt, die das Gerät durch seine Metallhülle hindurch direkt auf ihn richtete. Die sind jetzt alle wie steif gefroren, sagte er sich, als er den Sender wieder abschaltete. Alle, Menschen und Andis gleichermaßen, soweit der Strahl reicht. Keine Gefahr für mich. Ich muss nur reingehen und ihn abschießen. Wenn er denn in der Wohnung ist, und das ist nicht sehr wahrscheinlich. Mit einem Omni-Schlüssel, der jede bekannte Form von Schloss analysierte und öffnete, betrat er Polokows Wohnung. Laserpistole in der Hand. Kein Polokow, nur halb zergangene Möbel, alles Kippel und Verfall. Genau genommen war überhaupt nichts Persönliches da. Was er sah, waren namenlose Überreste, die Polokow geerbt hatte, als er die Wohnung übernommen hatte, und die er bei seinem Auszug dem nächsten Bewohner hinterlassen hatte, falls noch einmal einer kam. Ich wusste es, sagte er zu sich. Da gehen sie hin, die ersten tausend Dollar Prämie. Der ist über alle Berge. Längst weg aus meinem Bezirk, ein anderer Kopfgeldjäger von einer anderen Polizeidienststelle wird Polokow erledigen und das Geld einsacken. Dann weiter zu den anderen Andis, die ja wohl nicht vorgewarnt sind, so wie Polokow Soll soll ich Cadali am Flugplatz abholen? Das spart Zeit und ich will sehen, dass ich mir jetzt gleich Miss Luft vornehme. Das Informationsblatt über sie hatte er schon vor sich und studierte es aufmerksam. Gute Idee, sagte Bryant, nur dass Mr. Cadali schon hier ist. Die Aeroflot-Maschine ist, wie immer, sagt er, vor der Zeit eingetroffen. Moment. Außerhalb von Ricks Sichtfeld redete er mit jemandem. Er fliegt rüber, dahin, wo sie gerade sind und sie treffen sich da, sagte Bryant, als er wieder auf dem Schirm auftauchte. Inzwischen machen sie sich über Miss Luft schlau. Eine Opernsängerin gibt sich als Deutsche aus, derzeit an der Oper von San Francisco engagiert. Er nickte, stimmte instinktiv zu, über das Informationsblatt gebeugt. Muss eine gute Stimme haben, wenn sie dort so schnell ankommt. Okay, ich warte hier auf Kadali. Er gab Bryant noch seine Koordinaten durch, dann legte er auf. Ich werde als Opernfreund hingehen, überlegte Rick, als er weiterlas. Besonders gern möchte ich sie als Donna Anna in Don Giovanni hören. Ich besitze Kassetten von den alten Stars, von Elisabeth Schwarzkopf und Lotte Lehmann und Lisa della Casa. Da können wir uns schön unterhalten, während ich meine Void Kampf Ausrüstung aufbaue. Das Autovideophon summte. Er griff zum Hörer. Die Telefonistin im Präsidium sagte, Mr. Deckard, ein Anruf für Sie aus Seattle. Mr. Bryant sagt, ich soll durchstellen. Von den Rosenwerken. Okay, sagte Rick und wartete. Was wollen die, überlegte er. So wie er sie nun kannte, wusste er, dass von den Rosens nichts Gutes zu erwarten war. Daran würde sich bestimmt nichts ändern, was immer sie nun von ihm wollten. Das Gesicht von Rachel Rosen erschien auf dem winzigen Schirm. Hallo, Officer Deckard. Ihr Ton wirkte wirkte versöhnlich, das ließ ihn aufhorchen. Haben Sie gerade zu tun, oder kann ich mit Ihnen reden? Reden Sie, sagte er. Wir haben hier in der Firma über die Lage diskutiert, in die Sie mit den entflohenen Nexus 6 Modellen geraten sind, und sind zu dem Schluss gekommen, dass Ihre Chancen besser wären, wenn jemand von uns mit Ihnen zusammen arbeitete. Schließlich kennen wir diese Einer von uns würde kommen und Sie begleiten, wenn Sie versuchen, die Flüchtigen aufzuspüren. Warum? Was würde das bringen? Rachel sagte, die Nexus 6 werden misstrauisch, wenn ein Mensch sich nähert, wenn aber ein anderer Nexus 6 den Kontakt aufnehme, sie meinen sich selbst. Ja, sie nickte mit nüchterner Miene. Ich habe auch so schon zu viel Hilfe. Aber ich bin überzeugt, dass sie mich wirklich brauchen. Das bezweifle ich. Ich überlege es mir und melde mich wieder. Irgendwann, in ferner, ferner Zukunft, dachte er bei sich. Oder vielleicht auch nie. Es hat mir noch gefehlt. Rachel Rosen, die auf Schritt und Tritt aus dem Staub auftaucht. Sie meinen das überhaupt nicht ernst, sagte Rachel. Sie werden mich nie anrufen. Sie begreifen nicht, wie kreativ ein entflohener Nexus 6 ist, wie unmöglich es für sie sein wird. Wir finden einfach, dass wir ihnen das schuldig sind, weil sie wissen schon, weil wir uns so verhalten haben. Ich werde darüber nachdenken. Er wollte auflegen. Ohne mich, beharrte Rachel, wird einer von denen sie erwischen, bevor sie ihn erwischen. Auf Wiedersehen, sagte er und legte auf. Was für eine Welt ist das, er, in der ein Androide einen Kopfgeldjäger anruft und seine Hilfe anbietet. Er rief noch einmal bei der Polizeivermittlung an. Stellen Sie keine Anrufe aus Seattle mehr zu mir durch, sagte er. Gut, Mr. Deckert, ist Mr. Catali schon bei Ihnen eingetroffen? Ich warte noch, und er sollte sich besser beeilen, denn lange warte ich nicht mehr. Wieder legte er auf. Er hatte gerade wieder das Blatt über Luberluft zur Hand genommen, da landete ein paar Meter abseits ein Schwebetaxi auf dem Dach. Ihm entstieg ein Mann mit einem roten Engelsgesicht, wohl etwa Mitte fünfzig, einen schweren imposanten Mantel im russischen Stil umgelegt. Lächelnd, die Hand ausgestreckt, kam er auf Ricks Wagen zu. Mr. Deckert, fragte der Mann mit einem slawischen Akzent. Der Kofgeldgeger des San Francisco Polizaj? Das Taxi stieg wieder auf und der Russe sah ihm versonnen nach. Ich bin Shandor Kadali, sagte der Mann, öffnete die Wagentür und setzte sich neben Rick. Als er Kadali die Hand schüttelte, fiel Rick auf, dass der WPO-Mann einen ungewöhnlichen Typ Laserpistole trug, eine Variante, die er nie zuvor gesehen hatte. Interessant, nicht? Er zog sie aus dem Gürtelhalfter. Die habe ich vom Marsch. Ich dachte, ich kenne jede Handfeuerwaffe, die es gibt, sagte Rick, selbst die, die in den oder für die Kolonien gemacht werden. Die haben wir selbst gebaut, sagte Kadali und strahlte wie ein slawischer Weihnachtsmann, sein rotes Gesicht voller Stolz. Gefallt sie ihnen? Sie funktioniert in einem entscheidenden Punkt anders als andere. Gehr, nehmen sie. Erreichte Rick die Waffe und dieser studierte sie mit Kennermine. Schließlich hatte er jahrelange Erfahrung. Und worin liegt der Unterschied? fragte Rick. Am äußeren sah man es nicht. Drücken sie ab. Rick zielte nach oben zum Wagenfenster hinaus und drückte ab. Nichts passierte. Kein Laserstrahl erschien. Verblüfft sah er Kadali an. Der Auslöse Mechanismus erläuterte Kadali im Munter ist nicht in der Waffe. Der bleibt bei mir. Sehen Sie? Er öffnete die Hand, in der er ein winziges Kästchen hielt. und und ich kann innerhalb gewisser Grenzen den Strahl auch lenken, unabhängig davon, in welche Richtung gezielt wird. Sie sind nicht Polokov, sie sind Kadali, sagte Rick. Meinen sie das nicht umgekehrt? Sie sind ein wenig durcheinander. Ich will sagen, dass sie Polokov, der Androide sind. Sie sind nicht von der sowjetischen Polizei. Mit dem Fuß betätigte Rick den Notfallknopf am Boden seines Wagens. Warum schießt meine Laserpistole nicht? fragte Kadali Polokov, drückte immer wieder auf den Knopf des kleinen Auslöse- und Zielgerätes in seiner Hand. Eine Sinuswelle, erklärte Rick, sie verwandelt den Laser in einen gewöhnlichen Lichtstrahl. Dann muss ich dir deinen Dinnenhals brechen. Der Androide ließ das Gerätfallen und packte unter einem knurrenden Laut mit beiden Händen Rick am Hals. Rick spürte den Würgegriff des Androiden bereits, als er seine altmodische Dienstpistole direkt aus dem Schulterhalfter feuerte. Die Kugel der 38er Magnum schlug in den Kopf des Androiden ein und traf die Hirnkapsel. Die Nexus-6-Einheit, die in Betrieb, zerplatzte. Ein wütender Windstoß, der im ganzen Wagen zu spüren war. Kleinste Teilchen, gar nicht so viel anders als der radioaktive Staub, wirbelten um Rick herum. Was von dem abgeschossenen Androiden blieb, wurde nach hinten geschleudert, schlug gegen die Wagentür, prallte zurück und traf Rick mit einem schweren Schlag. Er hatte Mühe, sich von den zuckenden Überresten zu befreien. Schließlich griff er mit zitternden Fingern nach dem Videofon des Wagens und rief im Präsidium an. Kann ich einen Bericht durchgeben? sagte er. Sagen Sie Harry Bryant, ich habe Polokov. Sie haben Polokov. Er weiß dann, was gemeint ist? Ja, sagte Rick und legte auf. Himmel, das war knapp, dachte er. Ich war wohl doch zu voreilig bei Rachel Rosens Warnung. Wäre beinahe mein Ende gewesen, dass ich nicht darauf eingegangen bin, aber Polokov habe ich erwischt. Langsam ließ die Wirkung des Adrenalins nach, dass ihm sein Körper massenhaft in den Blutkreislauf geschossen hatte. Sein Herz beruhigte, sein Atem verflachte sich, aber er zitterte noch. Na, immerhin habe ich gerade 1000 Dollar verdient, sagte er sich. Das hat sich also gelohnt und ich habe schneller reagiert als Dave Holden. Natürlich hatte mich das, was Dave passiert ist, darauf vorbereitet. Das muss ich eingestehen. So eine Warnung hatte Dave nicht gehabt. Noch einmal griff er zum Videophon und ließ sich mit seiner Wohnung verbinden, mit Iran. Jetzt konnte er sich schon wieder eine Zigarette anzünden, soweit hatte er das Zittern im Griff. Das Gesicht seiner Frau verquollen von den angekündigten sechs Stunden Selbstvorwürfen und Depressionen erschien auf dem Videoschirm. Oh, hallo Rick. Was ist aus der 594 geworden, die ich eingestellt habe, als ich aus dem Haus ging? Freudige Anerkennung der habe ich wieder zurückgestellt, gleich als du weg warst? Was willst du? Sie sagte es mit der tonlosen Stimme der Verzweiflung. Ich bin so müde. Ich habe nicht die geringste Hoffnung mehr. Unsere Ehe ist am Ende und du wirst womöglich von einem von diesen Andys umgebracht. Rufst du deswegen an, weil ein Andy dich erwischt hat? Hinter ihr sorgte Buster freundlich für einen dermaßenen Lärm, dass er keines von ihren Worten verstand. Er sah, wie ihre Lippen sich bewegten, aber er hörte nur den Fernsehton. Hör mir zu, rief er dazwischen. Kannst du mich hören? Ich bin da an einer großen Sache dran. Eine neue Form von Androiden und ich bin anscheinend der Einzige, der sie zur Strecke bringen kann. Einen habe ich schon erledigt. Das wäre schon mal Eintausender auf dem Konto. Weißt du, was wir dafür kaufen können, noch bevor ich mit der Sache durch bin? Iran starrte ihn an, aber sie sah ihn nicht. Oh, sagte sie und nickte. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, was. Jetzt sah er es. Ihre Depression hatte diesmal solche Ausmaße angenommen, dass sie ihn gar nicht mehr wahrnahm. Er hätte seine Worte genauso gut ins Nichts richten können. Wir sehen uns heute Abend, sagte er noch bitter, dann knallte er den Hörer auf die Gabel. Verflucht noch mal, was habe ich denn davon, dass ich mein Leben aufs Spiel setze? Dir ist das doch völlig egal, ob wir einen Vogelstrauß haben oder nicht. Das kommt überhaupt nicht an sie ran. Hätte ich doch nur Schluss gemacht, vor zwei Jahren, als wir überlegt haben, ob wir uns trennen sollen. Aber das kann ich auch jetzt noch. Finster bückte er sich und las vom Wagenboden die zerknitterten Zettel auf, darunter das Blatt über Luber Luft. Keine Hilfe. Die meisten Androiden, die mir begegnet sind, hatten mehr Lebenskraft und Lebenswillen in sich als meine Frau. Von ihr habe ich nichts zu erwarten. Das brachte ihn wieder auf Rachel Rosen. Was sie mir über die Mentalität der Nexus 6 gesagt hat, überlegte er, hat sich als wahr erwiesen. Wenn sie nichts von dem Kopf Geld abhaben will, könnte sie vielleicht doch nützlich sein. Die Begegnung mit Kadali Polokov hatte seine Gedanken in radikal neue Bahnen gelenkt. Er schaltete den Motor seines Schwebewagens ein und schon im nächsten Augenblick zischte er Memorial Opera House zum Gedenken an einen anderen Krieg erbaut, wo er, wenn Dave Holdens Aufzeichnungen stimmten, Luber Luft um diese Tageszeit antreffen würde. Jetzt machte er sich auch über sie seine Gedanken. Manche Androidinnen hatten ihm gefallen. Schon mehrfach hatte er sich von einer von ihnen körperlich angezogen gefühlt und das war ein merkwürdiges Gefühl. Sein Verstand wusste, dass es Maschinen waren und trotzdem reagierte auf sie. Rachel Rosen zum Beispiel. Nein, beschloss er, die ist zu dünn, noch gar nicht richtig entwickelt, gerade um die Brust. Eine Figur wie ein Kind, flach und unerotisch. Da gab es bessere. Wie alt war laut seinem Blatt Luber Luft? Im Fahren holte er die mittlerweile arg zerknitterten Notizen wieder äußeren Erscheinung geschätzt, denn das war bei Andys der einzig vernünftige Maßstab. Nur gut, dass ich ein bisschen was von Opern verstehe, überlegte Rick, auch wieder etwas, dass ich Dave voraus habe. Ich habe mehr Sinn für Kultur. Eine versuche ich noch allein, beschloss er, bevor ich Rachel um Hilfe bitte. Wenn Miss Luft sich als schwieriger Fall erweist, aber eine Ahnung sagte ihm, dass sie kein schwieriger Fall würde, Polokow, das war die Herausforderung gewesen. Die anderen, die nicht wussten, dass jemand hinter ihnen her war, würden einer nach dem anderen dran glauben müssen, abgeschossen wie eine Entenprozession. Während er auf das ausladende, reich verzierte Dach des Opernhauses hinabsank, sang er laut ein Potpourri aus Arien, improvisierte die Texte in einem Fantasie-Italienisch, wie es ihm gerade einfiel. Auch ohne penfieldsche Stimmungsorgel war er nun wieder von Optimismus erfüllt, ja, von einer hungrigen, ausgelassenen Vorfreude. Aus dem gewaltigen Wallfischbauch des in Stahl und Stein für die Ewigkeit erbauten alten Opernhauses schlugen Rick Deckert die lauten, hallenden Töne einer nicht ganz glücklichen Probe entgegen. Beim Eintreten erkannte er die Musik. Mozarts Zauberflöte gegen Ende des ersten Aufzugs. Die Sklaven des Mooren, mit anderen Worten ein Teil des Chores, hatten einen Takt zu früh eingesetzt und damit den einfachen Rhythmus der Zauberglöckchen zerstört. Was für ein Vergnügen! Er liebte die Zauberflöte. Er setzte sich auf einen Platz im Platz im Platz im Rang. Keiner schien von ihm Notiz zu nehmen und machte es sich bequem. Jetzt hatte sich Papageno in seinem fantastischen Rock aus Vogelfedern zu Pamina gesellt, um die Worte zu singen, bei denen Rick jedes Mal, wenn sie ihm in den Sinn kamen, Tränen in die Augen traten. Könnte jeder brave Mann solche Glöckchen finden? Seine Feinde würden dann ohne Mühe schwinden. Tja, dachte Rick, im wirklichen Leben gibt es kein Zauberglöckchen. Pech! Und nicht lange nachdem er die Zauberflöte geschrieben hatte, war Mozart gestorben. Erst Mitte dreißig, an einem Nierenleiden, und man hatte ihn in einem namenlosen Armen Grab begraben. Er überlegte, ob Mozart wohl eine Ahnung gehabt hatte, dass es für ihn keine Zukunft gab, dass seine kurze Zeit schon fast aufgebraucht war. Vielleicht ist das bei mir auch so, dachte Rick, als er verfolgte, wie die Probe weiterging. Diese Probe wird zu Ende gehen, die Aufführung wird zu Ende gehen, die Sänger werden sterben. Irgendwann wird auf die eine oder andere Art die letzte Partitur vernichtet sein. Eines Tages wird der Name Mozart ausgelöscht sein und der Staub hat den Sieg davon getragen. Wenn nicht auf diesem Planeten, dann auf einem anderen. Eine Weile können wir es umgehen, so wie die Andis mich umgehen und noch eine begrenzte Zeit länger existieren können, aber ich erwische sie oder ein anderer Kopfgeldjäger erwischt sie. Auf diese Art ging ihm durch den Kopf. bin auch ich Bestandteil jenes entropischen Prozesses, der alles, was aufgebaut wird, zerstört. Die Rosenwerke schaffen, ich vernichte. So muss es ihnen zumindest vorkommen. Auf der Bühne gab es nun eine Sprechszene zwischen Papageno und Pamina. Rick brach seine Betrachtungen ab und hörte zu. Papageno, mein Kind, was sollen wir nun sprechen? Pamina, die Wahrheit, die Wahrheit, wär sie auch verbrechen. Rick beugte sich vor, betrachtete eingehend Pamina in ihrem schweren, faltenreichen Kleid, den Schleier, der von ihrem Kopfputz über Schultern und Gesicht reichte. Er blickte noch einmal auf sein Blatt, dann lehnte er sich zufrieden zurück. Da hätte ich also meinen dritten Nexus 6 Androiden, sagte er sich. Das ist Luber Luft. Ein wenig ironisch, die Einstellung, die ihre Rolle ihr da abverlangte, so lebendig und aktiv ein entflohener Androide auch wirken mochte, so gut er aussah. Er konnte doch nie die Wahrheit sagen, jedenfalls nicht über sich selbst. Nun sang Luber Luft und erstaunte, wie gut sie sang. Sie konnte es mit den Besten, ja, den Berühmtheiten in seiner Sammlung historischer Kassetten aufnehmen. Da hatten die Leute von Rosen etwas Gutes gebaut, das musste er zugeben. Und wieder sah er sich subspecie eternitatis als den Zerstörer des Geschaffenen, den gerade das, was er hier hörte und sah, erforderlich machte. Je besser sie funktioniert, je schöner sie singt, desto notwendiger wird wohl jemand wie ich. Wenn die Androiden so jämmerlich geblieben wären, wie die alten Q40 von Der Rain, da hätte es nie ein Problem gegeben, nicht gebraucht. Wann mache ich es wohl am besten? Überlegte er. Wahrscheinlich so schnell wie möglich. Am Ende der Probe, wenn sie in ihre Garderobe geht. Nach dem ersten Akt gab es eine Pause. Die Probe würde, erklärte der Dirigent in englischer, französischer und deutscher Sprache in anderthalb Stunden fortgesetzt. Danach ging der Dirigent, die Musiker legten ihre Instrumente ab und verschwanden ebenfalls. Rick erhob sich von seinem Platz und machte sich auf den Weg nach hinten zu den Garderoben. Er folgte mit etwas Abstand den letzten von der Bühne, ließ sich Zeit. Besser, wenn ich es jetzt gleich hinter mich bringe, sagte er sich. Ich rede ein paar Worte mit ihr und teste sie, so gut es geht, sobald ich mir sicher bin. Aber technisch gesprochen konnte er sich erst nach dem Test sicher sein. Vielleicht hat Dave sie ja falsch eingestuft, überlegte er. Das wäre schön. Aber er bezweifelte es. Instinktiv war der Profi in ihm bereits bei der Arbeit und er hatte sich noch nie getäuscht, nicht in all den Jahren, die er nun schon in dieser Abteilung war. Er sprach einen Statisten an und erkundigte sich nach Miss Lufts Garderobe. Der Statist, geschminkt und kostümiert als ägyptischer Speerträger, zeigte es ihm mit dem Finger. Rick erreichte die Tür, die der Mann ihm gewiesen hatte, sah daran ein handgeschriebenes Kärtchen, Miss Luft privat, und klopfte. Herein. Er trat ein. Die junge Frau saß am Schminktisch und hatte eine sichtlich viel studierte, gebundene Partitur aufgeschlagen auf den Knien und setzte hier und da Zeichen mit einem Kugelschreiber. Sie war noch in Kostüm und mit Make-up, nur den Kopfputz mit dem Schleier hatte sie abgenommen und auf einen Ständer gehängt. Ja, sagte sie und blickte auf. Geschminkt für ihre Rolle wirkten ihre Augen riesig, riesengroß und haselnussbraun und sie blickte ihn fest an. Sie sehen doch, ich bin beschäftigt. Ihr Englisch war ohne die Spur eines Akzents. Rick sagte, sie sind besser als die Schwarzkopf. Wer sind sie? Ihr Ton war kühl und reserviert und er barg auch jene andere Kälte in sich, die ihm schon so oft bei Androiden aufgefallen war. Immer dasselbe, großartiger Verstand, gewaltige Begabung, aber dazu das. Er bedauerte es. Andererseits würde man sie ohne dieses Manko nicht entdecken. Ich bin von der San Franciscoer Polizei, sagte er. Ach, die großen forschenden Augen blinzelten nicht, reagierten nicht. Was führt sie her? Der Ton wirkte, so seltsam das war, freundlich. Er setzte sich auf einen Stuhl neben sie und klappte seinen Koffer auf. Ich bin hier, um sie einem Standard Persönlichkeitstest zu unterziehen. Es dauert nur ein paar Minuten. Muss das sein? Sie wies auf die große Leinengebundene Partitur. Ich habe noch so viel zu tun. Jetzt sah sie schon ängstlicher aus. Es muss sein. Er holte die Void Kampfinstrumente hervor, stellte sie auf. Ein Intelligenztest? Nein. Empathie. Da muss ich meine Brille aufsetzen. Sie streckte die Hand nach einer Schublade in ihrem Schminktisch aus. Wenn sie ohne Brille etwas in ihrer Partitur schreiben können, dann reicht es auch für den Test. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder und stelle ihnen Fragen. Und dafür er stand auf, ging zu ihr, beugte sich über sie und drückte ihr die selbst klebende Scheibe mit dem Geflecht aus Sensoren auf die stark geschminkte Wange. Das Licht hier noch, sagte er und richtete den gebündelten Strahl auf ihr Auge. Das ist schon alles. Halten Sie mich für eine Androiden? Geht es darum? Ihre Stimme war nun so kleinlaut, dass sie kaum noch zu hören war. Ich bin keine Androiden. Ich bin überhaupt nie auf dem Mars gewesen. Ich habe nie im Leben einen Androiden gesehen. Ihre künstlichen Wimpern bebten unwillkürlich. Er sah, wie sehr sie sich anstrengte, ruhig zu wirken. Haben Sie Hinweise, dass sich im Ensemble ein Androide befindet? Ich will Ihnen gerne helfen, ihn zu finden. Und wenn ich eine Androiden wäre, würde ich Ihnen dann helfen wollen? Einem Androiden, sagte er, ist es gleichgültig, was einem anderen Androiden zustößt. Das ist eines der sagte Missluft, müssen Sie ein Androide sein. Das ließ ihn innehalten. Er starrte sie an. Denn Ihrer Arbeit ist es doch, sie umzubringen, nicht wahr? fuhr sie fort. Sie sind ein... Sie suchte nach dem Wort. Ein Kopfgeldjäger, sagte Rick. Aber ich bin kein Androide. Dieser Test, den Sie mit mir machen wollen... Allmählich kehrte Ihre Stimme zurück. Haben Sie sich dem selbst auch unterzogen? Ja, er nickte. Vor langer, langer Zeit, als ich meine Stelle antrat. Vielleicht ist das eine falsche Erinnerung. Werden Androiden nicht manchmal falsche Erinnerungen einprogrammiert? Rick sagte, meine Vorgesetzten wissen, dass ich den Test absolviert habe. Er ist Vorschrift. Vielleicht gab es einmal einen Menschen, der aussah wie Sie, und irgendwann haben sie ihn umgebracht und nehmen jetzt seinen Platz ein, und ihre Vorgesetzten wissen das nicht. Sie darauf, dass er zustimmte. Lassen Sie uns mit dem Test loslegen, sagte er und holte die Blätter mit den Fragen hervor. Ich mache den Test, sagte Luberluft, wenn Sie ihn vorher machen. Wieder starrte er sie entwaffnet an. Wäre das nicht fairer, sagte sie, dann könnte ich rächelte wieder, hoffnungsvoll. Sie wären nicht in der Lage, den Void-Kampftest bei mir anzuwenden. Dazu braucht man viel Erfahrung. Hören Sie mir jetzt bitte aufmerksam zu. Diese Fragen schildern Ihnen Lebenssituationen, in die Sie geraten könnten. Sie sollen mir darauf antworten, was sie tun, wie sie reagieren würden. Sie sollen mir die Antwort so schnell wie möglich geben. Eins der Dinge, die ich aufzeichne, ist die Verzögerung, sofern es eine gibt. Er wählte die erste Frage aus. Sie sitzen vor dem Fernseher und plötzlich merken Sie, wie Ihnen eine Wespe übers Handgelenk krabbelt. Er hatte den Sekundenzeiger seiner Uhr im Blick und zählte und er beobachtete die beiden Anzeigen. Was ist eine Wespe? fragte Luberluft. Ein Fluginsekt, das sticht. Oh, wie eigentümlich. Ihre riesengroßen Augen weiteten sich noch mehr, in kindlichem Staunen, als hätte er ihr das größte Geheimnis der Schöpfung verraten. Gibt es sie noch? Ich habe nie eine gesehen. Sie sind ausgestorben durch den Staub. Wissen Sie wirklich nicht, was eine Wespe ist? Sie müssen doch schon auf der Welt gewesen sein, als es noch Wespen gab. Das ist gerade erst. Wie heißt es auf Deutsch? Er versuchte sich auf das deutsche Wort zu besinnen, aber es fiel ihm nicht ein. Sie können perfekt Englisch, knurrte er. Meine Aussprache, korrigierte sie ihn, ist perfekt. Das muss sie sein, für das, was ich singe, Purcell and Walton and Vaughan Williams, aber mein Wortschatz ist nicht allzu groß. Sie sah ihn treuherzig an. Wespe, sagte er. Das deutsche Wort war ihm wieder eingefallen. Ach so, eine Wespe, sie lachte. Und was wollten sie fragen? Ich habe es schon wieder vergessen. Versuchen wir es mit einer anderen Frage. Auf die erste hätte er sowieso keine brauchbare Antwort mehr bekommen. Sie sehen sich einen alten Film im Fernsehen an, einen Film aus der Vorkriegszeit. Ein Festessen ist im Gange, das Hauptgericht, er übersprang den ersten Teil der Frage, besteht aus gekochtem Hund, gefüllt mit Reis. Kein Mensch würde einen Hund umbringen und essen, sagte Luberluft, die sind doch ein Vermögen wert. Aber ich würde vermuten, es war ein falscher Hund, ein Imitat, richtig? Aber die bestehen aus Drähten und Motoren, die kann man doch nicht essen. Vor dem Krieg, presste er zwischen den Zähnen hervor, vor dem Krieg war ich noch nicht auf der Welt, aber sie haben doch alte Filme im Fernsehen gesehen. War es ein alter Film von den Philippinen? Wieso? Weil sie dort gekochten Hund gefüllt mit Reis gegessen haben, sagte Luberluft, auf den Philippinen, das habe ich mal gelesen. Aber wie würden sie reagieren? fragte er, ich schickte, ich hätte abgeschaltet und mir stattdessen Buster freundlich angesehen. Warum hätten sie abgeschaltet? Also wirklich, entgegnete sie heftig, wer will denn einen alten Film sehen, der auf den Philippinen spielt? Was ist denn da je Interessantes passiert, außer dem Todesmarsch von Bartan, und würden sie sich den etwa ansehen wollen? Sie machte eine entrüstete Miene. Die Nadeln seiner Messinstrumente schlugen in alle Richtungen aus. Nach einer Pause sagte er mit Nachdruck, sie mieten eine Blockhütte. Ja, sie nickte, weiter, ich warte. In einer Gegend, in der es noch Vegetation gibt. Noch was gibt? Sie hielt sich eine Hand hinters Ohr. Das Wort ist mir unbekannt. In der es noch Bäume und Büsche gibt. Es ist eine Hütte im ländlichen Stil rustikale Fichte großer Kamin. An den Wänden hängen alte Landkarten, Stiche von Currier und Ives und über dem Kamin ein Hirschkopf, ein kapitaler Zwölfänder. Ihre Freunde bewundern die Einrichtung und gemeinsam »Ich weiß nicht, was Currier und Ives und Zwölfänder sind«, sagte Luberluft. Allerdings schien sie noch zu überlegen. Warten Sie! Sie hob beschwörend die Hand. Mit Reis, genau wie der Hund. Currier ist etwas mit Reis, Curry Reis auf Deutsch. Er konnte beim besten Willen nicht sagen, ob Luberluft mit ihrem sprachlichen Verwirrspiel eine Absicht verfolgte. Er überlegte. Dann beschloss er, es mit einer weiteren Frage zu versuchen. Was konnte er anderes machen? Sie gehen mit einem Mann aus und er nimmt sie mit in seine Wohnung, sagte er. Dort die Frage ist leicht beantwortet. Ich würde nie mit hineingehen. Darum geht es doch nicht. Sie haben sich mit ihrer Frage vertan? Das verstehe ich nicht. Sie fragen mich etwas, ich antworte, und dann sagen sie darum geht es nicht? Legen sie es etwa darauf an, dass ich die Fragen nicht verstehe? Mit einer fahrigen Bewegung rieb sie sich die Wange und die Klebescheibe fiel sich, um sie aufzuheben. Ein rupfendes Geräusch, reißender Stoff, ihr kostbares Kostüm. Ich hebe sie auf, sagte er und schob sie zur Seite. Er kniete sich hin und tastete unter dem Tischchen, bis er die Scheibe fand. Als er sich wieder aufrichtete, blickte er in die Mündung einer Laserpistole. Ihre Fragen, sagte Luberluft mit strenger, sachlicher Stimme, ausläuft. Sie sind überhaupt kein Polizist. Sie sind ein Sitten Strolch. Ich kann Ihnen meine Polizeimarke zeigen. Er wollte in seine Jackentasche fassen. Er merkte, seine Hand zitterte, wie vorhin bei Polokov. Wenn sie da hineingreifen, sagte Luberluft, erschieße ich sie. Das tun sie doch sowieso. Er überlegte, wie es wohl gekommen wäre, wenn er gewartet hätte, bis Zeit. Darum musste er sich jetzt keine Gedanken mehr machen. Zeigen Sie mal noch ein paar von Ihren Fragen. Sie streckte ihre Hand aus, und widerwillig reichte er ihr die Blätter. In einer Zeitschrift stoßen sie auf das ganz seitige farbige Bild eines nackten Mädchens. Sag ich doch, sie sind schwanger von einem Mann, der versprochen hat, sie zu heiraten. Der Mann brennt Ich rufe die Polizei. Mit der Laserpistole weiterhin auf ihn gerichtet, ging sie ans andere Ende des Zimmers, griff zum Videophon und wählte die Vermittlung. Verbinden Sie mich mit der San Franciscoer Polizei, sagte sie. Ich brauche einen Beamten hier. Die beste Idee, die ich mir vorstellen kann, sagte Rick erleichtert. Trotzdem kam es ihm seltsam vor, dass Luber sich dazu entschlossen hatte. Warum tötete sie ihn nicht einfach? Wenn der Polizist erst einmal da war, hatte sie die Möglichkeit verpasst und dann wäre er, Rick, wieder oben auf. Sie muss sich für einen Menschen halten, folgerte er. Sie weiß es nicht. Das ist die Erklärung. Ein paar Minuten darauf, Luber hielt in dieser Zeit beharrlich die Waffe auf ihn gerichtet, erschien ein massiger Polizist von der regulären Truppe in seiner altmodischen blauen Uniform mit Kanone und Stern. Alles in Ordnung, sagte er als erstes zu Luber. Stecken Sie das Ding weg. Sie legte die Laserpistole aus der Hand und ergriff danach, überprüfte, ob sie geladen war. Also, was war hier los? fragte er sie. Bevor sie etwas antworten konnte, hatte er sich schon zu Rick hingedreht. Wer sind Sie? vorgesehen, tat, als ging es um eine Meinungsumfrage oder sowas und wollte mir Fragen stellen. Ich dachte mir nichts dabei, gab mein Einverständnis und dann fing er an, mich anzügliche Sachen zu fragen. Zeigen Sie mir mal Ihren Ausweis, sagte der uniformierte Polizist zu Rick und streckte die Hand aus. Rick zeigte ihm seine Dienstmarke und sagte, ich bin Kopfgeldjäger bei der hiesigen Abteilung. Die Kopfgeldjäger kenne ich alle, entgegnete der Polizist, studierte den Ausweis. Bei der Polizei von San Francisco. Mein Vorgesetzter ist Inspektor Harry Bryant, sagte Rick. Ich habe die Liste von Dave Holden übernommen, jetzt, wo er im Krankenhaus liegt. Wie gesagt, ich kenne sämtliche Kopfgeldjäger, sagte der Polizist, und von ihnen habe ich noch nie gehört. Er gab Rick seinen Ausweis zurück. Rufen Sie Inspektor Bryant an, sagte Rick. Es gibt keinen Inspektor Bryant, entgegnete der Polizist. Jetzt ging Rick auf, was gespielt wurde. Sie sind ein Androide, sagte er zu dem Polizisten, genau wie Miss Luft. Er ging zum Videofon und griff selbst zum Hörer. Ich rufe im Präsidium an. Er war gespannt, wie weit er kommen würde, bevor die beiden Androiden ihn aufhielten. Die Nummer, sagte der Polizist, lautet, ich kenne die Nummer. Rick wählte und landete sofort in der Telefonzentrale der Polizei. Ich möchte Inspektor Bryant sprechen, sagte er. Wer ist da bitte? Hier ist Rick Deckard. Er stand da und wartete. Ein wenig abseits nahm derweil der Polizist die Aussage von Luber Luft auf. Die beiden achteten überhaupt nicht auf ihn. Nach einer Weile erschien das Gesicht von Harry Bryant auf dem Videoschirm. Was gibt's? fragte er Rick. Es gibt Ärger, antwortete er. Eine von Daves Liste hat einen angeblichen Polizisten hergerufen. Anscheinend kann ich ihm meine Identität nicht beweisen. Er sagt, er kennt sämtliche Kopfgeldjäger in der Abteilung, aber von mir will er noch nie gehört haben und fügte er hinzu von Ihnen auch nicht. Bryant sagte, geben Sie ihn mir mal. Inspektor Bryant möchte Sie sprechen. Rick hielt ihm den Videophonhörer hin. Der Polizist unterbrach seine Befragung von Miss Luft, kam herüber und übernahm. Officer Cramps, meldete sich der Uniformierte zackig. Pause. Hallo? Er horchte, sagte noch mehrere Male Hallo, wartete, dann wandte er sich an Rick. Da ist niemand dran, auch niemand auf dem Schirm. Er zeigte auf den Videophonschirm und Rick sah, dass er leer war. Rick nahm dem Polizisten den Hörer wieder aus der Hand. Mr. Bryant, er horchte, wartete, nichts. Ich versuch's noch mal. Er legte auf, wartete, wählte dann wieder die vertraute Nummer. Er hörte das Anrufzeichen. Aber niemand nahm ab. Das Telefon klingelte und klingelte immer weiter. Lassen Sie mich noch mal, sagte Officer Cramps und nahm Rick den Hörer aus der Hand. Wahrscheinlich haben Sie sich verwählt. Er wählte. Die Nummer ist 8 4 2 Ich kenne die Nummer, sagte Rick. Officer Cramps am Apparat, sagte der Uniformierte in das Mundstück. Gibt es bei uns jemanden namens Inspector Bryant? Eine kurze Pause. Und wie ist das mit einem Kopfgeldjäger, einem gewissen Rick Deckard? Wieder eine Pause. Sind Sie sicher? Könnte er erst kürzlich? Oh, verstehe. Okay, danke. Nein, alles unter Kontrolle hier. Officer Cramps legte auf und drehte sich zu Rick um. Ich hatte ihn am Apparat, sagte Rick. Ich habe mit ihm gesprochen. Er wollte mit Ihnen sprechen. Es muss etwas mit dem Videophon sein. Die Verbindung ist unterbrochen worden. Sie haben es doch selbst gesehen. Bryant war auf dem Schirm zu sehen und dann plötzlich nicht mehr. Er war ganz durcheinander. Ich habe die Aussage von Miss Luft, Deckert. Wir fahren jetzt zum Präsidium und dann buchte ich sie ein. Okay, sagte Rick. Zu Luberluft sagte er, ich bin bald zurück. Wir sind mit dem Test noch nicht fertig. Das ist ein Perverser, sagte Luberluft zu Officer Cramps, bei dem läuft es mir kalt den Rücken herunter. Sie schauderte. Welche Oper proben Sie gerade? fragte Officer Cramps. Die Uniformierte sah ihn verächtlich an. Ich möchte ins Präsidium, sagte Rick. Die Sache muss in Ordnung gebracht werden. Er ging in Richtung Garderobentür seinen Koffer in der Hand. Zuerst durchsuche ich sie. Officer Cramps filzte ihn ohne weitere Umschweife und förderte Ricks Dienstwaffe und die Laserpistole zutage. Er behielt beide ein, nachdem er bei dem Revolver kurz an der Mündung geschnüffelt hatte. Mit der hier ist vor kurzem geschossen worden, sagte er. Ich habe vorhin einen Andi erledigt, sagte Rick. Die Überreste sind noch in meinem Wagen oben auf dem Dach. Okay, sagte Officer Cramps. Wir fahren nach oben und sehen uns das mal an. Als beide sich anschickten, die Garderobe zu verlassen, folgte Miss Luft ihnen bis an die Tür. Wenn er jemanden umgebracht hat und die Leiche oben im Wagen liegt, sagte Cramps, dann kommt er nicht zurück. Er schubste Rick voran und gemeinsam nahmen sie den Fahrstuhl zum Dach des Opernhauses. Officer Cramps öffnete die Tür von Ricks Wagen und besah sich schweigend Polokovs Leichnam. Ein Androide, erklärte Rick. Ich war auf ihn angesetzt. Beinahe hätte er mich erwischt, weil er nämlich tat, als das wird im Präsidium aufgenommen, unterbrach Officer Cramps ihn. Er schob Rick voran zu seinem eigenen deutlich als Polizei wagen markierten Fahrzeug. Dort forderte er über Polizeifunk jemanden an, um Polokov abzuholen. Also Deckert, sagte er, als er auflegte, dann mal los. Mit ihnen beiden an Bord erhob sich der Polizei Wagen vom Dach und schlug einen Kurs Richtung Süden ein. Da stimmt etwas nicht, sagte sich Rick. Officer Cramps lenkte den Wagen in die falsche Richtung. Das Polizeipräsidium, sagte er laut, liegt nördlich von hier, an der Lombard Street. Das ist das alte Polizeipräsidium, antwortete Officer Cramps. Das neue liegt an der Mission Street. Der alte Kasten ist doch schon ganz verfallen. Letzt erwischt hat. Bringen Sie mich dahin, sagte Rick, zur Lombard Street. Jetzt verstand er alles, sah, was die Androiden in gemeinschaftlicher Arbeit erreicht hatten. Er würde diese Fahrt nicht überleben. Für ihn war es das Ende, wie es beinahe auch das Ende von Dave gewesen war und wahrscheinlich noch sein würde. Die Frau sieht verdammt gut aus, sagte Officer Cramps. Bei dem Kostüm kann man natürlich nicht sagen, wie sie gebaut ist, aber ich bin sicher, die Figur kann sich sehen lassen. Geben Sie zu, dass Sie ein Androide sind, sagte Rick. Wieso sollte ich? Ich bin kein Androide. Ist das Ihre Masche? Leute umbringen und sich einreden, dass es Androiden sind? Da verstehe ich, dass Miss Luft Angst vor Ihnen hat. Ein Glück für Sie, dass sie uns gerufen hat. Bringen Sie mich zum Polizeipräsidium an der Lombard Street. Ich habe Ihnen doch, das dauert ungefähr drei Minuten, sagte Rick. Ich möchte es sehen. Jeden Morgen fahre ich dorthin zur Arbeit. Ich möchte sehen, dass es seit Jahren verlassen ist, wie Sie sagen. Vielleicht sind Sie ein Androide, sagte Officer Gramps, mit falschen Erinnerungen. So was bauen die doch ein. Haben Sie das mal überlegt? Mit kaltem Grinsen setzte er seinen Flug in Richtung Süden fort. Rick wusste, dass er geschlagen war, dass er versagt hatte. Er lehnte sich zurück und wartete hilflos ab, was als nächstes kam, was die Androiden mit ihm vorhatten, jetzt, nachdem sie ihn in ihre Gewalt gebracht hatten. Aber einen von ihnen habe ich erwischt, sagte er sich, Polokov habe ich erwischt und Dave hat zwei erledigt. Nun schwebte Officer Cramps Polizeiwagen über der Mission Street und setzte zur Landung an. Das Polizeipräsidium in der Mission Street, auf dessen Dach der Schwebewagen nun landete, reckte ihnen eine Reihe barock verzierter Türme entgegen, der weitläufige Komplex, verspielt und modern zugleich, gefiel Rick Deckard bis auf eines daran. Er hatte ihn nie zuvor gesehen. Der Wagen landete. Wenige Minuten später stand Rick vor dem diensthabenden Sergeant. 304 gab Officer Cramps dem Beamten an der erhöhten Theke zu Protokoll und 612.4 und was ist das gibt sich als Polizist aus. 406.7 antwortete der Sergeant, der die Formulare ausfüllte. Er schrieb gemächlich, wirkte ein wenig gelangweilt. Routinearbeit gaben Haltung und Miene zu verstehen, nichts Wichtiges. Hierüber kommandierte Officer Cramps und führte Rick zu einem kleinen weißen Tisch, an dem ein Techniker mit vertrauter Gerätschaft wartete. Schädelvermessung, sagte Cramps, für die Datei. Ich weiß, zischte Rick. Früher, als er selbst noch uniformierter Polizist gewesen war, hatte er viele Verdächtige an einen Tisch wie diesen geführt. Einen wie diesen, aber nicht diesen Tisch. Nachdem der Schädel vermessen war, sah Rick sich zu einem nicht minder vertrauten Raum geführt. Auf einen Reflex hin legte er seine Wertsachen zur Abgabe auf den Tisch. Das ergibt doch keinen Sinn, sagte er sich. Wer sind diese Leute? Wenn es diesen Laden schon immer gegeben hat, warum wussten wir dann nichts davon? Und warum wissen sie nichts von uns? Zwei Polizeipräsidien existieren parallel, viel ich weiß, vor dem heutigen Tag nie miteinander in Kontakt gekommen sind. Oder vielleicht doch, vielleicht ist es nicht das erste Mal. Kaum vorstellbar, dachte er, dass so etwas nicht schon vor langem passiert ist, wenn das hier wirklich ein Polizeirevier ist, wenn es ist, was es zu sein vorgibt. Ein Mann in Zivil kam von da, wo er gestanden hatte, mit langen, ruhigen Schritten herüber zu Rick ihr? fragte er Officer Kramps. Mordverdacht, antwortete Kramps, wir haben eine Leiche, war in seinem Wagen, aber er behauptete, es sei ein Androide. Wir untersuchen das, der Tote kommt zur Knochenmark Analyse ins Labor. Und er hat sich als Polizist ausgegeben, als Kopf Geldjäger. Damit hat er sich Zugang zur Garderobe einer Frau verschafft und ihr anzügliche Fragen gestellt. Sie zweifelte an seiner Mache ich. Der ranghöhere Polizist in zivil, mit blauen Augen, schmaler, geblähter Nase und ausdruckslosen Lippen betrachtete Rick. Dann griff er nach dessen Koffer. Was haben Sie da drin, Mr. Deckert? Rick antwortete, die Ausrüstung für den Void Kampf Persönlichkeitstest. Ich war gerade dabei, eine Verdächtige zu testen, als Officer Kramps mich verhaftete. Er sah zu, wie der Polizist seinen Koffer durchkramte und jedes einzelne Stück darin genau ansah. Die Fragen, die ich Miss Luft gestellt habe, sind Standardfragen des Tests, die sie auf den gedruckten. Kennen Sie George Gleeson und Phil Resch? fragte der Beamte. Nein, antwortete Rick. Beide Namen hatte er noch nie gehört. Das sind die Kopfgeldjäger für Nordkalifornien. Beide arbeiten für unsere Abteilung. Vielleicht werden Sie Ihnen während Ihres Aufenthalts hier noch begegnen. Sind Sie ein Androide, Mr. Deckard? Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass wir einen entlaufenen Andi hier haben, der sich als Kopfgeldjäger aus einem anderen Bundesstaat ausgibt und behauptet, er verfolge einen Verdächtigen. Rick antwortete, ich bin kein Androide. Sie können den Void Kampftest an mir vornehmen. Ich habe ihn schon einmal absolviert und nichts dagegen, ihn ein zweites Mal zu machen. Aber ich weiß, welches Ergebnis Sie bekommen. Kann ich meine Frau anrufen? Ein Anruf ist gestattet. Möchten Sie lieber Ihre Frau als einen Anwalt anrufen? Ich spreche mit meiner Frau, sagte Rick. Die kann mir dann einen Anwalt besorgen. Der Zivilbeamte reichte ihm ein 50-Cent-Stück. Da drüben ist ein Münz Videophon. Er sah Rick nach, als er zu dem Apparat ging. Dann widmete er sich wieder dem Inhalt von Ricks Koffer. Rick steckte die Münze in den Schlitz und wählte die Nummer von zu Hause. Dann stand er da und wartete und es kam ihm wie eine Ewigkeit vor. Das Gesicht einer Frau erschien auf dem Videochirm. Hallo? sagte sie. Es war nicht Iran. Die Frau auf dem Schirm hatte er nie zuvor gesehen. Er legte auf und ging langsam zurück zu dem Polizeibeamten. Kein Glück gehabt? Sie können noch einen zweiten Anruf machen, sagte der Beamte. In dem Punkt sind wir nicht kleinlich. Ich kann Ihnen nicht gestatten, einen Bürgen anzurufen, denn der Verdacht, der gegen sie vorliegt, erlaubt derzeit keine Freilassung auf bin mit den Abläufen bei der Polizei vertraut. Hier haben Sie Ihren Koffer, sagte der andere. Er reichte ihn Rick zurück. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich möchte mich noch weiter mit Ihnen unterhalten. Er ging voraus und bog in einen Nebenflur ein. Rick folgte ihm. Dann blieb der Beamte stehen, drehte sich um und sagte, ich heiße Garland. Er streckte Rick die Hand hin und er schüttelte sie. Kurz. Setzen Sie sich, sagte Garland beim Eintreten und nahm selbst hinter einem großen aufgeräumten Schreibtisch Platz. Rick setzte sich ihm gegenüber. Dieser Void Kampftest, von dem Sie sprachen, sagte Garland. Er wies auf Ricks Koffer, die Ausrüstung, die sie dabei sich haben. Er stopfte eine Pfeife, zündete sie an, paffte eine Weile. Das ist ein Analysewerkzeug, um Andis zu erkennen? Es ist unser Haupttestwerkzeug, sagte Rick, das Einzige, das wir derzeit anwenden, das Einzige, mit dem sich die neue Nexus 6 Hirneinheit erkennen lässt. Sie kennen diesen Test nicht? Ich habe von diversen Persönlichkeits Profilanalysen gehört, mit denen sich angeblich Androiden erkennen lassen, aber nicht von diesem. Er blickte Rick weiterhin forschend an, mit undurchdringlicher Miene. Rick konnte nicht sagen, was Garland durch den Kopf ging. Diese verwischten Maschinendurchschläge, die sie in ihrem Koffer haben, fuhr Garland fort, Polokoff, Miss Luft, ihre Aufträge. Der Nächste bin ich? Rick starrte ihn an, dann griff er nach seinem Koffer. Im nächsten Moment hatte er die Durchschläge schon vor sich verarbeitet. Garland hatte die Wahrheit gesagt. Rick studierte das Blatt über ihn. Eine Zeit lang sprach keiner der beiden Männer, oder besser gesagt, weder er noch Garland. Dann räusperte Garland sich, hustete nervös. Ein unangenehmes Gefühl, sagte er, sich so unvermittelt auf der Auftragsliste eines Kopfgeldjägers zu finden, oder was immer sie sind, Deckert. Er drückte einen Knopf an der Sprechanlage auf seinem Schreibtisch und sagte, schicken Sie einen von den beiden Kopfgeldjägern her, egal welchen. Gut, danke. Er ließ die Taste wieder los. »Vier »Vier Rash« kommt gleich rüber. Ich will erst sehen, wen er auf der Liste hat, bevor ich weiter überlege. Sie meinen, vielleicht stehe ich drauf? fragte Rick. Wäre doch möglich. Das wissen wir gleich. Besser man hat Gewissheit bei dieser Art von kritischen Geschichten. Besser man überlässt nichts dem Zufall. Dieses Datenblatt über mich, er wies auf den verwischten Durchschlag. Es steht nicht darauf, dass ich Polizei Inspektor bin. Fälschlich werde ich dort als Versicherungsmakler bezeichnet. Ansonsten ist es korrekt. Beschreibung, Alter, Gewohnheiten, Adresse, das bin ich. Keine Frage. Schauen Sie selbst. Er schob Rick das Blatt hin und er nahm und überflog es. Die Bürotür ging auf und ein großer, hagerer Mann mit kantigen Zügen, Hornbrille Garland erhob sich, zeigte auf Rick. Phil Resch, Rick Deckert, Sie sind beide Kopfgeldjäger, da wird es Zeit, dass Sie sich kennenlernen. Als er Rick die Hand reichte, fragte Phil Resch, für welche Stadt arbeiten Sie? Garland antwortete für Rick, San Francisco, hier, schauen Sie sich seine Liste an, dieser hier kommt als nächster dran. Erreichte Phil Resch das Blatt, das Rick studiert hatte, das mit Schreibung. festzustellen, ob es eine mögliche Recht ver... Polokov kenne ich, sagte Phil Resch, dieser dicke Weihnachtsmann von der sowjetischen Polizei? Er überlegte, zupfte an seinem unordentlichen Bart, bei dem sollten wir auf alle Fälle die Knochenmark Analyse machen. Was soll das heißen? fragte Garland sichtlich irritiert. Wir machen das, um diesem Kerl, diesem Deckert hier, jede juristische Grundlage zu entziehen, damit er nicht behaupten kann, er habe niemanden umgebracht, sondern nur einen Androiden erledigt. Phil Resch sagte, ich fand Polokov immer auffällig kalt, extrem rational und berechnend, gefühllos. Viele von der sowjetischen Polizei sind so, entgegnete Garland grimmig. Luba Luft bin ich nie begegnet, sagte Phil Resch, aber ich habe Aufnahmen von ihr gehört. Er wandte sich an Rick. Haben Sie sie aber ich habe kein eindeutiges Ergebnis. Sie hat einen uniformierten Polizisten gerufen, damit war der Test vorbei. Und Polokov? fragte Phil Resch. Da hatte ich auch keine Chance, ihn zu testen. Und ich nehme an, sagte Phil Resch eher zu sich selbst, Sie haben auch keine Gelegenheit gehabt, unseren Inspektor Garland hier zu testen. Natürlich nicht, empörte sich Garland, das Gesicht vor Entrüstung verzerrt. Die Worte kamen scharf und abrupt. Mit welchem Test arbeiten Sie? fragte Phil Resch. Der Void Kampf Scala. Die kenne ich nicht. Resch und Garland schienen beide angestrengt über etwas nachzudenken, aber nicht über das Gleiche. Ich habe schon immer gesagt, fuhr er fort, der beste Ort für einen Androiden, um sich zu verstecken, wäre eine große Polizeiorganisation, etwas wie die WPO. Seit ich Polokov das erste Mal gesehen habe, wollte ich ihn immer gern testen, aber ich habe nie einen Vorwand gefunden, und es hätte auch nie einen gegeben. Deswegen wäre es hier ein so gutes Versteck für einen einfallsreichen Androiden. Langsam erhob sich Inspektor Garland und baute sich vor Phil Resch auf. Möchten Sie mich auch gern testen? Ein dezentes Lächeln huschte über Phil Reschs Gesicht. Er hob an, etwas zu antworten, zuckte aber dann nur mit den Schultern und blieb still. Er hatte anscheinend keine Angst vor seinem Vorgesetzten, obwohl Garlands Wut nun geradezu greifbar war. Ich glaube, Sie verstehen unsere Lage nicht, sagte Garland. Dieser Mann oder Androide Rick Deckard kommt zu uns von einer nicht existenten Fantasie- oder Phantom-Polizeidienststelle, die ausoperiert. Er hat nie von uns gehört. Wir haben nie von ihm gehört. Und doch sind wir anscheinend beide für dieselben Aufgaben zuständig. Er arbeitet mit einem Test, von dem wir ebenfalls noch nie gehört haben. Auf der Liste, die er mit sich herumträgt, stehen keine Androiden. Es ist eine Liste mit Namen von Menschen. Einen hat er schon umgebracht. Mindestens einen. Und wenn Miss Luft es nicht ans Videophon geschafft hätte, wäre sie die Nächste gewesen. Und irgendwann wäre er hier aufgetaucht und hätte nach mir geschnüffelt. Mhm, sagte Firash. Mhm, machte Garland ihn ärgerlich nach. Jetzt sah er aus, als würde ihn gleich der Schlag treffen. Mehr haben sie dazu nicht zu sagen. Aus der Sprechanlage meldete sich eine Frauenstimme. Inspektor Garland, der Laborbericht Firash. Garland warf ihm einen hitzigen Blick zu. Dann beugte er sich vor und drückte auf die Taste. Lassen Sie hören, Miss French. Die Knochenmarkanalyse, sagte Miss French, hat ergeben, dass Mr. Polokoff ein humanoider Roboter war. Wollen Sie einen detaillierten Nein, das genügt. Garland lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und betrachtete grimmig die gegenüberliegende Wand. Er sagte nichts. Weder zu Rick noch zu viel Resch. Resch fragte, was ist die Grundlage für ihren Void Kampf Test, Mr. Deckard? Empathische Regungen in unterschiedlichen sozialen Situationen, die meisten haben mit Tieren zu tun. Da ist unsere wahrscheinlich einfacher, sagte Resch, die Reflexbogen Reaktion in den oberen Ganglien des Rückgrats ist beim humanoiden Roboter um mehrere Mikrosekunden langsamer als im Nervensystem des Menschen. Er beugte sich über Inspektor Garlens Tisch und nahm einen Notizblock. Mit einem Kugelschreiber fertigte er eine Skizze an. Wir erzeugen einen akustischen Reiz oder einen Lichtblitz. Der Proband drückt einen Knopf und die Reaktionszeit wird gemessen. Natürlich machen wir das mehrere Male. Reaktionszeiten sind unterschiedlich beim Andi und beim Menschen gleichermaßen. Aber wir stellen uns vor, dass wir mit zehn Durchläufen ein verlässliches Ergebnis bekommen und wir machen so wie in Ihrem Fall bei Polokoff eine Knochenmark Analyse zur Bestätigung. Eine Pause trat ein. Dann sagte Rick Sie können mich testen, wenn Sie wollen. Ich bin bereit. Natürlich würde ich Sie auch gern testen, sofern Sie einverstanden sind. Versteht sich, sagte Rash. Sein Blick war allerdings auf Inspektor Garland gerichtet. Schon seit Jahren, murmelte Rash, sage ich, dass wir den Reflexbogen Reaktionstest nach Bonelli routinemäßig bei Polizeimitarbeitern durchführen sollten und je weiter bis nach oben in der Kommandostruktur desto besser. Das stimmt doch, Inspektor. Ja, das stimmt, antwortete Garland, und ich widerspreche jedes Mal neu, weil so etwas die Arbeitsmoral der Truppe untergraben würde. Aber jetzt, sagte Rick, werden Sie es sich doch gefallen lassen müssen, jetzt, wo wir wissen, was Ihr Labor über Polokoff sagt. Sieht ganz so aus, sagte Garland. Er wies mit dem Finger auf den Kopfgeldjäger Phil Rash, aber ich warne Sie, was dabei herauskommt, wird Ihnen nicht gefallen. Sie kennen das Ergebnis bereits? fragte Rash sichtlich überrascht. Er verzog das Gesicht. Bis ins Kleinste, antwortete Inspektor Garland. Okay, Rash nickte, ich gehe nach oben und hole den Bonelli-Apparat. Er erhob sich, öffnete die Bürotür und verschwand auf dem Gang. In drei oder vier Minuten bin ich wieder da, sagte er noch zu Rick. Dann schloss sich die Tür hinter ihm. Inspektor Garland zog die oberste rechte Schublade seines Schreibtisches auf, wühlte darin und holte eine Laserpistole hervor. Zuerst spielte er damit, dann richtete er sie auf Rick. Das wird ihnen auch nichts helfen, sagte Rick. Rash lässt eine Obduktion an mir vornehmen, in ihrem Labor, wie bei Polokov, und er wird immer noch darauf bestehen, dass er und sie den Reflexbogen Reaktion Test machen. Die Pistole weiter auf ihn gerichtet, erwiderte Inspektor Garland, es war vom ersten Augenblick an, ein schlechter Tag. Erst recht, als ich sah, wie Officer Cramps sie hereinbrachte, ich hatte da eine Ahnung, deshalb habe ich eingegriffen. Langsam ließ er die Laserpistole sinken. Er saß mit ihr in der Hand da, dann zuckte er mit den Schultern, legte die Waffe in die Schublade zurück, schloss sie ab und steckte den Schlüssel in die Tasche. Was werden die Tests bei uns dreien ergeben, fragte Rick. Garland brummte, dieser verdammte Dummkopf Rash. Er weiß es tatsächlich nicht? Er weiß es nicht, vermutet es nicht einmal, hat nicht den Schimmer eines Verdachts, sonst könnte er nicht als Kopfgeldjäger leben, eine Beschäftigung für einen Menschen, nichts für Androiden. Garland wies auf Ricks Koffer. Die anderen Durchschläge, die sie da noch haben, die Leute, die sie noch überprüfen und erledigen sollen, ich kenne sie alle. Er schwieg. Dann sagte er, wir sind alle zusammen hergekommen, alle auf dem selben Schiff vom Mars. Rash nicht, der blieb noch eine Woche oben, bis sein synthetisches Gedächtnis programmiert war. Danach schwieg er, oder besser gesagt, schwieg es. Wie wird er reagieren, wenn er es erfährt? fragte Rick. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, antwortete Garland versonnen. Aus einem abstrakten, intellektuellen Blickwinkel betrachtet, ist es eine interessante Frage. Vielleicht bringt er sich um, vielleicht auch mich oder auch sie. Vielleicht bringt er jeden um, den er zu fassen kriegt, egal ob Androide oder Mensch. Ich habe mir sagen lassen, dass so etwas vorkommt bei denen mit synthetischen Erinnerungen, denen, die sich mit so einer Programmierung gehen sie also ein Risiko ein. Garland sagte, ein Risiko ist es sowieso, wenn wir uns befreien und hierher auf die Erde kommen, wo wir weniger wert sind als Tiere, wo jeder Wurm und jede Assel mehr gilt als wir alle zusammen. Gereizt zupfte Garland sich an der Unterlippe. Sie wären besser dran, wenn für Rash den Bonelli-Test bestünde und sie es nur mit mir zu tun hätten. Auf die Weise wäre das Resultat vorhersagbar. Für Rash wäre ich dann nur noch ein Andi, den er so schnell wie möglich erledigen muss. Ihre eigene Lage ist also auch nicht so vorteilhaft Deckert. Genauer gesagt, sie sind fast ebenso schlecht dran wie ich. Wissen Sie, an welcher Stelle ich falsch geraten habe? Ich wusste nicht, dass Polokoff kein Mensch war. Er muss früher hergekommen sein. Er kann nur früher hergekommen sein, mit einer ganz anderen Gruppe. Es gab keinen Kontakt zu uns. Er hatte sich bereits bei der WPO eingenistet, als ich hier ankam. Dass ich ihn ins Labor geschickt habe, war ein Fehler. Das hätte ich nicht tun dürfen. Kramps war natürlich genauso ahnungslos. Podokoff wäre mir beinahe auch zum Verhängnis geworden, sagte Rick. Tja, der hatte schon was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über die gleiche Hirneinheit verfügte wie wir. Irgendwas ist da ausgetauscht oder zusätzlich eingebaut worden. Eine ganz andere Struktur, die nicht einmal wir kennen. Und gut dazu. Beinahe gut genug. Als ich bei mir zu Hause anrief, fragte Rick, wieso war da nicht meine Frau am Apparat? Die Videofonleitungen wird in ein anderes Büro hier im Haus umgeleitet. Wir betreiben ein geschlossenes System, Deckard, unabhängig vom übrigen San Francisco. Wir wissen von den anderen, aber die anderen wissen nichts von uns. Manchmal verirrt sich ein Einzelner hierher, so wie sie, oder wird, wie in ihrem Falle hergebracht, zu unserem Schutz. Mit einer heftigen Handbewegung wies er auf die Bürotür. Da haben wir ihn wieder, unseren munteren Musterknaben Phil Rash, mit seinem putzigen kleinen Test. Ist das nicht ein toller Hecht? Jetzt gleich zerstört er sein eigenes Leben und meines und vielleicht auch ihres. Androiden wie sie, sagte Rick, sind nicht gerade für Rücksichtnahme untereinander bekannt, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Da haben sie wohl recht, höhnte Garland. Anscheinend fehlt uns eine bestimmte Fähigkeit, die ihr Menschen habt. Phil Rash erschien wieder in der Tür, unter dem Arm ein Gerät, von dem Kabel herabhingen. Da wären wir, sagte er und schloss die Tür hinter sich. Er setzte sich, steckte das Stromkabel des Geräts in eine Steckdose. Garland hob die rechte Hand und wies damit auf Rash. Sofort ließ Rash und auch Deckard sich vom Stuhl zu Boden fallen und noch im Fallen zückte er eine Laserpistole und feuerte auf Garland. Der Strahl, gezielt mit dem Geschick jahrelanger Übung, spaltete Inspektor Garland den Schädel. Er sackte nach vorn und aus der Hand kullerte ihm eine winzig kleine Laserwaffe und rollte über die Tischplatte. Der Tote schwankte auf seinem Stuhl, dann kippte er wie ein Sack zur Seite und ging polternd zu Boden. Das Ding da hatte vergessen, sagte Rash, als er wieder aufstand, dass genau das meine Arbeit ist. Ich kann praktisch voraussagen, was ein Androide als nächstes tut. Sie wahrscheinlich auch. Er steckte seine Laserwaffe wieder ein und beugte sich neugierig über den Leichnam seines vormaligen Vorgesetzten. Was hat es zu ihnen gesagt, während ich weg war? Dass er es ein Androide ist. Und sie Rick stockte, seine Hirnwindungen summten, kalkulierten, wogen ab. Er sagte etwas anderes, als er hatte sagen wollen. Würden das herausfinden, schloss er den Satz ab. Schon in ein paar Minuten. Sonst noch was? In dem Gebäude hier wimmelt es nur so von Androiden. Rash sagte nachdenklich, dann wird es nicht leicht für uns beide sein, hier heraus zu kommen. Theoretisch steht es mir natürlich frei zu kommen und zu sehen, wann ich will und einen Gefangenen mitzunehmen. Er horchte. Von außerhalb des Büros war kein Laut zu hören. Anscheinend hat niemand etwas gehört. Offenbar gibt es keine Wanze hier drin, die uns überwacht. Obwohl es hier eigentlich geben sollte. Vorsichtig stieß er den toten Androiden mit der Schuhspitze an. Es ist schon bemerkenswert, die hellseherischen Fähigkeiten, die man in diesem Beruf entwickelt. Schon bevor ich die Tür aufmachte, wusste ich, dass er auf mich schießen würde. Ehrlich gesagt, wundere ich mich, dass er sie nicht erschossen hat, während ich oben war. Beinahe hätte er das getan, entgegnete Rick. Eine Weile hatte er eine schwere Laserpistole auf mich gerichtet. Er spielte mit dem Gedanken. Aber hauptsächlich war er mit ihnen beschäftigt, nicht mit mir. Wo der Android Zaudert, sagte Resch, doch ohne Humor, zögert der Kopfgeldjäger nicht. Ihnen ist klar, oder, dass sie sofort zurück zur Oper und Luberluft erledigen müssen, bevor jemand von hier Gelegenheit hat, ihr zu sagen, wie die Sache ausging. Dem Ding sagen, meine ich. Denken sie auch immer es, wenn sie an einen von denen denken? Früher habe ich das, antwortete Rick, als mein Gewissen mir manchmal noch wegen meiner Arbeits Schwierigkeiten machte. Da habe ich mich mit solchen Vorstellungen geschützt. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Einverstanden. Ich mache mich sofort wieder auf den Weg zur Oper. Vorausgesetzt, sie bekommen mich hier heraus. Vielleicht sollten wir Garland an seinen Schreibtisch setzen, schlug Resch vor. Er zerrte den toten Androiden wieder zurück auf seinen Stuhl sah, wenn niemand ins Büro kam. Phil Resch drückte einen Knopf an der Sprechanlage und sagte, Inspektor Garland lässt Ihnen sagen, dass Sie in der nächsten halben Stunde keine Gespräche durchstellen sollen. Er arbeitet an etwas, bei dem er nicht gestört werden darf. In Ordnung, Mr. Resch. Phil Resch nahm den Finger wieder vom Knopf und sagte zu Rick, ich werde Ihnen Handschellen einen Ring an Ricks Handgelenk einschnappen, den anderen an seinem eigenen. Kommen Sie, bringen wir es hinter uns. Er straffte die Schultern, atmete tief durch und stieß die Bürotür auf. Rechts und links standen oder saßen Polizisten in Uniform mit der täglichen Routine Arbeit beschäftigt. Keiner blickte auf oder schenkte Phil Resch Beachtung, als er Rick durch den Vorraum zum Fahrstuhl führte. Ich befürchte immer noch, sagte Resch, als sie auf den Fahrstuhl warteten, dass Garland so etwas wie einen Totmann Knopf eingebaut hatte. Aber er hob die Schultern, dann hätte er ja inzwischen wohl Alarm schlagen müssen, sonst ist er nichts wert. Die Kabine kam. Mehrere unauffällige Polizeimitarbeiter, Männer und Frauen stiegen aus und schritten durch den Vorraum zu ihren jeweiligen Aufgaben davon. Um Rick oder für Resch kümmerten sie sich nicht. Meinen Sie, Ihre Abteilung wird mich übernehmen? fragte Resch, als die Fahrstuhltüren sich hinter ihnen beiden schlossen. Er drückte den Knopf für das Dach und lautlos ging es nach oben. Denn ich bin ja jetzt wohl arbeitslos. Vorsichtig ausgedrückt. Rick antwortete besonnen. Ich wüsste nicht, warum nicht, außer, dass wir schon zwei Kopfgeldjäger haben. Ich muss es ihm sagen, dachte er. Es ist unfair und grausam, wenn ich es nicht tue. Mr. Resch, Sie sind ein Androide, dachte er bei sich. Sie haben mich von hier fortgebracht und das bekommen Sie als Belohnung. Sie sind genau das, was wir beide am meisten verachten, genau das, zu dessen Zerstörung wir uns verpflichtet haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, sagte Phil Resch, es ist einfach nicht vorstellbar. Drei Jahre lang habe ich Androiden als Vorgesetzte gehabt. Warum ist mir nie der Verdacht gekommen? Ich meine, kein genügend Großer, um etwas zu unternehmen. Vielleicht ist es noch gar nicht so lange. Vielleicht haben Sie sich erst vor kurzem hier eingeschlichen. Ich war die ganze Zeit hier. Garland war immer mein Vorgesetzter in all den drei Jahren. Nach dem, was er erzählt hat, sagte Rick, sind sie alle zusammen auf die Erde gekommen, und das ist nicht vor drei Jahren gewesen, es kann sich allenfalls um Monate handeln. Dann muss es einmal einen echten Garland gegeben haben, überlegte Resch, und irgendwann wurde er ausgetauscht. Er verzog sein hageres Haifischgesicht in dem Versuch, das zu begreifen, oder man hat mir falsche Erinnerungen eingetrichtert. Vielleicht bilde ich mir nur ein, Garland sei die ganze Zeit da gewesen, aber immer größere Qual stand nun auf seinen Zügen. Er verzog das Gesicht noch immer. Er zuckte. Nur Androiden haben falsche Erinnerungen. Beim Menschen funktioniert das nicht. Der Fahrstuhl war oben angekommen. Die Türen glitten zur Seite und vor ihnen erstreckte sich leer bis auf ein paar geparkte Fahrzeuge das Dach der Polizeistation. Hier ist mein Wagen, sagte Phil Resch, schloss die Tür eines gleich vornstehenden Schwebewagens auf und schob Rick rasch hinein. Er selbst setzte sich in das Steuer und ließ den Motor an. Schon im nächsten Moment waren sie aufgestiegen, drehten nach Norden und flogen wieder zum Opernhaus. Phil Resch, in Gedanken Hören Sie Deckert, sagte er unvermittelt, wenn wir Luba Luft erledigt haben, dann möchte ich, dass sie seine Stimme heiser gequält versagte. Sie wissen schon, machen Sie den Wonelli-Test bei mir oder diesen Empathietest von Ihnen, damit wir wissen, was ich bin. Darüber machen wir uns später Gedanken, sagte Rick ausweichend. Sie wollen nicht, dass ich den Test mache, nicht wahr? Phil Griffes genau. Ich nehme an, Sie wissen das Ergebnis bereits. Vermutlich hat Garland Ihnen etwas gesagt, Fakten, die ich nicht kenne. Rick sagte, selbst für uns zu zweit wird es nicht leicht sein, mit Luba Luft fertig zu werden. Jedenfalls habe ich allein es nicht geschafft. Wir sollten uns darauf konzentrieren. Es ginge nicht allein um falsche Erinnerungen, sagte Rash. Ich habe auch ein Tier. kein künstliches, sondern ein lebendiges Tier, ein Eichhörnchen. Ich liebe dieses Eichhörnchen, Deckert. Jeden Morgen füttere ich es. Ich wechsle das Papier. Sie wissen schon, mache den Käfig sauber. Und wenn ich am Abend von der Arbeit komme, lasse ich Buffy scheint es allerdings Spaß zu machen. Ich glaube Eichhörnchen sind nicht allzu clever, sagte Rick. Von da an flogen sie schweigend. Bei der Oper angekommen, erfuhren Rick Deckard und Phil Rash, dass die Probe zu Ende war. Miss Luft sei gegangen. Hat sie gesagt, wohin sie wollte? fragte Rash den Bühnenarbeiter und zeigte seine Polizeimarke. Rüber zum Museum. Der Mann studierte den Ausweis. Sie hat gesagt, sie will sich noch die Edward Munk Ausstellung ansehen, die geht morgen zu Ende. Und Luba Luft, dachte Rick bei sich, geht heute zu Ende. Zu Fuß machten die beiden sich auf zum Museum. Was würden sie wetten? fragte Rash. Die ist weg. Die finden wir nicht im Museum. Kann sein, sagte Rick. Sie kamen im Museum an, informierten sich, in welchem Stockwerk die Munk Ausstellung zu finden war und fuhren hinauf. Gleich darauf waren sie von Gemälden und Holz Schnitten umgeben, zahlreiche Besucher waren in der Ausstellung, darunter eine Grundschulklasse. Die schrille Stimme der Lehrerin drang durch sämtliche Säle und Rick dachte, so stellt man sich die Stimme einer Androidin vor und das Äußere, nicht wie Rachel Rosen oder das Ding neben ihm. Haben sie je von einem Androiden gehört, der ein Tier hatte? fragte Phil Rash. Er hätte nicht sagen können, warum, aber es war ihm ein Bedürfnis, brutal ehrlich zu sein. Vielleicht war er schon dabei, sich für das, was vor ihm lag, bereit zu machen. Ich weiß von zwei Fällen, in denen Andys Tiere besaßen und für sie sorgten. Aber es ist Tiere brauchen Liebe und Wärme, damit sie gedeihen, es sei denn, es sind Reptilien oder Insekten. Bräuchte ein Eichhörnchen das? Eine liebevolle Umgebung? Denn Buffy geht es gut, der ist glatt wie ein Otter, ich bürste und kämme ihn jeden zweiten Tag. Bei einem Ölbild blieb Phil Rash stehen und musterte es genauer. Das Bild zeigte ein haarloses, bedrücktes ist, der Mund aufgerissen zu einem gewaltigen, lautlosen Schrei. Konzentrische Ringe umgaben, umflossen dieses Gesicht, Wellen der Qual, die das Geschöpf erlitt, Echos seines Schreis. Dieser Mann oder diese Frau, man konnte nicht sagen, was es war, war gefangen in dem alles erfüllenden Laut seines Entsetzens. Er oder sie stand auf einer Brücke, niemand anderes war zu sehen. Das Geschöpf, das da schrie, schrie allein, getrennt von den anderen trotz seines Schreis oder durch den Schrei. Davon hat er auch einen Holzschnitt gemacht, las Rick auf der Tafel unter dem Bild. So muss ich an Andi fühlen, sagte Phil Resch, so stelle ich es mir vor. Er zeichnete die Wellen mit den Händen nach, die Kreise, in denen sich auf dem Bild der Schrei des Geschöpfes ausbreitete. Aber so fühle ich mich nicht. Dann bin ich also vielleicht... Er brach ab, denn mehrere Leute kamen näher, um das Bild zu betrachten. Da ist Luba Luft. Rick wies auf sie, und Phil Resch beendete sein düsteres Nachsinnen und die Selbstrechtfertigungen. Gemeinsam gingen sie mit ruhigen Schritten zu ihr hin, ließen sich Zeit, als hätten sie nichts weiter Wichtiges vor. Wie immer kam es darauf an, dass alles ganz alltäglich wirkte. Andere Menschen, die nicht wussten, dass Androiden unter ihnen waren, mussten um jeden Preis geschützt werden, selbst wenn ihnen dadurch ihre Beute durch die Lappen ging. Luba Luft trug eine eng anliegende schimmernde Hose und ein goldenes Glitzertop. Sie hielt einen Katalog in der Hand und war ganz in die Betrachtung des Bildes, vor dem sie stand, versunken. Ein Gemälde mit einem jungen Mädchen, das mit gefalteten Händen auf der Bettkante saß, mit einem Ausdruck ratlosen Staunens nie gekannter hilfloser Furcht oder Ehrfurcht auf ihrem Gesicht. Soll ich es ihnen kaufen? sagte Rick zu Luba Luft. Er stellte sich neben sie und fasste sie leicht am Oberarm, gab ihr mit diesem lässigen Griff zu verstehen, dass sie in seiner Gewalt war. Mehr war nicht nötig, um sie festzuhalten. Auf der anderen Seite legte Phil Rash ihr die Hand auf die Schulter und Rick Rash hatte nicht vor, ein Risiko einzugehen, nicht nachdem er Inspektor Garland nur so knapp entgangen war. Es ist nicht zu verkaufen. Luba Luft blickte ihn gelassen an. Dann riss sie die Augen auf, als sie ihn erkannte. Aus diesen Augen und ihrem Gesicht wich alle Farbe, sodass sie schon jetzt wie die Leiche aussah, die sie gleich sein würde, als habe sich von einem Augenblick auf den anderen alles Leben in ihr an einen Punkt tief in ihrem Inneren zurückgezogen und den Leib dem unausweichlichen Verfall preis gegeben. Ich dachte, man hätte sie verhaftet. Soll das etwa heißen, sie haben sie laufen gelassen? Miss Luft, sagte er, das ist Mr. Rash, Phil Rash, das ist die bekannte Opernsängerin Luba Luft. Zu Luba sagte er, Der Polizist, der mich verhaftet hat, ist ein Androide. Sein Vorgesetzter war auch einer. Kennen Sie, kannten Sie einen Inspektor Garland? Er sagte mir, sie seien alle zusammen auf dem selben Schiff hergekommen. Die Polizeidienststelle, die sie angerufen haben, fügte Phil Rash hinzu, die, die von einem Gebäude an der Mission Street aus operiert, ist die Zentrale, über die, wie es scheint, ihre Gruppe in Kontakt miteinander bleibt. Sie fühlen sich dort ihrer Sache so sicher, dass sie sogar einen Menschen als Kopfgeldjäger anstellen. Offenbar Sie, sagte Luberluft, Sie sind kein Mensch. Sie sind genauso wenig ein Mensch wie ich. Sie sind auch ein Androide. Eine Pause trat ein. Dann sagte Phil Rash mit leise doch beherrschter Stimme, na, darum werden wir uns zu gegebener Zeit kümmern. Und zu Rick, wir Wagen. Sie nahmen sie in die Mitte und dirigierten sie in Richtung Fahrstuhl. Luberluft kam zwar nicht aus freien Stücken mit, aber sie leistete auch keinen Widerstand. Anscheinend hatte sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden. Rick hatte das auch vorher, wenn die Lage ernst wurde, schon bei Androiden gesehen. Offenbar reichte die künstliche Lebenskraft, mit der sie versehen waren, unter zu großem Druck nicht aus, zumindest bei manchen, allerdings nicht bei allen, und sie konnte auch plötzlich mit Macht wieder aufflammen. Etwas, das allen Androiden gemein war, war das Bestreben, nicht aufzufallen. Dass Luberluft im Museum mit so vielen Menschen ringsum nichts unternahm, lag nahe. Die eigentliche Auseinandersetzung, für sie wahrscheinlich die letzte, würde im Wagen stattfinden, wo kein anderer etwas davon sah. Wenn sie allein waren, konnte es sein, dass sie mit gefährlicher Plötzlichkeit ihre Hemmungen ablegte. Darauf konzentrierte er sich und dachte nicht weiter an Phil Rash. Wie Rash selbst gesagt hatte, darum würden sie sich zu Am Ende des Ganges, nicht weit von den Fahrstuhltüren, gab es einen kleinen Laden. Dort wurden Drucke und Kunstbücher verkauft und dort blieb Luber stehen. Zögerte. Wissen Sie was? sagte sie zu Rick. Ein wenig Farbe war in ihr Gesicht zurückgekehrt. Jetzt wirkte sie wenigstens einen Augenblick lang wieder lebendig. Kaufen Sie mir eine Reproduktion von dem Bild, das ich mir angesehen habe, als sie mich gefunden haben, dem von dem Mädchen auf dem Bett. Rick zögerte. Dann wandte er sich an die Angestellte, eine hamsterbackige ältere Frau, die ihr graues Haar unter einem Netz trug. Haben sie einen Druck von Munchs Pubertät? Nur in diesem Band mit gesammelten Werken, sagte die Frau und wuchtete einen stattlichen Bildband aus dem Regal. 25 Dollar. Ich nehme ihn. Er zückte seine Brieftasche. In meiner Abteilung, meinte Phil Resch, hätte ich das nie und nimmer als Spesen. Ich zahle es selbst, entgegnete Rick. Erreichte der Frau die Geldscheine und Luber das Buch. Also, sagte er zu ihr und Resch, fahren wir nach unten. Das ist sehr lieb von Ihnen, sagte Luber, als sie den Fahrstuhl betraten. Es ist schon etwas Eigentümliches und Rührendes an den Menschen. Ein Androide hätte so etwas nie getan. Sie warf Phil Resch einen eisigen Blick zu. Der wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Sie haben es ja gerade gehört, da könnten sie ewig warten. Weiter starrte sie Resch an, jetzt mit offener Feindseligkeit und Abscheu. Ich mag die Androiden nicht, ganz und gar nicht. Seit ich vom Mars hergekommen bin, habe ich als Mensch, als Frau gelebt, habe getan, was eine Frau getan hätte, habe die Gedanken, die Impulse nachgeahmt, die sie hätte. Ich habe, was mich betrifft, eine höhere Lebensform nachgeahmt. Zu Phil Resch sagte sie, ist Ihnen das nicht genauso gegangen, Resch? Sie wollten gern, das reicht jetzt, Phil Resch griff unter seine Jacke. Nicht, rief Rick, er packte Resch's Hand. Resch trat einen Schritt zurück, wich ihm aus. Zuerst der Bonelli-Test. Das Ding hat zugegeben, dass es ein Android ist, brummte Phil Resch. Was warten wir noch? Aber Sie können nicht einfach schießen, nur weil Ihnen etwas auf die Nerven geht, sagte Rick. Geben Sie her. Er versuchte, Resch die Laserpistole aus der Hand zu winden. Resch ließ nicht los. Er duckte sich von ihm weg in der engen Kabine, entzog sich ihm, ganz auf Luberluft konzentriert. Na los doch, sagte Rick, schießen Sie, bringen Sie das Ding um, zeigen Sie ihm, dass es recht hatte. Erst da sah er, dass Resch im Begriff war, genau das zu tun. Warten Sie! Phil Resch drückte ab, und im selben Augenblick sprang Luberluft zur Seite, duckte sich in den Bauch. Jetzt schrie sie, sie lag an die Aufzugswand gelehnt da und schrie. Wie auf dem Bild, dachte Rick, nahm seine eigene Laserpistole und tötete sie. Luberlufts Körper fiel nach vorn, aufs Gesicht, sackte zusammen. Er zuckte nicht einmal. Mit seiner Laserwaffe verbrannte Rick den Bildband, den er erst wenige Minuten zuvor für Luber gekauft hatte. Er machte es Tasche, ohne ein Wort. Phil Resch sah ihm verständnislos zu, es stand auf seinem Gesicht zu lesen, wie perplex er war. Das Buch hätten sie doch für sich behalten können, sagte er, als Rick fertig war. Das hat sie fünf und was meinen sie, fragte Rick ihn. Haben Androiden eine Seele? Phil Resch legte den Kopf schief, sah ihn verdutzter denn je an. Das Buch 1000 Dollar verdient und ich bin noch nicht mal halb fertig. Sie beanspruchen das Kopfgeld auf Garland? fragte Resch, aber den habe ich erledigt, nicht sie. Sie lagen nur auf dem Boden herum und bei Luber genauso, die habe ich zuerst erwischt. Sie können keine Ansprüche geltend machen, sagte Rick, weder bei Ihrer Abteilung noch bei unserer. Wenn wir an Ihrem Wagen sind, werde ich sie dem Bonelli-Test oder dem Void-Kampftest unterziehen und dann werden wir sehen, auch wenn sie nicht auf meiner Liste stehen. Mit zitternden Fingern machte er seinen Koffer auf, sah noch einmal die zerknitterten Durchschläge durch. Nein, Sie sind nicht dabei, das heißt, für Sie werde ich nichts bekommen, damit ich überhaupt etwas habe, muss ich Luber Luft und Garland für mich beanspruchen. Sie sind sicher, dass ich ein Androide bin? Hat Ihnen Garland das wirklich gesagt? Das hat mir Garland gesagt. Vielleicht hat er gelogen, wandte Resch ein, um einen Keil zwischen uns zu treiben, was ihm ja auch gelungen ist. Wir sind verrückt, wenn wir zulassen, dass sie uns auseinander bringen. Was Luber Luft anbetrifft, hatten sie vollkommen recht. Ich hätte mich Jäger. Ich nehme an, Ihnen geht es nicht anders. Aber hören Sie, binnen der nächsten halben Stunde hätten wir Luber Luft in jedem Falle erledigen müssen. Nur eine halbe Stunde wäre es noch gewesen. Sie hätte nicht mal mehr die Zeit gehabt, sich das Buch anzusehen, das sie ihr geschenkt haben. Ich denke immer noch, das hätten sie nicht verbrennen sollen, so eine Verschwendung. Ich suche mir eine andere Arbeit. Und was wollen Sie machen? Egal was. Versicherungsmakler, das was Garland angeblich gemacht hat. Oder ich wandere aus, ja, er nickte. Ich gehe auf den Mars. Aber jemand muss das hier tun, beharrte Phil Rash. Sollen Sie doch Androiden dafür nehmen. Viel besser, wenn Andys das machen. Ich kann es nicht mehr. Ich habe genug. Sie war eine großartige Sängerin, eine Bereicherung für den Planeten. Es ist Wahnsinn. Es muss sein. Vergessen Sie nicht, die Andys haben Menschen umgebracht, um von dort fortzukommen. Und wenn ich sie nicht aus der Polizeistation in der Mission Street geholt hätte, hätten sie auch sie umgebracht. Dafür hatte Garland mich ja gerufen. Dafür bin ich nach unten in sein Büro nicht auch fast getan. Was wir machen ist Verteidigung. Sie sind hier auf diesem Planeten. Es sind mörderische, verbrecherische Fremde. Sie geben sich aus als als Polizisten, sagte Rick. Als Kopfgeldjäger. Okay, machen Sie den Bonelli-Test mit mir. Vielleicht hat Garland gelogen. Ich glaube, dass er das hat. So perfekt ist eine falsche Erinnerung nicht. Was ist mit dem Eichhörnchen? Ach ja, ihr Eichhörnchen, ihr Eichhörnchen hatte ich vergessen. Wenn ich ein Andi bin, sagte Resch, und Sie mich töten, können Sie mein Eichhörnchen haben. Warten Sie, ich schreibe es auf, ich vermache es Ihnen. Andis können nichts vermachen. Sie dürfen keinen eigenen Besitz haben. Dann nehmen Sie es einfach so. Vielleicht mache ich das, sagte Rick. Der Fahrstuhl war nun im Erdgeschoss angelangt, die Türen öffneten sich. Sie bleiben bei Luber, ich bestelle einen Streifenwagen, damit er sie ins Präsidium bringt, zur Knochenmarkanalyse. Er entdeckte eine Videofonzelle, ging hinein, warf eine Münze ein und wählte mit zitternden Fingern. Eine Gruppe von Menschen, die auf den Fahrstuhl gewartet hatte, drängte sich nun schon um Phil Resch und den Leichnam von Luber Luft. Sie war wirklich eine wunderbare Sängerin, dachte er bei sich, als er nach dem Anruf den Hörer wieder auflegte. Ich begreife das nicht. Wie kann ein solches Talent eine Bedrohung für unsere Gesellschaft sein? Aber nicht das Talent war die Bedrohung, überlegte er dann. Die Bedrohung war sie selbst, genau wie bei Resch. Der ist auf dieselbe Art eine Bedrohung aus denselben Gründen. Deshalb kann ich auch jetzt nicht aufhören. Er verließ die Videofonzelle wieder und bahnte sich einen Weg zwischen den durch, zurück zu Resch und der Gestalt der Androidenfrau dort am Boden. Jemand hatte einen Mantel über sie gebreitet, nicht der von Phil Resch. Er ging zu Resch, der ein Stück abseits stand und heftig an einer kleinen grauen Zigarre paffte und sagte zu ihm, ich hoffe bei Gott, dass sie sich als Androide erweisen. Sie hassen mich wirklich, antwortete Resch verwundert. ganz plötzlich. Drüben in der Mission Street haben sie mich noch nicht gehasst, nicht als ich ihnen das Leben gerettet habe. Ich sehe ein Muster, die Art, wie sie Galent umgebracht haben und dann die Art, wie sie Luba umgebracht haben. Sie töten nicht, so wie ich das tue. Sie versuchen nicht, es ihnen ... Teufel noch mal, sagte er, ich weiß, was es ist. Sie töten gern, sie brauchen nur einen Vorwand. Wenn sie einen Vorwand hätten, würden sie mich töten. Deshalb waren sie mit solchem Eifer bei der Sache, als es darum ging, ob Galent ein Androide war, weil sie ihn dann umbringen konnten. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn sie beim Bonelli-Test durchfallen. bringen sie sich dann selbst um? Manchmal tun Androiden das. Aber es kam nicht oft vor. Ja, ich sorge dafür, sagte Rash. Ich erspare es ihnen. Machen sie nur den Test mit mir. Ein Streifenwagen traf ein. Zwei Polizisten sprangen heraus, kamen herüber, sahen die Menschenmenge und machten sich sofort einen Weg dazwischen frei. Einer erkannte Rick und nickte ihm zu. Dann können wir jetzt gehen, sagte sich Rick. Wir sind mit unserer Arbeit hier fertig. Endlich. Als er und Rash über die Straße zurück zum Opernhaus gingen, auf dessen Dach ihr Schwebewagen parkte, sagte Rash, ich gebe ihnen jetzt meine Laserpistole, damit sie sich keine Gedanken machen müssen, wie ich wohl auf den Test reagiere, was ihre eigene persönliche Sicherheit anbetrifft. Erreichte Rick die Waffe und der fragte Rick, wenn sie den Test nicht bestehen. Ich halte die Luft an. Machen sie keine Witze, sagte Rick, das funktioniert nicht. Bei einem Androiden, entgegnete Phil Rash, gibt es die unwillkürliche Gegenwehr des Vargus Nervs nicht, anders als beim Menschen. Haben sie das bei ihrer Ausbildung nicht gelernt, mir hat man das schon vor Jahren beigebracht. Aber so zu sterben, wandte Rick ein, es ist schmerzlos. Was spricht dagegen? Es ist... Er gestikulierte, wusste nicht, wie er es ausdrücken sollte. Ich glaube ja immer noch, dass es nicht nötig sein wird, antwortete Rash. Zu zweit fuhren sie zum Dach des War Memorial Opera Haus hinauf zu Rashes geparktem Schwebewagen. Rash setzte sich hinters Steuer und schloss die Tür. Dann sagte er, mir wäre es lieber, Sie nehmen den Bonelli-Test. Das kann ich nicht. Ich wüsste nicht, wie man ihn auswertet. Müsste ich ja glauben, was du mir über das Ergebnis erzählst, dachte er, und das kommt nicht in Frage. Sie sagen mir die Wahrheit, nicht wahr? fragte Phil Rash. Wenn ich ein Androide bin, dann sagen sie es mir. Aber ja, denn ich will es wirklich wissen. Ich muss es wissen. Phil Rash zündete seine Zigarre wieder an, rutschte im Schalensitz des Wagens hin und her, versuchte es, sich bequem zu machen, ohne Erfolg, wie es schien. Hat Ihnen das Bild von Munk, das Luberluft sich angesehen hat, wirklich gefallen? fragte er. Mir sagt sowas nichts. Realistische Kunst interessiert mich nicht. Ich mag Picasso und Pubertät stammt aus dem Jahr 1894, antwortete Rick knapp. Damals gab es nichts anderes als den Realismus. Das dürfen Sie nicht vergessen. Aber das andere, das von dem Geschöpf, das sich die Ohren zuhält und schreit, das war nicht gegenständlich. Rick klappte seinen Koffer auf und holte die Testapparatur heraus. Raffiniert, sagte Resch und sah ihm zu. Wie viele Fragen müssen Sie stellen, bevor Sie zu einem Schluss kommen? Sechs oder sieben erreichte Resch die Klebescheibe. Bringen Sie das an Ihrer Wange an, drücken Sie es fest. Und dieser Lichtstrahl hier, er stellte ihn ein, der bleibt immer auf Ihr Auge gerichtet. Rühren Sie sich nicht. Halten Sie Ihre Augäpfel so ruhig, physischen Reiz, Sie messen zum Beispiel nicht die Verkleinerung der Pupille, sie interessiert die Reaktion auf die Frage, das, was wir den Zuckreflex nennen. Rick sagte, meinen Sie, Sie können den steuern? Kaum, vielleicht nach einer Weile, aber nicht die erste Bewegung, die kommt ohne Beteiligung des Bewusstseins, wenn das nicht der Fall wäre. Er verstummte. Legen Sie los. Es ist die Anspannung, verzeihen Sie mir, wenn ich zu viel rede. Reden Sie so viel Sie wollen, sagte Rick. Rede, bis du in die Grube fährst, dachte er bei sich, wenn dir das hilft. Ihm war es egal. Wenn ich mich als Androide erweise, plapperte Rash weiter, stellt das ihren Glauben an die Menschheit wieder her. Aber da das Ergebnis ein anderes sein wird, schlage ich Ihnen vor, dass Sie schon einmal anfangen, sich ein neues Weltbild zu basteln, in dem es auch Platz für... Also, die erste Frage, sagte Rick. Die Apparatur war fertig eingerichtet, die Nadeln der beiden Anzeigen bebten. Die Reaktionszeit spielt eine Rolle. Antworten Sie so schnell Sie können. Er wählte eine Frage aus und rezitierte sie aus dem Gedächtnis. Der Test hatte begonnen. Als er fertig war, saß Rick eine Weile lang schweigend da. Dann sammelte er seine Ausrüstung ein und verstaute alles wieder im Koffer. Ich sehe es Ihnen am Gesicht an, sagte Resch. Ein Stoßseufzer zog durch seinen ganzen Körper. Gut, dann können Sie mir jetzt meine Knarre wiedergeben. Er streckte bereits die Hand aus. Offenbar hatten Sie recht, sagte Rick, was Garlands Motive angeht, dass er einen Keil zwischen uns treiben wollte, ganz wie Sie gesagt haben. Nicht nur sein Körper, auch seine Seele fühlte sich erschöpft. Und? Haben Sie Ihr Weltbild fertig? Fragte Phil Resch. Eines in das auch ich als Mensch hineinpasse? In Ihren empathischen Fähigkeiten, sagte Rick, der Begabung, sich in andere hinein zu versetzen, liegt in jedem Falle ein Defekt vor, einer, den unser Test nicht erfasst, und zwar, was ihre Empfindungen gegenüber Androiden angeht. Natürlich testen wir das nicht. Vielleicht sollten wir es. Auf so einen Gedanken war er nie zuvor gekommen, hatte selbst niemals Mitgefühl mit den Androiden, die er tötete gehabt. Immer war er davon ausgegangen, dass seine Psyche einen Androiden uneingeschränkt als das einordnete, was sein Verstand in ihm sah, eine intelligente Maschine. Aber jetzt, wo er viel Resch zum Vergleich hatte, bemerkte er einen Unterschied, und instinktiv spürte er, dass seine Einstellung die richtige war. Einfühlung in ein künstliches Konstrukt, fragte er sich, etwas, das nur so tut, als ob es lebendig sei? Aber Luba Luft hatte so lebendig gewirkt, nichts an ihr hätte man für gespielt gehalten. Ihnen ist doch klar, was das bedeuten würde, sagte Phil Resch nüchtern, wenn wir auch auf Androiden mit Gefühlen reagierten, so wie auf Tiere. Wir könnten uns nicht mehr schützen. Genau, diese Nexus 6 Typen, die würden uns überrennen, uns zertrampeln. Sie und ich, überhaupt alle Kopfgeldjäger, wir stehen zwischen dem Nexus 6 und der Menschheit. Wir sind die Schranke, die die beiden getrennt hält, und dazu kommt, er hielt inne, denn er sah, dass Rick seine Apparate von neuem hervorholte. Ich dachte, der Test ist vorbei. Ich möchte mir selbst eine Frage stellen, sagte Rick, und Sie sollen mir sagen, was die Instrumente anzeigen. Nennen Sie mir nur die Zahlen, die Bewertung mache ich selbst. Er klebte sich die Scheibe an die Wange, stellte den Lichtstrahl so ein, dass er ihm genau ins Auge schien. Sind Sie soweit? Achten Sie auf die Instrumente. Wir vernachlässigen diesmal den Zeitfaktor, ich will nur die Stärke des Ausschlags. Klar, Rick, versicherte ihm Rash. Laut und deutlich sagte Rick, ich bin im Fahrstuhl mit einem Androiden, den ich gefangen habe. Plötzlich kommt jemand und tötet ihn, ohne jede Vorwarnung. Keine nennenswerte Reaktion, verkündete Rash. Wie weit sind die Nadeln gegangen? Die linke auf 2,8, die rechte auf 3,3. Rick sagte, ein weiblicher Androide. Jetzt sind sie hoch auf 4 und 6. Das ist weit genug, sagte Rick. Er nahm die Klebescheibe mit den Drähten von der Wange und schaltete den Lichtstrahl ab. Das ist eine eindeutige Gefühlsreaktion, erklärte er. Ungefähr das Maß, das eine menschliche Testperson bei den meisten Fragen zeigt. Außer bei den Extremen, wo es etwa um Menschenhaut geht, die zu Leder verarbeitet wird, den wirklich perversen. Und das heißt? Ich bin in der Lage, Mitgefühl mit Androiden zu empfinden, sagte Rick. Zumindest bestimmten darunter nicht allen, ein oder zweien. Mit Luberluft zum Beispiel, sagte er sich. Ich hatte also Unrecht. An den Reaktionen von Phil Rash ist nichts Unnatürliches oder Unmenschliches. Der Unnatürliche bin ich. Obwohl je vorher ein Mensch so etwas gegenüber einem Androiden empfunden hat, fragte er sich. Natürlich kommt so ein Fall in meiner Arbeit vielleicht nie wieder vor, überlegte er. Es könnte eine Anomalie sein, die zum Beispiel mit meiner Schwäche für die Zauberflöte zusammenhängt. Oder es könnte Lubas Stimme sein, überhaupt ihre ganze Karriere. Nie zuvor hatte er so etwas erlebt. Oder wenn, dann war es ihm nicht bewusst gewesen, nicht bei Polokow, um nur einen zu nennen, nicht bei Garland. Und wenn Phil Rash sich als Androide erwiesen hätte, sagte er sich, dann hätte ich ihn ohne jede Regung töten können, jedenfalls nach Lubas Tod. So viel also zum Unterschied zwischen echten, lebendigen Menschen und humanoiden Maschinen. In diesem Aufzug im Museum war ich mit zwei Geschöpfen, sagte er in Gedanken zu sich, einem Menschen und einem Androiden. Und meine Empfindungen waren das Gegenteil dessen, was sie hätten sein sollen, das Gegenteil der Regungen, die ich normalerweise an mir beobachte, beobachten sollte. Sie stecken in der Klemme, Deckard, sagte Phil Rash, anscheinend amüsierte es ihn. Was soll ich jetzt machen? fragte Rick. um Sex, entgegnete Rash. Sex? Weil sie eine attraktive Frau, ein attraktives Ding war. Ist Ihnen das nie vorher passiert? Rash lachte. Wir haben gelernt, dass es eins der Hauptschwierigkeiten bei der Kopfgeldjagd ist. Wissen Sie denn nicht, Deckard, dass die Leute in den Kolonien sich Androidenen als Geliebte halten? Das ist verboten, sagte Rick. Er kannte das Gesetz dazu. Sicher ist es verboten, die meisten unkonventionellen Sexualpraktiken sind verboten, aber die Leute tun es trotzdem. Und wie ist das mit Liebe im Unterschied zu Sex? Liebe ist ein anderes Wort für Sex. So wie Vaterlands Liebe, sagte Deckard, Liebe zur Musik. Wenn es Liebe zu einer Frau oder zu einer Androiden Frau ist, dann ist es Sex. Wachen Sie auf, Deckard, sehen Sie Sie wären gern mit einem Androiden weiblichen Typs ins Bett gegangen, nicht mehr und nicht weniger. Einmal ist mir das auch passiert, ein einziges Mal, als ich gerade erst mit der Kopfgeldjagd angefangen hatte. Lassen Sie sich davon nicht runterziehen, das wird schon wieder. Das Einzige, was Sie ändern müssen, ist die Reihenfolge. Nicht Sie umbringen oder dabei sein, wenn sie umgebracht wird und sich dann körperlich angezogen fühlen, machen Sie es anders herum. Rick starrte ihn an. Zuerst mit ihr ins Bett gehen. Und dann bringen Sie sie um, sagte Rash knapp. Das genüssliche, bösartige Lächeln blieb auf seinem Gesicht. Du bist genau richtig für die Kopfgeldjagd, dachte Rick. Deine Einstellung beweist es. Aber bin ich das auch? Mit einem Mal und zum ersten Mal in seinem Leben kamen ihm Zweifel daran. Wie ein reiner Feuerschweif schoss J.R. Isidor auf dem Heimweg von seiner Arbeit durch den Spätnachmittagshimmel. Ob sie wohl noch da ist? fragte er sich. Unten in der verkippelten alten Wohnung im Fernsehen läuft Basta freundlich und wenn sie glaubt, da wären Schritte im Flur, zittert sie vor Angst. Bei meinen bestimmt auch. Er war bereits bei einem Schwarzmarkt Lebensmittelladen gewesen. Auf dem Sitz neben ihm rutschte ein Beutel mit Delikatessen wie Tofu, reifen Pfirsichen und gutem weichem, verboten riechendem Käse hin und her, glitt vor und zurück, wenn er Gas gab oder sein Tempo wieder verlangsamte. Er war aufgeregt und das schlug sich in seinem Fahrstil nieder. Außerdem spuckte und stotterte sein angeblich instand gesetzter Wagen noch genauso wie die Monate davor, ehe er ihn in die Werkstatt gebracht hatte. Mist, dachte Isidor. Der Duft von Pfirsichen und Käse erfüllte den Wagen, stieg ihm aufreizend in die Nase. Alles Raritäten, die ihn zwei Wochen Löhne gekostet hatten, auf Vorschuss bekommen von Mr. Sloat. Und außerdem klapperte unter dem Schalensitz, da wo sie nicht wegrollen und zerbrechen konnte, die größte Rarität von allen. Eine Flasche Chablis. Er hatte sie in einem Schließfach der Bank of America aufbewahrt, hatte sie behalten und nicht verkauft, egal wie viel man ihm dafür geboten hatte, für den Fall, dass irgendwann spät, zu guter Letzt doch noch ein Mädchen auftauchte. Das war nicht geschehen, nicht bis heute. Das Abfall übersäte, tote Dach seines Apartmenthauses deprimierte ihn immer. Auf dem Weg vom Wagen zum Fahrstuhl versuchte er so wenig wie möglich davon zu sehen. Er konzentrierte sich auf den kostbaren Beutel und die Flasche in seiner Hand, passte gut auf, dass er nicht über irgendwelchen Müll stolperte, denn ein Sturz hätte ihn zu der Blamage auch noch um seine Investitionen gebracht. Ächzend erschien der Fahrstuhl und er fuhr damit nicht auf seine Etage, sondern ein Stockwerk tiefer, wo jetzt seine neue Hausgenossin Pris Stratten wohnte. Gleich darauf stand er vor ihrer Tür, klopfte mit der Kante der Weinflasche und das Herz schlug ihm bis zum Halse. Wer ist da? Ihre Stimme dumpf durch die Tür und doch klar, ein ängstlicher, aber messerscharfer Ton. Hier ist J.R. Isidor, sagte er forsch, mit jenem Ton voller Selbstvertrauen, den er eben erst an Mr. Sloats Videofon erworben hatte. Ich habe ein paar Dedikatessen mitgebracht und ich glaube, wir können daraus ein mehr als annehmbares Abendessen machen. Die Tür öffnete sich einen kleinen Spalt breit. Pris, das Zimmer hinter ihr dunkel, spähte hinaus auf den düsteren Flur. Sie klingen anders, sagte sie, Erwachsener. Im Geschäft hatte ich heute ein paar Routinearbeiten zu erledigen, die üblichen Sachen, würden Sie mich reinlassen? Dann würden Sie mir davon erzählen. Trotzdem machte sie die Tür weit genug auf, dass er eintreten konnte. Als sie sah, was er mitbrachte, stieß sie einen kleinen Schrei aus. Auf ihrem Gesicht leuchtete elfenhafte, übermütige Freude. Doch fast sofort, ganz unvermittelt, ergriff eine tödliche Bitterkeit ihre Züge, setzte sich fest wie Beton. Die Freude war fort. Was ist denn los? fragte er. Er brachte den Beutel und die Flasche in die Küche, stellte sie ab und ging eilig zurück. Tonlos entgegnete Priss, an mir ist sowas verschwendet. Wieso? Ach, sie zuckte mit den Schultern, ging ziellos davon, die Hände in den Taschen ihres schweren, recht altmodischen Rocks. Irgendwann erzähle ich es ihnen. Dann sah sie zu ihm auf, trotzdem lieb von ihnen. Jetzt möchte ich, sie gehen. Mir ist nicht nach Besuch. Sie ging wieder zur Wohnungstür. Doch ihre Schritte wirkten mutlos, als sei ihre gesamte Energie verbraucht. Ich weiß, was mit ihnen los ist, sagte er. Oh! Jetzt, wo sie die Tür zum Flur wieder öffnete, klang ihre Stimme noch verlorener, leblos und dünn. Sie haben keine Freunde. Es geht ihnen viel schlechter als heute Morgen, und das liegt daran, dass ich habe Freunde. Plötzlich hatte ihre Stimme wieder Überzeugungskraft, sie klang spürbar energischer, oder hatte welche. Sieben waren es zu Anfang, aber jetzt haben die Kopfgeldjäger ja schon Zeit gehabt, ihre Arbeit zu tun. Manche von meinen Freunden, vielleicht alle, sind tot. Sie ging ans Fenster, blickte hinaus ins Dunkel zu den wenigen Lichtern, die man hier und da sah. Vielleicht bin ich die einzige von uns acht, die noch übrig ist. Was meinen Sie mit Kopfgeldjäger? Stimmt, das sollt ihr hier unten ja nicht wissen. Ein Kopfgeldjäger ist ein Berufsmörder, der eine Liste mit den Namen derer bekommt, die er umbringen soll. Er erhält eine Geldsumme, 1000 Dollar heißt es, für jeden, den er erwischt. Meist ist er bei der Stadt angestellt, das heißt, er bekommt zusätzlich auch noch seinen Lohn, aber den halten sie so niedrig, dass er immer einen Anreiz hat. Sind Sie sicher? fragte Isidor. Ja, sie nickte, ob er einen Anreiz hat, meinen sie? Ja, den hat er, dem macht es Freude. Da müssen Sie etwas falsch verstanden haben, sagte Isidor. Nie im Leben hatte er von so etwas gehört. Bei Basta freundlich zum Beispiel war nie die Rede davon gewesen. Es würde unserer heutigen merceristischen Ethik widersprechen, erklärte er. Alles Leben ist eins. Kein Mensch ist eine Insel, wie Shakespeare in den alten Zeiten gesagt hat. John Dunn, Isidor fuchtelte mit den Händen, das ist schlimmer als alles, was ich je gehört habe. Können Sie denn nicht die Polizei rufen? Nein. Und die sind hinter Ihnen her? Die kommen womöglich her und bringen Sie um? Jetzt begriff er, warum das Mädchen so sehr auf der Hut war. Kein Wunder, dass Sie da Angst haben und nicht wollen, dass jemand herkommt. Aber das kann Sie sich doch nur einbilden, dachte er. Eine Psychose, Verfolgungswahn. Vielleicht ist Ihr Hirn geschädigt von dem Staub, vielleicht ist sie eine Speziale. Die lege ich vorher um, sagte er. Und mit was? Leise lächelte sie und zeigte ihre kleinen, gleichmäßigen weißen Zähne. Ich besorge mir einen Schein für eine Laserwaffe. Der ist leicht zu kriegen hier draußen, wo kaum jemand ist. Die Polizei patrouilliert hier nicht. Es wird erwartet, dass man selbst für seine Sicherheit sorgt. Und was, wenn Sie arbeiten sind? Ich nehme Urlaub. Chris sagte, das ist sehr lieb von Ihnen, J.R. Isidor. Aber wenn die Kopfgeldjäger die anderen erwischt haben, wenn sie Max Polokoff und Garland und Luber und Haskin und Roy Batty Sie brach ab. Roy und Ermgard Batty. Wenn die tot sind, dann spielt es keine Rolle mehr. Das sind meine besten Freunde. Verflucht, zischte sie wütend. Wieso höre ich von denen nichts? Er ging in die Küche, nahm schon lange nicht mehr benutzte verstaubte Teller und Schüsseln und Gläser aus dem Regal. Er machte sich daran, sie zu spülen, ließ das rostbraune heiße Wasser ins Becken laufen, bis es schließlich klar wurde. Bald kam Pris dazu, setzte sich an den Tisch. Er machte die Flasche Chablis auf, schnitt die Pfirsiche und den Käse und den Tofu klein. Was ist denn das weiße Zeug? Das andere nicht der Käse? Sie zeigte darauf. Das wird aus Sojabohnen gemacht. Ich wünschte, wir hätten... Er stutzte, wurde rot. Früher hat man das mit Bratensauce gegessen. Ein Androide, murmelte Pris, das ist die Art von Fehler, die ein Androide macht. Damit verrät er sich. Sie kam herüber, stellte sich neben ihn, legte ihm den Arm um die Taille und drückte sich einen Augenblick lang an ihn. Er stand nur starr da, so verblüfft war er. Ich probiere ein Stück Pfirsich, sagte sie und nahm mit ihren langen Fingern vorsichtig einen glitschigen, orange-gelben, pelzigen Schnitz. Und als sie das Stück Pfirsich aß, begann sie zu weinen. Kalte Tränen flossen ihr über die Wangen, tropften auf die Brust ihres Kleides. Er wusste nicht, was er tun sollte, also verteilte er weiter das Essen. Verdammt, sagte sie wütend, also, sie wandte sich ab, ging mit langen, gleichmäßigen Schritten durchs Zimmer. Ihr haben nämlich auf dem Mars gelebt, deswegen kenne ich mich mit Androiden aus. Ihre Stimme bebte, aber sie sprach tapfer weiter. Offenbar bedeutete es ihr viel, jemanden zu haben, mit dem sie reden konnte. Und die einzigen Menschen, die sie auf der Erde kennen, sagte Isidor, sind die anderen Rückkehrer. Wir kannten uns schon vor der Rückkehr. Wir lebten in einer Siedlung bei New New York. Roy Betty und Ermgard betrieben einen Drugstore dort. Er war Apotheker, sie war für die Kosmetiker zuständig, Cremes und Salben und so weiter. Auf dem Maß braucht man eine Menge Hautcreme. Ich, sie zögerte, ich bekam meine Medikamente von Roy. Die brauchte ich, weil, wissen sie, es ist grässlich dort oben. Das hier, sie machte eine heftig ausholende Geste, die das Zimmer, die ganze Wohnung umfasste, ist nichts im Vergleich. Sie glauben, ich leide, weil ich einsam bin. Teufel noch mal, der ganze Mars ist einsam, viel schlimmer als das hier. Leisten ihnen denn nicht die Androiden Gesellschaft? Ich habe in einer Werbesendung gehört. Er setzte sich an den Tisch und aß und bald darauf griff auch sie zu ihrem Glas Wein. Sie nippte daran ausdruckslos. Ich dachte, die Androiden seien eine Hilfe. Auch die Androiden, sagte sie, sind einsam. Mögen sie den Wein? Sie stellte ihr Glas ab. Er ist gut. Die erste Flasche, die ich seit drei Jahren sehe. Wir sind zurückgekehrt, sagte Priss, weil es kein Ort zum Leben ist. Das ist kein Planet, den man besiedeln kann, schon seit Millionen von Jahren nicht mehr. Er ist so alt. Man merkt es den Steinen an, das entsetzliche Alter. Jedenfalls habe ich anfangs Medikamente von Roy bekommen. Mein ganzes Leben kreiste um dieses neue synthetische Schmerzmittel Silenizin. Dann lernte ich Horst Hartmann kennen, der damals einen Briefmarkenshop betrieb, einen Laden für Briefmarkensammler. Man hat so viel freie Zeit. Man braucht ein Hobby, etwas, womit man sich endlos lange beschäftigen kann. Und durch Horst habe ich gelernt. Alte Bücher, meinen sie? Geschichten über die Raumfahrt, die schon vor der Zeit der Raumfahrt entstanden sind. Wie kann es denn Geschichten über etwas geben, bevor es die Schriftsteller, erklärte Priss, haben es erfunden? Und woher hatten sie die Fakten? Aus ihrer Fantasie? Vieles ist ganz anders gekommen, als sie es sich vorgestellt haben. Zum Beispiel haben sie sich die Venus als Dschungelparadies vorgestellt, mit gewaltigen Untieren und Frauen in glitzerndem Brustharnisch. Sie sahen forschend an. Gefällt ihnen das? Üppige Frauen mit langen blonden Zöpfen und glitzerndem Brustharnisch? Brüsten so groß wie Melonen? Nein, sagte er. Irmgard ist blond, sagte Priss, aber zierlich. Also es lässt sich ein Vermögen damit verdienen, wenn man präkoloniale Literatur auf den Mars schmuggelt, alte Zeitschriften und Bücher und Filme. Es gibt gar nichts Spannenderes. Man kann von Städten und großen Industriekomplexen lesen, von wirklich erfolgreicher Kolonisation, sich vorstellen, wie es hätte gewesen sein können, wie der Mars aussehen sollte, mit Kanälen. Kanälen? Vage erinnerte er sich, dass er das einmal gelesen hatte. Früher hatte man geglaubt, auf dem Mars gäbe es Kanäle. Kreuz und quer über den ganzen Planeten, sagte Priss, und Wesen von anderen Sternen und Geschichten über die Erde, die in unserer Zeit spielten oder sogar noch später, ohne radioaktiven Stau. Ich dachte, wenn man sowas liest, fühlt man sich nur noch schlechter, meinte Isidor. Tut man nicht, antwortete Priss knapp. Haben sie von diesem präkolonialen Zeug was mit zurückgebracht? Jetzt hätte er sich das doch gerne einmal angesehen. Hier auf der Erde sind die Sachen nichts wert. Hier haben die Leute sie nie mit solcher Begeisterung gelesen. Außerdem gibt es hier genug davon, in den Bibliotheken. Da bekommen wir unser Material her, aus Bibliotheken auf der Erde gestohlen und mit unbemannten Raketen auf den Maß geschossen. Man geht nachts draußen spazieren, plötzlich ein Lichtblitz, eine Rakete schlägt ein und überall liegen die Zeitschriften mit vorkolonialer Literatur herum. Ein Vermögen. Natürlich liest man sie, bevor man sie verkauft. Bei dem Thema kam sie in Schwung. Von allen? Es klopfte an der Wohnungstür. Aschfahl flüsterte Priss, ich kann da nicht hin. Geben Sie keinen Laut von sich, bleiben Sie Ob die Tür abgeschlossen ist, flüsterte sie, kaum hörbar. Gott, hoffentlich ist sie das. Sie warf ihm einen wilden, flammenden Blick zu, als flehe sie ihn an, die Tür verschlossen zu machen. Eine Stimme drang von draußen auf dem Flur hinein. Priss, bist du da drin? Eine Männerstimme. Wir sind Roy und Armgard. Wir haben deine Karte bekommen. Priss stand auf, ging ins Schlafzimmer und kehrte mit einem Stift und einem Stück Papier zurück. Sie setzte sich wieder, schrieb ihm hastig etwas auf. Gehen Sie an die Tür. Aufgeregt nahm Isidor ihr den Stift aus der Hand und schrieb, Und was soll ich sagen? Priss kritzelte wütend, nachsehen, ob sie es wirklich sind. Er schlurfte unglücklich ins Wohnzimmer. Wie sollte er denn wissen, ob sie es waren? Fragte er sich. Er öffnete die Tür. Zwei Leute standen auf dem düsteren Flur. Eine zierliche Frau, hübsch, Typ Greta Garbo, mit blauen Augen und strohblondem Haar. Der Mann war massiger, mit wachsamen Augen, aber flachen mongolischen Gesichtszügen, die ihm etwas Brutales verliehen. Die Frau trug ein modisches Cape und enge Hosen in hohen Lackstiefeln. Der Mann stand in einem zerknitterten Hemd, da die Hose fleckig, wirkte geradezu gewollt, ungepflegt. Er lächelte Isidor an, doch die kleinen hellen Augen blieben hart. Wir sind auf der Suche, hob die blonde Frau an, doch dann sah sie an Isidor vorbei. Ihr ganzes Gesicht strahlte und sie stürmte in die Wohnung, rief, »Pris, wie geht es dir?« Isidor drehte sich um. Die beiden Frauen umarmten sich. Er machte einen Schritt zur Seite, und Roy Betty trat ein, finster, massig, mit seinem schiefen, kalten Lächeln. »Können wir reden?«, fragte Roy mit einem Blick zu Isidor. Strahlend vor Glück, sagte Pris, »ist schon in Ordnung, bis zu einem gewissen Punkt.« Zu Isidor sagte sie, »entschuldigen Sie uns.« Sie nahmen die Baddies beiseite und unterhielt sich flüsternd mit ihnen. Dann kamen sie zu dritt zurück und stellten sich vor J.R. Isidor hin, der sich unbehaglich und fehl am Platze fühlte. »Das ist Mr. Isidor,« sagte Pris, »er sorgt für mich.« Sie sagte es mit einem geradezu bösartig-sarkastischen Ton. Isidor war verdottert. »Seht ihr? Er hat mir echtes Essen gebracht.« »Essen!«, wiederholte Irmgard Betty und ging mit geschmeidigen Schritten in die Küche, um zu sehen, was es gab. »Pfirsiche!«, rief sie und griff sofort zu Schale und Löffel. Sie lächelte Isidor an und aß mit raschen, kleinen, gierigen Bissen. Ihr Lächeln, anders als das von Pris, strahlte einfach nur Wärme aus. Es gab keinen versteckten Unterton. Isidor folgte ihr. Er fand sie attraktiv und sagte, »Sie sind vom Mars.« »Ja, wir haben aufgegeben.« Ihre Stimme klang lebhaft, und die blauen Augen, glitzernd wie die eines Vogels, strahlten ihn an. »Das ist ja ein grässliches Haus, in dem Sie hier wohnen. Niemand sonst wohnt hier, oder? Wir haben in keinem Fenster Licht gesehen.« »Ich wohne oben,« sagte Isidor. »Oh, ich dachte, Sie und Pris leben vielleicht zusammen.« Irmgard Betty sagte es nicht missbilligend. Offenbar war es eine rein sachliche Überlegung. Finster, aber immer noch mit seinem Lächeln, sagte Roy Betty, »Ja, Polokoff haben Sie erwischt.« Die Wiedersehensfreude auf Pris' Gesicht verschwand schlagartig. »Wen noch?« »Sie haben Garland,« sagte Roy Betty, »Sie haben Anders und Gitchell, und vor ein paar Stunden haben Sie Luba umgebracht.« Er teilte es mit, als mache es ihm eine perverse Freude, diese Nachrichten zu überbringen, als bereite Pris' Entsetzen ihm Vergnügen. »Ich hätte nie gedacht, dass Sie Luba erwischen. Wisst ihr noch, wie ich das auf dem Flug immer gesagt habe?« »Dann wären also,« sagte Pris, »nur noch wir drei übrig.« Irmgard bestätigte das, eindringlich und furchtsam. »Deswegen sind wir hier.« Jetzt lag in Roy Bettys Stimme plötzlich eine neue, unerwartete Wärme. Je schlimmer die Situation, desto glücklicher schien er zu werden. Isidur wurde nicht schlau aus ihm, nicht im Mindesten. »Gott!« Pris war entsetzt. »Es gab da einen Schnüffler, einen Kopfgeldjäger,« berichtete Irmgard aufgeregt, »namens Dave Holden.« Sie sagte den Namen hasserfüllt, spuckte ihn aus. »Beinahe hätte Polokoff ihn erwischt.« »Beinahe,« wiederholte Roy nun mit einem breiten Grinsen. »Dieser Holden liegt jetzt im Krankenhaus,« fuhr Irmgard fort. »Seine Liste haben sie offenbar einem anderen Kopfgeldjäger gegeben, und beinahe hätte Polokoff den auch erwischt, aber am Ende ist es dann umgekehrt gekommen. Und nachdem er Max umgebracht hatte, hat dieser Kerl Jagd auf Luba gemacht. Wir wissen das, weil sie noch Garland verständigen konnte, und der hat jemanden geschickt, der den Kopfgeldjäger geschnappt und in die Zentrale in der Mission Street gebracht hat. »Verstehst du, Luba hat uns angerufen, nachdem Garlands Mann den Kopfgeldjäger geholt hatte. Sie war sicher, dass es damit überstanden war, dass Garland ihn erledigen würde. Aber offenbar,« fügte sie hinzu, »ist an der Mission Street etwas schiefgegangen. Wir wissen nicht was, werden es vielleicht nie erfahren.« Pris fragte, »kennt dieser Kopfgeldjäger unsere Namen?« »Oh ja, Schatz, die kennt er,« sagte Irmgard, »aber er weiß nicht, wo wir sind. Roy und ich gehen nicht mehr in unsere Wohnung zurück. Wir haben so viel Zeug in den Wagen gepackt, wie wir reinstopfen konnten, und beschlossen, dass wir in einer von den verlassenen Wohnungen bleiben, in diesem heruntergekommenen alten Haus hier.« »Ist das vernünftig?« Isidor nahm seinen ganzen Mut zusammen, »w-w-w-wenn sie alle am selben Ort sind?« »Tja, die anderen haben sie alle erwischt,« sagte Irmgard sachlich. Genau wie ihr Mann schien sie seltsam resigniert, so aufgeregt sie oberflächlich auch wirkte. »Alle zusammen,« dachte Isidor, »alle sind sie merkwürdig.« Er spürte es, auch wenn er nicht gewusst hätte, wie er es benennen sollte, als ob in ihren Gedanken eine eigentümliche und bösartige Abstraktheit herrschte. Außer bei Pris vielleicht. Die hatte sichtlich Angst. Pris schien beinahe normal, beinahe natürlich, aber... »Warum ziehst du nicht bei ihm ein?« sagte Roy zu Pris und zeigte auf Isidor. »Ein gewisses Maß an Schutz könnte er dir bieten.« »Ein Spatzenhirn?« entgegnete Pris. »Ich lebe nicht mit einem Spatzenhirn zusammen.« Ihre Nasenflügel bebten. »Du kannst es dir nicht leisten, in so einem Augenblick wählerisch zu sein,« warf Irmgard hastig ein. »Kopfgeldjäger sind schnell. Er wird vielleicht versuchen, die Sache noch heute Abend zu Ende zu bringen. Vielleicht bekommt er eine extra Prämie, wenn er es bis... »Himmel, die Tür ist noch offen!« rief Roy und ging hinüber. Mit einer einzigen Handbewegung warf er sie zu und verschloss sie damit zugleich. »Ich finde, du solltest bei Isidor einziehen, Pris. Und ich denke, auch Irm und ich sollten hier im selben Gebäude bleiben. Ich habe ein paar elektronische Bauteile im Wagen, Zeug, das ich aus dem Schiff mitgenommen habe. Ich installiere zwei Wanzen, so dass Pris uns hören kann und wir können euch hören. Und ich bastle eine Alarmanlage, mit der jeder von uns vier die anderen warnen kann. Jetzt wissen wir, dass es mit den künstlichen Identitäten nicht funktioniert hat. Nicht mal bei Garland. Natürlich hat Garland den Kopf selbst in die Schlinge gesteckt, als er diesen Kopfgeldjäger in die Zentrale in der Mission Street hat bringen lassen. Das war ein Fehler. Und statt sich von dem Jäger fernzuhalten, so gut er konnte, ist Polakow direkt auf ihn zugegangen. Das machen wir nicht. Wir verschanzen uns hier. Sein Ton klang nicht im Mindesten besorgt. Die Lage schien ihn auf eine geradezu manische Art zu beflügeln. Ich denke, Er schnappte laut nach Luft, so dass alle im Raum, Isidor eingeschlossen, nun gebannt lauschten. Ich denke, es gibt einen Grund dafür, dass wir drei noch am Leben sind. Ich denke mir, wenn er auch nur eine Ahnung hätte, wo wir zu finden sind, dann wäre er längst aufgetaucht. Bei der Kopfgeldjagd kommt alles darauf an, dass es blitzschnell geht. Dafür bekommen sie ihre Prämie. Und wenn er wartet, stimmte Irmgard zu, gehen wir ihm durch die Lappen, so wie wir drei jetzt. Ich wette, Roy hat recht. Ich wette, er hat zwar unseren Namen, aber keine Adresse. Die Ameluber, im Opernhaus, wo alle sie sehen konnten, da war sie nicht schwer zu finden. Nun, entgegnete Roy geziert, sie wollte es so. Sie glaubte, in der Öffentlichkeit sei sie sicherer. Du hast ihr davon abgeraten, sagte Irmgard. Das habe ich, bestätigte Roy, und ich habe auch Polokroft davon abgeraten, sich als WPO-Mann auszugeben, und ich habe Garland gesagt, dass einer seiner eigenen Kopfgeldjäger ihn erledigen wird, und man kann sich ja gut vorstellen, dass genau das geschehen ist. Er wippte auf seinen mächtigen Fersen und machte eine vielsagende, wissende Miene dazu. Isidor meldete sich zu Wort. Wenn ich Mr. Batty reden höre, dann scheint mir, dass er ihr Anführer ist. Oh ja, Roy ist eine Führernatur, bestätigte Irmgard. Pris sagte, er hat unsere, unsere Reise organisiert, vom Mars hierher. Dann, sagte Isidor, machen Sie besser, was er sagt. Die Stimme versagte ihm vor Anspannung und Hoffnung. Das wäre doch wunderbar, Pris, wenn Sie bei mir wohnten. Ich bleibe ein paar Tage zu Hause. Ich wollte sowieso Urlaub nehmen. Ich passe auf, dass Ihnen nichts passiert. Und vielleicht konnte Milt, Tüftler, der er war, ihm eine Waffe bauen. Irgendwas ganz Neuartiges, mit dem man die Kopfgeldjäger zur Strecke bringen konnte. Was immer Kopfgeldjäger waren. Er hatte nur eine vage Vorstellung, etwas Gnadenloses, das eine Liste mit Namen in der einen Hand hielt, eine Knarre in der anderen und bürokratisch, ohne alle Anteilnahme, wie eine Maschine seinem Gewerbe des Mordens nachging. Ein Ding, ohne alle Gefühle. Ja, ohne Gesicht. Ein Ding, das, wenn es umkam, sofort durch ein anderes in genau der gleichen Art ersetzt wurde. Und so würde es weiter und weiter gehen, bis sie alles, was echt und lebendig war, erschossen hatten. Unglaublich, dachte er, dass die Polizei dagegen nichts unternehmen kann. Das kann ich gar nicht glauben. Die müssen irgendwas ausgefressen haben. Vielleicht sind sie illegal zur Erde zurückgekehrt. Es heißt doch immer, im Fernsehen hört man immer, dass man es melden soll, wenn Schiffe außerhalb der amtlichen Landeplätze landen. Da passt die Polizei bestimmt auf. Aber trotzdem, heute wurde niemand mehr vorsätzlich umgebracht. Das widersprach Mersers Prinzipien. Das Spatzenhirn, sagte Priss, mag mich. Nenn ihn nicht so, Priss, sagte Irmgard. Sie sah Isidor mitleidig an. Vergiss nicht, wie er dich nennen könnte. Priss sagte nichts. Ein Ausdruck zeigte sich auf ihrem Gesicht, den man nicht hätte deuten können. Ich kümmere mich jetzt mal um die Wanzen, sagte Roy. Irmgard und ich bleiben hier in dieser Wohnung. Priss, du gehst mit Mr. Isidor. Er ging zur Tür mit Schritten von verblüffendem Tempo für einen so schweren Mann. Schon war er zur Tür hinaus, die genauso schnell wieder zuflog, wie er sie aufgerissen hatte. Einen Augenblick lang hatte Isidor eine seltsame Halluzination. Er sah ein Gestell aus Metall vor sich und darin Drahtzüge, Platinen, Batterien, Hebel und Rädchen und dann verschwamm dieses Bild und an dessen Stelle kehrte die ungepflegte Gestalt von Roy Batty zurück. Isidor merkte, wie ein Lachen in ihm aufstieg. Erschrocken wirkte er es ab und war verwirrt. Ein Mann der Tat, meinte Priss versonnen. Ein Jammer, dass er so ungeschickt mit den Händen ist, bei allem Mechanischen. Wenn wir das hier überstehen, sagte Irmgard streng, als wolle sie Priss für ihre Worte tadeln, dann haben wir es nur Roy zu verdanken. Aber lohnt es sich? fragte Priss mehr an sich selbst gerichtet. Sie zuckte mit den Schultern, danach nickte sie Isidor zu. Also gut, J.R., ich ziehe bei Ihnen ein und dann können Sie mich beschützen. Euch alle, sagte Isidor sofort. Feierlich, mit strenger Stimme wandte Irmgard Batty sich an ihn. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir es sehr zu schätzen wissen, Mr. Isidor. Sie sind, soweit ich weiß, der erste Freund, den einer von uns hier auf der Erde gefunden hat. Es ist sehr lieb von Ihnen und vielleicht ergibt sich einmal eine Möglichkeit, uns erkenntlich zu zeigen. Beschwingt kam sie zu ihm herüber und tätschelte ihm den Arm. Haben Sie vielleicht präkoloniale Literatur dabei? erkundigte er sich. Wie bitte? Irmgard Batty sah Pris fragend an. Diese Hälfte von früher, sagte Pris. Sie hatte gerade ein paar Sachen zum Mitnehmen zusammengesucht. Isidor nahm ihr das Bündel aus dem Arm und er spürte dabei jene Seligkeit, die sich nur einstellt, wenn man ein erträumtes Ziel erfolgreich erreicht hat. Nein, J.R., wir haben keine mitgebracht. Das habe ich Ihnen doch vorhin erklärt. Dann gehe ich morgen zur Bibliothek, sagte er beim Hinausgehen und hochhole uns allen was zu lesen, dann haben Sie noch was anderes zu tun außer warten. Er führte Pris nach oben in seine Wohnung, die dunkel und leer und muffig und nicht gerade warm war. Er brachte ihre Sachen ins Schlafzimmer und schaltete sogleich Heizung und Licht und den Fernseher auf seinem einzigen Sender ein. Hier gefällt es mir, sagte Pris, doch im gleichen teilnahmslosen, abwesenden Ton wie zuvor. Sie wanderte umher, Hände in den Rocktaschen. Auf ihrem Gesicht erschien ein grimmiger, ja geradezu angewiederter Ausdruck, ganz anders als das, was sie mit Worten sagte. Was ist? fragte er, als er ihre Sachen auf dem Sofa abgelegt hatte. Sie ging ans Wohnzimmerfenster, zog die Vorhänge zurück und schaute verdrossen hinaus. Wenn Sie damit rechnen, dass jemand ausschaut nach Ihnen, es ist ein Traum, sagte Pris, verursacht durch die Medikamente, die Roy mir gegeben hat. Wie, wie bitte? Haben Sie wirklich geglaubt, dass es Kopfgeldjäger gibt? Mr. Beddy hat doch gesagt, Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Roy Beddy ist genauso verrückt wie ich, entgegnete Pris. Unsere Reise hat uns nur von der Ostküste bis hierher geführt, von einer psychiatrischen Anstalt dort. Wir sind allesamt schizophren. Mit unserem Gefühlsleben stimmt etwas nicht. Affektstörungen, sagt man dazu, und wir haben Kollektivhalluzinationen. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass es nicht stimmt, sagte er mit großer Erleichterung. Wieso haben Sie sich das gedacht? Mit einem Ruck drehte sie sich um, durchbohrte ihn mit ihrem Blick. Sie sah ihn dermaßen herausfordernd an, dass er merkte, wie er rot wurde, weil es so etwas einfach nicht gibt. Die G-G-G-Gierung bringt nie jemanden um, egal was er gemacht hat, und Mörsers Lehre. Aber wenn man kein Mensch ist, sagte Pris, dann sieht es anders aus. Das ist nicht wahr. Auch Tiere, sogar Aale und Ratten und Schlangen und Spinnen sind heilig. Pris fixierte ihn weiter mit ihren Augen. Und da kann so etwas nicht sein, was? Wie Sie schon sagen, selbst Tiere schützt das Gesetz. Alles Organische, alles, was krabbelt und wimmelt und surrt und summt und Eier legt und... Sie verstummte, denn Roy Batty war hereingekommen, hatte abrupt die Wohnungstür aufgeworfen und zog Kabel hinter sich her. Insekten, sagte er, nicht im Mindesten verlegen, dass er sich in ihr Gespräch einmischte, sind besonders sakrosankt. Er nahm im Wohnzimmer ein Bild von der Wand und platzierte eine kleine elektronische Vorrichtung an dem Nagel, trat einen Schritt zurück, betrachtete sie und hängte das Bild wieder auf. Jetzt die Alarmanlage. Er griff nach den Kabeln, die zu einer komplizierten Apparatur gehörten. Sein schiefes Lächeln wieder aufgesetzt, zeigte er Pris und John Isidor, was er gebastelt hatte. Die Alarmanlage, die Drähte hier verschwinden unter dem Teppich. Das sind Antennen. Sie reagieren auf... Er zögerte. Eine mentale Präsenz, sagte er vage, die nicht die von uns vieren ist. Wenn es Alarm schlägt, sagte Pris, was ist dann? Er hat doch bestimmt eine Waffe. Wir können nicht über ihn herfallen und ihn totbeißen. Zu dem Gerät, fuhr Roy Ford, gehört ein Penfield-Generator. Wenn der Alarm ausgelöst wird, strahlt er Panikwellen aus an den Eindringling. Es sei denn, der reagiert blitzschnell, was denkbar ist. Gewaltige Panik. Ich habe den Sender bis zum Anschlag aufgedreht. Kein Mensch bleibt dabei länger als ein paar Sekunden an Ort und Stelle. Das ist die natürliche Reaktion auf Panik. Herzrasen, sinnlose Fluchtbewegungen, Muskel- und Nervenzuckungen. Dadurch bekommen wir, resümierte er, die Möglichkeit, ihn zu überwältigen. Vielleicht. Hängt davon ab, wie gut er ist. Isidor fragte, wirkt sich dieser Alarm denn nicht auch auf uns aus? Da hat er recht, sagte Pris zu Roy Batty. Auf Isidor wird er wirken. Na und wenn, brummte Roy. Er machte sich wieder an seine Installationsarbeit. Dann rennen sie eben beide in Panik nach draußen. Wir haben trotzdem Zeit zu reagieren. Und Isidor werden sie schon nicht umbringen. Der steht nicht auf ihrer Liste. Deshalb ist er eine gute Deckung für uns. Etwas Besseres ist dir nicht eingefallen, Roy? fragte Pris grimmig. Nein, antwortete er, etwas Besseres nicht. Morgen kann ich eine Waffe besorgen, sagte Isidor. Bist du sicher, dass Isidor nicht den Alarm auslöst, wenn er hier drin ist? fragte Pris. Er ist doch schließlich selbst. Seine Hirnwellen habe ich rausgerechnet, erklärte Roy. Deren Intensität reicht nicht. Erst wenn ein zweiter Mensch, eine weitere Person hinzukommt. Finster sah er Isidor an, wusste, was für einen Fehler er da gerade gemacht hatte. Ihr seid Androiden, sagte Isidor. Aber das machte ihm nichts aus. Ihm war das egal. Jetzt verstehe ich, warum sie euch umbringen wollen, sagte er, obwohl ihr ja eigentlich gar nicht lebendig seid. Nun war ihm alles klar. Der Kopfgeldjäger, ihre Freunde, die umgebracht worden waren, die Reise zur Erde, die ganzen Vorsichtsmaßnahmen. Als ich von Mensch sprach, sagte Roy Batty zu Pris, habe ich mich versprochen. Das stimmt, Mr. Batty, sagte Isidor. Aber was macht es für mich schon für einen Unterschied? Schließlich bin ich ein Spezialer. Mich behandeln sie auch nicht gerade gut. Zum Beispiel darf ich nicht auswandern. Er merkte, dass er ins Plappern kam. Ihr dürft nicht hierher kommen. Ich darf nicht. Er bekam sich wieder in die Gewalt. Roy Batty hielt einen Moment inne, dann sagte er lakonisch, es würde ihnen auf dem Mars nicht gefallen. Da verpassen sie nichts. Ich war gespannt, wie lange sie brauchen würden, meinte Pris zu Isidor. Wir sind anders, nicht wahr? Das dürfte Garland und Max Polakoff zum Verhängnis geworden sein, sinnierte Roy Batty. Sie waren so verdammt sicher, dass man es nicht merken würde. Luba auch. Es liegt an ihrem Verstand, erklärte Isidor, wiederum aufgeregt, weil er etwas Wichtiges begriffen hatte. Aufgeregt und stolz. Sie denken abstrakt, und sie, er gestikulierte, verhedderte sich von Neuem in seinen Worten, wie üblich. Ich wünschte, ich hätte einen Intelligenzquot-Skenten so hoch wie ihrer. Dann könnte ich den Test bestehen. Dann wäre ich kein Spatzenhirn mehr. Für mich sind sie eine höhere Art. Ich könnte viel von ihnen lernen. Noch einmal zögerte Roy Batty, dann sagte er, ich mache jetzt alles für den Alarm fertig. Er ging wieder an die Arbeit. Er hat noch nicht begriffen, wie wir vom Mars fortgekommen sind, sagte Priss. Ihre Stimme klang scharf und spröde und laut. Was wir da getan haben! Was wir tun mussten, brummte Roy Batty. Dass Irmgard Batty in der Wohnungstür gestanden hatte, merkten sie erst, als sie etwas sagte. Ich glaube nicht, dass wir uns wegen Mr. Isidor Sorgen machen müssen, sagte sie ruhig. Sie ging mit energischen Schritten auf ihn zu, sah ihm in die Augen. Wie er schon sagt, ihn behandeln sie auch nicht gerade gut. Was wir auf dem Mars getan haben, interessiert ihn nicht. Er kennt uns und er mag uns. Und jemanden gefühlsmäßig so zu akzeptieren, das bedeutet ihm alles. Für uns ist das schwer zu verstehen, aber es ist so. Zu Isidor sagte sie, stellte sich dazu wieder ganz dicht vor ihn und blickte zu ihm auf. Sie könnten eine Menge Geld bekommen, wenn sie uns anzeigten. Ist Ihnen das klar? Sie drehte den Kopf zu ihrem Mann und sagte, siehst du, er weiß es und trotzdem verrät er uns nicht. Sie sind ein großartiger Mann, Isidor, sagte Priss, sie machen der Menschheit Ehre. Wenn er ein Androide wäre, meinte Roy beschwingt, hätte er uns morgen früh um zehn schon verpfiffen. Er würde zur Arbeit fahren und mit uns wäre es aus. Ich ziehe vor Bewunderung den Hut. Sein Ton war unerforschlich, jedenfalls wusste Isidor ihn nicht zu deuten. Und wir dachten, die Welt hier würde eine Welt ohne Freunde sein, ein Planet voller feindseliger Gesichter, die sich alle gegen uns wenden. Er lachte laut. Da ist mir nicht bange, sagte Irmgard. Und doch sollten dir vor Angst die Haare zu Berge stehen, meinte Roy. Lasst uns abstimmen, schlug Priss vor, wie auf dem Schiff, als wir uns nicht einig waren. Gut, gab Irmgard nach, ich sage nichts mehr. Aber wenn wir das hier ausschlagen, ich glaube nicht, dass wir noch einmal einen Menschen finden werden, der uns bei sich aufnimmt und uns hilft. Mr. Isidor ist, sie suchte nach dem passenden Wort, speziell, sagte Priss. Ernst und in aller Form wurde abgestimmt. Wir bleiben hier, sagte Irmgard mit Nachdruck, in dieser Wohnung, in diesem Haus. Roy Batty sagte, ich bin dafür, dass wir Mr. Isidor töten und uns dann anderswo verstecken. Er und seine Frau und John Isidor blickten nun gespannt zu Priss. Die sagte leise, ich stimme dafür, dass wir es hier auswechten. Und lauter, ich denke, JRs Wert für uns wiegt schwerer als die Gefahr dadurch, dass er Bescheid weiß. Wir sehen ja jetzt, dass wir offenbar nicht unter Menschen leben können, ohne dass man uns entdeckt. Das hat Polokoff das Leben gekostet und Garland und Luba und Anders. Das war für sie alle das Ende. Vielleicht haben sie genau das getan, was wir jetzt gerade tun, wandte Roy Batty ein. Einem bestimmten Menschen vertraut, sich ihm anvertraut, weil sie glaubten, er sei anders, wie du gesagt hast, speziell. Das wissen wir nicht, beharrte Irmgard. Das ist nur eine Vermutung. Ich denke, ich denke, sie, sie, sie gestikulierte, waren zu präsent, haben auf einer Bühne gestanden wie Luba. Wir vertrauen? Ich sage dir, welche Art von Vertrauen uns zum Verhängnis wird, Roy. Das verfluchte Vertrauen darauf, dass wir klüger sind als sie. Sie sah ihren Mann finster an, ihre kleinen spitzen Brüste hoben und senkten sich rasch. Wir sind so verdammt klug, Roy, so wie du jetzt eben, jetzt gerade wieder. Priss sagte, ich finde, da hat Irma recht. Wir legen also unser Leben in die Hände eines einfältigen, minderbemittelten. Roy brach mitten im Satz ab, gab es auf. Ich bin müde, sagte er nur noch. Es war eine lange Reise, Isidor, aber hier werden wir nicht lange bleiben. Leider. Ich hoffe, antwortete Isidor glücklich, ich kann Ihnen allen Ihren Aufenthalt hier auf der Erde so angenehm wie nur möglich machen. Er vertraute fest darauf, dass er das konnte. Ja, es würde der Höhepunkt seines ganzen Lebens werden, der Triumph jener neuen Selbstsicherheit, die er heute auf der Arbeit am Videophon gefunden hatte. Gleich nach dem offiziellen Feierabend flog Rick Deckardt ans andere Ende der Stadt, zur Straße mit den Tierhandlungen, der langen Reihe von Läden mit ihren gewaltigen Fensterfronten und verlockenden Leuchtreklamen. Die schreckliche, nie gekannte Niedergeschlagenheit, die ihn früher am Tag gepackt hatte, hielt noch immer an. Dies hier, die Gedanken an Tiere und Tierläden, schien die einzige Stelle, an der das Leichentuch der Depression sich ein wenig anheben ließ, die, an der er es vielleicht sogar packen und fortreißen konnte. Bisher hatten der Anblick von Tieren die spannende Atmosphäre von Geld und Handel ihn noch immer aufgemuntert. Vielleicht würde ihm das auch jetzt noch einmal gelingen. Was darf es sein, Sir? wandte ein geschniegelter Neutierverkäufer sich eifrig an ihn, als er mit glasigen Augen kleinlaut und armselig dort vor den Schaukästen stand. Sehen Sie etwas, was das sie anspricht? Ich sehe vieles, was mich anspricht, antwortete Rick. Nur die Preise sprechen mich nicht an. Sie sagen uns, welcher Deal Ihnen vorschwebt, sagte der Verkäufer, was Sie gerne mitnehmen und wie Sie dafür bezahlen möchten. Wir gehen dann damit zum Verkaufsleiter und der segnet es ab. Ich habe 3000 in bar. Am Ende des Arbeitstags hatte er seine Prämie erhalten. Wie viel, fragte er, kostet die Kaninchenfamilie da drüben. Sir, wenn Sie 3000 anzahlen können, dann kann ich Ihnen etwas viel Besseres bieten als diese Kaninchen. Wie wäre es mit einer Ziege? An Ziegen habe ich eigentlich nicht so gedacht, sagte Rick. Darf ich fragen, ob dies für Sie ein neues Preissegment ist? Naja, normalerweise habe ich nicht einfach so 3000 in der Tasche, gab Rick zu. Das habe ich mir gedacht, als Sie auf Kaninchen kamen. Wissen Sie, Sir, so ein Kaninchen hat doch jeder. Ich sehe Sie gern in die Ziegenklasse aufsteigen, denn ich merke doch, da gehören Sie hin. Sie scheinen mir, wenn ich das sagen darf, eher ein Ziegen als ein Kaninchenmann zu sein. Was spricht für eine Ziege? Der größte Vorteil bei einer Ziege, sagte der Tierverkäufer, ist, dass man ihr beibringen kann, jeden, der versucht, sie zu stehlen, auf die Hörner zu nehmen. Allerdings nicht, wenn Sie von einem schwebenden Schwebewagen aus mit dem Betäubungsgewehr auf Sie schießen und Sie dann per Strickleiter holen, sagte Rick. Der Verkäufer ließ sich nicht beirren. Eine Ziege ist treu und sie hat eine freie, natürliche Seele, die kein Käfig bannen kann. Und Ziegen haben noch einen weiteren, bemerkenswerten Vorzug, den Sie vielleicht gar nicht kennen. Wie oft kommt es vor, dass man in ein Tier investiert, es mit nach Hause nimmt und eines Morgens stellt man fest, dass es etwas Radioaktives gefressen hat und gestorben ist. Einer Ziege macht verseuchtes Kunstfutter nichts aus. Sie verträgt alles, sogar Sachen, die ein Rind oder ein Pferd und ganz besonders eine Katze umbringen würden. Nach unserer Einschätzung bietet eine Ziege gerade ein weibliches Tier jedem ernsthaften Tierfreund unschätzbare Vorteile. Ist das dort ein weibliches Tier? Ihm war eine große, schwarze Ziege aufgefallen, die genau in der Mitte ihres Käfigs stand. Er ging in ihre Richtung und der Verkäufer begleitete ihn. Die Ziege war eine Schönheit, fand Rick. Ja, das ist ein Weibchen, eine schwarze Nubierziege, sehr groß, wie Sie sehen. Derzeit ein ausgesprochener Renner auf dem Markt, Sir, und wir können sie Ihnen zu einem wirklich attraktiven, besonders niedrigen Preis anbieten. Rick holte seinen zerknitterten Sidney hervor und sah sich die Preise für Ziege, Nubier, Schwarz an. Möchten Sie in bar bezahlen, fragte der Verkäufer, oder geben Sie ein gebrauchtes Tier in Zahlung? Alles in bar, sagte Rick. Der Verkäufer schrieb einen Preis auf einen Zettel und zeigte ihn Rick dann kurz, beinahe verstohlen. Zu viel, sagte Rick. Er nahm den Zettel und schrieb eine bescheidenere Summe darauf. Dafür können wir eine Ziege nicht hergeben, protestierte der Verkäufer. Er schrieb eine weitere Zahl auf. Diese Ziege ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Die hat noch ein langes Leben vor sich. Er zeigte Rick die Zahl. Abgemacht, sagte Rick. Er unterzeichnete den Ratenvertrag, überreichte seine 3000 Dollar, seine gesamte Fangprämie als Anzahlung, und wenig später stand er recht benommen, neben seinem Schwebewagen, als Angestellte der Tierhandlung, die Ziege in einer Holzkiste einluden. Jetzt habe ich ein Tier, dachte er, ein lebendiges Tier, kein elektrisches, zum zweiten Mal in meinem Leben. Die Kosten, der Vertrag, auf den er sich eingelassen hatte, ängstigten ihn. Er merkte, dass er zitterte. Aber ich musste es machen, sagte er sich, nach dieser Sache mit Phil Rash. Ich muss mein Selbstvertrauen, den Glauben an mich und meine Fähigkeiten zurückgewinnen, sonst verliere ich meine Arbeit. Mit tauben Fingern lenkte er den Schwebewagen nach oben und flog zu seiner Wohnung, zu Iran. Die wird wütend sein, dachte er, weil es ihr Angst macht, die Verantwortung. Und da sie den ganzen Tag zu Hause ist, wird hauptsächlich sie das Tier versorgen. Wieder war ihm elend. Nach der Landung auf dem Dach seines Hauses blieb er noch eine Weile im Wagen sitzen, legte sich eine Geschichte zurecht, die glaubwürdig genug war. Meine Arbeit erfordert es, sagte er sich. Mehr fiel ihm nicht ein. Prestige. Wir konnten nicht mehr so weitermachen mit dem elektrischen Schaf. Es war Gift für meine Arbeitsmoral. Vielleicht kann ich ihr das sagen. Er stieg aus und zerrte die Ziegenkiste vom Rücksitz. Keuchend stellte er sie schließlich auf der Dachfläche ab. Die Ziege, die auf der Fahrt unruhig gewesen war, blickte ihn nun mit hellen, klugen Augen an, gab jedoch keinen Laut von sich. Er fuhr hinunter in seine Etage, ging den vertrauten Weg über den Flur zur Wohnungstür. Hallo, begrüßte Iran ihn, in der Küche mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt. Du kommst spät heute. Komm mit aufs Dach, sagte er. Ich will dir was zeigen. Du hast ein Tier gekauft! Sie band die Schürze ab, strich sich in einer Reflexbewegung das Haar zurück und folgte ihm nach draußen. Mit langen, eifrigen Schritten durchmaßen sie den Flur. Das hättest du nicht ohne mich tun sollen. Iran war atemlos. Ich habe ein Recht, diese Entscheidung mitzufällen, die wichtigste Anschaffung, die wir je in unserem … Ich wollte dich überraschen, sagte er. Du hast heute eine Fangprämie bekommen? Irans Stimme klang vorwurfsvoll. Rick antwortete, Ja, ich habe drei Andis erledigt. Sie stiegen in den Fahrstuhl und gemeinsam ging es nach oben. Ich musste das Tier kaufen, erklärte er. Es hat einen Zwischenfall gegeben bei der Arbeit. Etwas, das mit dem Aus-dem-Verkehr-Ziehen der Andis zu tun hat. Ich hätte nicht weitermachen können ohne ein Tier. Jetzt waren sie auf dem Dach angekommen. Er führte seine Frau hinaus in das abendliche Dunkel zu dem Käfig. Dann schaltete er das Flutlicht ein, das für alle Hausbewohner instand gehalten wurde, und zeigte auf die Ziege ohne ein Wort, wartete, was seine Frau sagen würde. Meine Güte, flüsterte Iran. Sie ging zu dem Käfig, schaute hinein. Dann umkreiste sie ihn, betrachtete die Ziege von allen Seiten. Ist sie wirklich echt? fragte sie. Kein falsches Tier? Hundert Prozent echt, versicherte er ihr. Es sei denn, sie hätten mich betrogen. Aber das kam nur selten vor. Auf Tierbetrug standen enorme Strafen, das Zweieinhalbfache des vollen Marktwertes eines echten Tieres. Nein, die haben mich nicht betrogen. Eine Ziege, sagte Iran. Eine schwarze Nubier-Ziege. Weiblich, fügte Rick hinzu. Vielleicht können wir sie später paaren. Dann bekämen wir auch Milch und könnten Käse daraus machen. Können wir sie rauslassen? Zu dem Schaf? Wir sollten sie anbinden, sagte er, zumindest die ersten paar Tage. Mein Lebenslauf ist lieb und Lust, sagte Iran mit seltsam gepresster Stimme. Ein uraltes Lied von Josef Strauß. Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben? Sie legte ihm sanft die Hand auf die Schulter, beugte sich vor und küßte ihn. Viel Liebe und sehr viel Lust. Danke, sagte er und schloss sie in die Arme. Komm, wir gehen schnell nach unten und danken Mörser dafür. Danach können wir gleich wieder hochkommen und ihr einen Namen geben. Sie muss einen Namen haben und vielleicht findest du ein Stück Seil, um sie anzubinden. Schon lief sie los. Ihr Nachbar Bill Barber stand bei seiner Stute Judy, versorgte und striegelte sie. Das ist aber eine schöne Ziege, die ihr zwei da habt, rief er. Na, Abend, Mrs. Deckard. Vielleicht bekommt sie Zicklein. Ich würde mein Fohlen gegen zwei Zicklein tauschen. Danke, rief Rick zurück. Er folgte Iran, die schon zum Fahrstuhl ging. Vertreibt das hier deine Depression, fragte er. Meiner ist ganz verschwunden. Iran sagte, das vertreibt sie. So viel steht fest. Jetzt können wir allen eingestehen, dass unser Schaf falsch ist. Das müssen wir nicht, sagte er vorsichtig. Aber wir können, beharrte Iran. Jetzt müssen wir uns nicht mehr verstecken. Was wir uns immer gewünscht haben, ist wahr geworden. Ein Traum. Noch einmal stellte sie sich auf die Zehenspitzen, beugte sich vor und gab ihm einen zarten Kuss. Er spürte ihren Atem, rasch und stoßweise als Kitzeln am Hals. Dann streckte sie den Arm aus, um den Fahrstuhlknopf zu drücken. Etwas warnte ihn. Etwas brachte ihn dazu, zu sagen, lass uns noch nicht wieder nach unten fahren. Lass uns noch einen Augenblick hier bei der Ziege bleiben. Lass uns einfach hier sitzen und sie ansehen und ihr vielleicht etwas zu essen geben. Für den Anfang habe ich eine Tüte Hafer mitbekommen. Und wir können das Handbuch über Ziegenhaltung lesen. Das gab es auch noch gratis dazu. Wir können sie Euphemia nennen. Doch jetzt war der Fahrstuhl schon da und Iran stieg bereits ein. Iran, warte, rief er. Es wäre unmoralisch, jetzt nicht in Dankbarkeit mit Mercer zu verschmelzen, sagte Iran. Früher am Tag habe ich die Griffe gepackt und das hat mir die Depression schon ein klein wenig vertrieben. Nur ein wenig, nicht so wie das hier. Aber jedenfalls bin ich von einem Stein getroffen worden. Schau! Sie hub den Arm. Am Handgelenk hatte sie einen kleinen blauen Fleck. Und mir ging durch den Kopf, wie viel besser wir dran sind, um wie viel besser es uns geht, wenn wir mit Mercer zusammen sind. Auch wenn es weh tut. Körperlich leiden wir, aber spirituell sind wir vereint. Ich habe sie alle gespürt, alle auf der Welt, die in diesem Augenblick ebenfalls eins waren. Sie trat wieder vor, als die Fahrstuhltür sich schließen wollte. Steig ein, Rick. Es dauert doch nur einen Augenblick. Du verschmilzt so selten. Ich will, dass du die Stimmung, in der du jetzt bist, an alle anderen weitergibst. Das bist du ihnen schuldig. Es wäre nicht anständig, wenn wir das für uns behielten. Sie hatte natürlich recht. Also stieg er in den Fahrstuhl und fuhr von neuem nach unten. Kaum standen sie im Wohnzimmer vor dem Empathor, da schaltete Iran ihn auch schon ein, ihre Miene glücklicher denn je. Ihr Gesicht erstrahlte, als höbe sich die Sichel des neuen Mondes über den Horizont. Ich will es aller Welt sagen, verkündete sie. Einmal ist mir das passiert. Ich schaltete ein und verschmolz mit jemandem, der gerade ein Tier bekommen hatte. Und dann eines anderen Tags. Vorübergehend verfinsterten sich ihre Züge, die Freude verflog. Da wurde ich eins mit jemandem, dessen Tier gestorben war. Doch andere von uns teilten all ihre Freude mit ihm. Ich hatte keine, das weißt du ja, und munterten ihn wieder auf. Wir könnten sogar an jemanden gelangen, der sich das Leben nehmen will. Womöglich können unsere Empfindungen, sie bekommen unser Glück, sagte Rick. Aber unseres wird geringer dadurch. Wir tauschen unsere Empfindungen gegen ihre. Unser Glück geben wir her. Über den Bildschirm des Empathos liefen nun helle, diffuse Streifen in einer unbestimmbaren Farbe. Seine Frau atmete tief durch, dann packte sie beherzt beide Griffe. Unsere Empfindungen gehen nicht verloren, nicht, wenn wir uns wirklich darauf konzentrieren. Irgendwie hast du nie so richtig Sinn für die Verschmelzung gehabt, nicht wahr, Rick? Nein, ich glaube nicht, sagte er. Aber er spürte allmählich und zum ersten Mal, was das Mörsertum Leuten wie Iran bedeuten konnte. Vielleicht hatte seine Begegnung mit dem Kopfgeldjäger Phil Rash etwas in seinem Hirn verändert, hatte den Schalter einer Synapse umgelegt und dafür eine andere Verbindung neu geschaffen. Vielleicht war eine Kettenreaktion in Gang gekommen. Iran, sagte er eindringlich, er zog sie von dem Empathor fort. Hör zu, ich möchte mit dir darüber reden, was mir heute passiert ist. Er führte sie zur Couch, drückte sie auf die Sitzfläche, setzte sich, sodass sie ihm in die Augen sah. Ich habe einen anderen Kopfgeldjäger kennengelernt. sagte er, einen, von dem ich bisher nichts wusste. Ein brutaler Kerl, dem es offenbar Freude macht, sie zu zerstören. Jetzt, wo ich diesen Mann kenne, sehe ich sie plötzlich anders. Ich meine, auf meine eigene Art habe ich sie ja vorher genauso gesehen wie er. Kann das nicht warten, sagte Iran. Ich habe den Test an mir gemacht, redete Rick weiter. Nur eine einzige Frage, aber die beweist es. Ich habe angefangen, mit den Androiden mitzufühlen. Und du kannst dir ausmalen, was das bedeutet. Du hast es ja heute Morgen selbst gesagt, die armen Andis. Du weißt also, wovon ich rede. Deswegen habe ich die Ziege gekauft. Mir ist nie vorher so zumute gewesen. Vielleicht ist es eine Depression, so wie du sie manchmal hast. Ich verstehe jetzt, wie du leidest, wenn du niedergeschlagen bist. Ich habe immer gedacht, du wolltest in dieser Stimmung sein und könntest jederzeit wieder herauskommen, wenn nicht aus eigener Kraft dann mit der Stimmungsorgel. Aber wenn man einmal so bedrückt ist, dann hat man keinen Willen mehr. Man verliert jeden Antrieb, weil einem das Gefühl für alles Wertvolle verloren gegangen ist. Dann liegt einem nichts mehr daran, dass es einem besser geht. Denn wenn man keinen Wert maß, was ist mit deiner Arbeit? Ihr Tonfall war wie ein Hieb. Er staunte. Deine Arbeit, wiederholte Irene. Was müssen wir pro Monat für die Ziege zahlen? Sie streckte die Hand aus. Unwillkürlich zog er den Vertrag, den er unterzeichnet hatte, hervor und reichte ihn ihr. So viel, sagte sie mit gepresster Stimme. Die Zinsen, meine Güte, allein schon die Zinsen. Und das hast du also gemacht, weil du niedergeschlagen warst. Nicht als Überraschung für mich, wie du anfangs gesagt hast. Sie reichte ihm den Vertrag wieder zurück. Na egal. Ich freue mich trotzdem, dass wir eine Ziege haben. Die Ziege gefällt mir. Aber die finanzielle Belastung, sie war bleich geworden. Rick sagte, ich kann mich auf einen anderen Posten versetzen lassen. Unsere Abteilung hat zehn oder elf verschiedene Dienststellen. Tierraub, dahin könnte ich mich versetzen lassen. Aber die Fangprämien, die brauchen wir, sonst nehmen sie uns die Ziege wieder ab. Ich lasse den Vertrag ändern, von drei auf vier Jahre. Er zückte einen Kugelschreiber und stellte rasch auf der Rückseite des Vertrages eine Berechnung an. Damit wären es 52,50 weniger im Monat. Das Videophon klingelte. Wenn wir nicht hier heruntergekommen wären, sagte Rick, wenn wir oben auf dem Dach geblieben wären, bei der Ziege, dann hätten wir nicht ins Videophon gehen müssen. Zum Apparat gehen, fragte Iran, wovor hast du Angst? Sie fordern die Ziege nicht zurück. Noch nicht. Sie griff nach dem Hörer. Das ist das Büro, raunte er. Sag, dass ich nicht da bin. Er ging zum Schlafzimmer. Hallo, sprach Iran in die Sprechmuschel. Drei weitere Andis, dachte Rick, die ich hätte weiter verfolgen müssen, statt nach Hause zu fahren. Inzwischen war auf dem Videoschirm das Gesicht von Harry Bryant erschienen. Es war zu spät, ihm noch zu entkommen. Steifbeinig ging er zurück zum Telefon. Ja, der ist hier, sagte Iran eben. Wir haben eine Ziege gekauft. Kommen Sie uns besuchen, Mr. Bryant, und sehen Sie sie sich an. Eine Pause, in der sie zuhörte, dann reichte sie Rick den Hörer. Er will dir etwas sagen. Sie ging hinüber zum Empator, setzte sich vor das Gerät und packte von Neuem die beiden Griffe. Fast sofort begann die Verschmelzung. Rick stand da, mit dem Telefonhörer in der Hand, spürte, wie ihr Geist in andere Sphären entschwand, spürte, wie allein er war. Hallo, meldete er sich. Wir haben eine Spur von zwei in der verbliebenen Androiden, sagte Harry Bryant. Er rief von seinem Büro aus an. Rick sah den vertrauten Schreibtisch, das Durcheinander aus Akten und Zetteln und Kippel. Offenbar sind sie gewarnt worden. Sie sind aus der Wohnung geflohen, deren Adresse sie von Dave haben und befinden sich jetzt. Moment. Bryant wühlte auf seinem Schreibtisch, fand das Blatt, das er brauchte. Automatisch griff Rick nach seinem Stift. Er legte sich den Kaufvertrag für die Ziege aufs Knie, bereit zum Mitschreiben. Apartmenthaus 3967 C, sagte Inspektor Bryant. »Fahren Sie rüber, so schnell Sie können. Wir müssen davon ausgehen, dass Sie wissen, dass Sie die anderen erledigt haben, Garland und Luft und Polokov. Deshalb haben Sie sich unserem Zugriff entzogen.« »Entzogen?« wiederholte Rick. »Um Ihr Leben zu retten.« »Iran sagt, Sie haben eine Ziege gekauft,« sagte Bryant. »Heute erst? Nach der Arbeit? Auf dem Nachhauseweg? Ich komme und schaue sie mir an, sobald Sie die letzten Andys erledigt haben. Übrigens habe ich gerade mit Dave gesprochen. Ich habe ihm erzählt, welche Mühe Sie mit Ihnen hatten. Er lässt Ihnen Glückwünsche ausrichten und Sie sollen vorsichtiger sein. Er sagt, die Nexus 6 sind raffinierter, als er dachte. Er wollte mir gar nicht glauben, dass Sie drei an einem einzigen Tag erledigt haben.« »Drei sind genug,« sagte Rick. »Mär schaffe ich nicht. Ich muss mich ausruhen.« »Bis morgen sind Sie weg,« sagte Inspektor Bryant. »Fahrt aus unserem Bezirk.« »So schnell geht das nicht. Morgen sind die noch da.« »Fahren Sie heute Abend dorthin,« beharrte Bryant, »bevor Sie sich verschanzen. Die rechnen nicht damit, dass Sie so schnell sind.« »Doch?« »Das tun Sie,« entgegnete Rick. »Sie warten schon auf mich.« »Haben Sie die Hosen voll?« »Wegen dem, was Pollockroff.« »Ich habe nicht die Hosen voll,« sagte Rick. »Und woran liegt es dann?« »Okay.« »Ich fahre rüber,« sagte Rick. Er machte Anstalten aufzulegen. »Geben Sie mir Bescheid, sobald Sie Ergebnisse haben. Ich bin hier in meinem Büro.« Rick sagte, »Wenn ich Sie erwische, kaufe ich mir ein Schaf.« »Sie haben ein Schaf.« »Seit ich Sie kenne, haben Sie eins.« »Das ist elektrisch,« sagte Rick. Er legte auf. »Diesmal wird es ein echtes Schaf,« sagte er sich. »Das brauche ich.« Als Wiedergutmachung. Mit verzückter Miene saß seine Frau über den schwarzen Empator gebeugt. Eine Weile blieb er neben ihr stehen, legte er die Hand auf den Brustkorb. Er spürte, wie er sich hob und senkte, spürte das Leben darin, die Tätigkeit. Iran bemerkte ihn nicht, wie stets war sie vollkommen in die andere Welt versunken. Auf dem Schirm mühte sich undeutlich die alte in ihren Umhang gewandete Gestalt Mörsers bergaufwärts und plötzlich flog ein Stein an ihm vorbei. Rick sah zu und dachte, »Gott, in manchem ist meine eigene Lage schlimmer als seine. Mörser muss nichts tun, was seinem Wesen widerspricht. Er leidet, aber wenigstens erwartet niemand von ihm, dass er sich selbst in seinem Innersten verletzt.« Er beugte sich vor und löste sanft die Finger seiner Frau von den beiden Griffen. Dann setzte er sich selbst auf ihren Platz. Zum ersten Mal seit Wochen. Es war ein Impuls. Er hatte es nicht geplant. Es geschah einfach. Eine karge Landschaft erschien vor ihm. Nichts als ödes Gestrüpp, strenges Blütenaroma lag in der Luft. Dies war die Wüste und es gab keinen Regen. Ein Mann stand vor ihm, einen leidvollen Schimmer in seinen müden, vom Schmerz gezeichneten Augen. »Mörser,« sagte Rick. »Ich bin dein Freund,« sagte der alte Mann, »aber du musst deinen Weg gehen, als gäbe es mich nicht. Begreifst du das?« Er breitete seine leeren Hände aus. »Nein,« sagte Rick, »nein, das begreife ich nicht. Ich brauche Hilfe.« »Wie kann ich dich retten,« sagte der alte Mann, »wenn ich mich selbst nicht retten kann?« Er lächelte. »Verstehst du denn nicht? Es gibt keine Rettung.« »Wozu ist das hier dann da?« fragte Rick. »Wozu bist du da?« »Um dir zu zeigen,« antwortete Wilbur Mercer, »dass du nicht allein bist. Ich bin bei dir und werde es allzeit sein. Geh und tu, was deine Aufgabe ist, auch wenn du weißt, dass es Unrecht ist.« »Warum?« fragte Rick. »Warum sollte ich das tun? Ich gebe meine Arbeit auf und wandere aus.« Der alte Mann sagte, »Du wirst Unrecht tun müssen, wohin du auch gehst.« »Das ist die Grundbedingung allen Lebens, dass man sich in seinem Innersten selbst verletzen muss.« »Alles Lebendige muss es zu Zeiten tun.« »Es ist der Schatten aller Schatten, der Triumph über die Schöpfung.« »Es ist das Zeichen des Fluchs, der sich aus dem Leben selbst nähert.« »Überall im Universum.« »Das ist alles, was du mir sagen kannst?« fragte Rick. Ein Stein kam geflogen. Er duckte sich und der Stein traf ihn am Ohr. Sofort ließ er die Griffe los und stand wieder in seinem Wohnzimmer neben seiner Frau und dem Empathor. Er fühlte einen heftigen Schmerz da, wo der Stein ihn getroffen hatte. Als er hinfasste, merkte er, dass er blutete. Frisches Blut verteilte sich in großen, hellen Tropfen über seine Schläfe. Iran betupfte ihm das Ohr mit einem Taschentuch. »Ich glaube, ich bin froh, dass du mich weggezogen hast. Ich halte das wirklich nicht aus, wenn ich getroffen werde. Danke, dass du mir den Stein abgenommen hast.« »Ich muss los«, sagte Rick. »Ein neuer Auftrag?« »Drei.« Er nahm mir das Taschentuch aus der Hand und ging zur Wohnungstür. Er war immer noch benommen und jetzt war ihm auch übel. »Viel Glück«, sagte Iran. »Dass ich die Griffe gepackt habe, hat mir nicht das Geringste genutzt,« sagte Rick. »Mörser hat zu mir gesprochen. Aber er hat nichts gesagt, was mir helfen kann. Er weiß nicht mehr als ich. Er ist einfach nur ein alter Mann, der einen Hügel erklimmt. Er steigt auf, um zu sterben.« »Ist denn nicht gerade das die Offenbarung?« Rick sagte, »Die Offenbarung kenne ich schon.« Er öffnete die Tür. »Bis später dann.« Er trat auf den Flur hinaus und schloss die Wohnungstür hinter sich. Apartmenthaus 3967 C las er noch einmal auf der Rückseite des Vertrags. Das ist in der Vorstadt, größtenteils verlassen da draußen. Ein gutes Versteck. Außer den Lichtern am Abend. An denen werde ich mich orientieren. Den Lichtern. Das Licht zieht mich an wie den Totenkopfschwärmer. Und nach diesen gibt es keine weiteren mehr. Ich suche mir eine andere Arbeit. Diese drei sind die letzten. Mösser hat recht. Ich muss es tun. Aber ich habe meine Zweifel, ob ich es kann. Zwei Andis zusammen, das ist keine moralische, das ist eine praktische Frage. Wahrscheinlich erwische ich sie gar nicht, überlegte er. Selbst wenn ich es versuche, ich bin zu müde. Zu viel ist heute passiert. Vielleicht wusste Mösser das, sagte er sich. Vielleicht hat er alles, was noch geschehen wird, vorausgesehen. Aber ich weiß, wo ich Hilfe bekommen kann. Hilfe, die man mir bereits angeboten hat und die ich abgelehnt habe. Er war auf dem Dach angelangt und schon im nächsten Moment saß er im Dunkeln in seinem Schwebewagen mit dem Videophon in der Hand. Rosenwerker, meldete sich die Frau am anderen Ende der Leitung. Rachel Rosen, sagte er. Wie bitte, Sir? Geben Sie mir Rachel Rosen, knurrte er. Erwartet Miss Rosen Ihren Anruf? Mit Sicherheit. Er wartete. Zehn Minuten darauf erschien Rachel Rosens kleines, dunkles Gesicht auf dem Videoschirm. Hallo, Mr. Deckert. Haben Sie gerade zu tun oder kann ich mit Ihnen reden? fragte er. Das hatten Sie ja heute schon angeboten. Er hatte nicht den Eindruck, dass es immer noch derselbe Tag war. Eine ganze Generation schien herangewachsen und wieder vergangen, seit er zuletzt mit ihr geredet hatte. Und all die Belastung, all die Erschöpfung hatte sich in seinem Körper niedergeschlagen. Er spürte das Gewicht dieser Last. Vielleicht, überlegte er, war es durch den Steinwurf gekommen. Er betupfte mit dem Taschentuch das immer noch blutende Ohr. Sie haben sich am Ohr verletzt, sagte Rachel Rosen. So ein Jammer. Rick sagte, haben Sie wirklich geglaubt, ich würde nicht mehr anrufen? Ich hatte Ihnen gesagt, dass ohne meine Hilfe einer von diesen Nexus sechs Sie erwischen wird, bevor Sie ihn erwischen. Sie hatten Unrecht. Aber Sie rufen an. Trotzdem. Wollen Sie, dass ich zu Ihnen hinunter nach San Francisco komme? Noch heute Abend, sagte er. Oh, das ist zu spät. Ich komme morgen. Der Flug dauert eine ganze Stunde. Ich habe den Auftrag, Sie noch heute Abend zu erledigen. Er machte eine Pause. Dann sagte er, von ursprünglich acht sind noch drei übrig. So wie Sie sich anhören, muss es grässlich gewesen sein. Wenn Sie nicht noch heute Abend kommen, mache ich mich allein auf den Weg und allein werde ich nicht mit Ihnen fertig. Ich habe mir gerade eine Ziege gekauft, fügte er hinzu, von der Fangprämie für die drei, die ich erwischt habe. Ihr seid schon seltsam, ihr Menschen, Rachel lachte. Ziegen stinken doch schrecklich. Nur die Böcke, das weiß ich aus dem Handbuch, dass es dazu gab. Man sieht Ihnen an, wie müde Sie sind, sagte Rachel. Sie sehen ganz benommen aus. Sind Sie sicher, dass Sie das wollen? Sich am selben Tag noch drei weitere Nexus 6 zumuten? Keiner hat je sechs Androiden an einem einzigen Tag umgebracht. Franklin Powers, sagte Rick vor ungefähr einem Jahr in Chicago. Da waren es sieben. Völlig veraltete Macmillan Y4, sagte Rachel. Das hier ist etwas anderes. Sie überlegte. Es geht nicht, Rick. Ich habe nicht mal zu Abend gegessen. Ich brauche sie hier, sagte er und fügte in Gedanken hinzu, sonst überlebe ich das nicht. Ich weiß es. Mercer wusste es. Und ich glaube, du weißt es auch. Und ich vergeude meine Zeit, wenn ich dich darum bitte, dachte er. Einen Androiden kann man nicht um etwas bitten. Ihm fehlt das, woran eine Bitte sich richtet. Rachel sagte, tut mir leid, Rick, aber heute Abend geht es nicht mehr. Ich kann erst morgen kommen. Typisch Androiden. Bitte? Gehässigkeit, weil ich Ihnen mit dem Void-Kampftest auf die Schliche gekommen bin. Das glauben Sie? Sie machte große Augen. Wirklich? Auf Wiedersehen, sagte er und wollte auflegen. Warten Sie, rief Rachel. Das ist doch nicht vernünftig. So kommt es Ihnen nur vor, weil die Nexus 6 eben cleverer sind als wir Menschen. Nein, ich verstehe es wirklich nicht. Rachel seufzte. Ich merke, dass Sie diese Arbeit heute Abend nicht ausführen wollen. Vielleicht überhaupt nicht ausführen wollen. Wollen Sie denn wirklich, dass ich Ihnen ermögliche, die letzten drei Androiden zu beseitigen? Oder hoffen Sie eher, dass ich Ihnen rate, es gar nicht erst zu versuchen, kommen Sie her, sagte er und wir mieten uns ein Hotelzimmer. Wozu das? Etwas, das mir heute zu Ohren gekommen ist, sagte er heiser. Es hat mit männlichen Menschen und weiblichen Androiden zu tun. Kommen Sie heute noch nach San Francisco und ich lasse die Jagd auf die Andis sein. Wir machen was anderes. Sie betrachtete ihn, dann sagte sie abrupt, gut, ich komme. Wo treffen wir uns? Im St. Francis. Das ist das einzige halbwegs anständige Hotel, das es in der Bay Area noch gibt. Und Sie unternehmen nichts, bevor ich da bin. Ich setze mich ins Hotelzimmer, sagte er und sehe mir im Fernsehen Buster freundlich an. Die letzten drei Tage hat er Amanda Wörner zu Gast gehabt. Die gefällt mir. Ich könnte sie mir den ganzen Rest meines Lebens ansehen. Sie hat Brüste, die lächeln. Dann legte er auf und saß noch eine ganze Weile lang teilnahmslos da. Schließlich rüttelte die Kälte im Wagen ihn auf. Er drehte den Zündschlüssel und schon im nächsten Moment war er unterwegs ins Zentrum von San Francisco und zum Hotel St. Francis. In dem üppig ausgestatteten, riesengroßen Hotelzimmer saß Rick Deckert und las die Durchschläge mit den Informationen über die Androiden Roy und Irmgard Baddy. In diesen beiden Fällen waren auch Fotos beigelegt, verschwommene farbige Abzüge von 3D-Aufnahmen, auf denen kaum etwas zu erkennen war. Die Frau schien hübsch zu sein. Roy Baddy hingegen, das war etwas anderes, etwas Schlimmeres. Auf dem Mars Apotheker gewesen, las er. Zumindest gab sich der Androide so aus. In Wirklichkeit war er wahrscheinlich ein Fabrik- oder Feldarbeiter, der höher hinaus wollte. Haben Androiden Träume? fragte Rick sich. Offenbar. Deswegen bringen ja manche von ihnen ihre Herren um und fliehen hierher. Ein besseres Leben, nicht mehr Diener sein. So wie Luberluft. Sie wollte Don Giovanni und Figaro singen, statt auf einem unfruchtbaren, felsbedeckten Feld zu schuften, in einer Kolonie, die letzten Endes unbewohnbar war. Roy Baddy hieß es auf dem Datenblatt, tritt aggressiv, selbstsicher, mit vorgeblicher Autorität auf. Dieser Androide, der einen Hang zum Mystischen hat, entwickelte den Plan zur gemeinschaftlichen Flucht und stützte ihn mit einer absurden Ideologie von der Heiligkeit sogenannten Androiden-Lebens. Außerdem stahl dieser Androide bewusstseinsverändernde Medikamente und experimentierte damit. Zur Rede gestellt, erklärte er, er habe damit ein Gemeinschaftsgefühl bei den Androiden erzeugen wollen, das dem des Mörsertums entspreche, zu dem, was er ausdrücklich betonte, Androiden nach wie vor der Zugang vorenthalten werde. Die Beschreibung hatte etwas Rührendes. Ein grobschlechtiger, kalter Androide, der auf eine Erfahrung hoffte, von der er durch einen eigens dafür eingebauten Defekt ausgeschlossen blieb. Aber viel Mitgefühl für Roy Batty konnte er nicht aufbringen. Daves Aufzeichnungen gaben deutlich zu verstehen, dass er ein unangenehmer Zeitgenosse war. Batty hatte versucht, sich Zugang zu dem Verschmelzungserlebnis zu erzwingen. Und als das fehlschlug, hatte er einen Plan entwickelt, der den Mord an mehreren Menschen einschloss. Gefolgt von der Flucht auf die Erde. Und jetzt, nach dem heutigen Tag, waren von den acht Geflohenen nur noch drei übrig. Sie, die Köpfe der Bande, waren ebenfalls zum Untergang verurteilt, denn wenn nicht er sie erwischte, dann würde es jemand anderem gelingen. Der Lauf der Zeit, dachte er, der Zyklus des Lebens, so endete es, im letzten Zwielicht, dann die Stille des Todes. Er sah in alldem ein Universum im Kleinen, in sich geschlossen. Die Hotelzimmertür flog auf. Was für eine Fahrt, rief Rachel Rosen atemlos und trat in einem langen Mantel im Schuppenmuster mit passendem BH und Shorts ins Zimmer. Außer ihrer großen, verzierten Umhängetasche hatte sie noch eine Papiertüte bei sich. Das ist aber ein hübsches Zimmer. Sie warf einen Blick auf ihrer Armbanduhr. Noch nicht mal eine Stunde. Gute Leistung. Hier. Sie hielt ihm die Papiertüte hin. Hab eine Flasche mitgebracht. Bourbon. Rick sagte, der Schlimmste von den acht ist noch am Leben. Der Anführer. Erreichte er das Datenblatt über Roy Baddy. Rachel stellte die Papiertüte ab und nahm das Blattdurchschlagpapier. Den haben sie ausfindig gemacht? fragte sie, nachdem sie alles gelesen hatte. Ich habe die Nummer eines Apartmenthauses. Draußen in der Vorstadt, wo vielleicht noch ein paar armselige Speziale, Spatzen und Fliegenhirne rumhängen, ihrer Art Leben nachgehen. Rachel streckte die Hand aus. Zeigen Sie mal die anderen. Beide weiblich, erreichte ihr die Blätter, eins über Ermgard Baddy, das andere über eine Androidin, die sich Pris Stratton nannte. Als sie auf dieses letzte Blatt schaute, sagte Rachel, oh. Sie warf die Blätter auf den Tisch, ging ans Fenster und starrte in die City von San Francisco hinaus. Ich glaube, die letzte wird ihnen zu schaffen machen. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht macht es ihnen nichts aus. Sie war blass geworden, ihre Stimme bebte. Etwas hatte sie in Aufregung versetzt. Was murmeln sie da? Er griff nach den Blättern, las alles noch einmal, überlegte, was daran Rachel wohl aus der Fassung gebracht hatte. Jetzt machen wir die Flasche auf. Rachel ging mit der Papiertüte ins Bad, holte zwei Gläser, kehrte zurück. Sie wirkte immer noch abwesend, unsicher. Sie dachte nach. Er spürte, wie ihre Gedanken rasten. Der Wechsel spielte auf ihrem grimmigen, angespannten Gesicht. Können Sie den aufmachen? bat sie ihn. Die Flasche ist ein Vermögen wert, das wissen Sie, kein synthetischer Whisky, das ist Vorkriegsware, aus echter Maische gemacht. Er nahm die Flasche, öffnete sie, goss Bourbon in die beiden Gläser. Sagen Sie mir, was los ist, sagte er. Rachel antwortete, am Telefon haben Sie mir gesagt, wenn ich heute Abend noch herfliege, dann geben Sie die letzten drei Andys auf. Wir machen was anderes, haben sie gesagt, aber jetzt reden wir doch wieder. Ich will wissen, was sie verstimmt hat, sagte er. Rachel stellte sich trotzig vor ihm auf, sagen Sie mir lieber, was wir machen wollen, statt dass Sie immer nur über diese letzten drei Nexus 6 reden. Sie zog ihren Mantel aus, ging damit zum Schrank und hängte ihn hinein. Zum ersten Mal hatte er Gelegenheit, sie genauer zu betrachten. Wieder fiel ihm auf, dass Rachels Proportionen merkwürdig waren. Mit dem dichten schwarzen Haarschopf schien ihr Kopf groß, aber weil die Brüste so winzig waren, wirkte der ganze Körper schlagsig, fast wie der eines Kindes. Doch ihre großen Augen mit den langen Wimpern waren eindeutig die einer erwachsenen Frau. Hier sah sie nicht mehr wie ein junges Mädchen aus. Rachel hatte ihr Gewicht ein klein wenig auf die Zehenspitzen verlagert und die Arme an den Ellenbogen angewinkelt hingen herab. Die Haltung einer wachen Jägerin überlegte er, ungefähr aus der Cro-Magnon Zeit, eine Rasse eleganter Jäger, kein überschüssiges Fett, der Bauch flach, der Hintern klein, die Brüste noch kleiner. Rachel war nach keltischem Vorbild gestaltet, anachronistisch und attraktiv. Die Beine, die aus ihren knappen Shorts hervorkamen, waren schlank, schienen geschlechtslos, unerotisch, es gab kaum weibliche Rundungen daran, aber das Gesamtbild war gut, wenn auch eindeutig das eines Mädchens, nicht einer Frau, bis auf die rastlosen klugen Augen. Er nippte an dem Bourbon, die Kraft darin, die Stärke in Geschmack und Geruch war er gar nicht mehr gewohnt, er hatte Mühe, ihn herunter zu bekommen, Rachel hingegen trank, als sei nichts dabei. Rachel setzte sich aufs Bett, strich Gedanken verloren, die Decke glatt, nun wirkte sie verdrossen. Er stellte das Glas auf dem Nachttisch ab und setzte sich neben sie. Unter seinem Gewicht gab das Er nahm ihre Hand, hielt sie in der Seinen. Sie fühlte sich kalt, knochig, ein wenig feucht an. Was bringt sie so durcheinander? Diese verfluchte dritte Nexus Sex, sagte Rachel, musste sich die Worte abbringen. Sie ist dasselbe Baumuster wie ich. Sie blickte hinab auf die Bettdecke, entdeckte einen losen Faden und rollte ein Kügelchen daraus. Ist Ihnen das bei der Beschreibung nicht aufgefallen? Das könnte genauso gut ich sein. Vielleicht trägt sie ihr Haar anders und hat andere Sachen an, womöglich hat sie sich sogar eine Perücke zugelegt, aber wenn sie sie sehen, werden sie verstehen, was ich meine. Sie lachte bitter. Gut, dass sie schon wissen, dass ich eine Androidin bin, sonst hätten sie wahrscheinlich beim Anblick von Pristretten die Fassung verloren oder hätten sie für mich gehalten. Warum macht Ihnen das so viel aus? Ja, verdammt noch mal, ich bin dabei, wenn sie sie aus dem Verkehr ziehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht finden wir sie ja gar nicht. Rachel sagte, ich weiß, wie ein Nexus 6 denkt, deswegen bin ich hier, deswegen kann ich ihnen helfen. Die haben sich zusammen versteckt, diese letzten drei. Um diesen Verrückten geschah, der sich Roy Betty nennt. Er wird bestimmen, wie ihre letzte entscheidende Verteidigung aussieht. Sie verzog die Lippen. Schrecklich, sagte sie. Kopf hoch, sagte er, fasste sie unter ihr skantiges Kinn und hob ihren Kopf, bis sie ihn ansehen musste. Wie das wohl ist, wenn man eine Androiden küsst? fragte er sich. Er lehnte sich ein kleines Stück vor und küsste ihre trockenen Lippen. Keine Reaktion. Rachel saß teilnahmslos da, als betreffe es sie gar nicht. Und doch spürte er, dass es anders war. Oder vielleicht wollte er es auch nur gern glauben. Ich wünschte, sagte Rachel, das hätte ich gewusst, bevor ich herflog. Dann wäre ich nicht gekommen. Ich finde, sie verlangen zu viel. Wissen sie, was ich spüre gegenüber dieser Androiden Pris? Empathie, sagte er. Etwas in dieser Art. Ich identifiziere mich, und das wird mir zum Verhängnis. Gott, vielleicht kommt es ja sogar so. In ihrer Verwirrung erschießen sie mich, nicht sie, und sie kann dann zurück nach Seattle fliegen und mein Leben leben. So klar wie jetzt ist es mir noch nie gewesen. Wir sind Maschinen, wir purzeln aus der Presse wie die Kronkorken. Ich mache mir etwas vor, wenn ich glaube, dass ich ich persönlich existiere. Ich bin einfach nur ein Exemplar eines Musters. Sie schauderte. Es amüsierte ihn. Er konnte nicht anders. Rachel war so süß in ihrem Verdruss. Ameisen empfinden das nicht so, sagte er, und die sind alle exakt gleich. Ameisen empfinden überhaupt nichts. Zwillinge bei den Menschen, die kommen nicht auf den – aber sie identifizieren sich miteinander. Es heißt doch, dass sie eine ganz besondere empathische Beziehung haben. Sie stand auf, ging mit etwas unsicheren Schritten zu der Börbenflasche, goss sich nach und trank in großen Zügen. Eine Zeit lang zog sie ziellos durchs Zimmer, die Stirn finster gefurcht. Dann setzte sie sich wie zufällig wieder zu ihm aufs Bett. Sie zog die Beine hoch und streckte sich aus, von den dicken Kissen gestützt und seufzte. Lassen Sie doch die drei Andis. Nun sprach Mattigkeit aus ihrer Stimme. Ich bin so erschöpft, wahrscheinlich von dem Flug und von allem, was ich heute erfahren habe. Ich will einfach nur schlafen. Sie schloss murmelte sie. Vielleicht werde ich dann wieder geboren, wenn die Rosenwerke die neuste Variante meines Modells vorstellen. Sie öffnete die Augen und funkelte ihn an. Wissen Sie, warum ich in Wirklichkeit hier bin? fragte sie. Warum Elden und die anderen Rosens, die menschlichen wollten, dass ich sie begleite? Um mich zu beobachten, antwortete er, um genau zu dokumentieren, wodurch ein Nexus 6 sich beim Void-Kampftest verrät. Beim Test und überhaupt. Alles, wodurch er anders wirkt. Dann erstatte ich meinen Bericht und die Firma nimmt entsprechende Modifikationen an der DNS der Zygoten vor. So entsteht der Nexus 7. Wenn die aufgespürt werden, machen wir die nächsten Modifikationen und schließlich bekommen wir einen Typ, der sich vom Menschen nicht mehr unterscheiden lässt. Kennen Sie den Reflexbogentest nach Bonelli? fragte er. Wir arbeiten auch an den Ganglien des Rückgrats. Irgendwann wird auch der Bonelli-Test Hokuspokus aus vergangenen Zeiten sein. Sie lächelte treuherzig, ganz unpassend zu ihren Worten. Mittlerweile hätte er nicht mehr sagen können, inwieweit es ihr ernst war, ein Thema, das die Welt erschüttern konnte, und trotzdem redete sie in scherzhaftem Ton. Vielleicht ein Wesenszug bei Androiden, überlegte er. Bei allen. Kein emotionales Bewusstsein. Sie spürte nicht, wovon sie sprach. Nur ihr Intellekt beschäftigte sich damit, gefühllos und logisch. Und dazu kam, dass Rachel nun begonnen hatte, ihn zu necken. Unmerklich war sie von der Klage über ihre eigene Lage dazu übergegangen, ihn wegen der Seinen zu verspotten. Miststück, sagte er. Rachel lachte, ich bin betrunken, ich kann nicht mehr mitkommen. Wenn sie jetzt losfahren, sie machte eine Handbewegung, als wolle sie ihn entlassen, ich bleibe hier und schlafe und später können sie mir erzählen, wie es war. »Nur nur, dass es kein später gibt«, antwortete er, »weil Roy Betty mich umlegt. Aber jetzt kann ich ihnen nicht mehr helfen, weil ich betrunken bin. Na, jedenfalls wissen sie jetzt die Wahrheit, die knallharte, hässliche Wahrheit. Ich bin als Beobachterin hier und werde nichts tun, um ihnen zu helfen. Mir ist es egal, ob Roy Betty sie umlegt oder nicht. Was mir Sorgen macht, ist, ob ich umgelegt werde. Sie schlug die Augen auf, groß und rund. Liebegütig empfinde Mitgefühl mit mir selbst. Und verstehen sie, wenn ich zu diesem heruntergekommenen Apartmenthaus in der Vorstadt gehe? Sie streckte die Hand aus, spielte mit einem Knopf an seinem Hemd. Mit langsamen, geschickten Bewegungen begann sie es aufzuknöpfen. Ich traue mich nicht dorthin, denn Androiden kennen keine Loyalität untereinander. Und ich weiß, dass diese verfluchte Pris Stratten mich umbringen und sich dann als mich ausgeben wird. Verstehen sie? Sieh die Jacke aus. Wieso? Damit wir schlafen gehen können, sagte Rachel. Ich habe eine schwarze Nubierziege gekauft, sagte er. Ich muss die drei weiteren Andis erledigen. Ich muss meine Arbeit zu Ende bringen und dann gehe ich nach Hause zu meiner Frau. Er stand auf und ging um das Bett herum zu der Flasche Bourbon. vorsichtig war von Anfang an auf ihn angekommen. Wem er bisher begegnet war und wen er aus dem Verkehr gezogen hatte, waren alles Manifestationen von Betty gewesen und jede war schlimmer gewesen als die vorherige. Er spürte, wie bei dem Gedanken seine Angst anwuchs. Sie nahm ihn vollständig gefangen, jetzt, wo er ihr den Zugang zu seinem bewussten Verstand geöffnet hatte. Ohne sie kann ich jetzt nicht gehen, sagte er zu Rachel. Ich kann nicht mal dieses Zimmer verlassen. Polokow hat Jagd auf mich gemacht und Garland indirekt auch. Sie meinen, Roy Betty macht Jagd auf sie? Sie stellte ihr leeres Glas ab, fasste sich an den Rücken und löste den BH. Geschickt streifte sie ihn ab. Dann stellte sie sich hin, schwankte, grinste, weil sie schwankte. In meiner Handtasche, sagte sie, habe ich einen Mechanismus, den sie in unserer automatisierten Fabrik auf dem Mars als Notfall... Sie verzog das Gesicht, als Notfall-Dingsbums haben, wenn sie bei einem neu gebauten Andi die Endabnahme machen. Holen Sie das mal raus. Sieht aus wie eine Auster, Sie erkennen es gleich. Er wühlte in ihrer Handtasche. Wie eine menschliche Frau hatte auch Rachel allen erdenklichen Krimskrams in ihrer Tasche. Er wühlte endlos. Inzwischen entledigte sich Rachel ihrer Stiefel und zog den Reißverschluss ihrer Shorts herunter. Sie balancierte auf einem Bein, fing das herabgleitende Kleidungsstück mit dem Zeh auf und schleuderte es durchs Zimmer. Dann ließ sie sich aufs Bett fallen, drehte sich auf die Seite und angelte nach dem Whiskyglas. Sie stieß es herunter und es landete auf dem Teppich. »Flucht«, sagte sie und brachte sich noch einmal unstet auf die Beine. Nur im Höschen stand sie da und sah ihm zu, wie er in ihrer Handtasche wühlte. Und dann zog sie behutsam, aufmerksam die Bettdecke zurück, schlüpfte ins Bett und deckte sich zu. »Ist es das hier?« Er hielt ein rundes Metallobjekt in die Höhe, aus dem ein einzelner Druckknopf hervorstach. »Damit kann man einen Androiden lähmen«, sagte Rachel mit geschlossenen Augen, »ein paar Sekunden lang. Es lässt die Atmung stocken. Ihre übrigens auch, aber ein Mensch hält es ein, zwei Minuten ohne Lutsch, ohne Luft zu holen aus, aber der Vagusnerv bei einem Androiden...« »Ich weiß«, er richtete sich auf, »das autonome Nervensystem beim Androiden ist nicht so reaktionsschnell wie bei uns Menschen. Aber wie Sie sagen, länger als fünf oder sechs Sekunden würde es nicht wirken.« »Lang genug«, murmelte Rachel, »um Ihnen das Leben zu retten.« »Hier, sehen Sie«, sie richtete sich wieder im Bett auf. »Wenn Roy Betty hier aufkreuzt, können Sie das festhalten und auf den Knopf drücken. Und wenn Roy Betty dann dasteht, ohne Sauerstoff im Blut und seine Hirnzellen absterben, können Sie ihn mit Ihrem Laser umbringen.« »Sie haben auch eine Laserpistole«, sagte er, »in Ihrer Handtasche.« »Eine Attrappe«, sie gähnte, jetzt wieder mit geschlossenen Augen. »Androiden dürfen doch keine Waffen bei sich haben.« Er ging hinüber zum Bett. Rachel drehte sich, und schließlich hatte sie sich auf den Bauch gerollt, das Gesicht in dem weißen Betttuch vergraben. »Das ist ein nobles, reines, jungfräuliches Bett«, verkündete sie. »Nur noble, reine Mädchen, die«, sie überlegte. »Androidinnen können keine Kinder bekommen«, sagte sie dann. »Fehlt Ihnen da etwas?« Er zog ihr auch das letzte Kleidungsstück aus, entblößte ihre bleichen, kalten Lenden. »Fehlt Ihnen etwas«, sagte Rachel noch einmal. »Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Woher soll ich es auch können? Wie ist das, wenn man ein Kind bekommt? Und wo wir dabei sind, wie ist das, wenn man geboren wird? Wir werden ja nicht geboren, wir sind nie Kinder gewesen. Und statt an Krankheiten oder am Alter zu sterben, sind wir irgendwann verbraucht, wie die Ameisen. Schon wieder die Ameisen. Und genau das sind wir. Nicht wir, beide. Ich meine mich und meinesgleichen. Chitin-gepanzerte Reflexmaschinen, die im Grunde genommen überhaupt nicht lebendig sind. Sie drehte den Kopf zur Seite und sagte dann laut, »Ich bin nicht lebendig. Sie gehen nicht mit einer Frau ins Bett. Seien Sie also nicht enttäuscht, okay? Sind Sie schon einmal mit einer Androiden im Bett gewesen?« »Nein«, sagte er, nahm die Krawatte ab und zog das Hemd aus. »Es heißt, ich habe mir sagen lassen, dass es echt wirkt, wenn Sie nicht zu viel darüber nachdenken. Wenn Sie aber zu viel darüber nachdenken, wenn Sie sich klar machen, was Sie gerade tun, dann klappt es nicht. Physiologisch gesehen, meine ich.« Er beugte sich zu ihr hinab und küßte ihre nackte Schulter. »Danke, Rick«, sagte sie jemand. »Aber vergessen Sie nicht. Denken Sie nicht darüber nach. Tun Sie es einfach. Stellen Sie nicht zwischendrin philosophische Überlegungen an, denn vom philosophischen Standpunkt betrachtet ist es erbärmlich. Für uns beide.« »Ich habe auch weiterhin vor, später noch Roy Batty zu suchen«, sagte er, »und da brauche ich Sie nach wie vor. Ich weiß, dass die Laserpistole, die Sie da in Ihrer Tasche haben, Sie glauben, ich würde einen von Ihren Andys für Sie erledigen? Ich glaube, dass Sie mir, egal was Sie sagen, nach Kräften helfen würden, sonst lägen Sie nicht in diesem Bett.« »Ich liebe Sie«, sagte Rachel. »Wenn ich in ein Zimmer käme und dort stünde ein Sofa, das mit Ihrer Haut bezogen ist, würde ich Höchstwerte auf der Void-Kampfskala erzielen.« Irgendwann heute Nacht, dachte er, als er die Nachttischlampe ausschaltete, »werde ich eine Nexus-6-Androidin töten, die genauso aussieht wie das nackte Mädchen hier.« »Lieber Himmel«, dachte er, »ich bin tatsächlich an dem Punkt gelandet, den Phil Rash prophezeit hat. Zuerst gehst du mit ihr ins Bett«, hatte er noch im Ohr, »und dann bringst du sie um.« »Ich kann das nicht«, sagte er und wandte sich wieder von dem Bett ab. »Ich wünschte, Sie könnten es«, sagte Rachel, ihre Stimme bebte. »Es liegt nicht an Ihnen. Es liegt an Chris Stratton, an dem, was ich ihr antun muss. Das ist Sie und nicht ich. Mir ist Chris Stratton egal. Hören Sie?« Rachel wühlte sich wieder hoch. Im Dunkeln erkannte er gerade noch ihre schmalbrüstige, schlanke Gestalt. »Schlafen Sie mit mir, und ich schalte dafür Stratton aus. Einverstanden? Ich halte es nicht aus, wenn ich so nah dran bin, und dann...« »Danke«, sagte er. »Dankbarkeit? Gewiss hatte es mit dem Whisky zu tun, wallte in ihm auf, schnürte ihm die Kehle zu. »Zwei«, dachte er. »Jetzt muss ich nur noch zwei umbringen, nur die Baddies.« »Ob Rachel es wirklich tun würde?« »Wahrscheinlich schon.« So dachten und funktionierten Androiden. Aber etwas wie das hier hatte er noch nie erlebt. »Jetzt komm endlich ins Bett«, sagte Rachel. Er kam ins Bett. Danach gönnten sie sich einen großen Luxus. Rick ließ vom Zimmerservice Kaffee bringen. Er saß lange in einem grün-schwarzen Sessel mit vergoldeten Lehnen, nippte an seinem Kaffee und dachte über die nächsten Stunden nach. Rachel war im Bad, platschte und summte unter einer heißen Dusche vor sich hin. »Mit unserer Abmachung haben Sie ein gutes Geschäft gemacht«, rief sie, als sie das Wasser abdrehte. Tropfend, ihr Haar mit einem Gummiband zusammengebunden, erschien sie nackt und rosig in der Badezimmertür. »Wir Androiden können unsere sinnlichen, körperlichen Leidenschaften nicht beherrschen. Wahrscheinlich wussten sie das. Ich habe den Verdacht, sie haben mich ausgenutzt. Allerdings sah sie nicht gerade ärgerlich aus. Ja, sie war geradezu fröhlich geworden und mit Sicherheit so menschlich wie jedes Mädchen, das er je gekannt hatte. »Müssen wir denn wirklich heute Abend noch los und diese Andis zur Strecke bringen?« »Ja«, sagte er, »zwei für mich«, dachte er, »eine für dich.« Das war, wie Rachel es ausgedrückt hatte, ihre Abmachung. Rachel wickelte sich in ein großes weißes Badetuch und fragte, »Hat es Ihnen gefallen?« »Ja. Würden Sie noch mal mit einem Androiden ins Bett gehen? Wenn es ein Mädchen wäre? Wenn es aussehe wie Sie?« Rachel fragte, »Wissen Sie, wie hoch die Lebenserwartung eines humanoiden Roboters ist? Von jemandem wie mir?« »Ich existiere seit zwei Jahren. Was meinen Sie, wie lange habe ich noch?« Er zögerte. Dann sagte er, »Noch einmal ungefähr zwei Jahre.« »Das Problem haben Sie nie lösen können. Die Zellerneuerung, meine ich. Ständige Erneuerung oder doch wenigstens über einen langen Zeitraum.« »Tja, so ist das.« Energisch trocknete sie sich ab. Jetzt war ihr Gesicht ausdruckslos. »Es tut mir leid«, sagte Rick. »Ach«, brummte Rachel, »ich hätte nicht davon anfangen sollen. Immerhin sorgen die Umstände dafür, dass die Menschen nicht mit Androiden durchbrennen. Und das gilt alles auch für die Nexus 6-Modelle?« Es ist eine Frage des Stoffwechsels, nicht der Hirneinheit. Sie kam wieder ins Zimmer, hob ihr Höschen auf und begann, sich anzuziehen. Auch er zog sich wieder an. Dann fuhren sie gemeinsam fast schweigend zum Dachparkplatz hinauf, wo der freundliche, weißgewandete Servicemitarbeiter, ein Mensch, den Schwebewagen geparkt hatte. Auf dem Flug in Richtung der Vorstädte von San Francisco sagte Rachel, »eine schöne Nacht.« »Meine Ziege schläft wahrscheinlich jetzt«, sagte er, »oder vielleicht sind Ziegen auch nachtaktiv. Manche Tiere schlafen nie, Schafe zum Beispiel. Jedenfalls habe ich es nie gesehen. Egal, wann man sie ansieht, sie haben immer die Augen offen. Schauen, ob man Futter für sie hat.« »Ihre Frau.« »Wie ist sie so?« Er antwortete nicht. »Haben Sie, wenn Sie keine Androidin wären,« unterbrach Rixi. »Wenn ich Sie von Rechts wegen heiraten könnte, dann würde ich das tun.« »Oder wir könnten in Sünde leben,« meinte Rachel, »nur, dass ich natürlich nicht lebe.« »Juristisch nicht. Aber in Wirklichkeit sind sie lebendig, biologisch gesehen. Sie bestehen nicht aus Transistorschaltkreisen wie ein falsches Tier. Sie sind ein organisches Wesen. Und in zwei Jahren dachte er, bist du verbraucht und stirbst, weil wir, wie du selbst sagst, das Problem der Zellerneuerung nie gelöst haben. Deshalb spielt es eigentlich auch keine Rolle.« »Das ist mein Ende«, sagte er zu sich, als Kopfgeldjäger. »Nach den Bettys gibt es keine weiteren mehr. Nicht nach heute Abend.« »Sie sehen so traurig aus,« sagte Rachel. Er streckte die Hand aus und berührte sie an der Wange. »Sie werden jetzt keine Androiden mehr jagen können,« entgegnete sie besonnen. »Also machen Sie kein trauriges Gesicht.« »Bitte.« Er starrte sie an. »Bisher hat noch nie ein Kopfgeldjäger weitergemacht,« sagte Rachel, »nachdem er mit mir zusammen war. Keiner bis auf einen. Ein echter Zyniker. Phil Rash. Und der ist übergeschnappt. Er macht es auf eigene Faust.« »Verstehe,« sagte Rick. Er fühlte sich taub. Durch und durch. Der ganze Körper. »Aber der Trip, den wir hier unternehmen,« sagte Rachel, »wird nicht vergebens sein. Denn Sie lernen einen wunderbaren, spirituellen Mann kennen.« »Roy Betty,« sagte er, »kennen Sie sie alle?« »Ich kannte sie alle, als sie noch existierten. Jetzt kenne ich nur noch drei. Heute Morgen haben wir versucht, sie aufzuhalten, noch bevor sie mit Dave Holdens Liste loszogen. Ich habe es noch ein weiteres Mal versucht, kurz bevor Polokow sie aufsuchte. Doch danach konnte ich nur warten.« »Bis ich nicht mehr weiterkam,« sagte er, »und sie anrufen musste.« Luba Luft und ich waren gute, sehr gute Freundinnen. Fast zwei Jahre lang. Wie fanden Sie sie? Hat sie Ihnen gefallen? Sie hat mir gefallen. Trotzdem haben Sie sie umgebracht. Phil Rash hat sie umgebracht. Oh, dann ist Phil Rash also mit Ihnen zum Opernhaus gekommen. Das wussten wir nicht. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt haben wir den Kontakt zueinander verloren. Wir wussten nur, dass sie getötet worden war. Wir sind natürlich davon ausgegangen, dass Sie es waren. Mit den Informationen, die ich von Dave habe, sagte er, kann ich wahrscheinlich weitermachen und Roy Betty erledigen. Irmgard Betty vielleicht nicht. Und Pris Stratton überhaupt nicht, dachte er. Selbst jetzt nicht. Jetzt, wo ich das weiß. Alles, was sich im Hotel abgespielt hat, sagte er, war also nur. Die Firma, entgegnete Rachel, wollte sämtliche Kopfgeldjäger hier und in der Sowjetunion aufspüren. Anscheinend funktionierte es. Auch wenn wir die Gründe nicht ganz verstehen. Der Fehler liegt wieder mal bei uns, nehme ich an. Ich habe meinen Zweifel, ob das wirklich so oft oder so gut funktioniert, wie Sie sagen, antwortete er. Sein Hals war wie zugeschnürt. Bei Ihnen hat es funktioniert. Das werden wir noch sehen. Ich weiß es bereits, sagte Rachel, als ich diesen Ausdruck auf ihrem Gesicht sah, den Kummer. Danach suche ich. Wie oft haben Sie das schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Sieben-, achtmal? Nein, ich glaube, neunmal waren es. Sie, oder besser gesagt, es, nickte. Ja, neunmal. Eine altmodische Vorstellung, sagte Rick. Wie meinen Sie das? Rachel klang verdutzt. Er schob das Steuer nach vorn und ließ den Wagen sinken. So kommt es mir jedenfalls vor. Ich werde Sie jetzt töten, sagte er. Und dann nehme ich mir Roy und Ermgard Betty und Chris Stratton allein vor. Deswegen landen Sie? Erschrocken ergänzte sie. Darauf steht Strafe. Ich bin keine vom Mars entflohene Androidin, die Sie einfach so abknallen können. Ich bin das Eigentum, das rechtmäßige Eigentum der Firma. Ich bin nicht so wie die anderen. Aber wenn ich es fertig bringe, Sie zu töten, sagte er, dann kann ich auch die anderen töten. Sie griff mit beiden Händen in die dicke, vollgestopfte, verkippelte Handtasche. Sie wühlte manisch. Dann gab sie auf. Diese verfluchte Tasche, zischte sie, darin finde ich nie etwas. Ich bitte Sie, töten Sie mich schmerzlos. Auf eine sanfte Art, meine ich. Ich werde mich nicht wehren, einverstanden? Ich verspreche Ihnen, ich wehre mich nicht. Werden Sie es sanft tun? Rick sagte, jetzt verstehe ich, warum Phil Rasch das zu mir gesagt hat. Jetzt verstehe ich seine Worte. Er war nicht zynisch. Er hatte nur einfach zu viel erfahren. Wenn er das durchgemacht hat, kann ich es ihm nicht mehr übel nehmen. Das hat ihn verbogen. Aber in die falsche Richtung. Sie schienen jetzt gefasster, zumindest nach außen hin. Aber doch immer noch aufgewühlt und angespannt. Und das düstere Feuer in ihr brannte bereits nieder. Die Lebenskraft entwich ihr, wie er es schon so oft bei Androiden erlebt hatte. Immer wieder diese Resignation. Das mechanische, verstandesmäßige Akzeptieren dessen, womit kein echtes Lebewesen, getrieben von zwei Milliarden Jahren Leben, dem Drang, sich zu entwickeln, sich jemals abgefunden hätte. Ich kann es nicht ertragen, wie ihr Androiden euch aufgebt, sagte er wütend. Der Wagen war jetzt schon fast am Boden. Er musste das Steuer zurückreißen, damit sie nicht aufschlugen. Er stieg in die Bremsen und brachte den Wagen schlingernd zum Halten. Er schaltete den Motor aus und zog seine Laserpistole. Ins Hinterhauptbein, am unteren rückwärtigen Schädelende, sagte Rachel. Bitte. Sie drehte sich um, damit sie nicht in die Mündung der Laserpistole sehen musste. Den Strahl würde sie nicht spüren. Rick steckte die Pistole wieder ein. Ich bringe nicht fertig, was Phil Rash mir geraten hat. Er ließ den Motor neu an und schon im nächsten Moment waren sie wieder in der Luft. Wenn Sie es tun wollen, sagte Rachel, dann tun Sie es jetzt. Lassen Sie mich nicht warten. Ich werde Sie nicht töten. Er flog nun wieder in Richtung Innenstadt. Sie haben Ihren Wagen am St. Francis, oder? Ich setze Sie da ab und dann können Sie wieder nach Seattle fliegen. Mehr hatte er ihr nicht zu sagen. Nun flog er schweigend weiter. Danke, dass Sie mich nicht umbringen, sagte Rachel nach einer Weile. Ja, zum Teufel, Sie haben es doch selbst gesagt. Gerade mal noch zwei Jahre zu leben. Ich habe noch fünfzig. Ich lebe fünfundzwanzig Mal so lange wie Sie. Aber Sie verachten mich tatsächlich, sagte Rachel, für das, was ich getan habe. Jetzt war sie wieder oben auf. Ihre Stimme klang bereits wieder viel lebendiger. Es ist Ihnen nicht anders ergangen als den anderen. Den Kopfgeldjägern vor Ihnen. Alle werden Sie wütend und wollen mich umbringen. Und wenn es so weit ist, bringen Sie es nicht fertig. Genau wie Sie gerade eben. Sie zündete sich eine Zigarette an, sog genussvoll den Rauch ein. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Es bedeutet, dass ich Recht hatte. Sie werden es nicht mehr fertig bringen, weitere Androiden aus dem Verkehr zu ziehen. Nicht nur ich. Auch die Baddies und Stratton bleiben verschont. Also, fliegen Sie nach Hause zu Ihrer Ziege. Ruhen Sie sich aus. Himmel! Sie bürstete heftig an ihrem Mantel. Da war ein Glutkrümel von der Zigarette runtergefallen. Aber jetzt ist er aus. Sie ließ sich wieder in dem Sitz zurücksinken. Entspannte sich. Er schwieg. Diese Ziege, sagte Rachel. Sie lieben die Ziege mehr als mich. Mehr als Ihre Frau, wahrscheinlich. Zuerst kommt die Ziege, dann Ihre Frau. Und als allerletztes, sie lachte unbekümmert, das ist schon ein Witz. Er entgegnete nichts. Wieder flogen sie eine Weile schweigend. Dann machte Rachel sich am Armaturenbrett zu schaffen, bis sie den Radioknopf fand. Schalten Sie das ab, sagte Rick. Buster freundlich und seine freundlichen Freunde abschalten? Amanda Werner und Oscar Scruggs abschalten? Wir dürfen doch Busters sensationelle Enthüllung nicht verpassen. Es muss jetzt bald so weit sein. Sie beugte sich vor, schaute im Licht der Radioanzeige auf ihre Armbanduhr. Jeden Moment jetzt! Sie haben davon gehört, oder? Dauernd kündigt er es an, heizt die Spannung an. Bestimmt schon seit... Jetzt erklang der Radioton. Ja, liebe Leute, da sitze ich also mit meinem Kumpel Buster. Und was plaudert sich das so schön? Und die Uhr macht tic-tac und der Zeiger hoppt und hoppt und hoppt immer weiter. Und alle warten auf eine ganz besonders spannende Enthüllung. Die Buster uns heute... Rick schaltete das Radio ab. Oscar Scruggs, sagte er, die Intelligenz in Person. Sofort streckte Rachel die Hand aus und schaltete wieder ein. Ich will das hören! Sie können jetzt nicht abschalten! Es ist etwas Wichtiges, das Buster freundlich heute Abend in seiner Show zu verkünden hat. Wieder plapperte aus dem Lautsprecher die einfältige Stimme und Rachel Rosen lehnte sich zurück und machte es sich bequem. Neben Rick im Dunkeln glomm die Zigarette, wie der Hinterleib eines selbstgefälligen Glühwürmchens. Ein gleichmäßiges, unerschütterliches Zeichen für das, was Rachel Rosen erreicht hatte. Für ihren Triumph über ihn. Bringen Sie meine anderen Sachen auch noch hier hoch, wies Pris J.R. Isidor an. Vor allem will ich den Fernseher, damit ich Busters große Enthüllung hören kann. Stimmt, pflichtete Irmgard Baddy ihr bei, munter und beschwingt wie eine Schwalbe. Wir brauchen den Fernseher. Schon so lange warten wir auf den heutigen Abend und die Enthüllung muss jetzt bald dran sein. Isidor sagte, mein Gerät hier empfängt den Regierungssender. In einer Ecke des Wohnzimmers, tief in einen Polstersessel versunken, als habe er sich auf Dauer dort eingerichtet und sich den Sessel zur Wohnung erkoren, rülpste Roy Baddy und sagte noch einmal mit Nachdruck, aber wir möchten Buster freundlich und seine freundlichen Freunde sehen, Izzy. Ich darf sie doch Izzy nennen, oder? Wäre Ihnen J.R. lieber. Sie verstehen mich, nicht wahr? Würden Sie also bitte den Fernseher holen? Allein machte Isidor sich auf den Weg durch den hallenden Gang zur Treppe. In seinem Innern war er noch ganz erfüllt vom starken, mächtigen Aroma des Glücks, dem Gefühl, dass er zum ersten Mal in seinem langweiligen Leben nützlich war. Andere verlassen sich auf mich, sagte er sich selig, als er über die staubigen Stufen ein Stockwerk tiefer stieg. Und es wird auch schön, Buster freundlich wieder mal im Fernsehen zu sehen, dachte er, statt ihn immer nur im Radio im Lieferwagen zu hören. Und es stimmt, ging ihm auf, heute ist der Abend, an dem Buster freundlich seine genauestens dokumentierte, sensationelle Enthüllung machen will. Und Pris und Roy und Irmgard sorgen dafür, dass ich das Wichtigste zu sehen bekomme, was es wahrscheinlich über Jahre in den Nachrichten zu sehen gibt. Das ist doch was, dachte er bei sich. Es ging voran im Leben von J.R. Isidor, keine Frage. Er betrat die alte Wohnung von Pris, zog bei dem Fernsehgerät den Stecker und stöpselte das Antennenkabel aus. Schlagartig breitete sich überall die Stille aus. Er merkte, wie die Kraft aus seinen Armen schwand. Ohne die Baddies und Pris spürte er sich versiegen, seltsam ähnlich dem Fernsehgerät, aus dem das Leben gewichen war, als er den Stecker entfernte. Man muss mit anderen Menschen zusammen sein, dachte er, damit man überhaupt lebt. Ich meine, bevor die anderen hierher kamen, da konnte ich es aushalten, allein in dem großen Haus. Aber jetzt ist es anders. Da gibt es kein Zurück, überlegte er. Man kann nicht von Leuten zurück zu keinen Leuten. Panisch ging ihm auf. Ich bin angewiesen auf sie. Dem Himmel sei Dank, dass sie dageblieben sind. Er würde zweimal gehen müssen, um die Sachen von Pris in die Wohnung oben zu bringen. Er packte sich den Fernseher, hatte sich entschieden, ihn zuerst zu transportieren, dann die Koffer und die übrigen Kleider. Ein paar Minuten später hatte er das Gerät nach oben gewuchtet. Mit schmerzenden Fingern stellte er es auf einen Beistelltisch in seinem Wohnzimmer. Die Baddies und Pris sahen teilnahmslos zu. Der Empfang ist gut hier in dem Gebäude, keuchte er, als er Stromkabel und Antenne einstöpselte. Als ich selbst noch, Buster freundlich und seine Freund, schalten sie einfach nur das Gerät ein, sagte Roy Baddy. Und dann seien sie still. Er gehorchte. Dann eilte er wieder zur Tür. Noch einmal runter, sagte er, dann habe ich alles. Er blieb noch einen Moment stehen, wärmte sich am Feuer ihrer Gegenwart. Schön, sagte Pris abwesend. Isidor machte sich von Neuem auf den Weg. Also irgendwie nutzen die mich aus, dachte er bei sich. Aber es machte ihm nichts. Trotzdem schön, wenn man Freunde hat, sagte er sich. Wieder unten angekommen, sammelte er die Kleider des Mädchens ein, stopfte alles in die Koffer, die er dann durch den Flur und wiederum zur Treppe schleppte. Auf der Stufe vor ihm bewegte sich etwas Winziges im Staub. Sofort ließ er die Koffer fallen und zog das Arzneifläschchen aus Plastik hervor, das er wie alle anderen für genau solche Fälle stets bei sich hatte. Eine Spinne, kein großer Fang, aber lebendig. Mit zitternden Fingern schob er sie in das Gefäß und ließ den Deckel, in den er mit einer Nadel Luftlöcher gebohrt hatte, fest zuschnappen. Oben an der Wohnungstür hielt er inne und schöpfte Atem. Jawohl, Freunde, jetzt ist es soweit. Hier ist Baste freundlich und ich will hoffen, das heißt, ich habe vollstes Vertrauen, dass ihr alle dort draußen genauso darauf brennt, mein Geheimnis zu erfahren, die Entdeckung, die mir gelungen ist und die ich, nebenbei gesagt von erstklassigen Fachleuten, die sich dafür in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug gelegt habe, habe prüfen lassen, wie ich darauf brenne, es euch zu erzählen. Ho, ho, Freunde, jetzt! Aufgepasst! John Isidor sagte, ich habe eine Spinne gefunden. Die drei Androiden blickten auf, wandten ihre Aufmerksamkeit einen Augenblick lang vom Fernseher ab und ihm zu. Lassen Sie mal sehen, sagte Priss. Sie streckte die Hand aus. Roy Beddy sagte, ihr sollt nicht reden, wenn Basta läuft. Ich habe noch nie eine Spinne gesehen, sagte Priss. Sie nahm das Arzneifläschchen in beide Hände und betrachtete das Geschöpf darin. So viele Beine! Wofür braucht sie denn so viele Beine, J.R.? So sind Spinnen eben, antwortete Isidor mit pochendem Herzen. Acht Beine! Priss stand auf und sagte, Wissen Sie, was ich glaube, J.R.? Ich glaube, die braucht überhaupt nicht so viele Beine. Acht! fragte Irmgard Beddy. Wieso kann sie denn nicht nur auf Vieren laufen? Schneide ihr Vier ab und dann schauen wir. Fröhlich öffnete sie ihre Handtasche und zog eine hübsche, kleine Nagelschere hervor, und die reichte sie Priss. Grausiges Entsetzen packte J.R. Isidor. Priss ging mit dem Fläschchen in die Küche und setzte sich an Isidors Frühstückstisch. Sie nahm den Deckel ab und kippte die Spinne aus. Wahrscheinlich kann sie dann nicht mehr so schnell laufen, sagte sie. Aber hier gibt es ja auch nichts zu fangen für sie. Sie stirbt so oder so. Sie griff nach der Schere. Bitte, klagte Isidor. Priss blickte fragend auf. Ist sie was wert? Verstümmeln Sie sie nicht, brachte er unter Mühen hervor, flehte sie an. Mit der Schere schnitt Priss eins der Spinnenbeine ab. Im Wohnzimmer, im Fernsehen, sagte Buster freundlich gerade, seht euch diese Vergrößerung von einem Stück des Hintergrunds an. Das ist der Himmel, den wir normalerweise sehen. Moment, ich habe Earl Parameter hier, den Leiter meines Forschungsstabes. Er wird euch diese wahrhaft welterschütternde Entdeckung erläutern. Priss schnitt ein weiteres Spinnenbein ab und hinderte dabei die Spinne mit der Handkante am Weglaufen. Sie lächelte. Vergrößerungen der Videoaufnahmen, verkündete eine andere Stimme aus dem Fernseher, zeigen bei eingehender Betrachtung im Labor, dass der graue Hintergrund mit Himmel und Tagmond, vor dem Mercer sich bewegt, nicht nur irdischen Ursprungs ist, er ist künstlich. Du verpasst es, rief Irmgard Priss aufgeregt zu. Sie kam an die Küchentür und sah, was Priss gerade tat. Das kannst du doch nachher noch machen, drängte Sisi. Es ist so wichtig, was Sie da im Fernsehen sagen. Es beweist, dass alles genau so ist. Sei still, knurrte Roy Baddy. Wie wir schon immer vermutet haben, beschloss Irmgard ihren Satz. Die Fernsehstimme fuhr fort. Der Mond ist gemalt. Auf der eingeblendeten Vergrößerung können Sie die Pinselstriche sehen. Und wir haben auch Hinweise, dass das vertrocknete Unkraut, der öde, unfruchtbare Boden, vielleicht sogar die Steine, die angeblich von Unbekannten nach Mercer geworfen werden, ebenso falsch sind. Es ist gut denkbar, dass die Steine in Wirklichkeit aus Schaumstoff sind und keinerlei echte Verletzungen verursachen. Mit anderen Worten, schaltete sich Buster freundlich ein, Wilbur Mercer leidet überhaupt nicht. Es ist uns gelungen, Mr. Freundlich, übernahm wieder der Forschungsleiter, einen Mann ausfindig zu machen, der seinerzeit in Hollywood an Trick-Effekten gearbeitet hat. Sein Name ist Wade Cortet. Und Mr. Cortet sagt rund heraus, dass nach seiner langjährigen Erfahrung die Gestalt des Mercer gut einfach nur ein Komparse sein könnte, der über eine Studiobühne stapft. Cortet meint sogar, die Bühne komme ihm bekannt vor. Sie habe zu einem kleinen Filmstudio gehört, das es längst nicht mehr gibt, für das er aber vor Jahrzehnten einmal gearbeitet hat. Wenn wir also Cortet glauben wollen, sagte Buster freundlich, kann es praktisch keinen Zweifel geben. Pris hatte inzwischen der Spinne ein drittes Bein abgeschnitten. Das Tier kroch mühsam über den Küchentisch, suchte nach einem Ausweg, einem Weg in die Freiheit. Es fand keinen. Wir sind in der Tat überzeugt davon, dass Cortet recht hat, erklärte der Forschungsleiter mit seiner spröden, pedantischen Stimme. Und wir haben viel Zeit aufgewendet, uns Publicity-Bilder von kleinen Darstellern des einstigen Hollywood anzusehen. Und sie haben... Hört euch das an, rief Roy Betty. Irmgard schaute gebannt auf den Fernsehschirm, und Pris hatte in ihrer Verstümmelung der Spinne innegehalten. Tausende und Abertausende von Fotos haben wir durchgesehen und sind schließlich auf einen Mann namens Al Jerry gestoßen. Ein sehr alter Mann, heute aber noch am Leben, der in Vorkriegsfilmen einige Nebenrollen gespielt hat. Wir haben ein paar Leute aus dem Labor zu Jerry nach Hause geschickt, nach East Harmony, Indiana. Ich übergebe jetzt an einen Vertreter des Teams, das vor Ort war, damit er uns beschreiben kann, was er dort entdeckt hat. Schweigen. Dann eine neue Stimme, genauso öde. Das Haus an der Lark Avenue in East Harmony ist windschief und schäbig, ganz am Stadtrand gelegen, wo kein Mensch außer Al Jerry mehr lebt. Er bat uns höflich hinein in sein muffiges, modriges, kippelübersähtes Wohnzimmer, und ich las telepathisch den wirren, zugemüllten, nebulösen Verstand von Al Jerry aus, der mir dort gegenüber saß. Hört doch, rief Roy Batty noch einmal. Er saß ganz vorn auf der Sesselkante, als wolle er gleich losspringen. Ich fand heraus, fuhr der Filmtechniker fort, dass der alte Mann tatsächlich eine ganze Reihe von kurzen, 15-minütigen Videos aufgenommen hatte, und zwar für jemanden, dem er nie begegnet ist. Und wie wir schon vermutet hatten, bestanden die Steine aus Schaumgummi. Das Blut, das er vergoss, war Ketchup, und das einzige Leid, das Mr. Jerry zu erdulden hatte, der Techniker gluckste, war, dass er einen ganzen Tag lang ohne einen Tropfen Whisky auskommen musste. »Al Jerry«, sagte Buster freundlich, dessen Gesicht nun wieder auf dem Bildschirm erschien. So, so, ein alter Mann, der selbst zu seinen besten Zeiten nie einer war, den jemand geachtet hätte, nicht einmal er selbst. Al Jerry spielte in einem langweiligen, immer gleichen Film, einer ganzen Serie sogar, und wusste nicht für wen. Weiß es bis heute nicht. Von Anhängern des Mercer-Tums hört man immer wieder, dass Wilbur Mercer kein Mensch ist, sondern ein archetypisches, höheres Wesen, vielleicht von einem anderen Stern. Nun, in gewissem Sinne hat sich diese Behauptung als zutreffend erwiesen. Wilbur Mercer ist tatsächlich kein Mensch, weil es ihn nämlich gar nicht gibt. Die Welt, in der er seinen Aufstieg macht, ist in Wirklichkeit eine billige Bühne in Hollywood, nichts weiter als ein Filmatelier, das schon vor Jahren im Kippel untergegangen ist. Und wer hat nun dem ganzen Sonnensystem diesen Bären aufgebunden? Darüber denkt mal einen Moment nach, Leute. Das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren, murmelte Irmgard. Was da freundlich sagte, das werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Und auch dahinter, welcher Zweck mit diesem Schwindel verfolgt wird, kommen wir wohl kaum. Jawohl, Leute, Schwindel. Das Mercer-Tum ist ein Schwindel. Ich denke, wir wissen es, sagte Roy Baddy. Es liegt auf der Hand. Der Kult um Mercer kam genau zu der Zeit auf, zu der... Aber jetzt überlegt mal, fuhr Buster freundlich fort. Macht euch klar, wie das Mercer-Tum funktioniert. Also, wenn wir den vielen Anhängern glauben wollen, geht es um ein Erlebnis der Verschmelzung. Es geht um diese Empathie, die die Menschen haben, sagte Irmgard, indem Männer und Frauen im ganzen Sonnensystem eine einzige große Einheit bilden, aber eine Einheit, die sich durch die angeblich telepathische Stimme von Mercer beeinflussen lässt. Bedenkt also. Ein ehrgeiziger Möchtegern-Hitler mit politischen Ambitionen könnte... Nein, es ist diese Empathie, beharrte Irmgard. Mit geballten Fäusten kam sie in die Küche zu Isidore. Gilt das nicht als Beweis dafür, dass Menschen Sachen können, die wir nicht können? Und ohne diese Mercer-Geschichte hätten wir ja nur euer Wort, dass ihr wirklich etwas empfindet, dass es diese Gemeinschaftlichkeit, dieses Gruppengefühl gibt. Was macht die Spinne? Sie sah Pris über die Schulter. Pris nahm die Schere und schnitt der Spinne ein weiteres Bein ab. Jetzt hat sie noch vier, sagte sie. Sie schubste die Spinne an. Sie läuft nicht. Obwohl sie könnte. Roy Batty erschien in der Tür mit einem tiefen Seufzer und einem Ausdruck auf dem Gesicht, als sei ihm etwas Großes gelungen. Es ist vollbracht. Basta hat es ausgesprochen. Und praktisch jeder Mensch im Sonnensystem hat es vernommen. Das Mercer-Tum ist ein Schwindel. Die ganze Geschichte mit der Empathie ist ein Schwindel. Er kam näher und betrachtete neugierig die Spinne. Sie will nicht laufen, sagte Irmgard. Ich kann sie zum Laufen bringen. Roy holte ein Streichholzbriefchen hervor und zündete ein Holz an. Er näherte sich mit der Flamme der Spinne, näher und näher, bis sie schließlich mühsam vorankroch. Ich hatte recht, sagte Irmgard. Habe ich nicht gesagt, dass sie auch mit nur vier Beinen gehen kann? Erwartungsvoll sah sie zu Isidore auf. Was haben Sie? Sie fasste ihn am Arm und sagte, Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Verlusts. Wir zahlen Ihnen, was in diesem, wie hieß das, diesem Sydney-Katalog steht. Machen Sie doch nicht so ein Gesicht. Ist das nicht eine tolle Sache, was Sie da über Mercer herausgefunden haben? Wie Sie es bewiesen haben? Hey, sagen Sie doch was! Sie stupste ihn eifrig an. Er ist unglücklich, sagte Priss. Er hat ja selbst seinen Empator, im Zimmer nebenan. Sitzen Sie denn auch brav an den Griffen, J.R.? fragte sie Isidore. Roy Betty sagte, klar sitzt er dran. Das machen die alle. Oder haben es gemacht. Vielleicht fangen Sie jetzt mal an zu überlegen. Ich glaube nicht, dass es dadurch mit dem Mercer-Kult vorbei ist, sagte Priss. Aber jetzt, in diesem Augenblick, gibt es doch eine Menge unglücklicher Menschen. An Isidore gewandt erklärte sie, Seit Monaten warten wir darauf. Wir wussten alle, was kommen würde. Wir wussten, was Buster in petto hatte. Sie zögerte. Dann sagte sie, Das war doch klar. Buster ist einer von uns. Ein Androide, erklärte Irmgard. Und keiner weiß es. Von euch Menschen, meine ich. Priss schnitt der Spinne noch ein weiteres Bein ab. Plötzlich stieß Isidore sie beiseite und nahm das verstümmelte Geschöpf in die Hand. Er brachte es zum Spülbecken, und dort ertränkte er es. Und seinen Verstand, die Hoffnungen in seinem Innern ertranken auch. Genauso schnell wie die Spinne. Er ist wirklich durcheinander, sagte Irmgard besorgt. Machen Sie doch nicht so ein Gesicht, J.R. Und warum sagen Sie denn nichts? Und an Priss und ihren Mann gewandt, Das ist mir richtig unheimlich, wie er da am Spülbecken steht und kein Wort sagt. Er hat überhaupt nicht mehr gesprochen, seit wir den Fernseher eingeschaltet haben. Es liegt nicht am Fernseher, sagte Priss. Es liegt an der Spinne. Habe ich nicht recht, John R. Isidore? Da kommt er schon drüber weg, wandte sie sich wieder an Irmgard, die ins Wohnzimmer gegangen war, um den Fernseher abzuschalten. Roy Betty betrachtete Isidore ungerührt, amüsierte sich. Tja, jetzt ist es vorbei, Isidore, mit dem Mörsertum, meine ich. Mit spitzen Fingern holte er die tote Spinne wieder aus dem Abfluss. Vielleicht war das die letzte Spinne, sagte er, die letzte lebendige Spinne auf Erden. Er überlegte, in dem Falle wäre es mit den Spinnen dann auch vorbei. Ich, mir ist übel, sagte Isidore. Aus dem Küchenschrank nahm er eine Tasse. Eine ganze Weile lang stand er da und hielt sie einfach nur in der Hand. Er hätte nicht sagen können, wie lange. Und dann fragte er Roy Betty, Der Himmel hinter Mörser ist also nur gemalt? Nicht echt? Sie haben doch die Vergrößerungen im Fernsehen gesehen, entgegnete Betty. Die Pinselstriche. Mit dem Mörsertum ist es nicht vorbei, beharrte Isidore. Etwas beschäftigte die drei Androiden, etwas Schlimmes. Die Spinne, dachte er. Vielleicht war es tatsächlich die letzte Spinne auf Erden gewesen, wie Roy Betty gesagt hatte. Und jetzt ist die Spinne fort. Mörser ist fort. Er sah den Staub und den Verfall der Wohnung, wie sie sich ringsum ausbreiteten. Er hörte, wie der Kippel kam, wie alle Formen sich endgültig auflösten, wie jene Abwesenheit übernahm, die schließlich alles beherrschen würde. All das schwoll um ihn her an, so wie er dastand mit der leeren Porzellantasse. Die Küchenschränke knarzten, bekamen Risse, und er spürte, wie der Boden unter seinen Füßen nachgab. Er streckte die Hand aus, um sich an der Wand festzuhalten, die Oberfläche zerbröselte unter seinen Fingern, graue Partikel rieselten und zerrannen, Körnchen des Wandputzes, die aussahen wie der radioaktive Staub draußen. Er setzte sich an den Tisch, und wie vom Ross zerfressene Röhren knickten die Stuhlbeine unter ihm ein. Rasch stand er auf, stellte die Tasse ab und versuchte, die Beine wieder zurechtzubiegen. Der Stuhl fiel in seinen Händen auseinander. Die Schrauben, die ihn bisher zusammengehalten hatten, kullerten heraus. Er sah, wie auf dem Tisch die Tasse einen Sprung bekam. Zacken durchdrangen die Glasur wie Schatten von Ranken. Dann brach ein Splitter ab und zeigte das raue, unglasierte Innere. »Was macht er denn?«, hörte die Stimme von Irmgard Beddy wie aus weiter Ferne. »Er macht alles kaputt. Isidor, hören Sie auf!« »Das bin nicht ich,« sagte er. Schwankend ging er ins Wohnzimmer, wollte allein sein. Er stand an dem zerschlissenen Sofa und schaute die gelbe, fleckige Wand an, mit den Spuren all der Insekten, die dort einst gekrochen und jetzt tot waren. Und wieder dachte er an den Leichnam der Spinne mit ihren verbliebenen vier Beinen. »Alles hier ist alt«, sagte er sich. »Schon vor Langem hat der Verfall begonnen und geht immer weiter. Die tote Spinne hat das Regiment übernommen.« Der Boden unter ihm sackte durch, und er stand in einer Mulde. Darin erschienen nun Körperteile von Tieren, der Kopf einer Krähe, mumifizierte Hände, die einmal Affen gehört haben mochten. Ein wenig abseits stand ein Esel. Er regte sich nicht, aber er schien noch am Leben, jedenfalls verweste er bisher nicht. Er ging zu ihm hin, spürte, dass die Knochen wie dürres Gestrüpp unter seinen Füßen zerbrachen. Doch bevor er den Esel erreichen konnte, eins der Geschöpfe, die er am meisten liebte, stürzte sich eine schwarz-blaue Krähe herab und landete auf der Nase des Esels. Der wehrte sich nicht. »Nicht«, rief Isidur. Doch schon hatte die Krähe dem Esel die Augen ausgehackt. »Schon wieder«, dachte er, »schon wieder geschieht es mit mir. Ich werde für lange Zeit hier unten bleiben, wie zuvor. Es ist jedes Mal lang, weil nichts hier sich je verändert. Es kommt ein Punkt, an dem selbst die Verwesung aufhört.« Ein trockener Wind erhob sich, und die Knochenhaufen ringsum fielen in sich zusammen. Selbst der Wind zerstört sie, sah er, in diesem Stadium, kurz bevor die Zeit endet. Ich wünschte, ich wüsste noch, wie man von hier wieder nach oben klettern kann. Er blickte hinauf, aber er sah nichts, woran er sich hätte festhalten können. »Mörser«, sagte er laut, »wo bist du jetzt? Dies hier ist die Welt des Grabes, und in sie bin ich zurückgekehrt. Doch diesmal bist du nicht hier bei mir.« Etwas kroch ihm über den Fuß. Er kniete sich hin und suchte danach und fand es, weil es sich so langsam bewegte. Die verstümmelte Spinne, die sich ruckartig auf den Beinen, die sie noch hatte, voranarbeitete. Er hob sie auf und setzte sie sich auf die Handfläche. »Die Umkehr hat begonnen«, ging ihm auf. »Die Spinne lebt wieder. Mörser muss in der Nähe sein.« Der Wind blies, zerbröselte und verwehte auch die anderen Knochen, aber er spürte die Gegenwart Mörsers. »Komm her zu mir«, sagte er zu Mörser. »Kriech mir über den Fuß oder finde sonst einen Zugang zu mir. »Tust du das, Mörser?«, dachte er. Und laut rief er »Mörser!« Überall in der Landschaft wucherte es. Ranken bohrten sich in die Wände ringsum, wandelten sich in ihre eigenen Sporen. Die Sporen breiteten sich aus, spalteten sich, zerplatzten zwischen dem verrosteten Stahl mit den Mörtelbröseln, die einmal Betonwände gewesen waren. Aber die Ödnis blieb, auch als die Wände zergangen waren. Alles wandelte sich in Wüste, bis auf die schwache, ausgemagelte Gestalt von Mörser. Der alte Mann sah ihn an, und es stand ein friedlicher Ausdruck auf seinem Gesicht. »Ist der Himmel gemalt?«, fragte Isidor. »Sind es wirklich Pinselstriche, die man in der Vergrößerung sieht?« »Ja«, sagte Mörser. »Ich sehe sie nicht.« »Du bist zu nah dran«, sagte Mörser. »Du musst mehr Abstand haben. So wie die Androiden. Die haben einen besseren Blickwinkel. Deshalb sagen sie, du bist erschwindelt?« »Ich bin auch erschwindelt«, sagte Mörser. »Sie haben recht. Ihre Ergebnisse stimmen. Nach ihren Maßstäben bin ich ein alter, ehemaliger Kompase namens L. Jerry. Was sie enthüllt haben, ist die Wahrheit. Sie waren bei mir zu Hause und haben mit mir gesprochen, ganz wie sie es behaupten. Ich habe ihnen erzählt, was sie wissen wollten, und sie wollten alles wissen. Auch das mit dem Whisky?« Mörser lächelte. »Es war die Wahrheit. Sie haben ihre Arbeit gut gemacht. Und aus ihrer Sicht hat Buster freundlich mich eindeutig entlarvt. Es wird ihnen schwerfallen, zu begreifen, dass sich dadurch nichts geändert hat. Aber du bist immer noch da, und ich bin immer noch da.« Mit einer ausholenden Geste wies Mörser auf die öde Hügellandschaft, den vertrauten Ort. »Gerade eben wieder habe ich dich aus der Welt des Grabes heraufgeholt, und ich werde dich immer wieder heraufholen, bis du eines Tages das Interesse verlierst und es nicht mehr willst. Aber du musst derjenige sein, der aufgibt, mich zu suchen, denn ich werde meine Suche nach dir niemals aufgeben.« »Das mit dem Whisky hat mir nicht gefallen«, sagte Isidor, »es ist erniedrigend.« »Das liegt nur daran, dass du ein so ausgesprochen moralischer Mensch bist. Ich bin das nicht. Ich urteile nicht, nicht einmal über mich selbst.« Mörser hielt ihm die geschlossene Hand hin. »Bevor ich es vergesse, das hier gehört dir.« Er öffnete die Finger. Auf der Handfläche saß die verstümmelte Spinne. Aber alle acht Beine waren nun wieder da. »Danke«, Isidor nahm die Spinne. Er wollte noch etwas sagen. Der Alarm ging los. »Es ist ein Kopfgeldjäger im Haus«, knurrte Roy Betty. »Lichter aus! Holt ihn weg von dem Empator! Wir brauchen ihn an der Tür! Jetzt macht schon! Holt ihn da weg!« John Isidor senkte den Blick und sah seine Hände. Sie hielten die zwei Griffe des Empathos umklammert. Während er noch dastand und hinunterstarrte, gingen die Lichter in seiner Wohnung aus. Er sah noch, wie Pris in der Küche zur Tischlampe lief, um auch diese auszuschalten. »Hören Sie zu, J.R.«, flüsterte Irmgard ihm heiser ins Ohr. Sie hatte ihn an der Schulter gepackt. Ihre Fingernägel bohrten sich ihm mit stürmischer Intensität ins Fleisch. Sie schien gar nicht mehr zu merken, was sie tat. In dem wenigen Nachtlicht, das noch von draußen hereindrang, wirkte Irmgards Gesicht verzerrt, verschwommen. Teller rund mit hin- und herhuschenden, winzigen, liedlosen Augen. »Wenn er klopft, gehen Sie an die Tür«, flüsterte sie. »Sie zeigen ihm Ihren Ausweis und sagen ihm, dass Sie hier wohnen und dass niemand sonst hier ist. Und Sie verlangen einen Durchsuchungsbefehl.« Pris war an seine andere Seite getreten, lehnte sich zu ihm hin, flüsterte »Lassen Sie ihn nicht rein, J.R.« »Sagen Sie irgendwas. Tun Sie etwas, das ihn aufhält.« »Wissen Sie, was ein Kopfgeldjäger tun würde, wenn er hier reinkäme?« »Ist Ihnen klar, was er mit uns machen würde?« Isidor ließ die beiden Androidenfrauen stehen und tastete sich vor zur Tür. Er fand den Knauf, legte die Hand daran, blieb stehen, horchte. Er konnte den Flur dort draußen spüren, wie er ihn schon immer gespürt hatte, leer und leblos und hallend. »Hören Sie was?« Rye Betty kam ganz nahe heran und er roch den scharfen Geruch des geduckten Körpers, roch die Angst, die er ausströmte, die ihn umgab wie ein Nebel. »Gehen Sie vor die Tür. Schauen Sie nach.« Isidor öffnete die Tür, schaute in beide Richtungen in den düsteren Flur. Die Luft dort draußen war klarer, auch wenn noch so viel Staub darin war. Er hatte immer noch die Spinne in der Hand, die er von Mercer bekommen hatte. War es wirklich dieselbe Spinne, die Pris mit Irmgard Bettys Nagelschere verstümmelt hatte? Wahrscheinlich nicht. Er würde es nie erfahren. Aber sie lebte. Sie krabbelte in seiner geschlossenen Hand umher. Bis ihn nicht, wie bei den meisten kleinen Spinnen, konnten ihre Beißwerkzeuge die Menschenhaut nicht durchdringen. Er kam ans Ende des Ganges, ging die Treppe hinunter und trat ins Freie. Und auf das, was einmal ein Plattenweg durch einen Garten gewesen war. Der Garten war im Krieg zerstört worden. Die Platten hatten tausendfach Risse, aber er kannte sie. Er spürte unter seinen Füßen den vertrauten Weg und er folgte ihm. Er ging die Längsseite des Hauses entlang, bis er an den einzigen grünen Fleck der Umgebung kam. Ein zweischrittgroßes Stück mit staubigem, armseligem Unkraut. Hier setzte er die Spinne ab. Er spürte, wie sie ihm zögernd von der Hand kroch. So, das war erledigt. Er richtete sich wieder auf. Der Strahl einer anderen Taschenlampe wurde auf das Gebüsch gerichtet. In dem plötzlichen Licht sahen die halbtoten Stängel kahl und bedrohlich aus. Jetzt sah auch er die Spinne wieder. Sie saß auf einem gezackten Blatt. Sie war also davongekommen. Was haben Sie da gerade gemacht? fragte der Mann mit der Taschenlampe. Ich habe eine Spinne ausgesetzt, antwortete er und wunderte sich, dass der Mann das nicht erkannt hatte. In dem gelben Lichtkegel sah die Spinne überlebensgroß aus. Sie freigelassen. Warum haben Sie sie denn nicht mit in Ihre Wohnung genommen? Sie hätten sie in einem Glas halten können. Laut Januar-Ausgabe des Sydney ist der Verkaufspreis für die meisten Spinnen um zehn Prozent gestiegen. Sie hätten über hundert Dollar dafür bekommen. Isidor sagte, wenn ich sie mit nach oben nehme, würde sie ihr wieder die Beine abschneiden, eins nach dem anderen, um zu sehen, was die Spinne macht. Das ist etwas, was Androiden tun, sagte der Mann. Er fasste in seine Manteltasche, holte etwas hervor, klappte es auf und hielt es Isidor hin. In dem unzuverlässigen Licht schien der Kopfgeldjäger ein Mann mittlerer Größe, nicht eindrucksvoll. Rundes Gesicht, glatt rasiert, unauffällig. Er hätte ein Büroangestellter sein können, gewissenhaft, aber umgänglich. Gar nicht die furchteinflößende Gestalt, die Isidor sich vorgestellt hatte. Ich bin Ermittler bei der San Franciscoer Polizei. Deckert. Rick Deckert. Der Mann klappte seine Dienstmarke wieder zu und verstaute sie von neuem in der Manteltasche. Die drei sind dort oben? Also, es ist so, entgegnete Isidor. Ich kümmere mich um sie. Zwei sind Frauen. Sie sind die Letzten der Gruppe. Die anderen sind tot. Ich habe den Fernseher von Chris aus ihrer Wohnung in meine gebracht, damit sie Buster freundlich ansehen konnten. Buster hat zweifelsfrei bewiesen, dass es Mörser nicht gibt. Isidor war aufgeregt, weil er etwas so Wichtiges wusste. Eine Neuigkeit, die der Kopfgeldjäger offensichtlich noch nicht gehört hatte. Gehen wir nach oben, sagte Deckert. Plötzlich zeigte er mit seiner Laserpistole auf Isidor. Dann steckte er sie unentschlossen wieder ein. Sie sind ein Spezialer, nicht wahr? sagte er. Ein Spatzenhirn. Aber ich habe Arbeit. Ich fahre den Lieferwagen für. Entsetzt merkte er, dass er den Namen vergessen hatte. Eine Tierklinik. Die Venest Tierklinik, sagte er. Der Besitzer heißt Hannibal's Lord. Deckert sagte, werden Sie so nett sein und mich nach oben führen und mir zeigen, in welcher Wohnung Sie sind. Es sind über tausend Apartments hier. Sie könnten mir eine Menge Zeit sparen. Die Erschöpfung war ihm anzuhören. Wenn Sie sie umbringen, werden Sie nie wieder mit Mörser verschmelzen können, sagte Isidor. Sie wollen mich nicht nach oben führen? Wir zeigen, auf welcher Etage Sie sind? Sagen Sie mir doch wenigstens die Etage. Die Wohnung finde ich dann selbst. Nein, sagte Isidor. Gemäß Staats- und Bundesgesetz, hub Deckert an. Dann ließ er es bleiben, gab den Versuch auf. Gute Nacht, sagte er und ging davon. Über den Gartenpfad in Richtung Haus. Schwach und gelblich wies das Licht der Taschenlampe ihm den Weg. Im Haus schaltete Deckert seine Taschenlampe aus. Durch den von Glühbirnen trübe beleuchteten Flur schritt er voran und dachte bei sich, das Spatzenherrn weiß, dass es Androiden sind. Er wusste schon, bevor ich es ihm gesagt habe. Aber er versteht es nicht. Und wer tut das schon? Verstehe ich es? Habe ich es je verstanden? Und eine davon, überlegte er, wird aussehen wie Rachel. Vielleicht hat dieser Schwachkopf mit ihr zusammengelebt. Ob es ihm gefallen hat? Vielleicht war sie es, von der er sich vorgestellt hat, dass sie die Spinne zerschneidet. Ich könnte zurückgehen und die Spinne holen, überlegte er. Ich habe noch nie etwas Lebendiges in der Natur gefunden. Das muss ein großartiges Erlebnis sein, wenn man hinsieht und plötzlich bewegt sich etwas vor einem. Vielleicht erlebe ich es auch noch einmal, so wie er jetzt. Er hatte aus dem Wagen einen Lauschapparat mitgenommen. Jetzt stellte er ihn auf. Eine Antenne, die sich drehte, und eine Anzeige wie ein Radarschirm. Auf dem Gang zeigte die Anzeige keinerlei laut. Auf dieser Etage sind sie nicht, sagte er sich. Er schaltete auf vertikal. Jetzt empfing die Antenne ein schwaches Signal. Also oben. Er nahm Gerät und Koffer und stieg die Stufen zum nächsten Stockwerk hinauf. Da lauerte etwas im Schatten. Wenn Sie sich rühren, schieße ich, sagte Rick. Das war der männliche Androide. Er wartete auf ihn. Rick hatte seine Laserpistole fest und klammert, aber es war zu spät, um sie zu zücken und zu zielen. Der andere hatte ihn früher erwischt. Zu früh. Ich bin kein Androide, sagte die Gestalt. Mein Name ist Mercer. Er trat ins Hellere. Ich wohne in diesem Haus, weil Mr. Isidor hier wohnt, der Speziale mit der Spinne. Sie haben draußen kurz mit ihm gesprochen. Bin ich jetzt von der Verschmelzung ausgeschlossen? fragte Rick, wie das Spatzenhirn gesagt hat. Wegen dessen, was ich in den nächsten Minuten tun werde? Mercer antwortete, Mr. Isidor hat nur für sich gesprochen, nicht für mich. Was Sie tun, muss getan werden. Das habe ich Ihnen bereits gesagt. Er hob den Arm und wies auf die Treppenstufen hinter Rick. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass eines von Ihnen hinter Ihnen ist. Es ist unten, nicht in der Wohnung. Dieses ist das Schlimmste von den Dreien, und Sie müssen es als erstes erledigen. Die alte Stimme, kaum mehr als ein Rascheln, wurde plötzlich energisch. Schnell, Mr. Deckert, auf der Treppe. Mit gezückter Laserpistole drehte Rick sich abrupt zur Treppe hin um und ging zugleich in die Hocke. Herauf kam eine Frau, direkt auf ihn zu. Eine Frau, die er kannte. Als er sah, wer sie war, ließ er die Laserpistole sinken. »Rachel«, sagte er erstaunt, »war sie ihm in ihrem eigenen Schwebewagen gefolgt, ihm bis hierher nachgekommen?« »Weshalb?« »Fliegen Sie zurück nach Seattle«, sagte er, »lassen Sie mich in Ruhe. Mercer hat mir gesagt, dass ich es tun muss.« Und dann sah er, dass es doch nicht ganz Rachel war. »Um dessen Willen, was wir einander bedeutet haben«, sagte die Androide und kam auf ihn zu, Arme ausgestreckt, als wolle sie ihn umarmen. »Die Kleider stimmen nicht«, dachte er, »aber die Augen sind genau gleich. Und es gibt mehr von dieser Art. Es kann eine ganze Legion davon geben, jede mit ihrem eigenen Namen, aber alle Rachel Rosen, Rachel, der Prototyp, mit dem die Firma die anderen Exemplare schützte. Er schoss, als sie mit einer flehenden Geste auf ihn zukam. Die Androidein zerplatzte, Teile stoben davon. Er hielt sich die Arme vors Gesicht, dann sah er wieder hin, sah, wie die Laserpistole, die sie in der Hand gehabt hatte, davonkullerte, die Treppe hinunter. Das metallene Rohr hüpfte hinunter, Stufe um Stufe, mit jedem hallenden Aufprall leiser und langsamer. Das Schlimmste unter den Dreien, hatte Mörser gesagt. Er sah sich um, suchte nach Mörser. Der alte Mann war fort. »Sie können mir Rachel Rosens bis an mein Lebensende nachschicken«, dachte er, »oder bis das Modell eingestellt wird, je nachdem, was zuerst kommt. Und jetzt zu den anderen beiden. Eines von ihnen ist nicht in der Wohnung, hatte Mörser gesagt. Mörser hat mich beschützt, machte er sich klar. Er schien und bot mir seine Hilfe an. Das Mädchen, das Ding, hätte mich erwischt, wenn er mich nicht gewarnt hätte. »Jetzt schaffe ich die anderen beiden auch«, sagte er sich. »Diese hier war die unmögliche. Sie wusste, dass ich es nicht konnte. Aber jetzt ist es geschafft. In einem einzigen Augenblick. Ich habe getan, was ich nicht tun konnte. Die Baddies sind im Vergleich Routine. Es wird mir nicht leicht fallen, aber es ist etwas anderes als das hier.« Er stand allein in dem leeren Flur. Mörser war wieder fort. Er hatte getan, weswegen er gekommen war. Rachel, oder besser gesagt Pris Stratton, war zerstört. Und nun war er allein hier. Aber irgendwo in diesem Gebäude warteten die Baddies und wussten Bescheid, wussten, was er hier getan hatte. Wahrscheinlich hatten sie jetzt Angst. Das hier war ihre Antwort auf seine Ankunft in diesem Haus gewesen. Ihr Versuch. Ohne Mörser hätten sie Erfolg gehabt. Aber jetzt sah es schlecht für sie aus. »Ich darf jetzt keine Zeit mehr verlieren«, sagte er sich. Er eilte den Gang entlang und fast sofort registrierte sein Spürapparat Hirnaktivitäten. Er hatte ihr Versteck gefunden. Er brauchte das Gerät nicht mehr. Er ließ es stehen und klopfte an die Wohnungstür. Von drinnen kam eine Männerstimme. »Hier ist da?« »Hier ist Mr. Isidor«, sagte Rick. »Lassen Sie mich rein, denn ich kümmere mich um Sie und zwei von Ihnen sind Frauen.« »Wir machen nicht auf«, hörte er eine Frauenstimme. »Ich möchte mir Buster freundlich auf Pris Fernseher ansehen«, sagte Rick. »Jetzt, wo er bewiesen hat, dass es Mörser nicht gibt, ist es sehr wichtig, dass man sich seine Sendung ansieht.« »Ich fahre den Lieferwagen für die Vaness Tierklinik. Der Besitzer ist Mr. Hannibal Sloat«, er verstärkte das Stottern. »Also w-w-würden Sie bitte die T-T-T-Tür aufmachen? Das ist m-m-m-meine Wohnung«. Er wartete, und die Tür öffnete sich. Drinnen war es dunkel, aber er konnte die Umrisse von zwei Gestalten ausmachen. Die kleinere, die Frau, sagte, »Sie müssen uns vorher testen.« »Zu spät«, sagte Rick. Der größere Schatten versuchte, die Tür zuzudrücken und war anscheinend mit einem elektronischen Gerät zugange. »Nein«, sagte Rick, »ich muss rein.« Er ließ Roy Betty einmal abfeuern und hielt sich selbst zurück, bis der Laserstrahl, dem er mit einer raschen Bewegung auswich, ihn verfehlt hatte. »Mit diesem Schuss«, sagte Rick, »haben Sie Ihr Recht verspielt. Sie hätten mich zwingen sollen, den Void-Kampftest mit Ihnen zu machen, aber jetzt ist es auch egal.« Noch einmal gab Roy Betty einen Laserschuss ab, verfehlte Rick wieder, zog die Waffe zurück und floh nach hinten in einen anderen Raum wohl. Das elektronische Gerät ließ er stehen. »Wieso hat Pris Sie nicht erwischt?«, fragte Mrs. Betty. »Es gibt keine Pris«, sagte er, »nur Rachel Rosens, immer und immer wieder.« Er konnte ihre Hand und darin die Laserpistole gerade noch erkennen. Roy Betty hatte diese an sie weitergegeben, hatte ihn in die Wohnung locken wollen, tief hinein, sodass Irmgard Betty ihn von hinten hätte erledigen können. »Tut mir leid, Mrs. Betty«, sagte Rick, und erschoss sie. Roy Betty im Zimmer nebenan stieß einen gequälten Schrei aus. »Ja, Sie haben sie geliebt«, sagte Rick, »und ich habe Rachel geliebt, und das Spatzenhirn hat die andere Rachel geliebt.« Er feuerte auf Roy Betty. Mit einem Ruck stürzte die schwere Gestalt nieder, kippte um wie ein zu hoch angewachsener Stapel scheppernder Einzelteile. Er kippte auf den Küchentisch und riss Geschirr und Besteck mit zu Boden. Reflektorische Schaltungen ließen den Leichnam noch zucken und um sich schlagen, aber er war tot. Rick kümmerte sich nicht um ihn, sah ihn nicht an, und auch nicht den Körper von Irmgard Betty an der Tür. »Ich habe den letzten erwischt«, dachte Rick nur. »Sechs Stück heute. Fast ein Rekord. Und jetzt ist es vorbei, und ich kann nach Hause gehen. Zurück zu Iran und der Ziege. Und endlich haben wir einmal genug Geld.« Er setzte sich auf die Couch, und nach einer Weile, während er dort in der Stille der Wohnung saß, in der sich nichts mehr regte, erschien in der Tür Mr. Isidor, der Speziale. »Schauen Sie lieber nicht hin«, sagte Rick. »Ich habe Sie im Treppenhaus gesehen.« »Pris«, das Spatzenhirn weinte. »Nehmen Sie es nicht so schwer«, sagte Rick. »Mühsam, benommen, rappelte er sich auf. Wo ist Ihr Videofon?« Das Spatzenhirn sagte nichts, stand einfach nur da. Rick musste sich selbst nach dem Apparat umsehen, und als er ihn entdeckte, wählte er die Nummer von Harry Bryants Büro. »Gut«, sagte Harry Bryants, nachdem er sich seinen Bericht angehört hatte. »Dann ruhen Sie sich jetzt aus. Wir schicken einen Einsatzwagen, um die drei Leichen zu holen.« Rick Deckard legte auf. »Androiden sind dumm«, sagte er mürrisch zu dem Spezialen. »Roy Betty konnte meine Stimme nicht von der Ihren unterscheiden. Das Ding glaubte, Sie wären an der Tür. »Die Polizei wird alles sauber machen. Warum gehen Sie nicht in eine andere Wohnung, bis Sie hier fertig sind? Nicht gut, wenn Sie mit den Überresten allein hierbleiben.« »Ich ziehe aus«, sagte Isidor. »Ich suche mir eine Wohnung mehr in der Innenstadt, wo es mehr Leute gibt.« »Ich glaube, in meinem Haus ist eine Wohnung frei«, sagte Rick. Isidor stammelte. »Ich will nicht mit Ihnen in einem Haus wohnen.« »Gehen Sie nach draußen oder nach oben«, sagte Rick. »Bleiben Sie nicht hier.« Das Spatzenherrn zögerte, wusste nicht, was es tun sollte. Er sagte weiter kein Wort, immer wieder neue Ausdrücke spielten auf seinem Gesicht. Dann drehte er sich um, schlurfte aus der Wohnung und ließ Rick allein. »Was ist das nur für ein Beruf, den ich da habe«, dachte Rick. »Ich bin eine Geißel, wie eine Hungersnot oder die Pest. Wohin ich auch gehe, der uralte Fluch folgt. Wie Mercer gesagt hat, ich bin gezwungen, Unrecht zu tun. Alles, was ich getan habe, war von Anfang an Unrecht.« »Aber jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen. Vielleicht kann ich es, wenn ich eine Weile mit Iran zusammen gewesen bin, vergessen.« Als er wieder bei seinem Wohnhaus ankam, wartete Iran schon auf dem Dach auf ihn. Sie sah ihn an mit einem verstörten, beklommenen Blick. In all den Jahren mit ihr hatte er sie nie so gesehen. Er nahm sie in den Arm und sagte, »So oder so, jetzt ist es vorbei.« Und ich habe überlegt, vielleicht kann Harry Bryant mich auf einen anderen posten. »Rick«, sagte sie, »ich muss dir etwas sagen. Es tut mir leid.« »Die Ziege ist tot.« Er hätte nicht sagen können, warum. Aber es überraschte ihn nicht. Es war nur noch mehr von derselben Last, die ihn ohnehin von allen Seiten bedrängte. »Ich glaube, zu dem Vertrag gehörte auch eine Garantie,« sagte er, »wenn sie binnen neunzig Tagen krank wird. Sie ist nicht krank geworden.« »Jemand«, Iran räusperte sich und sprach dann heiser weiter, »jemand war hier, hat die Ziege aus dem Käfig geholt und an den Rand des Daches gezerrt.« »Und sie über die Kante gestoßen?«, fragte er. Sie nickte. »Ja.« »Hast du gesehen, wer es war?« »Ich habe sie ganz deutlich gesehen,« sagte Iran. »Baber war noch hier oben zugange. Er kam runter und holte mich, und wir haben die Polizei gerufen.« »Aber da war die Ziege schon tot, und die Frau war weg. Ein zartes Mädchen, sah jung aus, mit dunklem Haar und großen schwarzen Augen, sehr dünn. Sie trug einen langen Mantel im Schuppenmuster, große Umhängetasche. Sie hat überhaupt nicht versucht, sich vor uns zu verbergen, als ob es ihr gleichgültig sei.« »Ja, das war es ihr auch,« sagte er. »Rachel hätte es nicht im Mindesten geschert, wenn du sie gesehen hättest. Wahrscheinlich wollte sie es sogar, um mich wissen zu lassen, wer es getan hat.« Er küsste Iran. »Du hast die ganze Zeit hier oben gewartet?« »Nur eine halbe Stunde.« »Es ist erst vor einer halben Stunde passiert.« Iran erwiderte zärtlich seinen Kuss. »Es ist so grässlich, so grundlos.« Rick ging wieder zu seinem Wagen, öffnete die Tür, setzte sich hinters Steuer. Grundlos ist es nicht. Sie hatte dafür etwas, das in ihren Augen ein guter Grund war. In androiden Augen, dachte er. »Wo willst du noch hin? Kommst du denn nicht nach unten und bleibst bei mir?« Vorhin kam im Fernsehen eine schockierende Meldung. Was da freundlich behauptet, Mercer sei erschwindelt. Was sagst du dazu, Rick? Meinst du, das ist wahr? Alles ist wahr, sagte er. Alles, was ein Mensch je gedacht hat. Er ließ den Motor des Wagens an. »Kommst du klar?« »Ich komme klar,« sagte er und dachte, »und ich werde sterben. Und auch das ist beides wahr.« Er schloss die Wagentür, winkte Iran noch einmal zu und flog hinauf in den Nachthimmel. Es gab einmal eine Zeit, dachte er, da hätte ich die Sterne gesehen. Vor Jahren. Aber jetzt gibt es nur noch den Staub. Schon seit Jahren hat niemand mehr einen Stern gesehen, jedenfalls nicht von der Erde aus. Vielleicht gehe ich irgendwo hin, von wo ich Sterne sehen kann, sagte er sich, während der Wagen an Tempo und Höhe gewann. Er steuerte von San Francisco fort, zu dem unbewohnten Ödland im Norden hin, dorthin, wo nichts Lebendiges hingehen würde, es sei denn, es spürte, dass sein Ende gekommen war. Im ersten Morgenlicht erstreckte sich das Land unter ihm anscheinend endlos weit, grau, mit Müll übersät. Felsbrocken so groß wie Häuser waren hier herumgerollt, bis sie sich gegenseitig zum Halten gebracht hatten, und er dachte, das ist wie ein Lagerhaus, wenn sämtliche Waren fort sind. Nur ein paar Überreste von Frachtkisten bleiben noch. Behältnisse, die für sich allein nichts zu bedeuten haben. Früher ist hier einmal Getreide gewachsen, dachte er bei sich. Tiere weideten hier. Eine unglaubliche Vorstellung, dass es hier einmal Geschöpfe gegeben hat, die das Gras rupften. Was für ein seltsamer Ort, dachte er, dass all das gerade hier gestorben ist. Er lenkte den Schwebewagen tiefer, zog eine Zeit lang knapp über dem Boden dahin. Was Dave Holden wohl jetzt von mir hält, ging ihm durch den Sinn. Gewissermaßen bin ich jetzt der größte Kopfgeldjäger aller Zeiten. Nie zuvor hat jemand sechs Nexus 6 binnen 24 Stunden erledigt. Und wahrscheinlich wird es auch nie wieder jemand tun. Ich sollte ihn anrufen, überlegte er. Ein struppiger Hügel tauchte vor ihm auf. Er steuerte den Wagen hoch, nur knapp vor dem Aufprall. Erschöpfung, dachte er. Ich sollte nicht mehr weiterfliegen. Er schaltete die Zündung ab, ließ den Wagen noch ein wenig gleiten, dann setzte er zur Landung an. Der Schwebewagen hüpfte und holperte über die Hügelflanke, Steinbrocken stoben. Mit der Nase hügelaufwärts kam er schließlich schlingernd zum Stehen. Rick griff nach dem Videophon und wählte die Vermittlung in San Francisco. »Verbinden Sie mich mit dem Mount Zion Krankenhaus«, sagte er, als sein Frauengesicht auf dem Schirm erschien. Kurz darauf war eine andere Dame zu sehen. »Mount Zion Krankenhaus?« »Bei Ihnen liegt ein Patient namens Dave Holden«, sagte er. »Wäre es möglich, mit ihm zu sprechen? Geht es ihm gut genug?« »Einen Augenblick bitte. Ich frage nach, Sir.« Das Bild auf dem Schirm verschwand. Es dauerte eine Weile. Rick nahm eine Prise Schnupftabak, Dr. Johnson und schauderte. Ohne Heizung wurde es in dem Wagen empfindlich kalt. »Dr. Koster sagt, Mr. Holden kann im Augenblick keine Gespräche empfangen«, erklärte die Telefonistin, als sie wieder erschien. »Es ist eine Polizeiangelegenheit«, sagte er. Er hielt seine Dienstmarke vor die Kamera. »Einen Augenblick bitte«, wieder verschwand die Telefonistin. Noch einmal nahm Rick eine Prise Dr. Johnson Schnupftabak. Das Menthol darin war ihm widerwärtig, so früh am Morgen. Er kurbelte das Wagenfenster herunter und warf die kleine gelbe Dose hinaus zu dem anderen Müll. »Nein, Sir«, sagte die Telefonistin, als ihr Bild wieder erschien. »Dr. Koster sagt, der Zustand von Mr. Holden erlaubt keine Telefonate, noch mindestens.« »Schon gut«, sagte Rick. Er legte auf. Auch die Luft roch unangenehm. Er kurbelte das Fenster wieder hoch. »Dave ist tatsächlich aus dem Rennen«, dachte er. »Warum Sie wohl mich nicht erwischt haben?« »Weil ich zu schnell war«, das war der Schluss, zu dem er kam. »Alle binnen eines einzigen Tages. Damit konnten Sie nicht rechnen.« Harry Bryant hatte recht. Inzwischen war es im Wagen zu kalt geworden. Er öffnete die Tür und stieg aus. Ein hässlicher, plötzlicher Wind drang ihm durch die Kleider, und er ging ein paar Schritte, rieb sich dabei die Hände. »Wäre schön gewesen, mit Dave zu reden«, dachte er. »Dave hätte Verständnis für das gehabt, was ich getan habe. Aber er hätte auch die andere Seite verstanden, die, die, glaube ich, nicht einmal Mercer richtig begreift. Für Mercer ist alles einfach«, überlegte er, »weil Mercer alles akzeptiert. Nichts ist ihm fremd. Aber das, was ich getan habe«, überlegte er, »das ist mir fremd geworden.« »Tatsächlich ist alles an mir unnatürlich geworden. Ich bin jetzt eine durch und durch unnatürliche Person.« Er ging weiter, den Hügel hinauf, und mit jedem Schritt, den er machte, lastete das Gewicht der Welt schwerer auf ihm. »Zu müde für den Aufstieg«, dachte er. Er blieb stehen und wischte sich beißenden Schweiß aus den Augen, Salztränen, die seiner Haut weinte, sein ganzer geschundener Leib. Dann, wütend auf sich selbst, spuckte er aus, spuckte zornig, verächtlich, voller Hass auf sich, auf den unfruchtbaren Boden. Danach nahm er seinen Marschhügel aufwärts wieder auf, durch diese einsame, unvertraute Gegend, fernab von allem. Nichts lebte hier, nur er selbst. Was für eine Hitze! Inzwischen war es heiß geworden, offenbar war Zeit vergangen. Und er war hungrig. Gott weiß, wie lange hatte er schon nichts mehr gegessen. Hunger und Hitze verbanden sich, ein giftiger Geschmack, schon fast nach Niederlage. »Ja«, dachte er, »das ist es, eine Niederlage, auf eine nicht zu begreifende Art, weil ich die Androiden getötet habe? Weil Rachel meine Ziege umgebracht hat?« Er wusste es nicht. Aber als er nun weiter stapfte, legte sich ein leichter, geradezu halluzinatorischer Schleier auf seinen Verstand. Einmal merkte er, und hatte keine Ahnung, wie das sein konnte, dass er nur noch einen Schritt von einer Klippe entfernt war. Und der Sturz wäre mit aller Wahrscheinlichkeit tödlich gewesen. Beschämend und hilflos, dachte er bei sich, wäre er in die Tiefe gestürzt, tiefer und tiefer, und es hätte nicht einmal jemand gesehen. Hier gab es niemanden, der seine oder eines anderen Beschämung hätte miterleben können. Jeder Mut, jeder Stolz, der sich hier am Ende noch zeigen mochte, bliebe unbemerkt. Die toten Steine, die staubzerfressenden Pflanzen, dürr und fast abgestorben, sahen nichts, erinnerten sich an nichts, nicht an ihn und nicht an sich selbst. In dem Moment traf ihn der erste Stein, und es war kein Gummi oder Schaumgummi, in der Leistengegend. Und der Schmerz, das erste Begreifen seiner vollkommenen Isolation und seines Leidens, nahm Besitz von ihm in seiner ganzen greifbaren Gestalt. Er blieb stehen. Und dann, angespaunt von etwas Unerklärlichem, doch Realem, das keinen Widerspruch duldete, nahm er seinen Aufstieg wieder auf. Ich rolle aufwärts, dachte er, wie die Steine. Ich tue, was die Steine tun, ohne eigenen Willen, ohne dass es das Mindeste bedeutet. »Merser«, keuchte er. Er blieb stehen, hielt ganz still. Vor sich sah er eine ebenfalls reglose, schattenhafte Gestalt. »Wilber Mercer, bist du das?« »Gott«, ging ihm dann auf. »Das ist mein Schatten. Ich muss weg von hier, herunter von diesem Hügel.« Er stolperte nach unten. Einmal stürzte er. Staubwolken verhüllten alles, und er lief vor dem Staub davon, lief immer schneller, rutschte, schlitterte auf dem losen Geröll. »Ich bin wieder unten«, begriff er. »Ich bin vom Hügel herunter.« Er öffnete die Wagentür, zwängte sich hinein. »Wer hat den Stein nach mir geworfen?«, fragte er sich. »Keiner.« »Aber wieso spüre ich ihn dann?« »Ich habe das schon früher erlebt, bei der Verschmelzung. Am Empator, wie jeder andere. Das ist nichts Neues.« »Aber das ist es doch«, überlegte er, »weil ich es diesmal allein getan habe.« Zitternd holte er eine neue Dose Schnupftabak aus dem Handschuhfach. Er zog den Klebestreifen ab und nahm eine große Prise. Dann saß er da, halb im Wagen, halb draußen, die Füße auf dem staubigen Wüstenboden. »Eine Schnapsidee, hierher zu kommen«, sagte er zu sich. »Das hätte ich nicht machen sollen.« Und jetzt merkte er, war er zu müde, um wieder zurückzufliegen. »Wenn ich doch nur mit Dave reden könnte«, dachte er wieder, »dann ginge es mir besser.« »Dann könnte ich weg von hier, könnte nach Hause und ins Bett.« »Ich habe immer noch mein elektrisches Schaf. Und ich habe immer noch meine Arbeit. Es wird weitere Andis geben, die erledigt werden müssen. Meine Karriere ist noch nicht am Ende. Das waren nicht die letzten entflohenen Androiden, die ich abschießen kann.« »Vielleicht liegt es daran«, überlegte er. »Ich habe Angst, dass keine mehr nachkommen.« Er blickte auf seine Uhr. Neun Uhr dreißig. Wieder griff er zum Videophonhörer und wählte die Nummer des Polizeipräsidiums an der Lombard Street. »Stellen Sie mich zu Inspektor Bryant durch«, sagte er zu der Telefonistin Miss Wild. »Inspektor Bryant ist nicht in seinem Büro, Mr. Deckard. Er ist mit dem Wagen unterwegs, aber er antwortet nicht. Wahrscheinlich ist er ausgestiegen.« »Hat er gesagt, wohin er wollte?« »Es hat etwas mit den Androiden zu tun, die Sie letzte Nacht erledigt haben.« »Dann geben Sie mir meine Sekretärin«, sagte er. Einen Moment später erschien das spitznasige Sommersprossengesicht von Ann Marston auf dem Schirm. »Oh, Mr. Deckard. Inspektor Bryant hat versucht, Sie zu erreichen. Ich glaube, er will Sie bei Polizeichef Cutter für eine Belobigung vorschlagen, weil Sie diese sechs... Ich weiß, was ich mit den Sechsen getan habe.« »So was hat es noch nie gegeben. Oh, und Mr. Deckard, Ihre Frau hat angerufen. Sie wollte wissen, ob alles in Ordnung ist.« »Ist alles in Ordnung?« Er sagte nichts. »Na jeden Fall sollten Sie sie vielleicht anrufen«, sagte Miss Marston, »und ihr Bescheid geben. Sie hat gesagt, sie bleibt zu Hause und wartet, bis Sie sich melden.« »Haben Sie das von meiner Ziege gehört?« »Nein. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Ziege haben.« Rick sagte, »Sie haben mir meine Ziege genommen.« »Wer hat sie Ihnen genommen, Mr. Deckard? Tierdiebe? Wir haben da gerade einen Bericht bekommen. Eine ganze Bande, wahrscheinlich Jugendliche. Sie treiben sich in... »Lebensdiebe«, sagte er. »Das verstehe ich nicht, Mr. Deckard.« Miss Marston blickte ihn forschend an. »Sie sehen schrecklich aus, Mr. Deckard. So müde. Und mein Gott, Sie bluten ja, an der Wange.« Er fuhr mit der Hand an die Stelle und spürte das Blut. Von einem Stein offenbar. Anscheinend hatten ihn mehr als nur der eine getroffen. »Sie sehen aus wie Wilbur Mercer«, meinte Miss Marston. »Das bin ich«, sagte er. »Ich bin Wilbur Mercer.« »Das bin ich«, sagte er. »Ich bin Wilbur Mercer.« 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 Wilbur Mercer. »Ich bin jetzt dauerhaft mit ihm verschmolzen. Kann ihm nicht mehr entschmelzen.« »Ich sitze hier und warte, dass ich entschmelze. Irgendwo an der Grenze nach Oregon.« »Sollen wir jemanden hochschicken? Einen Einsatzwagen, der Sie abholt?« »Nein«, sagte er. »Ich trete aus dem Dienst aus.« »Sie haben gestern wirklich zu viel getan, Mr. Deckard«, tadelte sie ihn. »Sie gehören ins Bett und müssen sich ausruhen.« »Sie sind unser bester Kopfgeldjäger, Mr. Deckard.« »Der beste, den wir je hatten.« »Ich sage Inspektor Bryant, dass Sie angerufen haben, wenn er zurückkommt.« »Sie fahren nach Hause und gehen schlafen.« »Rufen Sie Ihre Frau jetzt gleich an, Mr. Deckard.« »Sie macht sich sehr, sehr große Sorgen.« »Das habe ich gemerkt.« »Sie sind beide in wirklich schlechter Verfassung.« »Es liegt an meiner Ziege,« sagte er, »nicht an den Androiden.« »Da hatte Rachel Unrecht.« »Es ist mir nicht schwer gefallen, sie zu erledigen.« Und auch das Spatzenhirn hatte Unrecht, als er glaubte, ich könne nicht mehr mit Mercer verschmelzen. Der Einzige, der Recht hatte, war Mercer. »Kommen Sie lieber wieder hierher zurück in die Bay Area, Mr. Deckard, wo Menschen sind.« »Da oben an der Grenze nach Oregon lebt doch überhaupt nichts mehr, oder? Sind Sie nicht ganz allein?« »Es ist seltsam«, sagte Rick. »Ich hatte die absolute, vollkommene, unzweifelhaft reale Vorstellung, dass ich Mercer geworden war und dass die Leute Steine nach mir warfen. Aber es war anders, als wenn man die Griffe des Empathos packt. Wenn man am Empathor sitzt, dann fühlt man sich eins mit Mercer. Aber ich war mit niemandem dort. Ich war ganz allein.« »Es heißt jetzt, Mercer sei erschwindelt.« »Merser ist nicht erschwindelt«, sagte er. »Es sei denn, die ganze Wirklichkeit wäre ein Schwindel.« »Der Hügel hier«, dachte er, »der Staub und die vielen Steine, jeder anders als die anderen.« »Ich fürchte«, sagte er, »jetzt muss ich Mercer bleiben. Wenn man einmal so weit ist, kann man nicht mehr zurück.« »Ob ich wohl wieder den Hügel hinaufsteigen muss?«, überlegte er, »für alle Zeit, so wie Mercer, in der Ewigkeit gefangen.« »Also dann«, sagte er und wollte auflegen, »Sie rufen doch Ihre Frau an. Versprechen Sie es?« »Ja«, er nickte. »Danke, Anne«, er legte auf. »Schlafen«, dachte er. »Das letzte Mal, dass ich im Bett war, war mit Rachel. Verstoß gegen die Vorschriften. Unzucht mit Androiden, streng verboten, hier und auch in den Kolonialwelten. Bestimmt ist sie schon wieder in Seattle, bei den anderen Rosens, den echten und den Humanoiden.« »Ich wünschte, ich könnte dir antun, was du mir angetan hast«, dachte er bei sich. »Aber das kann man nicht, denn einem Androiden wäre es egal. Wenn ich dich gestern Abend umgebracht hätte, wäre meine Ziege jetzt noch am Leben.« »Das war mein großer Fehler.« »Ja«, dachte er, »alles lässt sich darauf zurückführen. Und darauf, dass ich mit dir ins Bett gegangen bin. Immerhin hast du in einem Punkt recht gehabt. Es hat mich verändert. Aber nicht auf die Art, die du prophezeit hast. Auf eine viel schlimmere«, befand er. »Und doch ist es mir im Grunde gleichgültig. Es macht mir nichts mehr aus. Nicht nach dem, was mir hier widerfahren ist, fast schon oben auf dem Hügel. Was wohl als nächstes geschehen wäre, wenn ich weiter hinaufgestiegen und oben angekommen wäre. Denn es scheint ja, als ob Mercer dort oben stirbt. Und da zeigt sich dann Mercers Triumph am Scheitelpunkt jenes ewigen Kreislaufs. »Aber wenn ich Mercer bin«, dachte er, »dann kann ich niemals sterben. Nicht in zehntausend Jahren. Mercer ist unsterblich.« Noch einmal griff er zum Videophonhörer, um seine Frau anzurufen. Und er starrte. Er legte den Hörer wieder zurück und ließ die Stelle draußen vor dem Wagen, an der sich gerade etwas bewegt hatte, nicht aus den Augen. Die kleine Erhöhung am Boden zwischen den Steinen. »Ein Tier«, sagte er zu sich. Sein Herz stockte unter dieser unglaublichen Last, der atemberaubenden Entdeckung. »Ich weiß, was das ist«, überlegte er. »Ich habe nie eine gesehen, aber ich kenne sie aus alten Natur-Dokus im Staatsfernsehen.« »Sie sind ausgestorben«, sagte er zu sich. Rasch holte er den abgegriffenen Sidney hervor, blätterte eifrig. »Kröten«, »Bufonidé«, »sämtliche Arten«. Ah! Schon seit Jahren ausgestorben. Das Geschöpf, das Wilbur Mercer am meisten am Herzen lag, gemeinsam mit dem Esel. Aber vor allem die Kröte. »Ich brauche eine Schachtel«. Er drehte sich um, aber auf dem Rücksitz des Schwebewagens war nichts. Er sprang hinaus, lief zum Kofferraum, klappte ihn auf. Darin befand sich ein Pappkarton mit einer Ersatzbenzinpumpe. Er schüttelte die Pumpe heraus, fand ein wenig Putzwolle und näherte sich langsam der Kröte. Er wandte den Blick nicht von ihr ab. Er sah, dass die Kröte genau der Textur und Farbe des allgegenwärtigen Staubs entsprach. Vielleicht hatte sie sich dem neuen Klima angepasst, so wie sie sich auch zuvor allen Wandlungen des Klimas angepasst hatte. Hätte sie sich nicht bewegt, wäre sie ihm nie aufgefallen, obwohl er gerade einmal zwei Schritt entfernt von ihr gesessen hatte. Was geschah, wenn man das Glück hatte, ein Tier zu finden, das als ausgestorben galt? Er überlegte, versuchte sich zu erinnern. Es kam so selten vor. Eine Medaille der Vereinten Nationen und eine Geldprämie, eine Belohnung, Millionen von Dollar. Und unter allem, was denkbar war, ausgerechnet das Geschöpf zu finden, das Mörser am heiligsten war. »Himmel«, dachte er, »das kann nicht sein.« »Vielleicht hat mein Hirn Schaden genommen. Zu viel Radioaktivität. Ab zu den Spezialen«, dachte er, »irgendwas ist mit mir passiert. Wie das Spatzenhirn Isidor mit seiner Spinne. Genau so geht es mir jetzt auch. Hat Mörser es so eingerichtet?« »Aber ich bin Mörser. Ich habe es so eingerichtet. Ich habe die Kröte gefunden. Habe sie gefunden, weil ich mit Mörsers Augen sehe.« Er hockte sich hin, direkt neben die Kröte. Sie hatte das Geröll ein wenig zusammengescharrt, sich eine Art Höhle gebaut und sich mit dem Hinterteil in den Staub gedrückt. Nur die Oberseite des flachen Schädels und die Augen schauten heraus. Der Kreislauf schien fast ganz zum Stoppen gekommen. Sie saß da wie in Trance. In den Augen kein Funkeln, kein Zeichen, dass sie ihn wahrnahm. Und entsetzt, dachte er, sie ist tot, verdurstet vielleicht. Aber sie hatte sich bewegt. Er stellte den Pappkarton ab und machte sich daran, vorsichtig die lockeren Erdkrümel von der Kröte abzuwischen. Sie leistete keinen Widerstand. Aber sie hatte ihn natürlich auch nicht bemerkt. Als er die Kröte berührte, spürte er ihre eigentümliche Kühle. In seinen Händen wirkte der Körper trocken und runzlig, beinahe schlaff. Und so kalt, als hätte sie ihre Behausung meilentief in der Erde genommen, weit fort von der Sonne. Jetzt regte sich die Kröte. Mit ihren schwachen Hinterbeinen versuchte sie, sich aus seinem Griff zu befreien, versuchte instinktiv, ihm aus der Hand zu springen. Ein großes Tier, dachte er, ausgewachsen und weise, auf ihre Art fähig, selbst da zu überleben, wo wir eigentlich nicht überleben können, wo sie wohl das Wasser für ihre Eier findet? Das ist es also, was Mercer sieht, dachte er, als er methodisch die Pappschachtel verschnürte, die Kordel immer und immer wieder darum wickelte. Leben, das unser einer nicht mehr erkennen kann. Leben, das sich bis zum Scheitel in den Überresten einer toten Welt verbirgt. Vermutlich sieht Mercer in jedem Staubkorn des Universums das verborgene Leben. Jetzt weiß ich das, dachte er. Und jetzt, wo ich einmal mit Mercers Augen gesehen habe, werde ich immer so sehen. Und kein Androide, sagte er sich, wird ihr die Beine abschneiden, wie sie es mit der Spinne des Spatzenhirns getan haben. Er stellte den sorgfältig verschnürten Karton auf den Wagensitz und setzte sich ans Steuer. Als wäre man wieder ein Kind, dachte er. Jetzt war all die Schwere von ihm abgefallen, die gewaltige, erdrückende Müdigkeit, wenn Iran das hörte. Er griff wieder zum Videophonhörer, wählte schon. Dann überlegte er. Ich überrasche Sie damit, beschloss er. Der Flug nach Hause dauert ja nur dreißig oder vierzig Minuten. Beschwingt ließ er den Motor an und gleich darauf zischte er hinauf und in Richtung San Francisco, siebenhundert Meilen südwärts. Iran Deckert saß an der Penfield-Stimmungsorgel, den Finger an den Wahlrädern. Aber sie stellte nichts ein. Sie fühlte sich zu erschöpft und elend, um etwas zu wollen. Eine Schwere, die sie von aller Zukunft abschnitt, allen Möglichkeiten, die diese vielleicht einmal versprochen hatte. Wenn Rick hier wäre, dachte sie, der hätte mich vielleicht dazu gebracht, die drei zu wählen, und von da aus hätte ich etwas Wichtiges einstellen können, überbordende Freude, oder wenn schon nicht das, dann 888, den Wunsch fernzusehen, egal was gesendet wird. Was Sie wohl gerade senden, überlegte sie. Und dann fragte sie sich von Neuem, wohin Rick wohl aufgebrochen war. Vielleicht kommt er zurück. Vielleicht aber auch nicht, sagte sie sich. Und sie kam sich vor, als wäre sie ganz zusammen geschrumpelt vom Alter. Es klopfte an der Wohnungstür. Sie warf das Penfield-Handbuch auf den Tisch und sprang auf, dachte, jetzt muss ich nichts mehr einstellen, ich habe schon, was ich will. Wenn es Rick ist. Sie lief zur Tür, riss sie weit auf. Hallo, sagte er. Da stand er, mit einer Schramme auf der Wange, die Kleider zerknittert und grau, selbst sein Haar war voller Staub. An Händen, Gesicht, an seinem ganzen Körper klebte der Staub, außer an den Augen. Die waren rund und staunend wie die eines kleinen Jungen. Er sieht aus, als ob er zum Spielen draußen war, dachte sie. Und jetzt weiß er, dass es Zeit ist, nach Hause zu kommen, sich auszuruhen, sich zu waschen und zu erzählen, was er den Tag über Aufregendes erlebt hat. Schön, dich zu sehen, sagte sie. Ich habe etwas mitgebracht. Er hatte einen Pappkarton, den er mit beiden Händen festhielt. Auch in der Wohnung stellte er ihn nicht ab. Als enthielte er, dachte sie etwas zu zerbrechliches, zu wertvolles, um ihn aus der Hand zu geben. Am liebsten würde er ihn für immer festhalten. Ich mache dir eine Tasse Kaffee, sagte sie. Am Herd drückte sie den Kaffeeknopf und schon Augenblicke später stellte sie einen riesigen Becher an seinen Platz am Küchentisch. Er setzte sich. Noch immer den Karton in den Händen, noch immer das Staunen auf dem Gesicht, die großen, runden Augen. In all den Jahren, die sie ihn nun schon kannte, hatte sie einen solchen Ausdruck bei ihm noch nicht gesehen. Etwas war geschehen, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte, seit er in der Nacht mit seinem Wagen davon geschwebt war. Jetzt war er zurück, und mit ihm war dieser Karton gekommen. Darin musste sich das verbergen, was ihm widerfahren war. Ich werde schlafen, kündigte er an, den ganzen Tag lang. Ich habe bei Harry Bryant angerufen. Er gibt mir den Tag frei und sagt, ich soll mich ausruhen, und genau das werde ich tun. Behutsam stellte er die Schachtel auf den Tisch und nahm seinen Becher Kaffee, trank pflichtschuldig, weil sie es sich wünschte. Sie setzte sich auf den Platz ihm gegenüber und fragte, Was hast du in der Schachtel, Rick? Eine Kröte. Kann ich sie sehen? Sie beobachtete, wie er die Kordel abwickelte und den Deckel abnahm. Oh, sagte sie, als sie die Kröte sah. Aus irgendeinem Grunde machte sie ihr Angst. Beißt sie? Fragte sie. Nimm sie nur. Sie beißt nicht. Kröten haben keine Zähne. Rick hob die Kröte heraus und hielt sie Iran hin. Gegen allen Widerwillen nahm sie sie. Ich dachte, Kröten sind ausgestorben, sagte sie, drehte das Tier auf den Bauch und wunderte sich über die Beine, die anscheinend fast gar keine Kraft hatten. Können Kröten springen, so wie Frösche? Ich meine, könnte sie mir plötzlich aus der Hand springen? Krötenbeine sind schwach, sagte Rick. Das ist der Hauptunterschied zwischen einer Kröte und einem Frosch. Das und das Wasser. Ein Frosch bleibt immer am Wasser, aber eine Kröte kann auch in der Wüste leben. Diese hier habe ich in der Wüste gefunden, oben an der Grenze nach Oregon, wo alles andere tot war. Er streckte die Hand aus, um sie wieder zu übernehmen. Aber Iran hatte etwas entdeckt. Sie hielt die Kröte noch immer mit dem Bauch nach oben, tastete ihn ab, und mit dem Fingernagel fand sie den Deckel für die kleine Schaltereinheit. Sie klappte ihn auf. Oh, schlagartig war sein Gesicht lang geworden. Ja, verstehe. Du hast recht. Verdattert, ohne ein Wort, sah er das falsche Tier an. Er nahm es ihr wieder aus der Hand, zog an den Beinen, schien nicht zu begreifen, was er da hatte. Dann setzte er es behutsam wieder in seine Schachtel. Ich frag mich, wie sie wohl nach da oben in die kalifornische Wüste gekommen ist. Jemand muss sie dort abgesetzt haben. Keine Ahnung warum. Vielleicht hätte ich es dir nicht zeigen sollen, dass sie elektrisch ist. Sie legte ihm die Hand auf den Arm. Sie fühlte sich schuldig, als sie sah, welche Wirkung es auf ihn hatte, die Veränderung. Nein, sagte Rick. Ich bin froh, dass ich es weiß. Oder eher ... Er verstummte. Es ist besser, wenn ich es weiß. Soll ich die Stimmungsorgel anstellen, damit du dich besser fühlst? Dir hat sie doch immer gut getan, viel mehr als mir. Das wird schon wieder. Er schüttelte den Kopf, als wollte er sich Klarheit schaffen, immer noch verdattert. Die Spinne, die Mercer dem Spatzenherrn gegeben hat, Isidor, wahrscheinlich war die auch künstlich. Aber es spielt keine Rolle. Die elektrischen Dinge haben auch ihr Leben, so armselig es auch ist. Irann sagte, du siehst aus, als wärst du hundert Meilen weit gegangen. Es war ein langer Tag, er nickte. Geh ins Bett und schlafe. Er starrte sie an, unschlüssig. Es ist vorbei, oder? Vertrauensvoll sah er sie an, wartete sichtlich darauf, dass sie ihm die Antwort gab, als hätte sie eine, als bedeute es ihm nichts, wenn er selbst es sagte. Er zweifelte immer an seinen eigenen Worten. Sie wurden immer erst wahr, wenn sie sie ihm bestätigte. Es ist vorbei, sagte sie. Gott, was für ein Riesenauftrag, sagte Rick. Als ich erst einmal angefangen hatte, hätte ich niemals aufhören können. Es hat mich immer weiter mitgerissen, bis ich schließlich die Baddies gefunden hatte. Und dann, mit einem Mal, hatte ich nichts mehr zu tun. Und das, er zögerte, sichtlich verblüfft über das, was er da zu sagen begonnen hatte. Und das war das Schlimmste, sagte er, als es zu Ende war. Ich konnte nicht aufhören, denn wenn ich aufhörte, hatte ich nichts mehr. Du hast recht gehabt, heute Morgen, als du gesagt hast, dass ich nichts weiter als ein brutaler Bulle mit brutalen Bullenhänden bin. Aber jetzt will ich das gar nicht mehr sagen, beteuerte sie. Ich bin einfach nur verdammt froh, dass du wieder zu Hause bist, da, wo du hingehörst. Sie küßte ihn, und das schien ihm zu gefallen. Sein Gesicht sah wieder glücklicher aus, beinahe so sehr wie zuvor, bevor sie ihm gezeigt hatte, dass die Kröte elektrisch war. Meinst du, ich habe Unrecht getan, fragte er, mit dem, was ich heute getan habe? Nein. Mercer hat gesagt, dass es Unrecht ist, dass ich es aber trotzdem tun muss. Verrückt, so was. Manchmal ist es besser, das Falsche zu tun, als das Richtige. Das ist der Fluch, der auf uns liegt, sagte Iran, von dem Mercer immer spricht. Der Staub, fragte er. Die Mörder, die Mercer in seinem sechzehnten Jahr aufgelauert haben, die ihm gesagt haben, dass er nicht mehr die Zeit umkehren und Dinge wieder zum Leben erwecken darf. Deshalb kann er sich jetzt nur noch mit dem Fluss des Lebens bewegen und dahin gehen, wohin alles geht, in den Tod. Und die Mörder werfen die Steine. Die sind es, von denen die Steine kommen. Sie sind immer noch hinter ihm her, hinter uns allen im Grunde. Hat ein Stein dich an der Wange getroffen, da, wo es geblutet hat? Ja, bestätigte er, Mart. Du solltest jetzt ins Bett gehen. Ich stelle die Stimmungsorgel auf 670. Wofür ist das, fragte er? Den langverdienten Frieden, sagte Iran. Er stand auf. Selbst das Stehen bereitete ihm Schmerzen. Der Ausdruck auf seinem Gesicht war ratlos und erschöpft, als wären über Jahre hinweg Legionen von Schlachten darauf gefochten worden. Und dann, mühsam, schleppte er sich in Richtung Schlafzimmer. In Ordnung, sagte er. Langverdienter Frieden. Er legte sich aufs Bett. Staub rieselte aus Kleidern und Haaren auf die weißen Laken. Die Stimmungsorgel kann ich mir sparen, merkte Iran, als sie den Knopf drückte, der die Scheiben des Schlafzimmerfensters abdunkelte. Das graue Licht des Tages verschwand. Schon im nächsten Moment war Rick lang ausgestreckt auf dem Bett eingeschlafen. Sie blieb noch eine ganze Weile bei ihm, beobachtete ihn, bis sie sicher war, dass er nicht direkt wieder aufwachen würde, nicht plötzlich schreckensstarr aufrecht im Bett saß, wie es manchmal geschah. Dann ging sie in die Küche zurück und setzte sich wieder an den Tisch. Neben ihr zuckte und raschelte die elektrische Kröte in ihrer Schachtel. Sie überlegte, was sie wohl fraß und wie teuer es kommen würde, sie zu halten. Künstliche Fliegen, beschloss sie. Im Telefonbuch schlug sie unter Tierbedarf elektrisch nach. Sie wählte und als sich eine Verkäuferin meldete, sagte sie, ich möchte ein Pfund künstliche Fliegen bestellen, welche die wirklich umherfliegen und summen, bitte. Für eine elektrische Schildkröte mehr? Eine Kröte, sagte sie. Dann würde ich unsere Mischung von künstlichen Flug- und Krabbeltieren empfehlen. Da finden sie alle Arten von Fliegenreichen, sagte Iran. Können sie sie liefern? Ich möchte die Wohnung nicht verlassen. Mein Mann schläft und ich muss auf ihn Acht geben. Die Angestellte sagte, für eine Kröte würde ich ihnen außerdem einen selbst nachfüllenden Tümpel empfehlen. Es sei denn, es ist eine Krötenechse. Für die hätten wir eine Mischung aus Sand, mehrfarbigem Kies und organischen Bestandteilen. Und wenn sie sie regelmäßig füttern wollen, sollten sie von unserem Kundendienst von Zeit zu Zeit die Zunge nachstellen lassen. Das ist lebenswichtig bei einer Kröte. Schön, sagte Iran. Ich möchte, dass sie perfekt funktioniert. Mein Mann hängt sehr an ihr. Sie nannte ihre Adresse und legte auf. Jetzt war ihr wieder wohler. Und endlich kochte sie sich nun eine Tasse schwarzen, heißen Kaffee. Sie hörten Blade Runner Träumen androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick Aus dem amerikanischen Englisch von Manfred Allier Gelesen von Torben Kessler Gelesen von Torben Kessler